Die Siedler von Catan Nach dem Roman von Rebecca Gablet Es liest Martin May Oh, bei allen Göttern ist das kalt! Kandamir keuchte, als habe der Sprung in die pechschwarzen Fluten in dem Atem verschlagen Osmund ruderte langsam mit den Armen, um über Wasser zu bleiben Hör auf zu jammern! Du lockst noch die neunarmigen Kraken an mit deinem Geschrei Ja, oder die zwölfköpfige Seeschlange, buh! Sie lachten Schon als badlose Knaben waren sie bei jedem ersten Herbstvollmond um die Wette geschwommen Und früher war der Wettstreit nicht so sehr darum gegangen, wer als erster den Fjord durchquerte Sondern wer dem anderen die meiste Angst vor allen wirklichen oder erfundenen Seeungeheuern einjagen konnte Sie stießen sich gleichzeitig vom Felsen ab und zerteilten das Wasser mit kräftigen Stößen Sodass kleine Schaumkronen in der mondhellen Nacht funkelten Zu ihrer Rechten ragte eine weiß schimmernde Felsklippe auf, die sich weit in den Fjord hineinzog Und als Wellenbrecher für den dahinterliegenden Hafen von Elason diente Als sie die Spitze dieser Landzunge erreichten, hatten sie schon mehr als die Hälfte ihrer Wettkampfstrecke überwunden Osmund! Er hörte das Entsetzen in Kandamirs Stimme Von bösen Ahnungen erfüllt wandte Osmund den Kopf und blickte zum Ende des Fjords, wo Elason lag Zwei Dinge sah er auf einen Blick Im Dorf war ein Feuer ausgebrochen Und in der Bucht lagen vier Schiffe zu viel O Vater der Götter, steh uns bei, dachte er furchtsam Nicht schon wieder Ein Sklave hatte nachmittags ein kleines Boot zu dem schmalen, sichelförmigen Strand am gegenüberliegenden Ufer gerudert Der das Ziel der Wettschwimmer sein sollte Gleichzeitig kamen die beiden Freunde dort an Fahrig vor Hass zogen sie das Boot ins Wasser und sahen immer wieder zum Dorf hinüber So beeil dich doch, flehte Osmund, dem es so vorkam, als werde ihm vor Furcht um Frau und Sohn das Herz zerspringen Sie tauchten gleichzeitig die Riemen ein und pullten Bald glitt das Boot pfeilschnell über das ruhige, nachtschwarze Wasser Als sie sich dem Dorf näherten, hörten sie Kampfeslärm und Schreie Und sie erkannten die fremden Schiffe Es sind wieder die verfluchten Turonländer, sagte Kandamir heiser Das Dorf kam schnell näher und bald sahen sie im hellen Mondlicht das Kampfgetümmel am Hafen Sowohl Kandamir als auch Osmund war sehr wohl bewusst, dass sie ihre Waffen vor dem Wettschwimmen am Ufer zurückgelassen hatten Im knietiefen Wasser sprangen sie aus dem Boot, warteten an Land und stürzten sich mit bloßen Händen von hinten auf die ersten beiden Turonländer, deren sie habhaft wurden Die Eindringlinge waren unerschrockene und erfahrene Krieger Doch Kandamir stahl seinem Gegner den Dolch vom Gürtel und schlitzte ihm die Kehle durch, noch ehe der Mann ihn überhaupt wahrgenommen hatte Der Sterbende stieß einen gurgelnden Schrei aus, brach in die Knie und Kandamir riss ihm das Schwert aus der erschlaffenden Rechten Als der Turonländer hinschlug, hatte Kandamir für einen Liedschlag freien Blick auf den Hafen und sah eines der feindlichen Schiffe bereits wieder ablegen Das Gewimmel auf der Uferwiese war undurchdringlich Blindwütig schlug Kandamir auf alles ein, was sich ihm in den Weg stellte Aber er wurde unweigerlich weiter nach links gedrängt, dorthin, wo das Getümmel am dichtesten war Im flackernden Licht der brennenden Scheune erkannte er Harald den Schmied, der, das Schwert in der Linken und seinen Hammer in der Rechten, zwei Turonländer gleichzeitig abzuwehren suchte Ehe Kandamir ihm zu Hilfe kommen konnte, glitt Osmund in sein Blickfeld und erledigte den Linken Der Schmied schlug den anderen in die Flucht und hob die Faust mit dem Hammer zu einer kurzen Geste des Dankes Sie haben zwei Dutzend Männer und Knaben in die Scheune gesperrt, brüllte er über das Tosen der Flammen hinweg Ich glaube, dein Bruder ist auch dabei, Kandamir Erschüttert starrte Kandamir zum strohgedeckten Dach des hölzernen Gebäudes hinauf Nach dem trockenen Spätsommer brannten Schindel und Bretterwände wie Zunder Oh mächtiger Tür, steh uns bei, flehte er leise Fast zu spät hob er das Schwert, als ein baumlanger Turonländer mit einer gewaltigen Streitaxt plötzlich in sein Blickfeld sprang Osmund rang mit sich Ihm war nicht entgangen, dass es vornehmlich Frauen und Mädchen waren, die die Eindringlinge zu ihren Schiffen schleppten Er musste nach Hause Doch er hörte die verzweifelten Schreie derer, die in der brennenden Scheune gefangen waren Das Hämmern ihrer Fäuste am verriegelten Tor Einen Augenblick zauderte er noch, dann machte er einen langen Schritt nach vorn und erschlug einen Turonländer, der sich von hinten auf seinen Vetter Jaritz stürzen wollte Elle um Elle kämpften Kandamir, Osmund, Harald und ihre Nachbarn sich auf das Tor der Scheune zu Das unter den Fäusten der Eingesperrten zwar erwebte, aber keinen Zoll nachgab Als Harald, einem der feindlichen Anführer mit einem gewaltigen Streich, den Kopf samt Helm vom Rumpf trennte, zogen die verbliebenen Turonländer sich vom Vorplatz der Scheune zurück Und schwärmten aus, um anderswo zu morden, rauben und brandschatzen, wo der Widerstand weniger heftig war Osmund und Kandamir packten jeder ein Ende des schweren Balkens und rissen die beiden Flügel des Scheunentors auf Dicke Qualmwolken und hustende, gekrümmte Gestalten quollen heraus Harkon! Kandamir packte einen halbwüchsigen Knaben am Arm und starrte in dessen russgeschwärztes Gesicht Aber es war nicht das seines Bruders Er holte tief Luft, hielt den Atem an und trat über die Schwelle, Osmund wie ein Schatten an seiner Seite Die brennenden Scheunenwände hätten den Innenraum erhellen sollen, doch der Rauch war wie ein schwarzer Nebel Die Hitze versenkte Kandamir die Augenbrauen und seine Lungen schmerzten Er brauchte Luft Einer Panik nahe stolperte er über ein Hindernis, beugte sich vor und ertastete eine leblose Gestalt Er hob sie hoch und erkannte das Gesicht des jungen Wieland Plötzlich tauchte Osmund wieder neben ihm auf Raus hier! Das Dach stürzt ein! Harkon! Es war halb ein Husten, halb ersticktes Schluchzen Osmund deutete ein Kopfschütteln an Kaum hatten sie sich zehn Schritte von der Scheune entfernt, als der Dachstuhl unter lautem Bersten und einem gewaltigen Funkenregen einstürzte Komm Kandamir, sagte Osmund bedächtig Falls dein Bruder wirklich hier drin war, gibt es nichts, was wir noch für ihn tun könnten Aber die Schlacht ist noch nicht vorüber Doch wenig später erklang ein durchdringendes Horn-Signal und die Turunländer kehrten dem Gemetzel auf der Uferwiese den Rücken, als wäre ihr Blutdurst ganz plötzlich gestillt Sie zogen sich zu ihren drei verbliebenen Schiffen zurück Die Elasunder drängten ihnen nach, verwickelten sie im knietiefen Wasser nochmals in erbitterte Kämpfe, um zu den Schiffen zu gelangen und die Beute zurückzuerobern Doch vergebens Ungehindert und in Windeseile zogen die drei Piratenschiffe davon Die nassen Ruder funkelten im Mondlicht, als wären sie aus Glas gemacht Es war eigentümlich still geworden am Ufer Hier und da war leises Stöhnen und Weinen zu vernehmen Aber der Lärm hatte sich gelegt Kandamir kehrte dem Fjord den Rücken Hat irgendwer meinen Bruder gesehen? Schweigend schüttelten die Umstehenden die Köpfe Niemand wollte ihm in die Augen schauen Kandamir starrte zu den rauchenden Trümmern der Scheune hinüber Sie war eine der Größten in Elasund gewesen Ganz plötzlich, von einem Herzschlag zum nächsten, bekam er weiche Knie Doch ehe die Verzweiflung von ihm Besitz ergreifen konnte, meldete sich eine helle Stimme aus luftigen Höhen Ich bin hier! Verwundert sahen die Männer zur Krone der gewaltigen Esche hinauf, die auf der großen Wiese stand Herbsttrocken raschelte das Laub Dann erschienen zwei schlachsige, dünne Beine Schließlich landete Harkon sicher und federnd auf beiden Füßen und trat mit gesenktem Kopf zu seinem Bruder Ein Hühner mit einem roten Bart hat mich hinaufgejagt, erklärte er verlegen Noch beinahe drei Monate trennten ihn von seinem fünfzehnten Geburtstag, aber trotzdem schämte er sich, dass er geflohen war, statt zu kämpfen Kandamir stieß hörbar die Luft aus Er legte seinem Bruder einen Arm um die knochigen Schultern, stützte sich unauffällig auf ihn und betrachtete kritisch sein Gesicht Harkon hatte eine hässliche Schramme auf der Stirn, schien ansonsten aber unversehrt Harald, der Schmied, wies auf Kandamirs rechten Oberarm Sie haben dich ganz ordentlich erwischt Kandamir legte die linke auf die Stelle und ertastete die klebrige Nässe seines Blutes Er spürte die Wunde kaum, aber jetzt erinnerte er sich an den Moment vor der Scheune Er hatte die Klinge von schräg oben kommen sehen und geglaubt, er werde den Arm verlieren Und das hätte er auch, wäre Osmund nicht plötzlich zur Stelle gewesen, um den johlenden Turunländer niederzustrecken Suchend schaute Kandamir sich nach seinem Freund um und entdeckte die unverwechselbare, hochgewachsene Gestalt mit dem blonden Schopf in einiger Entfernung Osmund wollte nach Hause und eine innere Stimme drängte Kandamir, ihm zu folgen Er ließ Harkon los Lebt mein Sachse noch? fragte er Mehrere der Umstehenden nickten Er soll sich um die Verwundeten kümmern Er kennt sich aus, hört auf ihn, riet Kandamir eindringlich Er holte Osmund an der Tür zu dessen Langhaus ein Eine dürre, grauhaarige Frau stand mit verschränkten Armen davor und versperrte dem Herrn des Hauses den Zugang Lass mich vorbei, verlangte Osmund leise Seine Stimme klang eigentümlich matt Die Alte schüttelte den Kopf Gisla ist tot, Osmund Und daran wirst selbst du nichts mehr ändern Ich will sie sehen Nein Das willst du nicht, glaub mir Verflucht sollst du sein, Brigitta Sie ist meine Frau Wahr Sie war auch meine Enkelin Und ich sage dir, du wirst sie so nicht zu sehen kriegen Das hätte sie niemals gewollt Osmund hatte die Fäuste geballt Geh weg von der Tür, du Hexer Kandamir trat hinzu Achtete darauf, seinem Freund nicht zu nahe zu kommen Und fasste Brigitta behutsam am Ellbogen Lass ihn Er weiß schon, was er tut Mit gesenktem Kopf stürmte Osmund an ihnen vorbei in die Halle Nicht lange Und sie hörten seinen verzweifelten Protestschrei Kandamir kniff einen Moment die Augen zu Die Alte lachte höhnisch Du meinst also, er weiß, was er tut, ja? Unbewusst trat Kandamir einen halben Schritt zurück Wie beinah jeder Mann in Ellersund Fürchtete er sich ein wenig vor der alten Brigitta Was, was ist passiert? Es waren drei Berichtete sie scheinbar leidenschaftslos Einen hab ich erschlagen Aber die anderen beiden haben sie in die Kammer geschleppt Und die Tür verriegelt und dann Was ist mit dem kleinen Rorik? Fiel Kandamir ihr hastig ins Wort Er hat alles verschlafen Sie haben ihn nicht gefunden Ich hatte ihn im Mist versteckt Kandamir nickte Es schien, irgendeiner der Götter hatte heute Nacht Doch eine schützende Hand über Osmunds Haus gehalten Selbst wenn er sich offenbar keine sehr große Mühe gegeben hatte Gewiss würde Osmund Trost in seinem Sohn finden Irgendwann Geh runter zum Hafen und hilf den Leuten Bad der Brigitta Kandamir nahm ihren Platz als Wachposten vor Osmunds Tür ein Um sicherzustellen, dass niemand den Freund in seiner Trauer störte Das schien ihm im Augenblick das Wichtigste zu sein Herr, Herr, wach auf! Kandamir fuhr aus dem Schlaf und packte die Hand, die an seiner Schulter rüttelte Als er erkannte, dass es nur der Sachse war, ließ er ihn los und rieb sich die Augen Was soll dieses Getöse? Fragte Kandamir unwirsch Herr, einer der Tourenländer lebt noch Sie, sie wollen ihm die Augen ausstechen und sein Du weißt schon abschneiden Und ihn dann den Fischen zum Fraß vorwerfen Na und? Was sollen wir sonst mit ihm tun? Geähnend fuhr Kandamir sich mit den riesigen Händen durch schwarze Haar Es fiel ihm glatt bis über die Schultern Und wie die meisten Männer seines Volkes Trug er die vorderen Strähnen, die das Gesicht umrahmten Zu schmalen Zöpfen geflochten Der Sachse ruderte wild mit den Armen So dürfen Menschen nicht miteinander umgehen, erklärte er Ach du meine Güte, jetzt fängt das wieder an Dieser Sachse war ein komisches Männlein Er stammte aus Britannien, hatte er ihnen erzählt Und er hatte auch einen Namen, der aber so vollkommen unaussprechlich war Dass die Elasunder ihn der Einfachheit halber lieber den Sachsen nannten Als er vor zwei Jahren hergekommen war, hatte er noch wunderlicher ausgesehen als heute Denn er hatte ein kreisrundes Loch in dem blonden Schopf geschoren In seinem Bündel trug er weder Brot noch Gold Sondern lediglich ein Eisenkreuz und ein merkwürdiges Ding Welches aus Holzdeckeln und dünnen Lagen getrockneter Tierhaut bestand Die mit eigentümlichen, winzigen Runen vollgekritzelt waren Buch, hatte er dieses Ding genannt und behauptet, es komme ebenso wie das Kreuz von seinem Gott Der mächtiger sei als alle anderen Götter Die Elasunder hatten es für das sicherste gehalten, den Sachsen zu töten Und die Geschenke seines Gottes zu verbrennen, da sie gefährlich sein konnten Aber Osmund war dagegen gewesen Weil jedoch seine Gisla den geschorenen Fremdling nicht im Haus haben wollte Hatte Kandamir in kurzer Hand als Sklaven zu sich genommen Es dämmerte, als Kandamir nach einer hastig heruntergekippten Schale Fischbrühe aus seinem Langhaus trat Bei seiner Rückkehr von der Nachtwache vor Osmunds Halle hatte er bereits gesehen Welche Verwüstung die Turunländer auf seinem Hof angerichtet hatten Doch erst jetzt, im grauen Morgenlicht, erkannte er deren ganzes Ausmaß Sein Vieh war großteils gestohlen Der Kuhstall und das Vorratshaus nur noch geschwärzte Gerippe Elasund bestand aus gut zwei Dutzend Gehöften mit je einem Langhaus und einer Unzahl von Stellen, Scheunen und anderen Nebengebäuden Die Häuser bildeten einen ungefähren Kreis Standen nahe genug beieinander, dass man sich bei Überfällen wie dem der letzten Nacht gemeinschaftlich verteidigen konnte Das Land, welches das Dorf umgab, war strikt aufgeteilt und wurde hauptsächlich als Weideland zur Schaf- und Rinderzucht genutzt Nur die wenigsten bauten Gerste, Rocken oder gar Weizen an Das Klima hier war einfach zu rau, die Winter zu lang und das Korn gedieh schlecht Getreide kauften die Elasunder in den Häfen weiter südlich In Begleitung seines Bruders und des Sachsen begab Kandamir sich zur Uferwiese Wo die Elasunder sich versammelten, wenn es Fragen von allgemeinem Interesse zu erörtern gab Auf ihrem leicht abschüssigen Weg kamen sie an geplünderten Vorratshäusern mit schiefmäulig gähenden Toröffnungen vorbei Abgeschlachtete Kühe und zertrampeltes Federvieh lagen im Schlamm Wie viele sind tot? fragte Kandamir den Sachsen Es wurde eine lange, traurige Litanei Fast ein Dutzend freier Elasunder beiderlei Geschlechts lagen demnach tot hinter ihren Häusern aufgebahrt Und noch einmal ebenso viele Sklaven Siebzehn Frauen und Mädchen waren verschleppt worden Und damit hat dieses Dorf beinahe ein Zehntel seiner freien Bevölkerung verloren Der Morgen war kalt und grau Ein scharfer Seewind trieb Regenwolken heran Aber noch war es trocken Unweit der Esche war ein Feuer entzündet worden Um welches die Elasunder sich fröstelnd scharrten Zwei junge Burschen hielten den gefangenen Tourenländer an den Armen gepackt Einen schlanken, nahezu hageren Mann um die zwanzig Mit rötlichem Haupt- und Barthaar Man hatte ihm die Hände auf den Rücken gebunden Blut war ihm über die Stirn und in die Augen gelaufen Er war verwundet Er bemühte sich um eine gleichgültige Miene Aber sein Blick glitt allenthalben zu dem Schürhaken hinüber Der im Feuer lag und dessen Spitze schon rötlich glühte Brauchst gar nicht so hinzustarren Knurrte Siewart, dessen Frau zu den Verschleppten zählte, Hass erfüllt Dieser Schürhaken wird ohnehin das Letzte sein Was du in deinem jämmerlichen Leben siehst Herr, flehte der Sachse leise, verstummte aber unter Kandamirs finsteren Blick Als Sohn eines angelsächsischen Edelmannes geboren, tat der Mönch, der einmal Bürchtferrs geheißen hatte, sich schwer mit seinem Sklaven-Dasein Er war aus dem heimischen Britannien ausgezogen, um diese armen Heiden zu missionieren Und er hatte gewusst, dass es ihn das Leben kosten könnte Mit dem Verlust seiner Freiheit und seines Standes hatte er indessen nicht gerechnet Inzwischen war er zu dem Schluss gekommen, dass Gott ihm dies als Prüfung auferlegt hatte Er ahnte, dass Gott ihn erst daraus erlösen würde Wenn es ihm gelungen war, diese Wilden zum wahren Glauben, zur Mildtätigkeit und Nächstenliebe zu bekehren Aber in Momenten wie diesem erschien seine Aufgabe ihm aussichtslos Lasst uns endlich zur Sache kommen mit dem Turunländer, verlangte die alte Brigitta Mir ist kalt und ich habe Verwundete zu versorgen Einen Augenblick noch, meldete Olaf, Osmonds Onkel, sich zu Wort und trat bedächtig ein paar Schritte vor Ich würde vorher gern ein paar Dinge erfragen Er richtete den Blick seiner scharfen, hellblauen Augen auf den Gefangenen Warum verschleppt ihr nur Frauen? Der Turunländer straffte die Schultern und sah ihm direkt in die Augen Weil die unseren auch verschleppt worden sind Wir brauchen Frauen Und warum wollt ihr keine männlichen Sklaven? Der Gefangene schwieg, als sei es unter seiner Würde, die Frage zu beantworten Das ärgerte Kandamir Er nickte den beiden jungen Burschen zu Nehmt ihm ein Auge Mal sehen, ob ihn das rätseliger macht Sie fangen keine Männer, weil sie selbst so viele ihrer Leute verloren haben dass sie Aufstände ihrer Sklaven fürchten müssten Erklärte der Sachse mit belegter Stimme Kandamir warf ihm über die Schulter einen kurzen Blick zu Der Sachse lächelte duldsam Sein Herr schaute wieder zu dem Turunländer Ist es so, wie er sagt? Der Gefangene nickte unwillig Siewart holte mit einem ledernen Lappen den Schürhaken aus dem Feuer Und ging damit auf den Gefangenen zu Der Stock still stand Und ihm mit schreckgeweiteten Augen entgegenstarrte Nein! Stieß der Sachse hervor und warf sich zwischen den rachsüchtigen Elasunder und sein Opfer Verdattert über die Unverschämtheit des Sklaven Blieb Siewart stehen Kehrt um, ihr dürft keine Vergeltung üben Rief der Sachse beschwörend Mein ist die Rache, spricht der Herr Nur wenn ihr Milde zeigt Wird er euch Gnade erweisen und beschützen Osmund drückte Brigitta den kleinen Rorik in die Arme Drängte sich nach vorn Und packte den Mönch an der Schulter Dein Schwächling von Gott Der sich von seinen Feinden an einen Holzbalken hat nageln lassen Soll uns beschützen? Ich glaube, darauf können wir verzichten Seine knochige Faust traf den Sachsen am Kinn Und der schmächtige Mönch wurde zurück gegen den Turunländer geschleudert Fiel aber nicht zu Boden Osmund fuhr zu Siewart herum Tu es, oder gib mir das Eisen Ich bin es satt zu warten Er war einer von denen, die unsere Nachbarn verbrannt Deine Frau in die Sklaverei geschickt und meine getötet haben Er schuldet sein Augenlicht und sein Leben Dieser Mann hat nichts von alledem getan, Osmund Meldete Harkon sich schüchtern zu Wort Dieser Turunländer hat keinem Elasunder ein Haar gekrümmt Weil du ihn mit einem Stein niedergeschlagen hast Ehe er Gelegenheit dazu bekam Er wies kurz zur Baumkrone hinauf Wo er sich in der Nacht zuvor versteckt hatte Ich hab's gesehen Natürlich können wir stellvertretend Rache an ihm üben Statt an seinen Gefährten Aber die Götter werden uns nicht strafen Wenn wir es nicht tun Osmund trat in Sachsen beiseite Wie einen lästigen Köter und betrachtete den Gefangenen mit konzentriert gerunzelter Stirn Dann nickte er zögernd Ich will trotzdem, dass er stirbt Ich will sein Blut fließend sehen So wie Gislas geflossen ist Nun, dann lasst uns darüber abstimmen Schlug Olaf vor Weil Gisela die Frau seines Neffen gewesen war Stimmte er mit Osmund und Siewat für den Tod des Turunländers Auch Kandamir war auf ihrer Seite Aber diejenigen, die die Arbeitskraft des Gefangenen nützlicher fanden als seinen Tod waren in der Überzahl Jeder konnte sehen, dass Osmund Mühe hatte, seinen Zorn zu beherrschen Ehe er den Dolchzücken und gegen den Beschluss der Versammlung seinen Kopf durchsetzen konnte Nickte Olavs Wein seiner Söhne zu Und sie nahmen den Turunländer in die Mitte Führten ihn zu ihrem Hof hinüber Und sperrten ihn fürs Erste in die Sauna Sei heute Abend mein Gast, Osmund Sagte Olaf leise zu seinem Neffen Du brauchst eine Amme für deinen Sohn, sagt Brigitta Sicher findest du unter meinen Mägden eine Iss und trink mit uns Und lass dir Trost spenden in deiner Trauer Es wird Zeit, dass wir beraten, was jetzt zu tun ist Drängte Harald So kann es nicht weitergehen Im Frühling sind die Turunländer hier eingefallen Und haben uns das Vieh gestohlen Jetzt kommen sie wieder und stehlen das Heu und die Frauen Wohin soll das führen? Wir sollten dem König einen Boten schicken Meinte Sivart Sohn Wieland Und weil er nichts als verblüfftes Gelächter erntete Fügte er aufgebracht hinzu Er ist der König der Turunländer genau wie der unsere Er kann ihn befehlen, uns zufrieden zu lassen Und meine Mutter wieder herzugeben Seine Stimme kippte und er senkte den Kopf Osmund empfand Mitgefühl für den kaum 15-jährigen Jungen Er selbst hatte keinerlei Erinnerung an seine Mutter Die wenige Wochen nach seiner Geburt an einem Lungenfieber gestorben war Sein Vater hatte ihn auf den Nachbarhof gebracht Wo ebenfalls gerade ein Erstgeborener das trübe Winterlicht der Welt erblickt hatte So war es gekommen, dass Kandami und Osmund von derselben Brust genährt worden waren Was vermutlich erklärte, warum sie einander nahe standen wie Brüder Osmund legte dem jungen Wieland die Hände auf die Schultern Welcher ist dein Schutzgott, hm? Odin, antwortete der Junge tonlos So wie der meine, das ist gut Er wird dir den Trost seiner Weisheit schenken Deine Mutter ist so unwiederbringlich verloren wie meine Frau Wieland Daran kann auch der König nichts ändern Wer ist er schon, dieser König? Wer hat ihn in Elasund je gesehen? Er ist so weit weg wie die Sterne Setz deine Hoffnungen lieber auf Odin, der über dein Glück wacht Und der uns hin und wieder wenigstens einen seiner Raben schickt oder einen Traum Er ist uns näher als der König Der Junge sah blinzeln zu Osmund auf Verständnislos schüttelte er den Kopf Aber so sollte es nicht sein Sollte der König die Seinen nicht beschützen? Doch, stimmte Osmund mit Nachdruck zu Ein gutes Volk sollte einen guten König haben Der sein Recht schützt und sein Land sichert Aber bei uns ist es leider anders Wenn wir auf den König hoffen wollen, können wir uns gleich alle im Fjord ertränken Stimmte die alte Brigitta Düster zu Dann lasst uns die Schiffe bemannen Nach Turunland fahren Und uns unsere Frauen und unser Vieh zurückholen Schlug Eilhardt vor Dessen Bart schon weiß war Der aber immer noch wie kein Zweiter die Streitachs führen konnte Der Turunländer hat selbst gesagt, sie seien geschwächt Es sollte so schwer nicht sein Aber der Vorschlag stieß auf wenig Gegenliebe Zwei der sieben Eilhardt-Sonder-Schiffe waren noch fort Würden im Spätherbst oder gar erst nächstes Jahr Von ihren langen Kauffahrten zurückkommen Nach den Verlusten der letzten Nacht Waren kaum genug freie Eilhardt-Sonder übrig Um die restlichen Schiffe zu bemannen Geschweige denn eine kampffähige Truppe aufzustellen Sie würden ins Verderben segeln Wenn sie versuchten, in Turunland einzufallen War die einhellige Meinung Kandamir schaute auf den Fjord hinaus Auf sein Schiff, das dort in der frischen Herbstbrise An seiner Ankerkette zerrte Am liebsten würde ich fortgehen Murmelte er sehnsüchtig Irgendwohin, wo es im Winter nicht so dunkel ist Wo man nicht immer zufriert Wo man mehr als drei Monate im Jahr hat Um das Vieh zu mästen Und ein paar halme Korn anzubauen Wehmütiges Seufzen erhob sich Schließlich fasste Osmo den Worte, was alle dachten Ja, schon mein Vater und der Vater meines Vaters Und dessen Vater vor ihm Haben von einer neuen Heimat geträumt Aber sie haben zu lange gezögert Die Stämme unseres Volkes, die in Irland gesiedelt haben Heißen niemanden mehr willkommen Britannien gehört den Angeln, den Sachsen und den Jüten Jetzt gibt es nirgendwo mehr Land Sein Onkel, der weitgereiste Olaf, war anderer Ansicht Er spielte schon lange mit dem Gedanken, Elason aufzugeben Nicht erst seit die Überfälle sich häuften Denn das Land hier war karg Und reichte für die stetig wachsende Bevölkerung schon lange nicht mehr aus Er mochte der reichste Mann und der größte Landbesitzer dieses Dorfes sein Aber er hatte fünf Söhne Und für sie sei er hier keine Zukunft Vorzugehen, eine neue Heimat zu suchen Schien ihm der einzige Weg, den Fortbestand seines Geschlechts zu sichern Aber solche Ideen wollten sorgsam erwogen und durchdacht sein Ehe man sie erörterte Heute früh standen die Elasoner unter dem Eindruck der Schrecken der vergangenen Nacht Das war nicht die geeignete Stimmung, um weitreichende Entscheidungen zu treffen Es war beinahe Mittag, als Kandamir mit den Seinen nach Hause kam Niemand sprach ein Wort Ein jeder war tief in Gedanken versunken Eine Kuh lag mit durchtrennter Kehle und widersinnig nach hinten verdrehtem Kopf mitten im Hof Rechterhand ragte die verkohlte Ruine des Speicherhauses auf Aber der Stall, der im Winter Schafe und Pferde beherbergte, stand noch Er war das letzte Gebäude des Hofes Kandamir hatte sich halb abgewandt und schaute zu den Weiden hinüber Eine Gestalt war über den Hügelkamm gekommen Kandamir beschirmte die Augen mit der Linken, denn trotz der Wolken blendete das messingfarbene Herbstlicht Oh mächtiger Tür, stieß er plötzlich hervor und rannte los Setzte mühelos über das Gatter und lief Hügel aufwärts der Gestalt entgegen Die Gestalt war eine Frau Kandamir hatte sie inzwischen erreicht Eine Weile standen sie beieinander und schienen zu reden Möglicherweise stritten sie gar Schließlich nahm Kandamir der Frau ein Bündel ab Das Bündel strampelte heftig Ein Kind Langsam kam die kleine Gruppe zum Hof herunter Kandamir trug das Kind auf dem linken Arm und hatte den rechten um die Schultern der Frau gelegt Ihr Haar war dunkel Die Frau war noch keine zwanzig und sehr hübsch Außerdem war sie hochschwanger und Kandamir ähnlich Hakon hatte unglücklich in sich zusammengesunken am Langfeuer gesessen Als die Tür sich öffnete, schaute er auf und sein bekümmertes Gesicht erstrahlte in einem Lächeln purer Freude Asta! Er sprang auf und lief ihr entgegen Sie nahm ihn bei den Händen und erwiderte sein Lächeln Du meine Güte! Hakon! Ich kann kaum noch kleiner Bruder zu dir sagen Du kannst mir ja auf den Kopf spucken Ich werd mich hüten Erwiderte er verlegen Kandamir setzte das nach wie vor strampelnde Bündel ab Hakon, dies ist unser Neffe, Fulk Der kleine Fulk war vielleicht drei Jahre alt Argwöhnisch sah er sich in der fremden Umgebung um Und als Hakon ihn hochheben wollte, trat der Kleine ihn vors Schienbein Mit einem unterdrückten Laut sprang Hakon zurück Für alle, die es nicht wissen Dies ist meine Schwester Asta Sie war in Elbingdal verheiratet Aber auch dort sind die Turunländer gestern eingefallen Und haben ihren Mann getötet Darum ist sie heimgekommen Kandamir schloss für einen kurzen Moment die Augen Er war müde und ratlos Er hatte nicht die geringste Ahnung Wie er seinen Haushalt über diesen Winter bringen sollte Die unerwartete Ankunft seiner Schwester Und die ganze Last der alten Fede, die sie mitbrachte Waren das Letzte, was ihm noch gefehlt hatte Er ließ sich auf seinen Hochsitz sinken Einen bequemen, breiten und leicht erhöhten Sessel Mit kunstvoll geschnitzten Pfosten Auf dem schon Zahllose seiner Vorfahren gesessen hatten Der Platz war dem Oberhaupt der Familie vorbehalten Der altehrwürdige Hochsitz gab Kandamir Kraft und Selbstvertrauen Bringt eine Bank für meine Schwester und meinen Bruder Sachse, du holst uns Bier Gunda, sei so gut und kümmere dich um den Jungen Ihr anderen lasst uns allein Der Hochsitz stand in der Mitte auf der rechten Seite des Langfeuers Auf eilig herbeigeschaffte Böcke wurde längs des Feuers eine lange Tischplatte gelegt Davor eine Bank gestellt und mit Kissen und Fellen gepolstert Auf der Harkon und Aster Platz nahm Gunda, die hübsche friesische Magd Eroberte das Vertrauen des verängstigten kleinen Volk mühelos Setzte sich mit ihm auf eine Decke aus Robbenfellen auf der anderen Seite des Feuers Und fütterte ihn mit Honigbrot Das machte ihn zahm Er lehnte den dunklen Schopf an ihr angewinkeltes Knie und schloss die Augen Gunda tauschte ein Verschwörerlächeln mit Aster, ehe sie den Blick höflich wieder senkte Der Sachse füllte einen großen Krug aus dem Bierfass Und stellte ihn mit drei Tonbechern auf den Tisch Dann suchte er Kandamirs Blick und ruckte fragend das Kinn Richtung Tür Um zu ergründen, ob er verschwinden sollte Aber Kandamir schüttelte den Kopf Also zog der Knecht sich in den dunklen Winkel nahe des Bierfasses zurück Wo er sich nachts auf Schlafen legte und wartete und lauschte Es hatte zu regnen begonnen und der Seewind hatte aufgefrischt Pfiff heulend ums Haus und zerrte mit kräftigen Fingern an der Verbretterung der Außenwand Aber hier drinnen konnte er ihnen nichts anhaben Das Feuer prasselte angenehm Hin und wieder zerplatzte ein Harztropfen Und dann breitete sich wohltuender Kiefernduft aus Kandamir nahm einen tiefen Zug Bier und schenkte sich nach Erzähl uns, was passiert ist, Asta Meinst du gestern? Oder in den letzten vier Jahren? Er hob kurz die Schultern Beides Der Überfall der Tourenländer war in Elbingdahl oben am Fluss Nur unwesentlich anders verlaufen als in Elersund Die Eindringlinge hatten jeden erschlagen, der sich ihnen entgegenstellte Hatten Vorräte und Frauen geraubt Und die Männer, die Knaben und das Vieh in die größte Scheune des Dorfes gesperrt Ehe sie diese in Brand steckten Nils auch, schloss Asta ihren Bericht Er ist verbrannt wie alle anderen Kandamir nickte ernst Er konnte nicht ehrlich behaupten, dass er um seinen Schwager trauerte Aber für Asta tat es ihm leid Es war eigenartig, sie so plötzlich wiederzusehen Eine uralte Blutfäde hatte die Sippen vor Menschengedenken verfeindet Und sowohl Nils als auch Asta hatten sich den Zorn ihrer Väter zugezogen Als sie gegen ihr ausdrückliches Verbot verstießen und heirateten Aber anders als ihr Vater hatte Nils Sippe dem abtrünnigen Sohn schliesslich verziehen Und ihn mitsamt seiner Frau in Elbingdal aufgenommen Die Ehe hatte zumindest bewirkt, dass die beiden Familien sich während der letzten Jahre aus dem Wege gegangen waren Statt sich wie früher in regelmäßigen Abständen gegenseitig heimzusuchen Und gute Jahre seien es gewesen Berichtete Asta nicht ohne Trotz Nils hatte es zu einigem Wohlstand gebracht Und gar erwogen, nächstes Jahr bei Berse dem Schiffsbauer ein Handelsschiff mit acht Ruderpaaren in Auftrag zu geben Seine Sippe hatte Asta nie ins Herz geschlossen Aber sie waren ihr zumindest mit Höflichkeit begegnet Aber heute früh Asta musste ihren Bericht unterbrechen Und griff hastig nach dem Becher, um ihren Gesichtsausdruck vor den Brüdern zu verbergen In ihrem Zorn und ihrer Trauer haben sie sich plötzlich gegen mich gewandt Wie ein hungriges Rudelwölfe Ich bin geflohen Nils Onkel stand plötzlich vor Fulk Mit dem Jagdmesser in der Hand Und nannte ihn ein verfluchtes Elasunder Balck Ich dachte, wenn sie mich und Fulk töten, würdest du davon erfahren Und alles würde wieder von vorn anfangen Also blieb mir keine Wahl Verstehst du, Kandamir? Er nickte Es war ein Moment still Dann sagte er Es ist gut, dass du gekommen bist Asta stieß hörbar die Luft aus und schüttelte den Kopf Ich kann mir vorstellen, dass du dich fragst, wie du die Deinen sattbekommen sollst Auch ohne mich und mein Kind Sie sah kurz auf ihren gewölbten Bauch hinab Meine Kinder Ach, wir kommen schon irgendwie über die Runden Sagte Kandamir Waage In gewisser Weise war er froh, dass sie wieder da war Er hatte sie vermisst, stellte er verwundert fest Aber wir müssen Pläne machen Sachse, komm her Leg Holz nach und dann setz dich zu uns Er wusste, der sächsische Sklave war klug und findig Außerdem konnte er rechnen Kandamir hätte es nie zugegeben Aber er vertraute dem Urteil dieses Mannes eher als dem vieler seiner Nachbarn Und befolgte oft seinen Rat, freilich ohne ihn das wissen zu lassen Der Sachse holte einen Arm voll schwerer Scheite aus der Holzkiste an der Tür und schichtete sie auf die Glut Dann setzte er sich neben Harkon und neigte scheu den Kopf vor Asta Sie lächelte ihm zu Wie ist dein Name? Bürchtferd, Herrin Wie? Bürchtferd Nenn ihn Sachse, riet Kandamir Das tun hier alle Aber Kandamir, widersprach sie vorwurfsvoll Jeder Mensch braucht einen Namen Kandamir zuckte ungeduldig Er ist bislang ohne ausgekommen Und über den Kopf des Sklaven hinweg, so als wäre er gar nicht anwesend Erzählte er seiner Schwester, was es mit dem Sachsen und seinem drolligen Gott auf sich hatte Und wie er zu ihnen gekommen war Meist ist er ganz brauchbar, schloss er Aber oft auch eine Plage Asta sah, wie verlegen der junge Mönch war Wie soll ich dich nennen? Fragte sie ihn Such dir einen Namen aus, den ich aussprechen kann Und so will ich dich rufen Der Sachse errötete bis in die strohblonden Haarstoppeln Sann aber gleichzeitig fieberhaft auf einen Namen Schließlich kam ihm ein Einfall Der ihm ebenso verwegen wie ironisch erschien Dann nenn mich Austin, Herrin, wenn du so gut sein willst Abgemacht! Asta nickte zufrieden und verschränkte die Hände auf der Tischplatte Kandamir runzelte unwillig die Stirn Es gefiel ihm nicht, dass seine Schwester Einfluss auf das Gefüge seines Haushalts nahm Kaum, dass sie heimgekommen war Insgeheim schwor er sich, dass er niemals Austin zu seinem Sachsen sagen würde Die Elasunder verbrannten die Toten Betrauerten die Verschleppten und bereiteten sich in fieberhafter Eile Auf den bevorstehenden Hungerwinter vor Kaum eines der Rinder und Schweine, die die Turunländer abgeschlachtet hatten, war zum Verzehr geeignet Weil sie nicht ausgeblutet waren Aber die Leute zogen die Felle ab, ehe sie die Kadaver verbrannten, um sie zu Leder zu verarbeiten Die Knechte wurden in den Wald geschickt, um Holz zu schlagen und die niedergebrannten Vorratshäuser wieder aufzubauen Auch die Frauen und Kinder zogen in den Wald, um zu sammeln und zu ernten, was dieser zum Überleben beitragen konnte Die Männer fuhren Tag für Tag mit den Booten hinaus Und alle hofften und beteten, dass der Schnee dieses Jahr nicht ganz so früh kommen möge Osmund legte den Mast seines Bootes um und holte die Ruder ein Missmutig sah er auf ihre Tagesausbeute hinab Ein paar kleine Merlane und eine halbe Kiste Heringe, das war alles Zu wenig, murmelte er Harkon erwachte als erster Der Hausherr selbst und die friesische Magd lagen eng umschlungen auf zwei Bänken gleich neben ihm Aber das war eine Ausnahme Üblicherweise bewohnte Kanda mir mit seiner Gefährtin das kleine Privatgemach hinter der Halle Doch das hatte er Asta überlassen, die gestern Nachmittag eine Tochter zur Welt gebracht hatte Sie hatte sie Herrgeld genannt, nach ihrer Mutter Lautlos stand Harkon auf und schlich zur Tür Als er sie öffnete, blinzelte er gegen die unerwartete, gleißende Helligkeit an Und im selben Moment ergoss sich eine kleine, pulvrig-kalte Lawine auf seine nackten Füße Es hörte nie auf, ihn zu faszinieren, wie rein und still der erste Schnee die Welt erscheinen ließ Reglos stand der Junge auf der Schwelle und sog den einzigartigen Duft tief ein Bald erwachte der ganze Haushalt zu leben Und es dauerte nicht lange, bis die jungfräuliche Schneedecke im Hof kreuz und quer von kleinen Pfaden durchzogen war Der breiteste führte zum Abort rechts hinter der Halle Das Frühstück war kerklich, weil sie so eisern sparen mussten Und bestand lediglich aus einer Schale dünner Fischbrühe für jeden Nur der Herr des Hauses und die Wöchnerin bekamen ein paar Stücke Fisch und Zwiebel, von denen die Suppe gekocht war Die alte, fette Magd, die hier schon gekocht hatte, als Kandamir noch in den Windeln lag, hob den kleinen Volk von der Bank und schob ihn zur Tür der Schlafkammer Geh nur und sieh nach deiner Mutter, mein Kleiner Hab keine Angst Und dann Kandamir gewandt fuhr sie fort Was deine Schwester braucht, ist ein Bad Kandamir tippte Harkon auf die Schulter Du hast es gehört Geh die Sauna einheizen Nimm den Sachsen mit Macht Wasser heiß, reichlich Wenn die Schafe geschoren sind, muss die Wolle gewaschen werden Er stand auf und winkte seinen beiden anderen Knechten, ihm zu folgen Wir holen die Tiere von der Weide Es hatte aufgehört zu schneien, aber der Himmel verfinsterte sich allmählich zu dem unverkennbaren Grauton, der Meerschnee verhieß Es war windstill und kalt Die Sauna war eine kleine Holzhütte an der Westseite des Hofes Sie bestand aus einem Vorraum, wo man die Kleider ablegen und, so man denn wollte, sich nach dem Dampfbad mit kalten Güssen abkühlen konnte Hinter einer dicht schließenden, schweren Holztür lag der eigentliche Baderaum Der Herd in der Mitte wurde zum Heizen ebenso wie für die Aufgüsse benutzt Der Hölz eine Zuberechts daneben lud zum Baden ein, die steinerne Bank auf der anderen Seite zum Schwitzen Harkon spähte in die Holzkiste Sie war leer Der Sachse ergriff die leere Kiste Ich gehe schon Als er kurz darauf ächzend mit der schweren, mit kurzen Scheiten gefüllten Kiste zurückkam, sprang Harkon schuldbewusst von der Bank auf und begann, das Holz im Herd aufzuschichten Danke, Sa... Austin Das ist ein seltsamer Name, weißt du? Wirklich? Mir gefällt er ganz gut Ich könnte mich daran gewöhnen Tatsächlich hatte der ganze Haushalt begonnen, Astas Beispiel zu folgen und ihn bei diesem Namen zu rufen Sehr zu Kandamirs Verdruss Was bedeutet das, Austin? Fragte der Junge, legte eine Handvoll Stroh aufs Holz und griff nach Feuerstein und Stahl Es ist die sächsische Form eines lateinischen Namens, Augustinus Das wiederum bedeutet in eurer Sprache der Erhabene Ich habe den Namen gewählt, weil der erste Bischof Britannien so hieß Er nahm den großen Kessel, trug ihn nach draußen und füllte ihn mit Schnee Als er inne hielt, um seine eiskalten Finger anzuhauchen, sah er Osmund den Hof überqueren und zum Stall hinübergehen, wo Kandamir ein Dutzend seiner Schafe zusammengetrieben hatte Austin schleppte den Kessel ins Badehaus, schloss die Tür und hängte ihn übers Feuer Dann setzte er sich neben Harkon auf die Steinbank Im Augenblick konnten sie nur warten, bis das Wasser kochte Er rieb sich die Hände über dem knisternden Feuer und bemerkte Osmund ist gekommen Harkon war nicht überrascht Er hilft uns, die Schafe zu scheren, die geschlachtet werden Das kann keiner so gut wie er Es scheint ihm besser zu gehen, bemerkte der Sachse nach einem längeren Schweigen Osmund, meine ich, er sieht nicht mehr so düster aus wie noch vor ein paar Wochen Offenbar hat der Herr ihn aus dem finsteren Tal geführt Obwohl Harkon diese letzte Bemerkung nicht verstand, nickte er Ja, das sagt Kandamir auch Aber Osmund macht immer noch einen Bogen um alle Frauen Er scheint es nicht eilig zu haben, wieder zu heiraten Nein, stimmte der Sachse zu Das findest du richtig? Fragte der Junge erstaunt Durchaus Er trauert um sein Weib, wie es sein sollte Aber irgendwann muss damit doch Schluss sein Der kleine Rorik braucht eine Mutter und ein Mann braucht eine Frau Nach meinem Glauben sollten Männer und Frauen eigentlich nur einmal verheiratet sein Und ledig bleiben, wenn einer der Eheleute stirbt, entgegnete der Mönch Der einzige Grund, um erneut zu heiraten, ist, wenn sie andernfalls Gefahr laufen, der Sünde des Fleisches anheimzufallen Harkon runzelte die Stirn Der was? Der Wollust Du weißt schon, was ich meine Orsten errötete ein wenig und schaute ins Feuer Jetzt wusste Harkon, wovon er sprach, denn der Sachse errötete nur dann, wenn es darum ging, dass Männer und Frauen zusammenlagen Ich verstehe nie so recht, was du mit Sünde meinst Eine Sünde begehen heißt ein Verbot brechen oder ein göttliches Gebot missachten Etwas Böses tun Aber was Männer und Frauen tun, ist nicht verboten oder böse Die Tiere tun es auch und Tiere kennen kein Gut und Böse Fast ein Philosoph, der junge Harkon, dachte der Sachse amüsiert In meiner Religion ist es Sünde, wenn man es ohne Gottes Segen tut Und Gott erteilt diesen Segen jedem Mann und jeder Frau nur einmal? Was ist, wenn sie merken, dass sie sich nicht verstehen und sich trennen? Der Sachse schüttelte entschieden den Kopf Das gibt es bei den wahren Christen nicht Man schließt den Bund fürs Leben, denn er ist von Gott geheiligt Aber sag mir, was hat dein Gott davon, wenn die Männer und Frauen nicht beieinander liegen? neckte der Junge grinsend Nein, es ist umgekehrt Die Menschen haben etwas davon Enthaltsamkeit erhöht die Seele Dann muss meine Seele irgendwo in den Wolken schweben, dachte Harkon düster Denn wenngleich er sie nur zu gern losgeworben wäre, hatte er seine Unschuld immer noch nicht verloren Du willst also sagen, Osmund ist ein besserer Mann als etwa mein Bruder? fragte er schließlich Der Sachse nickte ohne zu zögern In dieser Hinsicht ja Denkst du, dein Gott belohnt ihn deswegen mit der besten Schafherde? fragte Harkon weiter Nein, mein Gott belohnt die Gerechten im Jenseits Du weißt schon, ich habe dir doch davon erzählt Harkon nickte Mit irdischem Lohn ist Osmund nicht gerade reich gesegnet, trotz seiner guten Herde, fuhr Austin fort Er schuftet unermüdlich, um aus diesem hoffnungslosen Stück Land etwas zu machen Aber natürlich ohne Erfolg Jetzt ist ihm obendrein die Frau genommen worden, an der er mehr hing, als ich es je bei einem anderen Mann erlebt habe Ganz im Vertrauen, Harkon Manchmal finde selbst ich es schwer zu begreifen Nach welchen Maßstäben Gott den Menschen hier auf Erden Glück und Unglück zumisst Harkon dachte eine Weile darüber nach Wieso hast du Mitgefühl mit Osmund? wollte er schließlich wissen Er ist immer grob und herablassend zu dir Austin hob lächelnd die Schultern Er ist klug und darum fürchtet er die Macht meines Gottes Manchmal lässt er das an mir aus, aber das ist nicht weiter schlimm Immerhin hat er mir das Leben gerettet, als ich herkam Und hat er dir damit einen so großen Gefallen getan? Nun frisstest du hier ein unwürdiges Sklaven-Dasein Hätten sie dich getötet, wärst du ein Märtyrer und dürftest neben dem Thron deines Gottes sitzen, oder? Der Sachse nickte mit einem leisen Lachen und legte dem Jungen die Hand auf die Schulter Gut aufgepasst, Harkon Aber wie es scheint, war ich dafür noch nicht bereit Schau, dass Wasser kocht Lass uns den Kessel noch einmal füllen Ehe dein Bruder uns hier beim Müßiggang erwischt und uns beide zu Märtyrern macht Nichts war zu hören, bis auf das schleifende Geräusch der Schere Gedämpft im dicken Fell des Schafes Osmund schor mit gleichmäßigen, sicheren Bewegungen Es war eine Freude, ihm zuzuschauen Aber Kandamir nahm nicht wirklich zur Kenntnis, was seine Augen sahen In Gedanken war er anderswo Auf dem weiten blauen Meer An fremden Ufern Was denkst du? fragte Osmund, als ihm das Schweigen zu lang wurde Ich weiß nicht, gestand sein Freund, bückte sich, hob einen Arm voll Wolle auf und stopfte sie in einen großen Weidenkorb, der in der Nähe stand Fortgehen, murmelte Kandamir beklommen Ich träume schon lange davon, das weißt du ja Aber träumen und ernsthaft erwägen sind zwei verschiedene Dinge, stellte Osmund fest Es ist nicht viel, was wir hier zurücklassen würden Du allerdings mehr als ich, muss ich zugeben Kandamir gab einen verächtlichen Laut von sich Das Land wirft jedes Jahr weniger ab Und die Hälfte gehört Harkon Wenn er erwachsen ist und sein Recht fordert Wird es für uns beide kaum zum Leben reichen Womöglich werden wir uns gar verfeinden Wie dein Vater und dein Onkel Er verschränkte die Arme Trotz all seiner Schönheit könnte ich mich leichten Herzens von diesem Ort trennen Denn dieses Land taugt zu nichts anderem mehr, als einen Mann in die Verzweiflung zu treiben Ich hab lediglich Bedenken, was Olaf angeht Osmund nickte Ich weiß Ich trau ihm einfach nicht Ich weiß, wiederholte Osmund ein wenig schärfer Er war sich selbst nie so recht im Klaren darüber, wie er zu Olaf stand Aber da der nun einmal sein Onkel war, fühlte er sich immer verpflichtet, ihn in Schutz zu nehmen Wenn Kandamir oder irgendjemand sonst sich abfällig über den reichen Kauffahrer äußerte Gerade sein Wohlstand war es, der Olaf viel unverdiente Missgunst einbrachte Und das erschien Osmund ungerecht Doch er sagte lediglich Mit ihm zu segeln, setzt nicht unbedingt voraus, ihm zu trauen Nein Mit ihm zu segeln, würde bedeuten, dass wir uns ihm auf Gedeih und Verderb ausliefern Zugegeben Osmund ließ ein geschorenes Schaf laufen Streckte das Kreuz und kam zu Kandamir herüber Nebeneinander lehnten sie am Gatter Aber er hat gewiss nicht die Absicht, ins Unglück zu segeln Das Risiko ist groß, daran gibt es keinen Zweifel Auch Olaf weiß nicht genau, wo dieses Land, diese Insel liegt Er hat sie zufällig gefunden, als ein Sturm ihn vom Kurs abgebracht hat Ein mächtiger Sturm, der zwölf Tage andauerte Auf dem Rückweg ist es ihm ebenso ergangen Und es sei allein der Hilfe der Götter zu verdanken, meint er Dass er sich schließlich in bekannten Gewässern wiederfand Der Weg dorthin ist also völlig unbekannt Nur wenn wir den Sturm wiederfinden, können wir auch die Insel finden Olaf weiß nicht genau, wie groß sie ist Aber er hat versucht, sie zu umsegeln Und als das Wetter ihn zum Umkehren zwang, waren drei Tage vergangen Und er hatte noch nicht einmal ihre Südspitze erreicht Land genug, Kandamir Für jede Sippe aus Elason, die gewillt ist, das Wagnis einzugehen Hm, machte Kandamir Es klang halb skeptisch, halb zustimmend Ein solch fruchtbares Wunderland wird wohl kaum unbewohnt sein Osmund schüttelte den Kopf Aber das Volk dort ist friedfertig und nicht zahlreich Die einzigen Waffen, die sie haben, sind die, welche sie zum Jagen und Fischen benutzen Es wäre ein Kinderspiel, ihnen ihr Land zu nehmen und sie zu versklaven So hört es sich jedenfalls an Aber woher will Olaf das alles so genau wissen? Er war zwei Wochen bei ihnen Sie waren freundlich und arglos Und haben ihm geholfen, sein Schiff wieder flott zu machen Er hat ihre Lebensweise studiert Es klang verlockend, musste Kandamir gestehen Weißt du, ich glaube, ich muss ein Weilchen darüber nachdenken, sagte er schließlich Osmund nickte und holte sich sein nächstes Opfer aus dem Stall Es will gut überlegt sein Denn wenn wir lossegeln und wirklich in einen Sturm geraten, wie er ihn beschrieben hat Dann könnte es sehr gut sein, dass die Entscheidung sich nicht rückgängig machen lässt Und wieso hat er ausgerechnet dich als Ersten eingeweiht? Fragte Kandamir Ihr steht euch nicht gerade nahe Nachdem dein Vater gestorben war, hat er keinen Finger gerührt, um dir zu helfen Woher diese plötzliche Anwandlung von Familiensinn? Osmund verzog spöttisch einen Mundwinkel Mit Familiensinn hat es nichts zu tun Aber dies ist ein Plan, bei dem all sein Gold nichts ausrichten kann Und der sich nur durchführen lässt, wenn er in Elasund breite Unterstützung findet Und Olaf ist ein Mann, der sich niemals etwas vormacht Er weiß ganz genau, dass viele ihm misstrauen Er hofft, dass ich dich überzeuge und wir gemeinsam alle jene in Elasund Die einen Plan von Olaf allein aus dem Grund ablehnen würden, weil er eben von ihm stammt Kandamir schüttelte entschieden den Kopf Es würde auf jeden Fall eine Fahrt ins Ungewisse Und ein jeder müsste selber abwägen, ob er die Seine in einer solchen Gefahr aussetzen will Und das ist es, was mich wirklich argwöhnisch macht Warum bei allen Göttern sollte Olaf gewillt sein, ein solch gewaltiges Risiko einzugehen? Er ist reich! Sein Hof ist eine Festung! Die Turonländer können ihm nichts anhaben! Du irrst dich, widersprach sein Freund Olaf wollte nicht, dass es sich herumspricht Aber auch ihn haben die Turonländer empfindlich getroffen Ein brennender Pfeil hat seinen Pferdestall in Brand gesetzt Und all seine Rösser sind verendet Oh mächtiger Tür, murmelte Kandamir Nicht für Olaf, aber um die herrlichen Pferde tat es ihm leid Deswegen wird er nicht hungern müssen, fuhr Osmund fort Aber er wollte die Hälfte der Tiere im Frühjahr nach Süden verschiffen und verkaufen Der Verlust trifft ihn hart Und vergiss nicht, Olaf hat fünf Söhne Er mag viel Land besitzen, doch für so viele wird es niemals reichen Die beiden Älteren sind sich jetzt schon Spinnefeind Olaf fürchtet um den Frieden und den Fortbestand seiner Sippe, Kandamir Genau wie du Kandamir strich sich den Bart Was Osmund anführte, klang plausibel Aber es räumte seine Bedenken gegen Olaf nicht aus Mag sein, murmelte er unwillig Aber ich bin nicht so närrisch für ein Unterfangen zu werben, dessen Ausgang völlig ungewiss wäre Doch noch während er das sagte, spürte er die Sehnsucht in sich aufkeimen Die ihn manchmal überkam, wenn er bis auf die Landzunge hinauswanderte und aufs offene Meer blickte Welch eine Verlockung Alle Sorgen, alle Not einfach zurückzulassen und sein Glück in der Ferne zu suchen Wenn wir es nun täten, Osmund, wann würden wir aufbrechen? Im Frühjahr, sobald wie möglich Ehe die verfluchten Turrenländer wiederkommen und uns den Rest geben Kaum waren sie mit dem Schlachten, Pökeln und Räuchern auf Kandamirs und auch auf Osmundshof fertig Als der erste ernsthafte Schneesturm hereinbrach und jede Arbeit im Freien unmöglich machte So saßen die Menschen in der Halle am Feuer Erzähl du uns doch eine Geschichte, Asta, bat Harkon Sie nickte bereitwillig und ließ ihre Näharbeit einen Moment in den Schoß sinken, um nachzudenken, ehe sie zu erzählen begann Als die Welt noch jung war, ehe die Götter sich mit den Riesen überwarfen Lust wandelte Odin eines Abends in den Fluren der Alben Es war Frühling und wie alle Wesen kochte auch ihm das Blut in den Adern Als er am Ufer eines Baches die Tochter des Albenkönigs erblickte Tanuri war ihr Name, was in der Albensprache bedeutet Tochter des Sternenlichts So groß war Tanuris Schönheit, dass Odins Augen leuchteten und er verzehrte sich nach ihr Drei Tage und Nächte verbarg er sich zwischen den blühenden Bäumen, die die Lichtung am Bachufer umstanden Und dreimal erschien Tanuri in der Abenddämmerung Am dritten Abend schließlich trat er zu ihr und warb um sie Sie aber wies ihn ab, denn sie war bereits versprochen Dann bricht dein Versprechen und ich erfülle dir jeden Wunsch, gelobte Odin Drei Tage Bedenkzeit, bat Tanuri sich aus Und so blieb Odin drei weitere Nächte am Ufer des Baches Als sie zurückkehrte, sagte sie, sie wolle ihn erhören, wenn er ihr ein Land schenke, das vollkommen sei Odin begab sich also zu den Riesen und erbart ihre Hilfe Und sie erschufen für ihn ein vollkommenes Land Eine Insel im Meer, auf der es weder Winter noch Dürre gab, weder Leid noch Schmerz Mit Bergen reich an Gold und Erz und Täler von fetter schwarzer Erde Heine mit Bächen und den herrlichsten Blumen Wälder voll wundersamer, friedlicher Geschöpfe und süßer Früchte Als Odin dieses Land erblickte, frohlockte sein Herz, denn er sah, dass es vollkommen war Und er brachte Tanuri dorthin Sie betrachtete das Land Sie stieg auf die Berge, ritt durch die Täler, die Heine und Wälder Und sie sah, dass es an diesem Land nichts gab, das schlecht war Doch sie sagte, es gibt keinen Schnee Aber der Schnee bringt vielen den Tod, wandte Odin ein Was könnte reiner und vollkommener sein als der Schnee, widersprach sie Also brachte Odin einen großen Schwarm weißer Raben auf die Insel, die sich zu Füßen Tanuris niederließen, wann immer sie es wünschte, sodass sie aussahen wie eine Decke von Schnee Es gibt kein Feuer, beklagte Tanuri dann Aber das Feuer bringt vielen den Tod, wandte Odin auch dieses Mal ein Was könnte reiner und vollkommener sein als das Feuer, entgegnete Tanuri Also stieß Odin seinen Speer Gungnir in einen der Berge Bohrte die Spitze tief in sein Mark, sodass der Berg Feuer spiel Nun ist das Land vollkommen, nicht wahr? sagte der Gott eifrig Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, also erfülle du den Deinen Doch Tanuri sprach Wie einfältig du bist, Vater der Götter In diesem Land ist weder Leid noch Schmerz Wie könnte es vollkommen sein? Vollkommenheit gibt es allein im Gleichgewicht aller Dinge, guter wie schlechter Nein, du hast meinen Wunsch nicht erfüllt und ich schulde dir nichts Da erkannte Odin, dass Tanuri voller Tücke war wie alle Frauen und doch weiser als er Er ließ sie gehen und nachdem sie fort war, verweilte er lange auf der Insel Und über ihn kamen Leid und Schmerz, weil er die schönste der Alben verloren hatte So wurde das Land vollkommen, als es zu spät war Ihr zu Ehren nannte Odin die Insel Katan, was in der Sprache der Alben Land des Sternenlichts heißt Odin verweilte dort, bis sein Schmerz geheilt war Und dann entrückte er die Insel, auf das kein Sterblicher je an ihre Gestade gelange Es war sehr still in der Halle, nachdem Asta geendet hatte Das war wundervoll, sagte Gunda und seufzte tief Asta lächelte, winkte ein wenig verlegen ab und widmete sich wieder ihrer Näharbeit Die Tage wurden dunkler und kälter und das Dorfleben kam beinahe zum völligen Stillstand Denn niemand ging vor die Tür, die nicht dringende Geschäfte dazu zwangen Die Wochen vor dem Juhlfest waren noch nicht von wirklicher Not bestimmt, aber doch schon von Hunger Eine, höchstens zwei karge Mahlzeiten am Tag stellten niemanden zufrieden Vor allem die Männer nicht, auch wenn es jetzt keine schwere Arbeit zu tun gab Das bohrende Gefühl der Leere im Bauch wurde jedem ein ständiger Begleiter Etwa zu dieser Zeit verbreitete sich die Nachricht im Dorf Osmund habe seinen reichen Onkel Olaf überredet Alle freigeborenen Elasunder anlässlich des Juhlfestes zu einem Festschmaus einzuladen Die Freude war groß, denn niemand hätte in diesem Winter aus eigenen Mitteln Ein dem Hohen Fest angemessenes Mahl auf den Tisch bringen können Harkon träumte nachts von dampfenden Kesseln und ganzen Ochsen Die am Spieß über einem großen Feuer brieten, und er war nicht der Einzige Olafs Halle war wenigstens dreimal so groß wie Kandamirs Die schon nicht die kleinste in Elasund war Kostbare Wandbehänge verdeckten die Verbretterung der langen Wände Und gaben dem großen Raum Behaglichkeit Anlässlich des Hohen Festes waren Kräuter auf den Strohbelag am Boden gestreut worden Kränze und Gelanden aus Immergrün und Eberesche Hingen von den rußgeschwärzten Deckenbalken Der Herr des Hauses blickte mit einem ungewohnt milden Lächeln Auf die große Schar seiner Gäste hinab Selbst nach den Verlusten durch den Einfall der Turunländer im Herbst Betrug die Zahl der freien Elasunder immer noch beinahe ein Dutzend Dutzend Was selbst für diese Halle zu viele waren Doch die Enge tat der Feierstimmung keinen Abbruch Der Gastgeber erhob sich von seinem kostbaren Hochsitz Und ergriff das silberbeschlagene Trinkhorn, das Jared ihm brachte Die Haushaltsvorstände der übrigen Familien standen ebenfalls auf Und es wurde still in der Halle So lasst uns also unseren Vorfahren ein Trankopfer darbringen Rief Olaf mit seiner tiefen, tragenden Stimme Mögen sie in ihren Söhnen und unserer Erinnerung ewig weiterleben Er nahm einen Schluck Met und gab das Horn dann Jahre zurück Der es der Reihe nach zu den übrigen Männern brachte Jeder gedachte kurz seiner eigenen Ahnen, ehe er trank Kandamir nutzte die Gelegenheit, seinen Vater um Verzeihung dafür zu bitten Dass er Asta wieder aufgenommen hatte, obwohl sie doch aus der Sippe verstoßen worden war Die Wintersonnenwende war die Zeit der Wiedergänger Man gedachte der Toten nicht zuletzt, um sie zu besänftigen Damit sie die dunkle Jahreszeit nicht nutzten, um die Lebenden heimzusuchen Diesem Zweck galt auch das Trankopfer Als der Pflicht Genüge getan war, breitete Olaf die Arme zu einer einladenden Geste aus Nun schmaust und seid fröhlich, Nachbarn und Vettern Die Elasunder aßen ohne Maß Den ersten Ochsen, der aufgetragen wurde, verzehrten sie in angemessener Stille und Ehrfurcht Aber mit unfeierlicher Hast Und Olafs Knechte mussten sich im Laufschritt bewegen, um die vielen leeren Becher wiederzufüllen Ehe die Gäste ungeduldig wurden Die Insel, die Olaf im westlichen Ozean entdeckt hatte Und die Möglichkeit, sie zu suchen und in Besitz zu nehmen War das beherrschende Gesprächsthema an der Jultafel Viele der Elasunder bekamen leuchtende Augen, wenn sie davon sprachen Doch auch die Skeptiker kamen zu Wort und wurden nicht als Zauderer verlacht Weil ausgerechnet der geachtete Siva diese Partei anführte Er schüttelte düster das Haupt mit dem grauen Rauschebart Was wissen wir denn über dieses Land? fragte er Auch Olaf kann uns nicht sagen, was uns wirklich dort erwartet Wer mich kennt, weiß, dass ich keinen Kampf scheue Aber ich hänge an meiner Heimat Und ich wiederhole Lasst uns im Frühjahr die Männer vom Fluss zu Hilfe holen Nach Turrenland segeln und uns zurückholen, was uns gehört Lasst uns Angst und Schrecken unter unseren Feinden verbreiten Damit sie uns achten und künftig meiden Dann lässt es sich hier ganz gut leben, meine ich In den Hügeln hinter meinem Hof ist die Asche meiner Väter begraben Hier und nirgends sonst gehöre ich hin Viele nickten zustimmend Es sah so aus, als habe Sivat manchem aus der Seele gesprochen Der selbst nicht gewagt hatte, seine Gedanken in Worte zu fassen Nun, letztlich wird jede Sippe selbst entscheiden müssen, meinte Osmund Wir brauchen ja nicht alle zu gehen Ein magerer, junger Kerl mit kurzgeschorenen, rotblonden Haaren Trat mit einem großen Krug hinzu und schenkte ihnen Med nach Kandamir brauchte einen Moment, ehe er den Sklaven erkannte Dann sagte er Ah, der Turrenländer Dich habe ich ja seit Monaten nicht gesehen Der Gefangene stand mit gesenktem Kopf vor ihm und rührte sich nicht Kandamir ruckte das Kinn in seine Richtung Und, wie gefällt dir dein Sklaven-Dasein, du Lump? Ist es gerecht, oder hätten wir dich doch besser töten sollen? Und weil er immer noch keine Antwort bekam Packte er den Turrenländer roh am Arm und knurrte Mach gefälligst das Maul auf! Er kann dir nicht antworten, Kandamir, bemerkte Osmund Er hat Olaf beleidigt, dreimal Und nach dem dritten Mal hat Olaf ihm die Zunge herausgeschnitten Oh, Kandamir warf dem Turrenländer noch einen verächtlichen Blick zu Und verscheuchte ihn dann mit einem Wedeln Verschwinde! Offenbar erleichtert zog der Sklave mit seinem Krug weiter Ich finde immer noch, es ist eine Schande, dass er am Leben geblieben ist Ja, du hast recht, stimmte Osmund Kandamir zu Aber ich denke, er zahlt für seine Taten Was man von dir nun wirklich nicht behaupten kann, knurrte eine Stimme hinter ihm Osmund fuhr fast unmerklich zusammen und wandte den Kopf Haflad, grüßte er höflich, aber ohne alle Begeisterung Schwiegersohn, antwortete der Köhler mit dem übertriebenen Hohn eines Trunkenen Wie geht es meinem Enkel? Oder hast du den inzwischen den Wölfen zum Fraß vorgeworfen? Osmunds Hände ballten sich, aber er antwortete unverändert ruhig Er ist gesund und wächst, sei unbesorgt Wie könnte ich das? Wo ich ihn doch in deinen Händen weiß! Osmund starrte ins Feuer und sagte nichts mehr Er neigte seit jeher dazu, zu verstummen, wenn er ungerecht behandelt wurde Und das konnte Kandamir einfach nicht begreifen, der aus seinem Herzen niemals eine Mördergrube machte Du redest dummes Zeug, sobald du den Mund auftust, Haflad Und wenn du gesoffen hast, ist es ganz schlimm Osmund trägt keine Schuld an Gislas Tod, und das weißt du ganz genau Das weiß ich, hä? Wo war er denn, als diese verfluchten Schweine über sie hergefallen sind? Stand er mit dem Schwert in der Faust auf der Schwelle seines Hauses, um Frau und Sohn zu verteidigen? Nein! Meine Mutter musste es tun Nur ihr ist zu verdanken, dass der Junge noch lebt Weil sein Vater sich feige verkrochen hat Kandamir stand auf Das wirst du zurücknehmen! Osmund hob die Linke zu einer beschwichtigenden Geste Lass nur, Kandamir Murmelte er, ohne aufzusehen Kandamir tat, als hätte er ihn nicht gehört Er ließ den vierschrötigen Köhler nicht aus den Augen Du weißt genau, wo wir waren, als die Turonländer kamen Es war ein böses Schicksal, dass sie ausgerechnet in der ersten Herbstvollmondnacht bei uns einfallen mussten Osmund trifft keine Schuld Also nimm es zurück Er machte einen drohenden Schritt auf Haflad zu, der unwillkürlich zurückwich Kandamir verschränkte die Arme vor der breiten Brust und lächelte Welch ein furchtloser Recke du bist, Haflad Wo warst du denn eigentlich in jener Nacht? Wer hat sich verkrochen, als die Turonländer kamen? Haflad bewegte sich bemerkenswert schnell für einen so grobschlechtigen, obendrein betrunkenen Mann Seine Faust flog regelrecht auf Kandamirs Gesicht zu Aber Kandamir zog den Kopf rechtzeitig weg und wich zur Seite Der eigene Schwung riss den Köhler beinah von den Füßen Er taumelte gegen den Tisch und ein paar Becher gingen scheppernd zu Boden Asta, Harkon und die nächstsitzenden standen rasch auf, um Platz für die Schlägerei zu machen Aber Kandamir schüttelte den Kopf Nicht hier, sagte er zu Haflad und wandte sich ab Lass uns hinausgehen Eine große Zuschauerschar folgte ihnen Bis auf Osmund wirkten sie alle eher gespannt als besorgt Ein Dorffest ohne eine ordentliche Keilerei war wie eine Hochzeit ohne Braut Die Kontrahenten standen einander gegenüber und ließen sich nicht aus den Augen Dann hob Haflad beide Fäuste, rührte sich aber immer noch nicht Langes Vorgeplänkel war nicht Kandamirs Sache Ungeduldig wies er auf seine eigene Kinnspitze Komm schon, worauf wartest du? Wieder überraschte der Köhler ihn mit seiner Schnelligkeit Er traf genau auf die gewiesene Stelle Kandamir wurde in den Schnee geschleudert Er schüttelte kurz den summenden Kopf und sprang sofort wieder auf Stürzte sich auf seinen Gegner und landete einen gut platzierten Fausthieb in dessen Magengrube Gemeinsam, regelrecht ineinander verschlungen, gingen sie zu Boden Wälzten sich ächzend im Schnee und droschen aufeinander ein, wann immer sie genug Raum hatten Dann löste Haflad sich plötzlich aus der Umklammerung und noch während Kandamir aufstand, rief Osmund warnend Pass auf, Kandamir! Aber Kandamir hatte es längst gesehen Der Köhler hatte ein gewaltiges Jagdmesser gezückt Die breite Klinge schimmerte matt im rasch schwindenden Licht Steck es wieder weg, Haflad, sagte Harald der Schmied bedächtig Es besteht kein Anlass zum Blutvergießen Tu, was er sagt, Sohn, befahl die alte Brigitta Doch Haflad schüttelte trotzig den Kopf und trat mit erhobener Klinge auf Kandamir zu Kandamir glitt zur Seite und riss seinen eigenen, mörderisch scharfen Dolch, Sachs genannt, aus der Scheide am Gürtel Haflad führte einen heimtückischen Stoß auf seine Kehle, erwischte ihn aber nicht Kandamir kämpfte umsichtig und geschickt, griff jedoch selber nicht an, versuchte lediglich den Köhler zu entwaffnen Als Haflad wieder mit gesenktem Kopf auf ihn zupreschte, wich er Kandamirs Faust ebenso aus wie dem Fußtritt, der auf die Messerhand gezielt gewesen war Kandamir krümmte sich und wich zurück in dem Augenblick, als die mörderische Klinge durch sein Gewand und in das Fleisch gleich über dem Bauchnabel drang Seine schnellen Reflexe retteten ihm das Leben, der Stich hatte ihn nur oberflächlich verletzt Doch er raubte ihm alle Gelassenheit Er will mich töten, war der einzige klare Gedanke, dessen er noch fähig war Mit einem Wutschrei stürzte er sich auf Haflad Wieder rollten sie zusammen durch den Schnee Kandamir kam auf dem Rücken zu liegen Haflad war plötzlich rittlings über ihm, das Knie auf seinen rechten Unterarm gepresst und hob die Waffe mit beiden Hätzen hoch über den Kopf Kandamir sah seine Chance, ballte die linke und schlug sie dem Köhler auf den Kehlkopf Haflads Triumphschrei ging in ein eigentümliches Röcheln über und die Klinge rutschte ihm aus den Händen, blieb zwischen Kandamirs Knien im Schnee stecken, ohne weiteren Schaden anzurichten Kandamir bäumte sich auf wie ein bockiges Fohlen und warf seinen Gegner ab Haflad landete auf der Seite, blieb zusammengekrümmt liegen und rang nach Luft Kandamir kniete sich keuchend neben ihn, die linke flach auf sein blutgetränktes Gewand gepresst Der Kehlkopf war nicht eingedrückt, erkannte er, Haflad nicht tödlich verletzt Also packte er ihn am Schopf und setzte ihm den Sachs an die Kehle Dann zögerte er Es war ein Moment eigentümlicher Klarheit, wie er ihn nie zuvor erlebt hatte Aus dem Augenwinkel sah die alte Brigitta Ihre Rechte war halb in den Falten des dunklen Rocks verborgen aber Kandamir erkannte, dass die Hand geballt war, nur Zeige und kleiner Finger waren ausgestreckt Sie würde ihn verfluchen, sobald er ihrem Sohn die Kehle durchschnitt und Brigittas Flüche waren machtvoll Er wandte den Kopf und schaute zu seinem Bruder hinüber Harkon war sehr bleich, seine Miene grimmig, der Blick unverwandt auf Brigittas halb versteckte Hand gerichtet Er sah genau, was vorging und er würde Brigitta töten, wenn sie Kandamir verfluchte Es wäre seine Pflicht Wenn Haflad starb, war Brigittas einziger lebender Verwandter der kleine Rorik Er war gerade mal ein Jahr alt Aber der Tag würde kommen, da er Harkon töten würde, um seine Blutdrache zu erfüllen Und dann? Gewiss hatte Harkon bis dahin Söhne, die die Rache weiter trugen Und so würde es dazu kommen, dass Kandamirs Neffe eines Tages den Sohn seines besten Freundes erschlug Weil ein besoffener Schwachkopf von einem Köhler an einem Julfest einmal eine unbedachte Bemerkung gemacht hatte Leb weiter, du Wurm, sagte Kandamir so leise, dass nur die Nächststehenden ihn hörten Aber du sollst weder diesen Tag vergessen, noch was du bist Er schob Haflats Gewand hoch und setzte die Spitze seine Sachse auf den Bauch gleich über dem Nabel Genau die Stelle, wo Haflats Messer ihn verletzt hatte Der Köhler zuckte zusammen, als er den ersten schwachen Stich spürte Unbeirrt fuhr Kandamir fort und ritzte eine spiegelverkehrte Fehu-Ruhne Die neben anderen schlechten Dingen für Feigheit stand In den feisten, weißen Bauch des Köhlers Dann wischte er die Klinge an dessen Hosenbein ab Steckte die Waffe ein und stand unsicher auf Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 2 Zweimal musste Kandamir unterwegs anhalten, um sich zu übergeben Das maßlose Essen und Trinken nach zwei Monaten knapper Rationen in Kombination mit einem aufgeschlitzten Bauch bekam ihm nicht gut Sein Gesinde saß am Tisch entlang des Langfeuers vor einem sehr kärglichen Juhlmal Alle hoben die Köpfe, als er eintrat Und alle entdeckten auf den ersten Blick den Blutfleck auf seinem dunkelgrauen Gewand Heide schnalzte missbilligend mit der Zunge Gunda zog erschrocken die Luft ein, schlug die Hand vor den Mund und wollte aufspringen Aber Kandamir hob abwehrende Linke Für ein paar Atemzüge lehnte er sich an die geschlossene Haustür Weil ihm so furchtbar schwindelig war Dann stieß er sich ab und steuerte auf möglichst geradem Kurs die Tür zum Hinterzimmer an Sachse, war alles, was er sagte Orstin erhob sich eilig und folgte ihm in die Schlafkammer Besser, du legst dich hin Riet der Sklave zaghaft Nickend kam Kandamir dem Vorschlag nach Orstin kniete sich vor ihn ins Stroh und schob vorsichtig das aufgeschlitzte Ober- und Untergewand auseinander Was er darunter sah, erschreckte ihn Die Wunde war nicht sehr tief, aber wenigstens einen Spann lang Das muss genäht werden, sonst wird es bis zum Frühling weiterbluten, Herr Dann nur zu Orstin verließ die Halle, ging in den Stahl und Stahl der Stute ein Haar aus ihrem langen Schweif Dann kam er wieder ins Haus, bat Gunda um ihre feinste Wahlknochennadel und kehrte so bewaffnet zu seinem Herrn zurück Orstin kniete sich wieder vor ihn, bat Gott um eine sichere Hand und machte sich ans Werk Kandamir zuckte zusammen, als die Nadel zum ersten Mal in sein Fleisch stach Wie viele Stiche? Der Sachse betrachtete die lange Wunde mit verengten Augen Ein Dutzend oben, ein Dutzend unten, schätzte er Kandamir fluchte leise Wie so viele tapfere Männer fürchtest du die Schmerzen des Heilens weit mehr als die des Kampfes, Herr Bemerkte Orstin Du hast recht Im Kampf ist man zu beschäftigt, um sie wirklich zu spüren Dann lenkt dich von deinen Qualen ab, indem du mir erzählst, wie es passiert ist Kandamir verzog amüsiert den Mund Mit geschlossenen Augen lehnte er den Kopf zurück gegen die Wand und fragte Hast du je einen Mann getötet, Sachse? Orstin schüttelte nachdenklich den Kopf, obwohl sein Herr es nicht sehen konnte Nein Wir Gottesmänner töten nicht, wir erretten Erklärte er schlicht, ohne die Überheblichkeit, die er sonst so häufig an den Tag legte, wenn er von seinem Glauben sprach Und wen hast du heute getötet, Herr? Niemanden Freimütig berichtete Kandamir, was beim Julfest vorgefallen war Du hast ihn geschont? Fragte der Sachse ungläubig, als Kandamir zum Ende gekommen war Das sagte ich gerade, oder? Nee, weiter nichts, Nutz Kopfschüttelnd setzte Orstin seine Arbeit fort Sie war beinahe vollendet Schließlich fragte er Warum? Kandamir antwortete nicht Er wartete geduldig, bis das grausige Werk endlich getan war und der Sachse den Faden durchgebissen hatte Dann schloss er die Augen Orstin war schon an der Tür, als Kandamir sagte Du bist ein Narr, genau wie dein Gott, Sachse Aber wie so viele Narren sagst du hin und wieder etwas Kluges scheint mir Verblüfft blieb Orstin mit der Hand am Türregel stehen Tatsächlich? Wenn wir wirklich fortgehen und eine neue Heimat finden Wäre das nicht die richtige Gelegenheit für ein paar neue Gesetze? Doch Der Sklave musste wieder an die Wanderschaft seiner eigenen Vorfahren denken Es ist die beste Gelegenheit dafür, mit überalterten Gesetzen zu brechen Dann sollten wir in der neuen Heimat mit dem Gesetz der Blutrache brechen Es war kaum mehr als ein schläfriges Flüstern und der Sachse fragte sich, ob er sich vielleicht verhört hatte Die Blutrache, Herr? Ja Aber Aber hast du mir nicht ungezählte Male gesagt, dass es die Götter sind, die die Blutrache verlangen? So ist das Doch es wäre nicht das erste Mal, dass die Menschen ihnen trotzen Die Götter sollen selbst entscheiden Wenn ich am Leben bleibe, gelobe ich, alles zu tun, was ich kann, um zukünftige Blutfäden zu verhindern Wenn ich Fieber bekomme und sterbe, weißt du, was die Götter von meinem Gelübde halten Damit schlief er ein Und Orsten schlich auf zehn Spitzen hinaus Holte das schlichte Kruzifix aus seinem Versteck Ging damit in den Stall und kniete sich dort ins Stroh, um für Kandamirs Leben zu beten Der Sachse vermochte später nicht zu sagen, ob es die stillschweigende Billigung der Asen Oder aber die Macht seines Gottes war, die seinen Herrn am Leben erhielt Jedenfalls bekam Kandamir weder Wundbrand noch Fieber Und war am Tag nach dem Julfest wieder auf den Beinen Krank wurden hingegen viele andere Ehlersunder In den bitterkalten Wochen nach Mitwinter forderten Hunger und Entbehrungen ihren Tribut Bis zum Ende des Eismondes, der im Kalender des Sachsen der erste Monat des neuen Jahres war Waren ein Dutzend Menschen dem zehrenden Winterfieber erlegen Und die letzten Vorritter erschöpft Trotz der allgemeinen Mattigkeit herrschte ständiges Kommen und Gehen in den Langhäusern von Ehlersund Die Menschen hatten einander weder Nahrungsmittel noch viel Trost zu bieten Aber wenigstens Gesellschaft Die Winterkälte hatte ihren Höhepunkt erreicht, aber es schneite kaum noch Die Tage wurden wieder ein wenig heller und es war windstill Schließlich ließ sich gar die Sonne blicken Und die schneebedeckten Hügel und verschneiten Tannenwälder unter dem strahlend blauen Himmel Waren von solcher Schönheit, dass Kandamir manches Mal auf dem Weg von einem Hof zum anderen Den Skistock in den verharschten Schnee rammte und ein Weilchen verharrte Um sich blinzelnd umzuschauen und neuen Mut zu schöpfen Osmund hingegen fühlte sich von den klaren Nächten angezogen Wenn gleiches nach Einbruch der frühen Dämmerung so kalt wurde, dass man zu erstarren drohte Sobald man auch nur einen Fuß aus der Halle setzte, konnte er sich der Faszination der Sterne doch nie entziehen Ihre Unerreichbarkeit, das kalte, erhabene Funkeln, das von allem irdischen Leid unberührt blieb, hatten etwas eigentümlich Tröstliches Doch als er in einer der letzten Nächte des Eismondes wieder draußen stand, um sich ihrem Zauber zu ergeben Sah er schwarze Wolken vom Meer herangriechen, die die funkelnde Pracht nach und nach aufrasen Es wurde der schlimmste Wintersturm seit Menschengedenken Kaum jemand in Elason tat in dieser Nacht ein Auge zu Schlaflos lagen die Menschen unter ihren Decken und fürchteten, der Wind werde ihnen das Dach über den Köpfen fortreißen Oder die Wirtschaftsgebäude und das wenige Vieh, das sie noch hatten, vernichten Osmund und Kandamir saßen die ganze Nacht am Feuer, lauschten dem Tosen und den Brechern am Ufer Kandamir zog die Knie an und schlang die Arme darum Zum ersten Mal, seit die Turonländer im Herbst gekommen waren, fürchtete er wirklich um sein Leben Bei Tagesanbruch ließ das Toben der Elemente nach Es wurde nicht hell, denn der Himmel hing immer noch voll schwerer Wolken Und nach wie vor blies ein kräftiger Wind Doch sobald das graue Zwielicht die Schrecken der Nacht vertrieben hatte Schnallten Osmund und Kandamir die Schier unter und machten sich auf den Weg, um festzustellen, welche Schäden es gab Der Sturm hatte eine gute Elle Neuschnee gebracht Und sie mussten sich den Weg zur Dorfwiese hinab mühsam bahnen Als sie dort eintrafen, stellten sie ohne Überraschung fest, dass fast alle Männer des Dorfes den gleichen Gedanken gehabt hatten wie sie Und genau wie ihre Nachbarn hielten die beiden Freunde auf der tief verschneiten Uferwiese an Und betrachteten voller Schrecken die Botschaft, die der Sturm gebracht hatte Keines der Schiffe war gesunken oder sah ernsthaft beschädigt aus Doch die Esche, der heilige Baum des Dorfes, in dessen Schatten die Menschen sich seit Alters her versammelt hatten Um ihre Beratungen abzuhalten und Entscheidungen zu treffen, lag entwurzelt im Schnee »Oh, mächtiger Tür«, murmelte Kandamir tonlos Die Esche war an die vierzig Fuß hoch gewesen und hatte nahe am Ufer gestanden Jetzt hing die nackte, fein verästelte Krone im grauen Wasser, das immer noch aufgewühlt schäumte Es sah aus, als zerrten die Wellen an den Zweigen, versuchten, ihre Beute in die Tiefe zu ziehen »Mögen die Götter uns beistehen«, sagte der alte Eilhard, »das ist das Ende von Elasund« Niemand widersprach ihm, niemand außer Brigitta Sie als einzige stand direkt an dem umgestürzten Baum, zu dem alle anderen furchtsam Abstand hielten hatte beide Hände auf die erdverkrustete Wurzel gelegt und die Augen geschlossen Langsam schüttelte sie den grauen Kopf und murmelte leise vor sich hin Plötzlich schlug sie die Augen auf, trat einen Schritt zurück und sagte mit ungewohnt, volltönender Stimme »Seht, Thor's Zeichen« Die Männer tauschten verwunderte Blicke »Ich sehe nur ein schlechtes Omen«, entgegnete Eilhard Düster Sie beachtete ihn nicht weiter, sondern wandte sich an Osmond und Kandamir »Ihr hattet recht, die Zauderer hatten Unrecht. Dieser Baum ist ein Pfeil, der uns den Weg weist« Kandamir schüttelte langsam den Kopf »Ich verstehe nicht, wovon du sprichst« Brigittas Mund kräuselte sich verächtlich, aber sogleich wurde ihre Miene wieder ernst »Thor wirkt ein Wunder, um euch zu führen, und ihr seid zu blind, es zu sehen, obwohl es vierzig Fuß lang ist.« »Wohin weist die Baumkrone Kandamir Olesund, der du dich für den hellsten Kopf von Elasund hältst?« Er musste sich überwinden, den Baum wieder anzusehen. Dann antwortete er »Nach Südwesten« »Und woher kam der Sturm?« »Südwesten«, wiederholte er. Es klang benommen, weil ihm endlich aufging, worauf sie hinaus wollte. Auch die anderen Männer begriffen, und ein verwundertes Raunen erhob sich. Natürlich! Natürlich! Der Baum hätte in die entgegengesetzte Richtung fallen müssen, mit dem Wind. Gewiss war es ein Omen umwälzender Veränderungen, dass das lebendige Symbol ihrer Gemeinschaft hier gefällt zu ihren Füßen lag. Aber jetzt erkannten alle, dass es mehr als nur die Ankündigung ihres Untergangs sein musste, dass Thor, der Sturmgott, ihnen in der Tat ein Zeichen gesandt hatte. Langsam drehte die alte Frau sich um die eigene Achse, entgegen der Laufrichtung der Sonne. Sie betrachtete die Gesichter der Männer und vereinzelten Frauen, die sie umstanden. »Du«, sagte sie zu Osmund, »du bist Nord, der Norden.« Als nächstes wählte sie Sivarts Tochter Inga für den Nordosten, Olafs ältesten Jahret für den Osten, Sivart für den Südosten, Olaf für den Süden und Eilharts Enkeltochter Margild für den Südwesten. Dann nickte sie Kandamir zu. »Hol deinen Bruder. Ich will ihn für Vestr.« »Nein«, antwortete Kandamir impulsiv. Als er die vorwurfsvollen, teils erschrockenen Blicke der Umstehenden bemerkte, verschränkte er trotzig die Arme vor der Brust. »Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du nimmst nie die geringste Rücksicht auf deine Opfer, und mein Bruder ist halb verhungert und schwach. Nimm mich meinetwegen, aber Harkon kriegst du nicht.« »Kandamir, der Westen wird die wichtigste Position bei diesem Orakel sein, denn er steht für das Fremde, für unbekannte Welten«, erklärte sie ungewohnt geduldig. »Und ich will deinen Bruder, weil Thor sein Schutzgott ist. Ich brauche die Verbindung, verstehst du?« Er nickte. »Die Antwort ist trotzdem nein.« Brigittas untypische Anwandlung von Nachsicht war auf einen Schlag vorbei, und sie wollte gerade ihr berüchtigtes Gezeter anstimmen, als Jared sagte, »Thor ist auch mein Schutzgott.« Sie sah ihn stirnrunzelnd an und knurrte dann unwillig. »Richtig. Na schön, meinetwegen, Kandamir, dann übernimmst du den Westen. Lasst uns gehen.« »Einer fehlt noch«, bemerkte die 13-jährige Inga, die Jüngste der Ausgewählten, die sich jedoch am wenigsten zu fürchten schien. Brigitta schüttelte den Kopf. »Der Nordwesten bleibt unbesetzt.« »Warum?«, fragte das Mädchen verblüfft. »Wie kann das Orakel sprechen, wenn die Welt unvollständig ist?« Brigitta hob die knochigen Schultern. »Das ist sie nicht. Aber wer immer für den Nordwesten steht, ist noch nicht bei uns.« Sie schien selbst ein wenig verwirrt, war sich ihrer Sache jedoch vollkommen sicher. »Jetzt kommt. Es gibt viel zu tun. Jeder von euch muss einen Zweig aus der Wurzel und einen aus der Krone der Esche schneiden und mitbringen. Gebt acht, dass möglichst viel Erde an der Wurzel haften bleibt.« Schweigend folgten sie ihren Anweisungen. Osmund borgte Inga sein Messer, um das Holz zu schneiden, und hielt ihre Taille umfasst, während sie sich gefährlich weit übers Wasser beugte, um den Zweig zu erreichen, den sie haben wollte. Als sie wieder sicher am Ufer stand, lächelte sie ihm dankbar zu. Eine feine Röte hatte ihre Wangen überzogen. Osmund fiel zum ersten Mal auf, was für ein hinreißend hübsches Mädchen Inga war, und er lächelte zurück. Kandamir verabscheute Brigittas Haus und betrat es niemals freiwillig. Es war nur eine kleine Hütte, stabil gebaut, um den Winter zu trotzen, aber eng und muffig. Sie bestand lediglich aus einem Raum, den die Alte mit drei Raben teilte, die aus Gründen, die allein Brigitta kannte, Urt, Verdandi und Skult hießen, wie die Nornen des Gestern, des Heute und des Morgen. An der linken Giebelwand des Häuschens brannte ein Herdfeuer, an den übrigen Wänden reihten und stapelten sich irrende Töpfe und Ledersäckchen auf, über deren Inhalt Kandamir lieber nichts Genaueres wissen wollte. Mit acht Menschen und drei Raben war der kleine Raum hoffnungslos überfüllt. Instinktiv drängten sie sich ums Feuer, nur Inga sah sich neugierig und ohne Scheu um. Brigitta nickte ihr anerkennend zu. Setz einen kleinen Kessel mit Wasser auf. Folgsam schaute Inga sich im Halbdunkel um, erspähte einen gusseisernen Topf mittlerer Größe, ging vor die Tür und füllte ihn mit Schnee. Brigitta trat derweil an eine niedrige Holztruhe am Fuß ihrer Schlafstadt. Sie klappte den Deckel der Truhe auf und holte mit beinahe ehrfurchtsvoller Miene ein ordentlich gefaltetes erdbraunes Tuch heraus. Sie drückte es Jared in die Hände. Legt es aus! Jared reichte seinem Vetter Osmund ein Ende der Decke, und sie falteten sie auseinander, ehe sie sie sorgsam auf dem Boden ausbreiteten. Acht schwarze Linien gingen vom Zentrum des kreisrunden Tuches aus. Sie bildeten ein Muster, das Waage an ein Spinnennetz erinnerte und unterteilten es in acht gleich große Felder. Eine der Linien endete in einer N-Rune, und sie richteten die Decke so aus, dass diese Linie exakt nach Norden zeigte. Derweil hatten Kandamir und Sivat nach Brigittas Anweisungen den Großteil der Glut des Feuers in eine gusseiserne flache Schale geschaufelt und neues Holz aufs Feuer gelegt. Es wurde schon merklich wärmer. Inga hatte den Topf an den Haken über dem Herd gehängt, und Brigitta gab verschiedene Zutaten ins Wasser. Manchmal zischte und brodelte es unheilvoll in dem kleinen Topf. Die Zubereitung des Tranks dauerte nicht lange. Schließlich füllte Brigitta den Inhalt des Kessels in einen großen Becher. »Geht auf eure Plätze!«, befahl sie. Osmund kniete sich an den Rand der Decke, genau dort, wo die Rune den Norden auswies. Die anderen folgten seinem Beispiel. Sivat kam als Letzter und setzte die Schale mit der Glut in die Mitte des Tuches, dort, wo die Linien sich trafen. Brigitta kniete sich davor, das Gesicht nach Norden gewandt, hob den Becher mit geschlossenen Augen und bat die Götter murmelnd um Beistand und Führung. Dann trank sie und reichte den Krug an Osmund. Der wollte ihn Kandamir geben, nachdem er einen kräftigen Zug genommen hatte, aber die Alte herrschte ihn an. »Bist du noch zu retten, du Narr? Andersherum! Willst du Verderben über uns alle bringen?« Osmund riss erschrocken die Augen auf, entschuldigte sich mit einer matten Geste und reichte der jungen Inga den Krug. Langsam machte der Trank die Runde. Kandamir, der vor der Westlinie hockte, kam als Letzter an die Reihe. »Du musst den Becher leeren,« erklärte Brigitta. »Oh, natürlich!« murmelte er bissig, setzte an und trank. Das Gebräu war heiß, schmeckte bitter und erdig, aber nicht einmal unangenehm. »Legt eure Zweige aus der Krone der Esche in die Schale und schaut in die Glut.« Alle folgten Brigittas Anweisung. Die Zweige waren nass und brannten langsam. Beizender, grauer Qualm stieg auf. Brigitta hielt einen Beutel in der linken. Kandamir hatte nicht die geringste Ahnung, wo dieses Säckchen plötzlich hergekommen war. Es war aus dem Leder einer weißen Robbe gearbeitet und enthielt die runen Hölzer und Steine, die sie sacht klimpern ließ. Das Geräusch schien in Wellen an sein Ohr zu dringen, war einmal dumpfer, dann näher, aber immer beständig im Rhythmus. Kandamir spürte, wie sein eigener Herzschlag sich darauf einstellte. Es war inzwischen mörderisch heiß geworden in der kleinen Hütte und seine Augen brannten und tränten vom Qualm. Schließlich verstummte der Rhythmus. Brigitta öffnete den Beutel und hielt ihn Osmund hin. »Nimm eine Rune in die linke Hand, schau sie nicht an«, sagte sie. Osmund musste den linken Unterarm mit der rechten führen, um die Hand in das Säckchen zu stecken und lachte leise über seinen Mangel an Geschicklichkeit. Reihum zogen sie alle eine Rune, Brigitta als letzte, und sie zog zweimal, weil die neunte Position ja unbesetzt geblieben war. Dann legte sie den Beutel sorgsam beiseite, bildete mit den Händen eine Schale und hieß die im Kreis Hitzenden ihre Runen hineinlegen. Als sie alle neun hielt, schloss sie die Hände darum und ließ die Runen wieder klimpern, aber dieses Mal schneller. Es klang dringlicher als zuvor. Dann öffnete sie die Hände, spreizte alle Finger ab und ließ die Runen auf die braune Decke jenseits der Glutschale fallen. Sie spritzten auseinander wie Wassertropfen. Kandamirs Blick war eigentümlich langsam geworden. Er brauchte ewig, so kam es ihm vor, um alle neun Runen wiederzufinden. Keine sah aus wie die andere. Sie waren in längliche, flache Holzstücke unterschiedlichster Sorten geschnitzt, manche auch in Kiesel geritzt. Und alle lagen mit der Rune nach oben. Das war höchst ungewöhnlich. So viel wusste gar Kandamir. »Die Götter haben uns offenbar viel zu sagen«, murmelte Brigitta. »Ja«, lange starrte sie auf die neun Runen vor sich, betrachtete die Winkel und Abstände, in welchen sie zueinander lagen. Die Positionen richtig zu deuten, war ebenso wichtig wie die Runen selbst, denn sie bestimmten die Reihenfolge und das Verhältnis der Runen zueinander. Schließlich wies Brigitta auf die Rune, die einzeln und der Feuerschale am nächsten lag. »Nautis«, sagte die alte Frau mit fester Stimme, »sie ist der Anfang und steht für das, was ist.« In der Reihenfolge, die sie erkannt hatte, zeigte sie auf die anderen. »Berkano«, »Raito«, »Hagalas«, »Turisas«, »Kenas«, »Ingvas«, »Jera« und »Evas«. Wieder und wieder zählte sie die Namen auf, als sei es eine Beschwörungsformel. Bei jedem Namen wanderte ihr Finger weiter zu einer neuen Rune, und sieben Augenpaare folgten ihr. Es war inzwischen so heiß, dass es Kandamir vorkam, als atme er flüssiges Feuer. Schweiß ran ihm über Brust und Rücken, nur sein Gesicht erschien ihm kühl, der Kopf klarer als sonst. Gebannt lauschte er Brigittas gleichförmiger Stimme, folgte ihrem gekrümmten Finger. Und dann hörte er eine zweite Stimme, die die ihre überlagerte, immer das Gleiche sagte wie sie, aber immer einen Hauch schneller. Sie war sanft und wundersam melodisch. Die Stimme einer jungen Frau oder eines Knaben, was es war, vermochte er nicht zu sagen. »Nautis«, »Berkano«, »Raito«, »Hagalas«, »Tourisas«, »Kenas«, »Ingvas«, »Jera«, »Evas«, wiederholten beide Stimmen. Und dann murmelten Osmund und Jared wie aus einem Munde. »Ich höre die Stimme des Raben.« »Gut«, sagten Brigitta und die zweite Stimme zufrieden und setzten ihre Litanei der Ruhnen-Namen fort. »Rabe«, fragte Kandamir sich verwirrt, »wie kann dies die Stimme eines Raben sein, so rein und schön?« Argwöhnisch beäugte er das schwarze, geflügelte Ungeheuer, das auf der Schulter der Alten hockte. Der Schnabel war geschlossen, doch die dunklen Knopfaugen erwiderten seinen Blick unverwandt, schienen ihn in seiner Unwissenheit zu verhöhnen. »Auch ich höre die Stimme des Raben«, stieß er hastig hervor. »Jetzt werft die Wurzelstücke mit der Erde in die Glut«, sagten Brigitta und die Stimme des Raben. »Dieses Mal beginnt Jared.« Die nassen Krumen zischten und für ein paar Augenblicke verblasste die Glut in der eisernen Schale. Ein betäubender Geruch nach Feuchtigkeit, Moda und fruchtbarer Erde verbreitete sich in dem stickigen, kleinen Raum. »Nautis«, begann Brigitta wieder, sprach aber nicht weiter. »Das war meine Ruhne.« Es war nur noch die wunderbare Stimme des Raben, die Kandamir hörte, aber sie schien aus Jared's Mund zu sprechen. »Sie steht für das, was ist, die Not, den Hunger des Leibes und den Hunger des Geistes.« »Berkano«, Brigitta wies auf die zweite Ruhne. »Ist die Ruhne der Birkengöttin, die meine Schutzgöttin ist«, sprach der Rabe durch Olaf. »Sie zeigt, was bald sein wird.« »Die Erneuerung, das Wachstum, den Neubeginn des Frühlings und die Befreiung.« Brigittas Finger wanderte weiter. »Reiter«. »Lange Zeit«, sprach niemand, doch die Alte schien keine Eile zu haben. Sie saß so reglos wie der Vogel auf ihrer Schulter, und ihr Finger wies auf die dritte Ruhne. Schließlich sprach Siewart. »Ich höre die Stimme des Raben nicht, weil ich sie nicht hören wollte. Aber ich weiß, dass ich diese Ruhne gezogen habe. Ich habe es gefühlt.« Raito war der Einzige der Runensteine, der nahezu viereckig war, und er hatte schärfere Kanten als alle anderen. »Raito ist der Wagen und steht für eine Reise«, er senkte den Kopf. »Die Götter nehmen wenig Rücksicht auf eines alten Mannes Wünsche.« »So sei es also.« Es herrschte ein längeres Schweigen, aber die liebliche Stimme kehrte ganz allmählich in Kandamirs Kopf zurück. Er stellte irgendwann fest, dass er sie schon eine ganze Weile flüstern gehört hatte, ehe er sie wirklich wahrnahm. Und sie raunte den Namen der vierten Ruhne. »Hagalas.« »Hagalas ist meine Ruhne«, sagte Margils Mund. »Und sie kündet von Naturgewalt und Zerstörung, aber auch von Läuterung durch Prüfung.« »Der Sturm«, deutete Brigitta, »und es war nur ihre Stimme, die jetzt sprach. »Hagalas steht für den Sturm, den wir finden und überstehen müssen, um die neue Heimat zu finden.« Sie schien noch etwas sagen zu wollen, überlegte es sich aber anders. Stattdessen wies sie auf die nächste Ruhne. »Turisas.« »Ich habe sie gezogen«, hörte Kandamir die fremde Stimme aus seinem eigenen Mund. Trotz der Hitze überlief es ihn eiskalt, und auf seinen Oberarmen bildete sich eine Gänsehaut. Thors Ruhne war der Dorn, und sie symbolisierte vor allem die Manneskraft. Er fragte sich, ob das eine Weissagung auf seine persönliche Nachkommenschaft war, oder ob es bedeutete, dass ihr Stamm in der neuen Heimat fruchtbar sein werde, doch die Deutung war eine ganz andere. »Diese Ruhne steht für den Kampfesmut der Männer, ihre Überlegenheit in der Schlacht«, verkündete der Rabe. »Sie würden das einheimische Volk auf Olafs Insel also niederringen«, wollte Thor sie wissen lassen. Nun, Kandamir hatte ohnehin nicht ernsthaft daran gezweifelt. Doch Jared, der im Schräg gegenüber saß, sagte, »Thor ist mein Schutzgott, und aus meiner Sicht ist seine Ruhne verkehrt. Darum kündet sie von Bösem, von Gefahr und Lüge und von Zwietracht.« Seine Stimme klang dünn und mutlos, und er schaute keinem der anderen ins Gesicht. Er war sehr bleich. Die Wirkung des Tranks machte ihm offenbar schwer zu schaffen. Doch die Stimme des Raben in Kandamirs Kopf bestätigte Jahrets Weissagung. Die Erkenntnis ängstigte Kandamir, und er senkte den Kopf und schloss die Augen, um sich einen Moment zu sammeln. Das erwies sich als schwerer Fehler. Einmal geschlossen, weigerten seine Lieder sich schlicht, sich wieder zu öffnen. Gleißende Helligkeit und Schwärze wechselten im Takt seines Herzschlags. Die Stimmen entfernten sich immer weiter, und er sah Bilder in einer wirren, irrsinnig schnellen Abfolge. Der Rabe sprach von der Ruhne Kenas, der Fackel des Wissens, und Kandamir sah seinen Sachsen mit erhobenen Armen am Rand einer grasbewachsenen Klippe stehen, das Gesicht gen Himmel gewandt. Seine Mine war verklärt, aber er blutete an Händen und Füßen und an der Seite. Und schon sah er Jera, die reiche Ernte, ein Feld voll goldenem Weizen, größer als jedes Weizenfeld, das Kandamir je erblickt hatte. Es lag am Rande eines finsteren Waldes mit unglaublich hohen Bäumen, und die Bäume bewegten sich, sie hatten Beine statt Stämmen, und marschierten in dichten Reihen über das Feld, trampelten den goldenen Weizen nieder. Dann die letzte der neun Runen, Ewas, das Pferd, das für Bewegung und Veränderung stand. Er sah ein hübsches, sandfarbenes Fohlen mit dunkler Mähne und Schweif, und es galoppierte ausgelassen über ein weites, ebenes Grasland. Kandamir lächelte in seinem wirren Traum, denn es war ein Bild von solch schlichter Schönheit. Aber dann erhob sich eine Stimme im Nordwesten, nicht die Stimme des Raben, sondern eine Frauenstimme, die er nie zuvor gehört hatte, und sie rief, »Es war meine Rune, und sie ist verkehrt. Sie heißt Zwist, Misstrauen und Verrat.« Die Stimme hatte das übermütige Fohlen erschreckt. Es war stehen geblieben, hatte den Kopf gehoben, und der Schweif fegte nervös hin und her. Dann machte es plötzlich kehrt und floh. »Nein!«, dachte Kandamir verzweifelt, »lauf nicht weg!« Er setzte ihm nach, sprang scheinbar schwerelos über Stock und Stein, doch er holte es nicht ein. Die Frauenstimme rief ihm etwas nach, eine Warnung, so schien es, aber er konnte keine Worte unterscheiden. Tiefer und tiefer fiel er, langsam. Er hörte einen spitzen Schrei. Ingas Stimme erkannte er, nicht die des Raben. Dann fing er an, sich im Sturz zu überschlagen, drehte sich wieder und wieder um die eigene Achse, und immer noch war er nicht gelandet. »Bringt ihn hinaus und legt ihn in den Schnee, ehe er uns verreckt!«, knurrte die alte Brigitta. Viele Hände fingen seinen Sturz ab und hoben ihn empor, trugen ihn zurück in die Welt des Lichts. Er fand sich in einem herrlich kühlen, sauberen Bett wieder, doch was er erblickte, als seine Augen sich öffneten, war kein Schnee, sondern ein riesiger Schwarm weißer Raben. Kandamir war nicht überrascht. Mit einem Lächeln schloss er die Lieder wieder und glitt endgültig davon. Der Takt von Hämmern und das Singen der Äxte erscholl über den stillen, spiegelglatten Fjord von Elersund. Auf allen Schiffen waren fleißige Hände am Werk. Es wurde kalfatert und gezimmert, Segel und Liken wurden geprüft und ausgebessert, die Schiffe für die weite Reise flott gemacht. »Morgen früh«, sagte Osmund, »halb ungläubig, halb träumerisch.« »Schau nur«, sagte Kandamir grinsend, »wir bekommen Wind. Die Götter wollen offenbar auch, dass wir morgen in See stechen.« Bärse, der Schiffsbauer, hatte sich selbst übertroffen. Viele Elersunder fanden sich am Hafen ein und sahen das neue Schiff einlaufen. Es glitt erhaben über das ruhige, stahlblaue Wasser des Fjords, scheinbar schwerelos, so als hätte es Flügel. Bewunderndes Raunen erhob sich. »Es ist ein wahrer Wellenwolf«, bemerkte Kandamir. »Heißt es so?«, fragte Harkon interessiert und wies auf die Figuren an den Steven. Kandamir nickte. Der Wellenwolf näherte sich dem Ufer und die Söhne des Schiffsbauers holten das Segel ein und warfen den Anker. Dann kam die kleine Mannschaft von Bord. Bärse ging voraus und wartete obeinig an Land. Bärse war ein hervorragender Handwerker und Seemann, von Gestalt her aber ein gnomenhaft kleiner, buckliger Mann. »Er stamme von den Zwergen ab«, hatte er einmal erklärt und seither nannte Brigitta ihn selten anders als Durins Enkel. Olaf trat ihm entgegen, doch Bärse beachtete ihn nicht. Er blieb vor Kandamir stehen, der ihn über den Winter regelmäßig besucht hatte, um ihn und die Seinen für das große Wagnis zu gewinnen. »Wenn ihr nur noch auf mich gewartet habt, dann können wir aufbrechen«, sagte der Schiffsbauer bedächtig. Seine Stimme war rau und unmelodisch. Sie hätte kaum besser zu seinem Äußeren passen können. Kandamir spürte einen Schauer, der halb von Furcht, halb von freudiger Erwartung rührte. Er schaute kurz auf die See hinaus und antwortete scheinbar gelassen. »Morgen früh.« Brigitta hat nochmals die Runen befragt, und sie sagen, morgen sei ein guter Tag. Es war eine schwierige Aufgabe. Längst waren die Regeln festgelegt, wer welche Mengen an Vorräten und wie viel Stück Vieh mitnehmen konnte, aber jeder hatte ein Fass Heringe oder ein Sack Korn mehr. Jeder glaubte, in seinem Fall könne man doch gewiss eine Ausnahme machen. Trotz der sorgfältigen Planung brach am Hafen ein wildes Durcheinander aus. Alles bis auf Mensch und Vieh musste heute verstaut werden. Osmund, Kandamir und Olaf hatten unermüdlich geplant und nichts dem Zufall überlassen. Jede Familie wusste nicht nur genau, auf welches Schiff sie gehörte, sondern auch, welcher Bereich des begrenzten Laderaums ihr zugeteilt war und welcher Platz an Deck. Da Kandamirs und Osmunds Haushalte vergleichsweise klein waren, sollten noch zwei weitere Sippen an Bord des Falken reisen. Sie ward mit seiner blutjungen neuen Frau, die er letzten Monat in einem der Weile am Fluss gefunden hatte, seinen zwei Söhnen, zwei Töchtern, je einem Schwiegersohn und einer Schwiegertochter und drei Enkeln sowie einem runden Dutzend Sklaven bildeten die größte Gruppe. Auch Harald der Schmied hatte um einen Platz auf Kandamirs Schiff gebeten. Er brachte seine Frau Asi, seinen Sohn sowie fünf Sklaven mit. »Wir fahren erst einmal zu den kalten Inseln nordöstlich vom Schottenland«, begann Olaf, als sie sich in seiner Halle um das Langfeuer scharrten und ein letztes Mal die Route erörterten. »Das dauert fünf Tage. Dort haben Leute unseres Volkes gesiedelt und wir können die Wasservorräte auffüllen. Aber wir sollten uns nicht unnötig aufhalten, denn wir müssen uns beeilen, wenn wir dieses Jahr in der neuen Heimat noch etwas säen wollen.« Die anderen nickten, selbst der Schiffsbauer, der für den eitlen, reichen Kauffahrer nichts übrig hatte. »Dann nordwestlich um Britannien herum. In Irland könnten wir noch mal festmachen und Waren tauschen. Von dort schnur gerade nach Süden, etwa zwei Tage, bis wir das westliche Horn des fränkischen Landes sichten. Dann verlassen wir die Küste und halten nach Südwesten.« Genau wie sein Vater vor ihm kannte, kann da mir nichts anderes als Küstenschifffahrt, und er schämte sich nicht zu fragen, »Wie findet man einen Kurs ohne Küste?« »Nach der Sonne«, hatte der Schiffsbauer gehört. »Manche segeln gar nachts nach den Sternen.« Olaf nickte. »Und selbst wenn keine Sonne zu sehen ist, gibt es genügend Zeichen, die uns den Weg weisen. Die Zugrichtung der Vögel, der Wale und Delfine zum Beispiel, und Felsenriffe oder kleine Inseln. Den Südwestkurs halten wir etwa vier Tage, dann sollten wir auf den Sturm treffen. »Und wenn nicht?«, fragte Bärse. »Dann werfen wir Anker und warten auf ihn.« Die Sonne war gerade erst hinter Elas und aufgegangen und vertrieb die Grautöne der Dämmerung, als die neuen Schiffe in See stachen. Kandamir stand am Helm, den Blick unverwandt auf den stahlblauen Fjord gerichtet. Das rot-weiße Segel des Falken blähte sich stolz in der Morgenbrise, die es den Männern auf den 16 Ruderbänken, je acht Vorn und Achtern, gestattete, die Hände in den Schoß zu legen. Osmund, der an der Seite seines Freundes stand, wollte sich umwenden, aber Kandamir legte ihm hastig die Hand auf den Arm. »Nicht!«, »mein Vater sagte immer, das bringe Unglück.« Osmund widerstand der Versuchung, einen letzten Blick auf Elasund, auf die Vergangenheit und all die guten Erinnerungen zu werfen. Er verschränkte die Arme vor der Brust und sah mit verengten Augen zum Seedrachen hinüber, der Backbord vor ihnen über die sachten Wellen glitt. Das Schiff seines Onkels war nicht größer als der Falke, aber eindrucksvoller. Auf einer Höhe mit dem Falken segelte hinter Olaf Berses neuer Wellenwolf, dann folgten die übrigen sechs Schiffe. Ehe sie den Wellenbrecher umschifften und Elasund endgültig den Blicken entzogen wurde, schaute der Sachse verstohlen zurück, vielleicht um vornehmlich sich selbst zu beweisen, dass er über den Aberglauben dieser Heiden erhaben war. Friedlich lag das Dorf mit den großzügigen Langhäusern in der Morgensonne. Nur wenige Elasunder standen am Ufer, um ihnen nachzusehen, denn über die vergangenen Wochen hatte sich eine spürbare Kluft zwischen den Auswanderern und den Zurückbleibenden aufgetan. Dann passierten sie die Felszunge, folgten dem Seedrachen nach Westen und Elasund war verschwunden. Vor ihnen lag das weite Meer. Die Kronen der flachen Wellen funkelten im klaren Morgenlicht und der Himmel war weit und blau. Kandamir atmete tief durch, so als sei er aus einem bedrückenden, stickigen Raum ins Freie getreten. Er trat an die hintere Ladeluke. Im Vorbeigehen wies er den Sachsen an. Sag den Frauen, sie sollen Frühstück machen. Orsten schaute auf. Er hielt einen kruten Holzknüppel in Händen, an welchem er mit seinem Speisemesser die einzige Klinge, die ein Sklave tragen durfte, herumschnitzte. Gleich, Herr. Nicht gleich, sondern jetzt. Was machst du da? Ein Kalender. Der Sachse hielt ihm den Holzstock hin. Siehst du, heute ist der 21. Tag des Lenzmondes. Oder März, wie man in meinem Lande sagen würde. Für jeden Tag unserer Reise ritze ich eine Kerbe in diesen Stecken. Wenn wir ankommen, werden wir wissen, wie lange wir unterwegs waren und ausrechnen können, welches Datum der Tag unserer Landung hat. Damit wir auch weiterhin einen Kalender führen können, wie zivilisierte Menschen. Und ich ausrechnen kann, wann Ostern und Pfingsten sind, fügte er in Gedanken hinzu. Kandamir nickte, wie der Willen beeindruckt. Nicht schlecht. Dann gib nur Acht, dass du deinen Stecken nicht verlierst, wenn wir in unseren Sturm geraten. Er lachte über die verschreckte Mine seines Sklaven und setzte seinen Weg fort. Der Wind blies den ganzen Tag stetig und legte sich bei Dämmerung. Sie holten die Segel ein und verteuten wie verabredet die Schiffe miteinander, zogen sie so eng zusammen, dass man mit einem Schritt von einem zum anderen gelangen konnte. Nach ihrem Nachtmahl spazierten die Reisenden so von Schiff zu Schiff, setzten sich hier und da zu einem Schwätzchen auf eine Decke und tauschten die Erfahrungen dieses ersten Tages aus. Kurz darauf rollte sich ein jeder an seinem Platz in eine Felddecke und es wurde still. Manch einer schaute noch eine Weile zu dem überwältigenden Sternenzelt auf, vor allem jene, die noch nie zur See gefahren waren und den Anblick nicht kannten. Doch es dauerte nicht lange, bis das sachte Schaukeln alle in den Schlaf gewiegt hatte. Bei gutem Wind kamen sie am Vormittag des fünften Tages zu den kalten Inseln. Sie steuerten die Hauptinsel an, denn dort, hatte Olaf berichtet, lag das größte Dorf und ließen sich die besten Geschäfte machen. Die Einzelheiten waren schnell ausgehandelt. Knut, der sich König der kalten Insel nannte, und die Seinen luden Osmund, Olaf und alle Elasunder, die an Land kommen wollten, für den Abend zu einem Fest. Kandamir überwachte den Austausch der Waren und das Auffüllen der Wasserfässer. Wie die meisten Männer an Bord des Falten zog er es vor, dem Fest fernzubleiben. Nur gerade so viele Männer kehrten bei Einbruch der Dämmerung in die große Halle zurück, dass Knut keinen Anlass hatte, beleidigt zu sein. Kandamir ermahnte alle an Bord zu erhöhter Wachsamkeit und riet ihnen, sich möglichst ruhig zu verhalten und die Waffen nicht abzulegen, wenn sie sich in ihre Decken rollten. Früh kehrte an Deck des Falken unter anderen Schiffe Ruhe ein. Harkon und Wieland patrouillierten jede an einer Seite des Schiffs, lautlos und wachsam, sie machten ihre Sache gut. Als der Mond aufgegangen war, kamen Osmund und die Übrigen vom Fest zurück, sternhagelvoll. Sie torkelten in die Brandung und hatten offensichtlich Mühe, zu den Schiffen zu gelangen. Berse blieb auf halbem Weg stehen, legte den Kopf in den Nacken, vielleicht um die Sterne zu bewundern, und fiel dann hinten über. Mit einem satten Platschen ging er unter. Einer seiner Söhne sprang ins Wasser und fischte den alten Schiffsbauer heraus. Auch Kandamir ging von Bord, schwamm ein paar Züge und wartete Osmund entgegen. »Komm«, sagte er, »lass dir helfen.« »Zugütig«, lallte Osmund. »Vor der Halle des Königs habe ich einen dreiköpfigen Hund gesehen, ob du's glaubst oder nicht.« »Natürlich«, brummte Kandamir. »Seite an Seite mit einem grünschuppigen Drachen, nehme ich an.« »Du glaubst mir nicht?«, fragte Osmund entrüstet. »Jedes Wort.« Osmund befreite sich mit erstaunlicher Kraft und stieß hinweg. »Wer bist du überhaupt?« Osmund wirkte kränklich bleich im Mondlicht und seine Mine war verschlossen. Sein Atem hatte sich beschleunigt, als wäre er gerannt. »Ich schwöre, ich hab die noch nie im Leben gesehen.« Damit sackte Osmund plötzlich in sich zusammen und ging besinnungslos zu Boden. Nicht gerade sanft schleifte Kandamir ihn zu seinem Schlafplatz hinüber. Osmund schlief wie ein Toter. Kandamir legte sich ebenfalls hin. Gunda schlief schon und er rückte ganz nahe an sie heran, um sich zu wärmen. Sie wachte nicht auf. Behutsam legte er die Hand auf ihren gewölbten Leib, in dem sich sein erstes Kind regte, und drückte die Nase in ihre blonden Locken, doch er fand keinen Schlaf. Rastlos drehte er sich schließlich auf den Rücken und starrte zum Firmament. Er wünschte, sie hätten diese unwirtlichen Inseln schon weit hinter sich gelassen. Er wünschte, sie wären bereits am Ziel. Seit sie den Entschluss gefasst hatten, war er von einer großen Sehnsucht nach dieser neuen Heimat in dem fruchtbaren Land erfüllt. Einem Land, das nicht sein Feind war, das vielmehr sein Fleiß mit einer gesicherten Existenz belohnen würde. Er malte sich aus, was für ein Haus er sich dort bauen wollte. Eine Halle mit Blick auf die See. Auf der Kuppe eines sanften, grasbewachsenen Hügels. Über diese Träumereien konnte er sonst meistens wunderbar einschlummern. Nicht so heute. Als Harkon von der Wache kam, brauchte er seinen Bruder nicht zu wecken. Lautlos erhob sich Kandamir, wies dem Jüngeren großzügig seinen warmen Schlafplatz und entfernte sich, um seine Wache aufzunehmen. Der zunehmende Mond erhellte die Nacht, aber Kandamir merkte schnell, dass zwei Mann nicht genug waren, um das Schiff zu sichern. Also weckte er den Sachsen und Siewarts Schwiegersohn und übertrug ihnen die Wache für die Bughälfte des Schiffes. Als er nach Achtern zurückkehrte, trat er plötzlich ins Leere. Einen Augenblick schwankte er, hielt aber mit Mühe das Gleichgewicht. Irgendein achtloser Trottel hatte die Ladeluke offen gelassen, so dass ein ahnungsloser Wächter sich hier ohne weiteres den Hals hätte brechen können. Kandamir bückte sich, um die Luke zu schließen, dann zögerte er. Schließlich zückte er sein langes Messer und stieg lautlos die kurze Leiter hinab. Unten im Laderaum war es fast völlig finster. Doch er bewegte sich sicher und ohne ein Geräusch zu verursachen, denn er wusste genau, welcher Teil der Ladung sich wo befand. Langsam drang er tiefer in die Dunkelheit vor und konzentrierte sich auf sein Gehör. Die Tiere waren still, aber er hörte sie atmen. Er hatte die Mitte, die breiteste Stelle des Laderaums fast erreicht, als er einen Luftzug an der linken Wange spürte. Gleichzeitig riss er den Oberkörper zurück und ließ die Faust vorschnell. Sie traf etwas Nachgiebiges und er hörte ein leises Stöhnen. Kandamir bekam einen Arm zu fassen und riss ihn näher heran. Wer bist du? Er erhielt keine Antwort. Doch jetzt erahnte er eine menschliche Gestalt und setzte ihr den Dolch an die Kehle. Besser du antwortest, zischte er tonlos. Töte mich nicht, antwortete eine ebenso leise Stimme. Ich helfe dir, wenn du mir hilfst. Vor Verblüffung ließ er den Dolch fallen. Dann lockerte er den eisernen Klammergriff ein wenig, mit dem er seinen Gefangenen am Arm gepackt hielt und zerrte ihn zur Luke zurück, um im schwachen Mondlicht zu begutachten, wen er hier gestellt hatte. Er hatte sich nicht getäuscht. Es war eine Frau. Wer bist du? wiederholte er verwirrt. Sieglind, Knuts Frau. Sie sah ihm in die Augen. Es war zu finster, um die Farbe der Iren zu erkennen, aber er erahnte gleichmäßige Züge, glatte junge Haut und eine silbrig schimmernde Haarflut. Knuts Frau, wiederholte Kandamir benommen. Ihm schwarnte ganz und gar nichts Gutes. Er verschränkte die Arme. Mein Name ist Kandamir Oleson und ich bin der Kapitän dieses Schiffes. Er ahnte mehr, als er sah, dass sie verächtlich die Lippen kräuselte. Als dann, Kapitän Kandamir. Ich helfe dir, wenn du mir hilfst. Ich glaube wirklich nicht, dass wir deiner Hilfe bedürfen und ich rate dir, in das Bett deines Königs zurückzukehren, wohin du gehörst, ehe er dich vermisst. Tust du es nicht, werde ich dich morgen früh zu ihm zurückbringen müssen. Wir haben Handel mit ihm getrieben und in seiner Halle getrunken und morgen früh bist du tot, wenn du mich nicht anhörst, fiel sie ihm ins Wort. Betroffen starrte er in ihr Gesicht. Sieglind atmete tief durch. Sie haben allen, die heute Abend in Knuts Halle waren, Bilsenkraut ins Bier gemischt, begann sie und unterbrach sich gleich wieder, weil Kandamir einen unterdrückten Laut des Entsetzens ausstieß und sich zur Leiter wenden wollte. Oh, bei allen Göttern, Osmund! Sieglind legte ihm federleicht die Hand auf den Arm. Warte! Es war nicht genug, um sie umzubringen, denn Knut fürchtete, den Zorn der Götter auf sich zu ziehen, wenn er Gäste in seiner Halle ermordet. Aber keiner deiner Freunde wird vor Morgen Mittag aufwachen. Das Gleiche gilt für alle, die von dem Meht getrunken haben, den ihr Knut abgekauft habt. Hast du davon getrunken? Kandamir schüttelte den Kopf. Niemand hier an Bord. Aber ich kann nicht sagen, wie es auf den anderen Schiffen steht. Und was hat dein edler Gemahl weiter vor? Er war enttäuscht, dass nicht mehr von euch zum Fest kamen, berichtete man mir. Aber er hält euch für ausreichend geschwächt, dass selbst ein Feigling wie er es wagen kann, euch beim Morgengrauen anzugreifen, euch niederzumachen und eure Wolle und Schiffe zu erbeuten. Verstehe, murmelte Kandamir bitter. Ich danke dir für deine Warnung, Sieglind. Du bist eine Frau von Ehre. Aber ich muss dich bitten, jetzt von Bord zu gehen, denn wir müssen sofort hier verschwinden. Sie schüttelte den Kopf. Warte bis Mitternacht. Sie haben Pfeile mit brennbaren Spitzen vorbereitet. Um eure Schiffe in Brand zu schießen, solltet ihr zu fliehen versuchen. Ihr müsst warten, bis sie sich schlafen gelegt haben. Und der Preis für meine Warnung, Kapitän Kandamir, ist, dass du mich mitnimmst. Er hatte es ja geahnt. Unsicher beäugte er sie aus dem Augenwinkel. Er wusste nicht, was er tun sollte. Wieso verlässt du ihn nicht einfach? Ich meine, warum kehrst du nicht zu deiner Familie zurück, statt dich Fremden anzuvertrauen? Sie gab ein leises Schnauben von sich, das vielleicht ein unfrohes Lachen war. Hier gelten nicht die Gesetze der alten Heimat, weißt du? Er lässt mich nicht fort. Er hat mich auch nie gefragt, ob ich seine Frau werden will. Er hat mich einfach aus dem Haus meines Vaters geholt und meine Familie umgebracht. Kandamir war erschüttert. Einen Moment saß er kraftlos da, den Kopf gesenkt und die Hände auf den Knien. Dann schaute er sie wieder an. Das tut mir leid. Sie rührte sich nicht. Also, wirst du mich mitnehmen? Olaf schlief den vergifteten Schlaf genau wie Osmund, aber Jared wachte auf, sobald Kandamir ihn an der Schulter rüttelte. Was ist los? fragte der junge Mann schlaftrunken. Eure Wachen taugen nicht, Jared. Ich bin an Bord gekommen, ohne dass sie mich bemerkt haben, wisperte Kandamir. Dann berichtete er von dem bevorstehenden Angriff. Weg eure Leute. Dann besetzt die Ruder. Und niemand darf einen Laut verursachen, Jared. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir Knut und die Seinen aufwecken, endet unsere Reise hier. Ein geisterhafter Gänse-Schwarm setzte sich um Mitternacht in Bewegung. Langsam. Kein Schiff hatte mehr als acht Ruderpaare, denn sie waren als Segler konstruiert und gebaut. Die Ruder wurden für gewöhnlich nur zum An- und Ablegen benutzt. Die Männer mussten sich mächtig in die Riemen legen, damit die großen Schiffe sich überhaupt rührten. Die Ruderer wagten kaum zu atmen und begannen zu schwitzen, ehe sie ihre Schiffe auch nur einen Steinwurf weit bewegt hatten. Fast hatten sie schon das offene Meer erreicht, als Lichter am Ufer erschienen und rufende Stimmen sich erhoben. Pult! Scholl Kandamirs Stimme über die Bucht. Pult, was das Zeug hält und macht so viel Lärm, wie ihr wollt. Zugleich! Die trägen Schiffe gewannen an Fahrt. Aus den Fackeln am Strand wurden kleine Lichtpunkte, die bald über den Himmel in ihre Richtung flogen. Oh, wackerer Tür, verlass mich nicht, betete Kandamir tonlos. Dann waren sie außer Reichweite. Glaubst du nicht, sie folgen uns? fragte Harkon angstvoll. Oh doch, erwiderte sein Bruder trocken. Spätestens, wenn sie merken, dass ihnen ihre Königin abhandengekommen ist. Aber sie haben nicht mehr Wind als wir, Harkon. Und ich habe in ihrem Hafen kein Schiff gesehen, das mehr Riemenpaare hat als unsere. Die einzige Frage ist demnach, wer besser rudert. Also pullten sie um ihr Leben und Kandamir sorgte dafür, dass die Ruderer oft ausgewechselt wurden, damit ihnen nicht die Kräfte schwanden und sie zu langsam wurden. Bei Tagesanbruch kam ein östliches Windchen auf, vor dem sich trefflich segeln ließ. Vorerst ruderten sie trotzdem weiter. Das Meer hinter ihnen war wie leergefegt, keine Anzeichen von Verfolgung zu entdecken. Doch sie wollten so viel Abstand wie möglich zwischen sich und die kalten Inseln bringen. Das Leben an Bord hatte sich eingespielt und Sieglind fand sich ohne große Mühe in die Gemeinschaft ein. Sie war eine Fremde und damit eine Attraktion und wäre sie als Fremde nach Elasund gekommen, hätte es Jahre gedauert. Wäre es tatsächlich vielleicht nie gelungen, Aufnahme in die Gemeinschaft zu finden. Doch Elasund war nicht mehr. Alle Männer begegneten Sieglind mit großer Freundlichkeit, doch sie hielt den Blick meist gesenkt und redete nicht viel, tat nichts, um die Eifersucht der Frauen an Bord des Falken zu erregen, und schlief mit Asta und Inga und den übrigen unverheirateten Mädchen im Bug. Wenn sie abends Halt machten und die Schiffe verteuten, half sie bei der Zubereitung der Mahlzeiten. Mal aß sie mit Siva-Zippe, mal mit Haralds, doch meistens mit Osmund, Kandamir und den Iren. Mit keinem Wort erwähnte sie die Vergangenheit, ihr Leben als Knuts Gemahlin. Wie jeder der Knaben an Bord des Falken war Harkon rettungslos in Sieglind verliebt. Sie schien es nicht zu bemerken. Für einen Herzschlag legte sie ihm die Hand auf den Arm. Sollten wir diese Insel je erreichen, wirst du in die Lieder eingehen, die dort gedichtet werden. Der tapfere Harkon, der sein Volk mit seiner Händekraft ins gelobte Land brachte. Harkon war sich sicher, sie machte sich über ihn lustig. Der Sachse hob ruckartig den Kopf. Sagtest du das gelobte Land? Sie wandte sich ab, ohne ihn zu beachten. Doch als er auf seine Schale hinabblickte, die sie ihm gab, sah er, dass sie wesentlich weniger Krabben enthielt als Harkons. Dafür lagen daneben zwei kurze, rote Wollfäden. Man brauchte nicht viel Fantasie, um zu erkennen, was sie darstellten. Es war ein Kreuz. Ein schwacher, böiger Wind erhob sich um die Mittagsstunde des nächsten Tages. Sie ließen die Ruder weiter besetzt, denn solange sie in Küstennähe blieben, mussten sie mit Verfolgung von den kalten Inseln rechnen. Austin saß auf seiner Ruderbank, hob und senkte die Arme wie ein Schlafwandler, den Blick unverwandt auf die Küste gerichtet. Er litt Höllenqualen. Vielleicht eine Viertelmeile waren die zerklüfteten schwarzen Klippen entfernt. Es sah beinahe so aus, als bräuchte er nur die Hand auszustrecken, um sie zu berühren. Keine Distanz für einen guten Schwimmer. Davon lag Wales. Kein angelsächsisches Land, aber dünn besiedelt und der christliche Glaube war auch dort schon weit verbreitet. Es war gewiss nicht schwierig, es zu durchqueren. Und dann, ein, zwei Tage, und er wäre bei seiner Familie. Ein Tag mehr bis zu dem Kloster, von dem er vor so langer Zeit so voller Tatendrang und hochfliegender Pläne aufgebrochen war. Die Heimat. Er bräuchte nur mit einem plötzlichen Satz über Bord zu springen. Die Tage der Knechtschaft wären vorbei. Er wäre wieder ein angesehener Mann, Sohn eines angelsächsischen Thane, ein geachteter Gelehrter. Und eines war klar. Dies war seine letzte Gelegenheit, Vater, Mutter und Geschwister wiederzusehen. Und den Abt, der ihn Lesen und Schreiben gelehrt hatte. Morgen würden sie das Horn des Frankenlandes sichten und die Küste verlassen, und er würde mit diesen Wilden ins Ungewisse segeln. Er konnte kaum fassen, dass er zögerte. Aber Gott hatte es so gefügt, dass die jahrelangen vergeblichen Bemühungen ausgerechnet jetzt erste Früchte hervorzubringen schienen. Der junge Harkon hatte sich nach und nach der Botschaft geöffnet. Und nun auch noch diese Frau. Ausgerechnet eine Frau. Wieder schaute er zur Küste hinüber. Seine Hände wurden feucht, und der Kopf federleicht bei dem Gedanken, welche Seligkeit ihn erwartete, wenn er nur sprang. »Pass doch auf, du bist aus dem Takt, Sachse!« fuhr Kandamir ihn an, dem niemals entging, wenn einer der Rudere in seinem Eifer nachließ. Bedächtig, so schien es, zog der Gescholtene sein Ruder ein, stand auf und trat auf ihn zu. »Würdest du mir vielleicht verraten, was das werden soll?« fragte Kandamir. Mit hängenden Armen und gesenktem Kopf stand Austin vor seinem weltlichen Herrn. »Lass mich gehen«, bat er tonlos. Er ruckte das Kinn nach links. »Da liegt meine Heimat. Ich halte das nicht aus.« Kandamir wandte den Blick ab und sah blinzelnd auf die See hinaus, gab vor, seinen Kurs sorgsam korrigieren zu müssen. Die verzweifelte Bitte ließ ihn nicht unberührt. Dieser Mann hatte drei Jahre lang treu und willig für ihn gearbeitet, oft sehr hart und immer klaglos. Er hatte eine Belohnung verdient, wusste Kandamir. »Es wäre richtig, ihn gehen zu lassen«, raunte ihm sein Gewissen zu. »Sag mir, Sachse, kannst du schwimmen?« »Ja, Herr.« »Gut genug, um die Küste zu erreichen?« Der Kopf des Sachsen ruckte hoch. Tränen rannen über sein Gesicht. Er nickte wortlos. »Warum bist du da nicht gesprungen?« fragte Kandamir. Es klang wütend. »Warum kommst du her und bittest mich?« »Ich kann nicht einfach so, ohne Abschied. Das bringe ich nicht fertig.« Der Sachse senkte den Kopf. Seine Schultern bebten. »Du bist ein Narr, Sachse. Du selbst hast dein Schicksal besiegelt, weil du mich gefragt hast, statt zu springen. Das weißt du, oder?« Orste nickte. Es stimmte, musste er erkennen. Er war ein Narr. Er hatte Gott eine letzte Gelegenheit eingeräumt, den Kelch an ihm vorübergehen zu lassen. Als ob Gott das je täte. Am zwölften Tag ihrer Reise sichteten sie die Spitze jener großen Landzunge, die Olaf das Horn des Frankenlandes nannte, die aber, so wusste Austin, in Wirklichkeit das kleine Land der Bretonen war. Dort kehrten sie der Küste endlich den Rücken. Die Flotte hatte die bekannte Welt verlassen und fuhr aufs offene Meer hinaus. Drei Tage und drei Nächte segelten sie bei stetigem frischen Wind auf südwestlichem Kurs. Und am Vormittag des vierten Tages, genau wie auf Olafs legendärer Fahrt, fanden sie den Sturm. Man musste kein erfahrener Seemann sein, um ihn kommen zu sehen. Dicke, schwarze Wolken trieben von Norden heran und verschluckten die Sonne. Das Meer nahm eine bleigraue Farbe an und wurde verdächtig still. Das Tageslicht verdüsterte sich zu einem kränklichen Gelbton. Also los, jeder von euch weiß, was er zu tun hat, rief Osmund. Frauen und Kinder unter Deck. Nehmt ihr Hunde und eure sieben Sachen mit. Was ihr vergesst, seht ihr vermutlich nie wieder. Ungezählte Male hatten sie diesen Moment besprochen und geplant. Mit erschütternder Plötzlichkeit heulte der Wind auf und blähte das Segel mit einem Knall so laut wie ein Donnerschlag. Seilt euch an! Wer über Bord geht, ist rettungslos verloren. Kaum hatte Kandamir dies ausgesprochen, fing es an zu schütten und der Wind legte zu. Schleunigst leisteten die Männer seinem Befehlfolger, schlangen sich ein Seilende um den Leib und knoteten das andere an die dafür vorgesehenen Ringe in der Bordwand oder die fest verschraubten Ruderbänke. Der Wind heulte mit Furienstimmen und der alte Mast knarrte warnend. Was ist mit dem Segel, Kandamir? fragte Sivart. Wir holen das Segel nicht eher ein als Olaf, beschied Kandamir und wischte sich die triefenden schwarzen Haare aus dem Gesicht. Aber das Segel bleibt oben, sage ich. Hab keine Furcht, Sivart. Der Sturm treibt uns genau in die Richtung, in die wir wollen. Und du weißt doch, was das Orakel gesagt hat. Die Götter haben uns diesen Sturm geschickt. Wenn er uns den Mast nehmen will, von mir aus. Aber bis dahin segeln wir. Ein eigentümliches Leuchten lag in seinen Augen, das Sivart alles andere als beruhigend fand. Kaum einen Unterschied gab es zwischen Tag und Nacht bei diesem Höllenwetter. Doch als die vollkommene Schwärze der Nacht zu bräunlicher Dunkelheit zerfloss, schloss Austin, dass irgendwo an einem glücklicheren Ort der Welt die Sonne aufgegangen sein musste. Er war schon jetzt vollkommen erschöpft. Ihm war sterbenselend. Und obwohl er nichts mehr in sich hatte, das er noch hätte ausspucken können, musste er ständig würgen. Vielen der Männer erging es so. Bis auf die Haut durchnäßt hockten sie auf den Planken, krallten sich an ihre Sicherungsleinen und froren bitterlich. Manche beteten, manche stierten vor sich hin. Allein Kandamir und Osmund schienen noch auf den Beinen zu sein. Im Laufe der Nacht hatte der Sachse mal den einen, mal den anderen am Steuer gesehen, wenn ein plötzlicher Blitz die Dunkelheit zerriss. Acht Tage und Nächte trieb der Sturm sein grausames Spiel mit ihnen. Kandamir konnte sich später nur bruchstückhaft an diese Zeit erinnern. Es waren finstere Tage und Nächte. Alle an Bord des Falken und der übrigen Schiffe waren ständig bis auf die Haut durchnäßt und völlig übermüdet. Sie froren und litten Durst, weil sie das Wasser so eisern rationieren mussten. Kandamir fühlte sich hoffnungslos überfordert. Er litt nicht weniger als sie und die Zweifel an diesem ganzen Unterfangen wogen von Tag zu Tag schwerer. Ohne Osmund, der nie so große Ansprüche an das Wohlwollen der Götter stellte wie er, hätte Kandamir vielleicht nicht durchgehalten, dachte er später oft. Osmunds Ruhe und grimmige Entschlossenheit beschämten ihn, so dass er Reserven mobilisierte, von deren Existenz er nichts geahnt hatte. Dennoch war Kandamir manches Mal versucht, die Sicherungsleine zu kappen und sich von einem der Brecher davon spülen zu lassen, damit all dies ein Ende nähme. Aber auf dem Falken ging niemand über Bord oder starb auf andere Art. Und mitten in der achten Nacht hörte der Sturm einfach auf. Die Stille war ohrenbetäubend. Die Männer an Deck verharrten, wie er starrt. Es dauerte lange, bis der Erste wagte, den Kopf zu heben. Noch war die Nacht so finster, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte, und immer noch prasselte der Regen, aber nach einer Weile riss die schwarze Wolkendecke auf. Soll das heißen, es ist vorbei? fragte Harkon. Seine Stimme klang ebenso fassungslos wie argwöhnisch. Niemand antwortete ihm. Nach und nach kamen die Frauen und Kinder an Deck, zögernd, manche ängstlich, und sie atmeten die frische Nachtluft in tiefen Zügen. Männer und Frauen, die sich acht Tage lang kaum gesehen hatten, schlossen einander erleichtert in die Arme. Und das ehrfürchtige Schweigen hielt an, während die Leute ihre vertrauten Plätze einnahmen, als fürchteten sie, den Zauber der plötzlichen Ruhe zu brechen, wenn sie laut redeten. So dauerte es nicht lange, bis die völlig erschöpften Reisenden eingeschlafen waren. Das zartrosa Licht des Sonnenaufgangs weckte sie. Die salzige Luft war still, die See ruhig und tiefblau. Die Menschen erhoben sich von ihren feuchten Lagern und blickten aufs Meer. Weit entfernt, aber immer noch erkennbar, sahen sie vor sich den Seedrachen und den Wellenwolf. Steuerbord erkannte man noch zwei weitere Punkte, die möglicherweise zwei der anderen Schiffe waren. Ansonsten sahen sie nur das weite blaue Meer, von Horizont zu Horizont. Aber kein Land, soweit das Auge reichte. Fünf sind noch da, murmelte Osmund. Mehr, als ich zu hoffen gewagt habe. Kandamir hob kurz die Schultern. Wer weiß, vielleicht sind die übrigen auch noch irgendwo in der Nähe. Wenn alle etwas gegessen haben, sollten wir die Ruder besetzen und versuchen, zum Drachen aufzuschließen. Wir müssen uns beraten. Bedächtig, mit grimmiger Entschlossenheit, legten die Männer sich in die Riemen. Es wurde weder gelacht noch gesungen. Auch die Frauen und Kinder waren kleinlaut und still. Sie alle waren dankbar, dem Sturm entronnen zu sein, aber die endlose Weite des Meeres ängstigte sie. Sie hatten nicht die geringste Vorstellung, wo sie sich befanden. Möglich, dass sie das von Olaf beschriebene Land in einer der finsteren Sturmnächte passiert hatten, ohne es zu bemerken. Gegen Mittag waren aus den beiden Punkten Steuerbords zwei Schiffe geworden und nach und nach kamen auch die übrigen in Sicht. Die Götter können uns nicht verlassen haben, sagte Kandamir leise zu Osmund. Alle Schiffe haben den Sturm überstanden und wir haben uns wiedergefunden. Kein kleines Wunder, würde ich sagen. Bald hatten sie den Wolf und den Drachen eingeholt. Sie verteuten die Schiffe, um auf die anderen zu warten, die im Laufe des Nachmittags eintrafen. Schließlich glich die kleine Flotte wieder einer hölzernen Insel, die sacht dümpelnd auf dem ruhigen Meer dahintrieb. Die Leute gingen von Schiff zu Schiff und berichteten sich gegenseitig von ihren Erlebnissen während des Sturms. Vierzehn Menschen waren ums Leben gekommen, über Bord gespült worden oder an Erschöpfung gestorben. Auf dem Seeadler war ein Fieber ausgebrochen, das beinahe alle an Bord erwischt und ein halbes Dutzend getötet hatte, ausschließlich Kinder. Gemeinsam mit Sivart und Harald begaben sich Osmund und Kandamir auf den Seedrachen zu einer Beratung. Olafs einst so prachtvolles Schiff sah genauso mitgenommen aus wie die anderen. Der stolze Drachenkopf am Achtersteven fehlte. »Wo ist dein Vater?« schnauzte Sivart. Jahre druckte das Kind zu dem kleinen Zelt, das am Bug errichtet worden war. »Er schläft. Ich glaube zum ersten Mal seit acht Tagen. Nun, dann weck ihn auf. Wir haben ein paar dringende Fragen an ihn.« Jared schaute ihn kläglich an. »Es ist nicht seine Schuld. Er hat niemanden gezwungen, mit ihm zu segeln.« Sivart schnaubte verächtlich und auch Berse der Schiffsbauer war anderer Ansicht. »Verführt hat er uns mit seinen Märchen von der fruchtbaren Insel. Er hat uns verleitet, diese Fahrt ins Ungewisse zu wagen. Und nun?« Er breitete wütend die Arme aus und wies zu beiden Seiten auf das leere, öde Meer. »Wir werden alle verrecken, weil wir auf ihn gehört haben. Er hat...« »Das reicht,« fiel die alte Brigitta im Schroff ins Wort. »Es war der Wille der Götter.« »Vielleicht ist es so. Und die Götter wollten, dass wir zu dieser Fahrt aufbrechen. Aber sie scheinen nicht zu wollen, dass wir dieses fremde Land auch erreichen.« »Gut möglich,« räumte die Alte ungerührt ein. »Aber das wissen wir noch nicht. Spart euch euer Wegeschrei für den Moment unseres Untergangs auf, ihr Jammerlappen.« Der Schiffsbauer kniff einen Moment die Augen zu. Die fassrunde Brust hob und senkte sich sichtbar. »Ansgar, mein Sohn, er ist ertrunken,« brachte er tonlos hervor. Niemand wusste etwas zu sagen. Alle senkten die Köpfe, um ihren Respekt für den Toten und die Trauer des Vaters zu bekunden. Als Berser sich gefasst hatte, fuhr er leise fort. »Wir haben keinen Tropfen Wasser mehr auf dem Wellenwolf. Wir sind am Ende. Und ich will, dass Olaf mir Rede und Antwort steht.« »Du hast mir etwas zu sagen, Schiffsbauer? Oder du, Köhler?« Alle fuhren herum. Olaf stand da wie aus dem Boden gestampft. Dunkle Schatten lagen unter seinen Augen, doch er wirkte gelassen, schien vollkommen Herr der Lage. »Ganz recht,« antwortete Haflatt. »Ich habe dir etwas zu sagen. Du hast uns in die Irre geführt. Wir alle werden unsere Dummheit mit dem Leben bezahlen.« Olaf blieb ungerührt. »Ich habe euch nichts versprochen, bis auf die Chance, eine neue Heimat zu finden. Alles andere liegt bei den Göttern.« »Und nun haben die Götter dich verlassen,« stellte Berser fest. Olaf runzelte ärgerlich die Stirn. »Nach meiner Erfahrung helfen die Götter dem, der sich selbst zu helfen weiß. Der Sturm hat zu früh nachgelassen. Darum müssen wir aus dieser Flaute rudern und einen neuen finden. Ich schlage vor, wir rasten noch zwei Stunden, dann besetzen wir die Ruder.« Der Schiffsbauer warf die Arme hoch, eine Geste, die gleichermaßen Zorn wie Verzweiflung ausdrückte. »Hast du nicht gehört, was ich sage? Meine Leute können nicht rudern. Sie verdursten!« Ohne ihn aus den Augen zu lassen, sagte Olaf. »Ja, Red?« Sein Sohn trat zu ihm. »Ja, Vater?« »Teile unsere Wasservorräte auf. Der Wellenwolf und alle anderen Schiffe, die kein Wasser mehr haben, bekommen meinen gleichen Anteil.« Die See war glatt wie ein Bronzespiegel. Und genau wie ein Spiegel warf sie das Licht der Sonne, die vom blauen Himmel brannte, gleißend zurück. Allein mit Hilfe der acht Riemenpaare bewegten sie das Schiff. Und Kandamir ließ die Ruderer alle zwei Stunden ablösen. Und als die Sonne tief im Westen stand, war das Meer noch genauso leer wie am Morgen. Der Himmel bewölkte sich, und die Hitze wurde feucht und drückend. Immer noch kein Windhauch. Schließlich begann ein lautloser, sachter Regen zu fallen. Sie folgten Olafs Beispiel, spannten die größte Zeltplane, die sie hatten, um das Wasser aufzufangen und in einem Fass zu sammeln. Viel war jedoch nicht zusammengekommen, als der Regen nachließ und schließlich ganz aufhörte. Osmund lehnte sich an den Mast und betrachtete seinen Freund mit zur Seite geneigt im Kopf. »Weißt du, manchmal habe ich den Verdacht, du hörst zu viel auf das Geschwätz deines Sachsen. Immerzu grübelst du. Das sieht dir nicht ähnlich, und es ist schlecht für die Gesundheit.« »Ja, du musst es wissen«, gab Kanda mir Bissig zurück. »Wer verstünde mehr vom Grübeln als du?« Mit einem nachsichtigen Lächeln klopfte Osmund ihm die Schulter, als die alte Brigitte erschien und sagte, »Kommt mit hinüber auf den Drachen. Bringt den Schmied mit. Olaf will sich mit euch beraten, aber ohne Siewat und Berse.« Olaf bat sie unter Deck. »Es ist eng und dunkel, und es riecht fürchterlich«, warnte er sie vor. »Aber dort hört nicht jeder, was wir besprechen.« Er postierte Jahret an der vorderen, den stummen Tourenländer an der hinteren Luke, um zu verhindern, dass irgendwer ihnen nachschlich. »Ich sage euch offen, wie die Dinge stehen«, begann Olaf gedämpft, als sie in der breiten Mitte des Laderaums stehen geblieben waren. »Die Gewässer, in denen wir uns im Augenblick befinden, sind auch mir unbekannt. Ich weiß nicht, wo wir sind.« Harald, der Schmied, verschränkte seine keulengleichen Arme. Seine Miene war sehr ernst, aber nicht feindselig. Osmund lehnte mit der Schulter an der Bordwand. Sein Gesicht gab absolut nichts preis. »Es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter zu rudern, bis wir wieder Wind bekommen«, meinte Kandamir. »Der Sturm hat nicht lange genug angedauert, wie du gesagt hast. Aber wir sind auf dem richtigen Kurs, also müssen wir früher oder später zu deiner Insel kommen.« Olaf deutete ein Kopfschütteln an. »Die Wahrheit ist, ich weiß nicht, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind.« »Möglicherweise ja. Ebenso gut kann es sein, dass der Sturm uns zu weit nach Süden abgetrieben hat und die Insel jetzt nordöstlich von uns liegt.« Olafs Stimme klang ruhig, keine Spur von Verzweiflung lag darin. »Also sind wir verloren?«, fragte Kandamir. Er war dankbar, dass es ihm gelang, so nüchtern zu klingen. Olaf sagte weder ja noch nein. »Nun, es gibt vielleicht einen Weg, unsere Insel noch zu finden, wenn wir nicht allzu weit von ihr entfernt sind.« Er brach ab, machte aus seinen Zweifeln keinen Hehl mehr. Höchst ungewöhnlich für Olaf, der sonst immer so darauf bedacht ist, seine Stellung zu wahren, dachte Kandamir unbehaglich. »Willst du nicht weitersprechen, Onkel?«, fragte Osmund höflich. »Was für eine Möglichkeit ist das?« »Die Raben«, antwortete Olaf. Brigitta schwarnte nichts Gutes. »Raben?« Olaf nickte. »Dir muss ich nicht erklären, welch kluge Vögel es sind, nicht wahr? Sie können Land finden. Wir müssen deine Raben aussenden, Brigitta. Ein nach Südwesten, falls wir noch auf dem richtigen Kurs sind, was ich glaube. Ein nach Nordwesten, falls wir die Insel östlich passiert haben. Ein nach Nordosten, falls wir im Westen an ihr vorbeigetrieben sind. Die Raben, die kein Land finden, werden zurückkommen. Dem, der nicht zurückkehrt, müssen wir folgen.« »Und was ist, wenn keiner zurückkommt?« fragte die alte Frau. Ihre Stimme klang ungewohnt schrill. Olaf breitete kurz die Hände aus. »Damit sollten wir uns erst befassen, wenn es geschieht.« »Was wohl hieß, dass er dann endgültig am Ende seiner Weisheit wäre,« mutmaßte Kandamir. »Brigitta antwortete nicht gleich.« »Sie sind weise. Sie sind Odins Vögel. Sie...« Sie brach unvermittelt ab. »Sie sind dir heilig, ich weiß,« fuhr Harald für sie fort. »Aber wir brauchen sie. Es sei denn, du denkst, dass ein Orakel uns weiterhelfen kann.« Sie kam wieder näher und schüttelte ohne zu zögern den Kopf. »Ein Orakel würde nichts nützen. Wir wüssten ja nicht einmal, welche Fragen wir stellen sollten.« Bei Morgengrauen standen Kandamir, Osmond und Sieglind an der Reling und wurden Zeugen, wie Brigitta und Olaf die drei Vögel auf den Weg schickten. Unter empörtem Gekrechts flog ein jeder davon und bald waren die schwarzen, geflügelten Gestalten mit der bleigrauen Dämmerung verschmolzen. Beklommen schauten sie ihnen nach. Kurz darauf erwachten die Reisenden an Bord der neuen Schiffe. Aber nicht alle erhoben sich und begannen das Ritual des neuen Tages. Viele waren so matt vor Durst, dass sie einfach auf ihren Decken liegen blieben und der aufgehenden Sonne entgegenblinzelten. Osmond und Kandamir gingen von Gruppe zu Gruppe und erklärten, dass sie heute hier rasten würden. Binnen einer Stunde während der heißesten, drückendsten Zeit des Tages kehrten zwei der Raben zurück. Einzig Brigitta war beglückt, sie zu sehen. Alle anderen verfolgten ihre Ankunft teils mit Bangen, teils mit finsteren Blicken. Und als bei Einbruch der Dämmerung auch der Dritte zurückkam, Skult, der nach der Norne der Zukunft benannt war und den Olaf zuversichtlich nach Südwesten geschickt hatte, erhob sich ein bedrohliches Raunen auf den Schiffen, die rund um den Seedrachen festgemacht hatten. Und angeführt von Berser und Siewart zogen die Männer und eine Handvoll Frauen zu Olaf, um ihren Unmut und ihrer Angst Luft zu machen. »Gib wenigstens zu, dass du am Ende bist!« verlangte der gnomenhafte Schiffsbauer. Olaf stand am Helm, obgleich das Schiff derzeit keines Steuermanns bedurfte. »Da ich hier stehe und atme, bin ich noch nicht am Ende, Berser!« entgegnete er. »Wie furchtlos er ist,« dachte Kandamir. Er hatte Olaf nie sonderlich gemocht, hatte nie das Gefühl abschütteln können, dass ich unter den feinen Kleidern und der gelassenen Überheblichkeit irgendetwas Finsteres verbarg, ganz gleich, was Osmund sagte. Aber jetzt kam er nicht umhin, die Unerschrockenheit dieses Mannes zu bewundern. Denn es war nicht zu übersehen, dass die aufgebrachten, verzweifelten Männer gefährlich war. Vielleicht dreißig Männer hatten sich von den anderen Schiffen hier eingefunden, eine Schar verhärmter, geschwächter Menschen, und dennoch wirkten sie bedrohlich. Siva trat noch einen Schritt näher auf Olaf zu. »Meine Frau ist bereits so gut wie tot. Und wie lange sollen wir anderen noch durchhalten? Ohne Wasser und verloren auf dem Meer? Wir alle werden sterben. Und weil wir das allein dir zu verdanken haben, gebührt dir die Ehre, der Erste zu sein.« Er legte die Rechte an das Heft seines Schwertes. Kandamir betrachtete die Szene fassungslos. Dies waren Menschen, die er sein ganzes Leben lang kannte. Und immer hatten sie eine Gemeinschaft gebildet. Sie hatten sich gestritten, oft genug auch geprügelt, aber wenn es darauf ankam, hatten sie immer zusammengestanden. »Besser, ihr tretet beiseite!« riet der Schiffsbauer Osmund und Kandamir. Und es klang wie die Stimme der Vernunft. »Dieser Schurke ist es nicht wert, dass ihr ihn schützt!« Bärse verengte die Augen und hob das Schwert mit beiden Händen. »Oh, bei Freyas großen Mutterbrüsten!« rief Brigitta plötzlich. Ihre Stimme war so durchdringend, dass alle zu ihr herumfuhren. Sie hatte den linken Arm ausgestreckt und wies nach Nordosten. Der Rabeskult hockte reglos auf ihrer Schulter und starrte in dieselbe Richtung. »Da seht doch!« stieß die alte Frau hervor. »Es ist noch nicht vorbei!« Alle Blicke wandten sich in die Richtung, die sie ihnen wies. »Ah!« Olaf lachte leise. »Da ist er ja wieder, mein Sturm!« Selbst die Unerfahrensten unter ihnen sahen auf einen Blick, dass das Unwetter, welches da herangerast kam, etwas bislang Unbekanntes war. Etwas, das den achttägigen Sturm wie eine sanfte Brise aussehen lassen würde. »Los, los! Bewegt euch! Jeder auf sein Schiff! Kappt die Taue! Wir müssen die Schiffe auseinanderbringen! Sonst zerschmettern wir uns gegenseitig!« Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 3. Leichtfüßig sprang Osmund auf den Falken hinüber. »Frauen und Kinder unter Deck! Sieglind, Asta, gebt den anderen ein Beispiel und macht den Anfang!« Nur Olaf rührte sich nicht. Unbewegt sah er den Wolkentürmen entgegen und als Jahre das Steuer nahm, sagte er leise, »Jetzt sind wir wahrhaftig in der Hand der Götter!« Obwohl eben noch Nachmittag gewesen war, wurde es innerhalb von kürzester Zeit schwarze Nacht. Und dieses Mal waren der Sturm, die Blitze und die Brecher so grauenhaft, dass selbst die Standhaftesten sich auf die Planken kauerten, die Köpfe senkten und sich irgendwo festklammerten. Kandamir wusste nicht, wie viele Stunden auf diese Weise vergangen waren, als wieder einer dieser Brecher über sie hinwegrollte, das Schiff sich im nächsten Moment einmal um die eigene Achse drehte und dann so weit nach Backbord neigte, dass die Bordwand untertauchte. Zwei Mann verloren den Halt und gingen schreiend über Bord. Ihre Sicherungsleinen rissen wie Spinnenfäden. Endlos lang, so kam es Kandamir vor, blieb das Schiff auf der Seite liegen, so als könne es sich einfach nicht entscheiden, ob es kentern sollte oder nicht. Dann richtete es sich langsam und schaudernd wieder auf. »Kandamir!« brüllte Osmund. »Was?« »Wir werden absaufen!« Kandamir antwortete nicht. Osmund hatte wahrscheinlich recht, aber ihm fiel nichts ein, das sie hätten tun können. Wieder machte das Schiff eine dieser übelkeiterregenden Pirouetten und dann war es plötzlich, als schreie es auf. Ein Kreischen füllte Kandamirs Ohren, dann das unverwechselbare Geräusch von berstendem Holz. »Das… das… das war ein Riff!« flüsterte er vor sich hin. Er setzte sich in Bewegung und kroch in die Richtung, aus der eben Osmunds Stimme gekommen war. Als er seinem Freund so nahe war, dass er ihn ertastete, konnten sie sich schemenhaft erkennen. »Wir sind leck geschlagen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit uns bleibt, aber wir müssen alle von Bord schaffen, Osmund! Sofort!« Bereitwillig kämpfte Osmund sich mit ihm zur Luke hinüber, fragte aber, »Wozu die Mühe? Warum nicht hier auf den Tod warten?« »Das war ein Riff! Und wo ein Riff ist, ist Land meist nicht weit! Mit etwas Glück!« Osmund betete, dass das Glück seinen Freund nicht ausgerechnet jetzt verlassen möge. Er ließ sich in den Laderaum hinabgleiten, dicht gefolgt von Kandamir. Wasser strömte durch das Leck in der Backbordwand herein. Eine Panik war ausgebrochen. Menschen schrien verzweifelt, drängten zu den Luken, purzelten beim wilden Schlingern des Schiffs durcheinander und gingen im rasch ansteigenden Wasser unter. »Nehmt ein Fass, eine Planke, was ihr finden könnt, und bindet es an euch fest! Dann springt!« befahl Kandamir. Alle angstvollen Fragen und Einwände ignorierte er. »Los, beeilt euch! Wer hier unten bleibt, ertrinkt!« Sicklind hatte Rorik, der wie am Spieß brüllte, mit einem Seil an ein Bündel Holzstangen gebunden, die sie nun Osmund in die Hände drückte. »Hier, knurrte das lose Ende um dein Handgelenk. Viel Glück!« Die meisten waren draußen. Kandamir versetzte Osmund einen Stoß. »Nichts wie raus hier! Verschwinde! Rette deinen Sohn!« Osmund verschwand durch die Luke und Kandamir half den Nachzügler nach oben. Er kletterte eben die Leiter hoch, als ein Brecher ihn wie ein Keulenschlag in den Rücken traf und über Bord spülte. Kopfüber landete er im tosenden, schwarzen Wasser. Und weil er ein erfahrener Schwimmer war, konzentrierte er sich auf nichts als allein darauf, nicht zu vergessen, wo oben und wo unten war. Er blieb so lange wie möglich unter Wasser in der Hoffnung, dass die Strömung ihn von dem felsigen Riff und dem Schiffswrack vortreiben würde. Dann begann er mit langen, gleichmäßigen Zügen zur Oberfläche zu schwimmen. Osmund wusste nicht, wie lange er mit dem Sturm um sein und das Leben seines Sohnes gekämpft hatte. Er wusste nicht, ob Rorik noch lebte. Unmöglich, bei diesem Getöse zu hören, ob der Kleine noch schrie oder hustete. Das dürftige Floß, an welches Sieglind ihn so geistesgegenwärtig gebunden hatte, machte das Schwimmen beschwerlich und hemmte Osmunds Züge. Dennoch schwamm er unbeirrt weiter, selbst wenn er nicht wusste, wohin. Auch er vertraute sich instinktiv der Strömung an und schließlich geschah das Unfassbare. Er spürte einen weichen, aber festen Halt unter den Füßen. Sand! Er krallte die Zehen hinein, als könne er die mächtigen Wellen so daran hindern, ihn wieder fortzureißen. Land, dachte er jubilierend, ich bin an Land! Er packte das Floß und rannte, rannte gegen das Wasser an, bis es nur noch um seine Knöchel aufspritzte und weiter aus der Brandung. Schließlich spürte er, dass der Sand unter seinen Füßen sich veränderte. Er war immer noch nass, aber körniger, nicht glatt gestrichen von der Brandung, sondern pockennarbig vom Regen. Dann trat er auf etwas, das ein feuchtes Grasbüschel sein musste. Keuchend fiel Osmund auf die Knie und ertastete seinen Sohn. Rorik, Rorik, lebst du noch? Er hob das Kind mitsamt seinem Floß hoch und berührte den kleinen Körper mit den Lippen. Eine winzige Hand packte ihn an der Nase und ein äußerst lebendiges Gebrüll erhob sich. Osmund lachte selig. Ich glaube, wir sind am Ziel, vertraute er Rorik an. Der Sturm tobte die ganze Nacht hindurch mit unverminderter Kraft und einer der vielen gleißenden Blitze traf einen nahen Baum. Im Feuerschein des Baumes erkundete Osmund die unmittelbare Umgebung. Viel war nicht zu erkennen. Eine Wand aus Bäumen, davor ein weißer Strand, dann das gierige, tosende Meer. Osmund wandte ihm den Rücken zu. In unmittelbarer Nähe des brennenden Baumes sah er totes Holz am Boden liegen. Er trug es zwei Schritte von dem inzwischen schlafenden Rorik entfernt zusammen, schichtete es auf und holte dann einen brennenden, herabgestürzten Ast. Ohne große Mühe bekam er sein Feuer in Gang, stellte sich daneben und schwang unermüdlich den brennenden Ast. Es war fast ein bisschen unheimlich, die geisterhaften Gestalten aus der windgepeitschten Finsternis auftauchen zu sehen. Asta kam als erst zusammen mit Harkon und dem Sachsen, der jeder eins von Astas Kindern im Arm hielten, und ihnen folgte zu Osmunds unbändiger Freude sein treuer Hund. Wenig später erschien Inga mit ihrem Vater. Sieglind und Kandamir hatten sich schon in der Brandung wieder getroffen und kamen zusammen. Kurz vor Tagesanbruch schwächte der Sturm sich ab und als die Sonne aufging, legte er sich ganz. Der Wellenwolf und der Seeadler lagen schief wie trunken auf dem Strand und als es aufhörte zu regnen und zu stürmen, kamen die Leute nach und nach von Bord. Schweigend und staunend standen die Schiffbrüchigen um das ersterbende Feuer und schauten, wohin es sie verschlagen hatte. Sie befanden sich in einer langgezogenen, sichelförmigen Bucht, die an beiden Seiten von schroffen, aber wunderbar geformten Felsen begrenzt war, welche von zahllosen Höhlen durch Löcher zu sein schienen. Der Strand war an die hundert Schritte tief und dahinter begann ein Wald, in dem sich ein wahres Heer von Vogelstimmen erhoben hatte. Die salzige, würzige Seeluft vermischte sich mit dem satten, erdigen Duft des Waldes. Möwen hatten sich einen Steinwurf abseits am Strand versammelt und beäugten die Ankömmlinge voller Argwohn. Inga sank erschöpft auf die Knie, strich mit beiden Händen über den feuchten, hellen Sand und murmelte. Wie wunderschön es hier ist! Sie hat recht, erkannte Kandamir. Nochmals blickte er sich um und kam zu dem Schluss, dass dies wohl der schönste Flecken Erde war, den er in seinem Leben je gesehen hatte. Mit einem Lächeln wandte Kandamir sich an seinen Freund und schloss ihn kurz in die Arme. Nun, wo immer wir auch gelandet sein mögen, die Götter haben dich gesegnet, Osmund, sagte er. Du warst der erste von uns allen, der dieses neue Land betreten hat. Osmund wirkte ein wenig verlegen, aber er nickte zufrieden. Es ist wahr, dachte er voller Staunen, ich war der erste. Und nicht nur das. Als er es bei Tageslicht betrachtete, hatte er festgestellt, dass das Bündel Holzstangen, welches Rorik als Floß gedient hatte, in Wahrheit der Hochsitz seiner Väter war. Das war gewiss ein gutes Omen. Sein Geschlecht würde fortbestehen in dieser neuen Heimat. Doch er sagte nichts davon, sondern fragte lediglich, was ist mit dem Falken? Kandamir senkte kurz den Blick und schüttelte den Kopf. Das war es. Das Schiff, das Vieh, sein Schwert, nicht zuletzt der Hochsitz seiner Vorfahren. Vieles, das er und die anderen Menschen, die an Bord des Falken gewesen waren, schmerzlich vermissen würden. Aber sie waren in einem neuen Land. Ihr altes Leben existierte nicht mehr. Vieles von dem, was mit dem Falken untergegangen war, kam ihm jetzt wie überflüssiger Ballast aus diesem alten Leben vor. Der Verlust war gleichzeitig eine Befreiung, erkannte er, die Chance auf einen wirklichen Neuanfang. Mit der Hilfe ihres Sohnes kam Brigitte an Land, einen Raben auf jeder Schulter, den dritten auf dem linken Unterarm. Als die junge Inga auch ihr einen Becher Wasser brachte, scheuchte die Alte ihre Vögel mit einem beinahe zärtlichen Wink fort, um ungehindert trinken zu können. Die drei schwarzen gefiederten Gesellen flatterten unter misstönendem Gekrechts auf, flogen ohne jede Grazie einen engen Kreis, ließen sich dann im Sand nieder und sträubten die Federn. Mit einem Mal erwachte der Wald zu leben. Ein Rauschen zahlloser Schwingen hob an und ein Vogelschwarm stieg auf, so riesig, dass es den Menschen am Strand vorkam, als verdunkele sich der Himmel. Für ein paar Herzschläge fanden sie sich in einer Woge aus Bewegung und Flügelschlägen eingehüllt. Ein paar Kinder schrien angstvoll auf, warfen sich zu Boden und legten Schützen die Arme um die Köpfe. Dann landeten die Vögel, als folgten sie einem äußeren Befehl, dicht an dicht, sodass sie beinahe eine geschlossene Fläche bildeten. Der Sand war hell, doch diese Vögel ließen ihn geradezu schmutzig gelb erscheinen, denn ihr Gefieder war so weiß wie Schnee. Die Elasunder starrten sie reglos an, wie gebannt. Tanuris Vögel, murmelte Asta und ihre Stimme klang seltsam tief und fremd. Winterraben, rief der alte Eilhard beinahe im selben Moment. Winterraben, oh Vater der Götter! Hier und da wurde der Ruf aufgenommen. Winterraben. Als habe jemand einen Stein in ein stilles Gewässer geworfen, ebbte das Raunen von innen nach außen, wurde in kleinen Wellen weitergetragen. Einige weniger beherzte, Männer wie Frauen, warfen sich zu Boden und bedeckten die Augen. Sie alle, die sie in dieser Bucht gelandet waren, hatten furchtbare Wochen und Monate hinter sich, geprägt vom ewigen Hunger und dem Kampf gegen die übermächtige See. Sie waren ausgelaugt und am Ende ihrer Kräfte, nicht bereit für ein so gewaltiges Omen. Manche weinten vor Angst. Fürchtet euch nicht, sagte die alte Brigitta ruhig. Auch ihre Stimme war kaum zu erkennen. Sie klang weicher, kräftiger, vor allem jünger als gewöhnlich. Sie legte Inga, die weinend neben mir kniete, die Hand auf den gesenkten Kopf. Fürchtet euch nicht. Brigitta, was hat das zu bedeuten? fragte Harald. Selbst er schien beunruhigt und verwirrt. Es bedeutet, wir sind nicht in Olafs Land gelandet, sondern in Odins. Das Raunen verstummte ebenso abrupt wie das leise Schluchzen hier und da. Das, das ist unmöglich, brachte Olaf schließlich hervor. Sie warf ihm einen geradezu ehrfurchtgebietenden Blick zu. Du beleidigst die Götter, Olaf. Aber, aber das Land, von dem du sprichst, ist entrückt. Kein sterblicher Mensch kann es betreten. Und dennoch sind wir hier. Ein Leuchten lag in Brigittas Augen, das niemand je zuvor gesehen hatte. Es verlieh ihrem zerfeuchten Gesicht einen Glanz, etwas Altersloses, das beinahe schön war. Langsam streckte sie dem Schwarm weißer Raben die linke entgegen, den Arm lang ausgestreckt. Ihre Hand bebte nicht einmal. Einer der großen Vögel flatterte auf, ebenso ungeschickt wie seine schwarzen Brüder, ließ sich auf ihrem Handgelenk nieder und streckte die Brust ihrem liebkosenden, gekrümmten Finger entgegen. Brigitta breitete die Arme aus und legte für einen Moment den Kopf in den Nacken. Es sah aus, als strecke sie Arme und Gesicht dem Himmel entgegen, doch als ein zweiter weißer Vogel auf ihrem rechten Handgelenk landete, wandte sie das Gesicht wieder den Menschen am Strand zu. Fürchtet euch nicht, wiederholte sie. Dazu besteht kein Grund. Entrückt mag diese Insel einmal gewesen sein, aber aus Gründen, die zu begreifen, haben wir niemals hoffen können, hat Odin uns dennoch hierher geführt. Wohin geführt? fragte Kandamir. Er starrte sie unverwandt an und es kam ihm beinahe so vor, als sehe er sie heute zum ersten Mal. Sie war immer noch eine alte Frau mit eisgrauem Haar und einem Gesicht, das zerfurcht war wie verwitterter Granit. Aber plötzlich erkannte er, was mancher Elasunder schon immer behauptet hatte. Brigitta war den Göttern näher als irgendein anderer von ihnen. Auf Tanuris Insel antwortete sie. Wir sind in Katan. Nach 25 Tagen voller Gefahren und Entbehrungen landeten wir am 15. April an der Nordwestküste eines offenbar fruchtbaren Landes, welches die Heiden Katan nennen. Nie zuvor habe ich sie von solcher Ehrfurcht ergriffen gesehen, wie in dem Augenblick, da die Hexe ihnen verkündete, sie seien auf der Insel ihres Göttervaters gelandet. Viele warfen sich zu Boden, um ihm auf Knien zu danken, was bei diesen stolzen, halsstarken Menschen nicht üblich ist. Manche küssten gar die sandige Erde. Wahrlich, so muss es gewesen sein, als die Kinder Israels ins gelobte Land kamen. Allmählich überwinden die Menschen die Schrecken der Reise und das ehrfürchtige Staunen, in welches dieser Ort sie versetzt hat, wenngleich sie nichts tun, ohne zuvor den Rat der Hexe einzuholen. Am gestrigen Morgen lief der Meerespfeil in die Bucht ein, eins jener beiden Schiffe, die als verloren galten. Er ist schwer beschädigt, aber bis auf ein halbes Dutzend haben alle an Bord überlebt. Auch in dieser nicht mehr erwarteten Rettung sehen die Leute ein Zeichen des Wohlwollens ihrer Götter. Doch von dem zweiten verschollenen Schiff fehlt weiterhin jede Spur. Mit der Schicksalsergebenheit, die diesen Menschen zu eigen ist, haben sie es aufgegeben. Der Verlust vertrauter Freunde bekümmert sie, scheint ihrer Freude indes keinen Abbruch zu tun. Sie sind wie trunken von diesem Land. Austin, was machst du da? Schuldbewusst ließ der Sachse die Feder los, sodass ein hässlicher Klecks Tinte auf das gelbe Pergament tropfte. Dann atmete er auf. Ach, du bist es, Herrin. Ich schreibe eine Chronik. Du tust was? fragte Sieglind verständnislos. Er wies auf die Bibel in seinem Schoß und sie kniete sich neben ihn, strich sich die Haare hinters Ohr und beugte sich neugierig über das Buch. Die letzten Pergamentsseiten waren leer. Austin hatte schon lange vorgehabt, dort aufzuschreiben, was er sie verbrannte, wenn er ihn damit erwischte. Doch der Aufbruch in die neue Heimat hatte den Sachsen bewogen, das Vorhaben endlich in die Tat umzusetzen. Und schon letzten Winter hatte er in aller Heimlichkeit ein wenig schlehend hinterher gestellt. Ist das das heilige Buch deines Gottes? fragte Sieglind neugierig. Er Alles, was darin steht, kommt von deinem Gott, wollte sie wissen. So ist es. Nun, jeder kann es lernen. Es ist kein Mysterium. Aber in der Regel verstehen sich nur Geistliche darauf. Du hast recht. Zögernd hob sie die Rechte. Darf ich dein Buch einmal berühren? Gewiss. Bereitwillig hielte ihr die Bibel hin, und sie legte behutsam die Hand darauf. Lange. Als das dicke Buch ihm schließlich zu schwer wurde, legte er es zwischen ihnen auf den trockenen Fels. Er hatte sich vor den Eingang der Höhle gesetzt, die Kandamir und sein Haushalt vorerst bezogen hatten, denn es war schon fast dunkel, und hier brannte immer ein Feuer, um die Fledermäuse und sonstiges Getier fernzuhalten. Es war ein guter Platz. Man konnte weit über Wald, Strand und Meer blicken. Von hier oben konnte man die Schönheit dieses Ortes in all ihrer Vielfalt würdigen. Und diese Runen erzählen die Geschichte von dem Zimmermann, der der Sohn deines Gottes war? fragte sie Clint weiter. Austin nickte. Auch. Ich merke, du weißt schon allerhand darüber, Herrin. Woher? Oh. Das selbstvergessene Lächeln verschwand und sie ließ die Hand sinken. Knut plündert gern britannische Klöster, weil es dort so viel Gold gibt. Die jüngeren kräftigeren Mönche brachte er immer als Sklaven mit heim. Manchmal schenkte er mir ein und sie haben mir davon erzählt. Aber die meisten starben an der Schwindsucht. Austin wandte das Gesicht ab und zog eine schmerzliche Grimasse. Und die Geschichten, die sie dir erzählten, haben dir gefallen? fragte er. Ja, sie haben mir Hoffnung gemacht. Hoffnung worauf? Sieglin dachte einen vielleicht auf etwas, das die Leere in meinem Inneren ausfüllen kann. Hoffnung auf ein besseres Leben vermutlich, entweder in dieser oder in der nächsten Welt. Das ist es doch, was er den seinen verheißt, dieser Zimmermanns Gott, nicht wahr? Er ist nicht grausam und selbstsüchtig wie unsere Götter. Austin verschränkte die Hände auf den angezogenen Knien und schaute einen Moment versonnen auf die aufgeschlagene Bibel hinab. Lange hatte er vergeblich auf einen unter diesen Wilden gewartet, den es nach spiritueller Erfüllung verlangte. Nun hatte Gott sein Flehen erhört, aber auf einmal war der Mönch unsicher, wie er dieser Suchenden den Weg weisen sollte. Er folgte seinem Instinkt, nicht dem Rat seines Abtes, als er sich entschloss, sich strikt an die Wahrheit zu halten. Doch auch der Gott der Christen ist grausam, oft unerbittlich. Aber es stimmt, er ist anders als die Götter, die dein Volk verehrt. Seine Macht ist unendlich viel größer. Und er hat einen Bund mit den Menschen geschlossen, um sie zu erretten. Die Menschen, die in diesem Bund mit Gott stehen, sind in einer Gemeinschaft vereint, die Kirche heißt. Diese Kirche ist Gottes Macht auf Erden, die sichere Heimstatt seiner Gläubigen. Und jeder kann Aufnahme in diese Gemeinschaft finden? Oh ja. Erzähl mir mehr darüber. So viel du willst, Herrin. Aber sag mir eins, wieso bist du hier und nicht dort unten am Strand, um mit deinem Volk dem Göttervater zu huldigen? Seit zwei Tagen sind wir nun hier, und sie haben kaum etwas anderes getan, als ihm zu opfern und ihn zu preisen. Solch religiösen Eifer legen sie sonst nicht einmal zum Juhlfest an den Tag. Glaubst du denn nicht wie alle anderen, dass Odin euch erwählt hat, seine entrückte Insel zu finden und zu besiedeln? Doch, antwortete sie ohne das geringste Zögern, nur er kann uns nach Katan geführt haben, denn nur er weiß, wo es liegt. Aber ganz gleich, was Odin tut, es dient immer nur seinen eigenen Absichten. So gnädig er uns im Augenblick sein mag, kann er sich morgen schon wieder von uns abwenden. Sie schwieg einen Moment, als müsse sie ihre Gedanken ordnen, ehe sie fortfuhr. Vielleicht wird das Leben hier leichter sein als in der alten Heimat, meiner wie ihrer, weil das Land besser ist. Aber wenn es wirklich ein besseres Leben sein soll, dann brauchen wir etwas Neues. Denn das größte Elend bereiten die Menschen sich immer selbst, scheint mir. Nicht Missernten oder Viehseuchen sind an ihrem Unglück schuld. Austin blickte sie verwundert an. Dann neigte er den Kopf zur Seite. Darf ich fragen, wie alt du bist, Herrin? Oh, ich glaube, das kommende Midsommerfest ist mein siebzehntes. Dann bist du weise für deine Jahre. Sie hob die Schultern. Ich habe viel erlebt für meine Jahre. Als Kander mir zu der Höhle zurückkam, die er und die seinen war er euphorischer Stimmung. Lange nachdem alle anderen schlafen gegangen waren, hatte er noch mit Osmond zusammen am Strand gesessen und sie hatten Pläne geschmiedet. Am nächsten Morgen sollten sie nach Süden aufbrechen, um das Landesinnere zu erkunden. Berser wollte derweil mit dem Wellenwolf, dem Schiff, welches am wenigsten beschädigt war, die Insel umrunden. Erst nach ihrer Rückkehr sollte die endgültige Entscheidung über den Standort ihres neuen Dorfes fallen. Darauf hatte die Versammlung sich geeinigt und Kandamir konnte den Morgen kaum erwarten. Als er allerdings die beiden Schatten erkannte, die am Feuer vor dem Eingang der Höhle kauerten, verfinsterte sich seine Miene. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst neues Holz sammeln gehen, nichts Nutz? Ein ziemlich unsanfter Tritt traf Austin in die Rippen. Kandamirs Stimme ließ auch Sieglind leicht zusammenfahren. Zufall oder nicht, als sie sich regte, fiel ihr weinroter Rock über das aufgeschlagene Buch am Boden und verdeckte es vollständig. Austin wies auf den Höhleneingang. Es liegt dort drinnen, Herr, im Trockenen. Hm, Kandamir brummte missfällig. Der Sachse merkte sehr wohl, dass Kandamir wütend auf ihn war, und auch wenn er den Grund nicht verstand, entfernte er sich wortlos von der Feuerstelle. Kandamir lehnte sich an die Felswand neben dem Höhleneingang. Es ist spät geworden, sagte er leise, und so finster, um hier gefahrlos herumzuklettern. Das Beste wird sein, du bleibst hier. Vielen Dank, erwiderte sie glint kühl, aber ich kann im Dunkeln ebenso gut sehen wie du, und ich werde meine Schlafstadt schon finden, ohne mir den Hals zu brechen. Sie hatte darauf bestanden, eine kleine Höhle für sich allein zu bekommen, die ein gutes Stück weiter oben am Hang lag. Kandamir nickte. Sie machte ihm zu schaffen, die Königin der kalten Inseln. In seiner Vorstellung gab es drei Sorten von Frauen. Es gab junge und verheiratete Mädchen wie Inga etwa. Manche waren im Umgang mit Männern scheu und hielten den Blick stets gesenkt. Andere waren mutiger und vielleicht gar ein bisschen keck. Aber wenn man nicht die Absicht hatte, sie zur Frau zu nehmen, war man gut beraten, auf Abstand zu ihnen zu bleiben. Dann gab es die Verheirateten und Witwen. Je nach Alter und Stellung begegnete man diesen Frauen mit Respekt oder tändelte ein wenig mit ihnen, wobei die Frage, wie weit man dabei gehen konnte, ganz von der Reaktion abhing. Und zu guter Letzt gab es die Sklavinnen. Mit denen waren die Dinge am einfachsten. Man konnte sie sich nehmen, wann immer man wollte, ohne dass sie irgendwelche Gegenforderungen stellen konnten. Sieglind hingegen gehörte zu keiner dieser Gruppen. Vermutlich war sie ungefähr so etwas wie eine Witwe nahm er an, doch im Gegensatz zu allen anderen Witwen hatte sie es anscheinend überhaupt nicht eilig einen neuen Mann zu finden. Das verstimmte Kandamir. Es widersprach seiner Vorstellung von Anstand und Ordnung. Doch sie umgab sich mit ihrer Fremdartigkeit und ihrem Hochmut wie mit einem Kettenpanzer. Vielleicht war es die Herausforderung, diesen Panzer zu durchbrechen, der ihn so reizte. Und Osmund ging es ebenso, das war nicht zu übersehen. Es war dieser letzte Punkt, der Kandamir wirklich beunruhigte. Plötzlich hob sie den Kopf ein wenig und schaute ihn an, so als spüre sie seinen Blick. Was hältst du davon, dass es uns ausgerechnet auf diese Insel verschlagen hat? fragte sie. Ich denke, es ist ein großer Glücksfall, antwortete er wahrheitsgemäß. Ganz gleich, was wir im Landesinnern vorfinden, man spürt schon hier an der Küste, dass es milder ist als in der alten Heimat. Die Erde ist fetter, es gibt reichlich Wasser. Dieses Land ist nicht der Feind der Menschen, man muss ihm nicht jeden halm mühsam abbringen. Das ist sicher so, gab sie ihm recht, aber befürchtest du nicht, dass Odin irgendeinen Preis ab. Vielleicht weil du zu uns gestoßen bist. Vermutlich sah er in dir Tanuris Ebenbild. Hastig, beinahe erschrocken, schlug sie die Augen nieder. Sein Lächeln wurde noch ein wenig breiter und erstreckte sich ausgiebig. Nun, morgen bei Sonnenaufgang brechen wir auf und es wird gewiss ein langer Tag. Da du offenbar beschlossen hast, auf dem albernen Buch meines Sachsen hocken zu bleiben wie die Henne auf dem Ei werde ich jetzt schlafen gehen. Gute Nacht. Es waren acht, die bei Tagesanbruch auszogen. Eine gute Zahl, die dem Anlass angemessen sei, meinte Brigitta, als sie sie im dichten Morgennebel am Waldrand verabschiedete. Olaf hatte bestimmt, dass Jared die Kundschafter begleiten sollte. Und auch Harald der Schmied war mit von der Partie, denn er wollte sehen, ob er irgendetwas entdeckte, das auf ein Erzvorkommen hindeutete. Er hoffte es ihn ständig. Viele lebensnotwendige Werkzeuge und Waffen, obendrein seine Hammer, sein Ambus und Material, waren mit dem Falken in der Tiefe versunken. Voller Neugier und Tatendurst brachen sie auf. In südöstlicher Richtung bahnten sie sich einen Weg durch die Bäume. Der dunkle Waldboden war von dem federnden Gras bedeckt, das sie schon kannten und das Unterholz war zumindest vorerst nicht sonderlich dicht, sodass sie gut vorankamen. Osmond und Jared gingen voraus. Ihnen folgten Inga und Sieglind, dann der Schmied und seine Frau und Kandamir bildete mit seinem Sachsen die Nachhut. Den ganzen Vormittag über stieg das Gelände an, änderte sich aber kaum. Sie befanden sich in einem alten Mischwald. Es wurde warm im Wald und die Kundschafter erfreuten sich in beinahe andächtigem Schweigen seiner Schönheit. Überall um sie herum raschelte und summte es. Dieser Wald war voller Leben. Kurz vor Mittag stießen sie auf einen Bach, der ungefähr in ihre Richtung führte und beschlossen ihm zu folgen, denn im knöchelhohen Wasser kamen sie viel schneller voran. Inga, Asi und Sieglind gingen in Ufernähe, blieben alle Talben stehen und beugten sich über eine Pflanze oder irgendein unscheinbares Gesträuch, das dort wuchs. Vielleicht eine Stunde vor Einbruch der Dämmerung verließen sie den Bachlauf, erklommen einen steilen Hügel und kamen auf dessen Kuppe zum ersten Mal seit ihrem Aufbruch auf eine größere Lichtung. In ihrer Mitte ragte eine Rasten schlug Kandamir vor. Während die Frauen und der Sachse sich daran machten, eine flache Feuergrube auszuheben und Jared und Harald totes Holz sammelten, traten Osmund und Kandamir näher an den alleinstehenden Baum und sahen daran hoch. Du oder ich fragte Kandamir. Osmund riss zwei Grashalme aus. Wer den kürzeren zieht? Es war ein mächtiger, altehrwürdiger Baum, der bis hoch oben in der Krone dicke Äste hatte. Schließlich wurden sie aber doch zu schmal, also bewegte Kandamir sich seitwärts, und als er den Kopf durch die Blätter steckte, befand er sich gewiss zehn Klafter über dem Boden und ein gutes Stück oberhalb der restlichen Wipfel. Bedächtig sah er sich um. Der Nachmittag war immer noch klar und wolkenlos, die fernsicht ungetrübt. Der Wald war riesig. Offenbar hatten sie den höchsten Punkt erreicht, von hier aus fiel der Boden in alle Richtungen ab, sodass die Entfernungen nicht gleich zu schätzen waren, aber Kandamir nahm an, dass der Waldrand im Osten an die zwanzig Meilen entfernt lag. Jenseits davon erstreckte sich ein flaches Grasland zum Fuß eines grauen Gebirgszuges hin. Ein mächtiger Strom, der ein Stück weiter südlich aus diesen Bergen zu kommen schien, durchschnitt mit seinem breiten Bett das Grasland, ehe er in den Wald eintauchte. Kandamirs Herzschlag beschleunigte sich. Das ist unser Fluss, dachte er. Wenn wir uns an seinem Ufer niederlassen, wird es uns gewiss nie an Wasser mangeln. Mit leuchtenden Augen schaute er auf das breite, blaugraue Band und erspähte dann zu seiner unbändigen Freude dort in der Flussebene eine Tierherde, die er an der geschmeidigen unverwechselbaren Art ihrer Bewegungen erkannte. Es waren Pferde. Er wandte den Blick weiter nach Südwesten. Auch in diese Richtung erstreckte sich der Wald bis tief ins Innere der Insel. Und dort, wo er aufhörte, schien auch alles Leben zu enden. Kandamir blinzelte. Er hatte scharfe Augen, aber die eigentümliche schwarzbraune Fläche, die er dort erahnte, war zu weit fort, um sie wirklich zu erkennen. Angestrengt starrte er hinüber und dann sah er etwas, worüber er erschrak. Die anderen erwarteten ihn gespannt. Und, fragte Inga atemlos, was hast du gesehen? Gibt es hier irgendwo Berge? wollte der Schmied wissen. Anzeichen von Siedlungen fiel Jaret ihm ins Wort. Kandamir hob die Rechte. Er ließ sie stehen, trat ans Feuer und setzte sich auf seine Decke. Lasst uns essen, solange wir noch etwas sehen können, schlug der Sachse vor, der aus Erfahrung wusste, dass Kandamir mitteilsamer wurde, wenn man ihn fütterte. Die anderen versammelten sich ebenfalls um das kleine Feuer. Ja, es gibt Berge, Harald, begann Kandamir schließlich seinen Bericht. Er wies nach Osten. Eine ganze Kette, so scheint es, aber ziemlich weit seinen übrigen Beobachtungen. Ich habe keinerlei Anzeichen menschlicher Siedlungen entdecken können, aber diese Insel ist sehr groß. Außer der Küste im Nordwesten habe ich kein Meer sehen können. Am Südrand des Waldes liegt ein Land, das zumindest auf die Entfernung seltsam leer zu sein scheint. Kein Baum, nichts Grünes. Nur der Berg, von dem das Lied erzählt. Ein feuriger Berg, entfuhr es Jared. Bist du sicher? Kander mir runzelte unwillig die Stirn. Nein, das habe ich mir nur so ausgedacht. Ein Moment herrschte unbehagliches Schweigen. Nun, es ist im Grunde keine Überraschung, sagte der Schmied schließlich bedächtig. Wir haben alles andere so vorgefunden, wie das Lied es berichtet, jedenfalls beinahe. Die weißen Raben, die fruchtbare Erde, also war damit zu rechnen, dass auch der Berg hier sein würde, den Odin mit dem Speer aufgerissen hat, nicht wahr? Wir sollten auf jeden Fall zu diesen Bergen ziehen, erklärte Sieglind. Sie schien nichts dabei zu finden, sich ungebeten in eine Beratung von Männern einzumischen, was sich sonst höchstens Gefatterinnen wie Brigitta erlaubten, die so alt waren, dass jeder ihnen Respekt erweisen musste, ob es ihm nun gefiel oder nicht. Sieglind nickte dem Schmied zu. Ich nehme an, du sprichst nicht davon, weil du vorerst niemanden in vielleicht unnötige Unruhe versetzen willst, aber es ist doch richtig, dass wir mit unserer Siedlung nicht weit kommen werden, wenn wir kein Eisen finden, nicht wahr? Der Schmied machte große Augen. Woher weißt du das? Sieglind machte eine unbestimmte Geste. Eisen war ein wichtiger Schlüssel zu Wohlstand und Macht, wusste sie. Ich habe die Ladung des Falken gesehen, antwortete sie. Ist es etwa nicht so, dass all deine Vorräte und Werkzeuge mit dem Schiff unter gegangen sind? Harald hob kurz die ausladenden Schultern und nickte dann. Du hast völlig recht. Und endlich gestand er ihnen seine Sorgen. Am nächsten Morgen beschlossen sie Kandamirs Vorschlag zu folgen und sich möglichst gerade nach Süden zu halten, um an das Ufer des Flusses zu gelangen. Galt ihre Suche doch in erster Linie einem geeigneten Siedlungsort. Ihr magerer Proviant ging zur Neige, doch Hunger brauchten sie vorläufig nicht zu fürchten, denn sowohl Kandamir als auch Osmund und der junge Jared waren geschickt im Speerfischen und in Sattessen konnten. Am Nachmittag des dritten Tages endlich stießen sie auf den Fluss, den Kandamir von seinem Baum aus gesehen hatte. Weil sie ein bisschen zu weit nach Westen geraten waren, folgten sie seinem Verlauf Strom aufwärts, bis er eine sachte Biegung machte und der Wald sich schließlich lichtete. Kleine Gruppen junger Kiefern und Birken bildeten den Abschluss und dünnten immer weiter aus. Den Wald im Rücken und den Fluss zu ihrer Rechten hielten sie schließlich an und blickten über das Hügelland. Weit im Osten erahnten sie am Horizont einen Schleier bläulichen Nebels. Sind das die Berge? fragte Inga. Ich nehme es an, antwortete der Schmied. Wie weit ist es bis dorthin? Was denkst du Osmund? Osmund hob vage die Hand. Drei Tage? Vielleicht vier? Er schaute auf den Fluss, der vielleicht eine halbe Meile stromabwärts von einer bewaldeten Insel zerteilt wurde, die wie ein Schiff geformt war. Dann sah er über die weite Ebene und sachten Hügel, die sich zwischen dem Waldrand und dem Fuß der Berge erstreckte. Ein Grasland hatte er sich anders vorgestellt. Der Boden bestand offenbar aus einem hellen Kalkgestein, das allen Talben durch die dünne Erdschicht schimmerte. Dunkles, langhalmiges Gras wuchs darauf, in unregelmäßigen Büscheln. Osmund beugte sich vor und befühlte einen Halm zwischen den Fingern. Kandamir war selbst enttäuscht. Aus der Ferne sah es besser aus, erklärte er seufzend. Hier wird bestimmt kein Korn wachsen. Osmund schüttelte den Kopf. als Ackerflächen zu roden. Komm schon, Kandamir, mach kein solches Gesicht. Im Grunde haben wir doch damit gerechnet, dass wir unsere Felder dem Wald abbringen müssen. Wenn wir hier siedeln, haben wir zumindest Weideland für das Vieh, warf Jared ein. Wir könnten von hier aus anfangen zu roden und mit dem Holz gleich am Fluss unsere Häuser bauen. Am anderen Ufer sieht das umzuschauen. Ich denke, ich schwimme hinüber und sehe es mir an. Ich komme mit. Osmund und Kandamir sahen sich an, lachten und liefen ins Wasser. Die anderen erkundeten derweil das Ufer und den Waldrand. Im Schilf nisteten viele Vögel und Inga und Sieglind sammelten ein paar Eier. Sieglind nahm ein Ei, durch stach behutsam mit der Spitze des kleinen Fingers die dünne Schale und schlürfte es genüsslich aus. Mh, wunderbar. Du musst eins probieren, Inga. Einladend streckte sie dem jungen Mädchen ein kleines grün gesprengeltes Ei irgendeines Wasservogels entgegen, aber Inga schaute gar nicht hin. Ihr Blick war auf den Fluss gerichtet, die Augen verengt, so als suche sie etwas am anderen Ufer. Dann atmete sie erleichtert auf. Ich sehe sie, alle beide, sie zeigte mit dem Finger. Sieglind schaute ebenfalls hinüber und entdeckte zwei Gestalten, die sich anscheinend über irgendetwas beugten, das sie im Gras entdeckt hatten. Und? Welchen von beiden willst du? fragte sie Inga neugierig. Das Mädchen errötete ein wenig, gab jedoch bereitwillig Auskunft. Osmund. Sie schaute immer noch zu ihm hinüber und ihre hübschen blauen Augen leuchteten. Doch dann wandte sie den Blick seufzend ab. Ich fürchte nur, daraus wird nichts. Wieso glaubst du das? Seine Frau ist schon seit einem halben Jahr tot. Zeit genug, meinen Vater zu fragen, wenn er mich wollte. Aber er sieht mich noch nicht einmal. Was man Jahre nicht nachsagen kann, bemerkte die ältere trocken. Inga nickte, nahm endlich das Tja, so ist das eben. Jared will mich, ich will Osmund und Osmund will dich. Ich bin sicher, die Götter lachen Tränen. Sieglind nahm Ingas freie Hand und drückte sie kurz. Von mir hast du nichts zu befürchten. Ich habe kein Interesse an deinem Osmund. Inga sah sie an, als wolle sie ergründen, ob Sieglind die Wahrheit sagte und lächelte dann erleichtert. Also kann er mir? Doch die Königin der kalten Inseln schüttelte nachdrücklich den Kopf. Ich will keinen Mann mehr. Melde, fragte Jared in Sachsen verständnislos. Was soll das sein, Melde? Sie waren in den Schutz der Bäume zurückgekehrt, denn es sah nach Regen aus. Melde ist ungefähr so etwas wie Kohl, antwortete der Sachse. Aber das traf es nicht ganz. Er überlegte einen Moment, wie er es erklären konnte. Wenn die Erbsen- und Bohnenernte schlecht ist, essen die Leute manchmal gekochte Brennnesseln. Damit lässt Melde sich noch am ehesten vergleichen, nur schmeckt sie besser. Austin, der am Boden gehockt und die Blätter befüllt hatte, richtete sich wieder auf. Falls dies wirklich Melde ist. Das Dumme ist, es gibt ein Gewächs, das eben solche dreieckigen Blätter hat, und das ist ziemlich giftig. Nun, es gibt einen ganz einfachen Weg herauszufinden, welches von beiden es ist, wir müssen sie nur kosten, meinte Jared und machte eine auffordernde Geste in Austins Richtung. Es ist doch immer praktisch, einen Sklaven dabei zu haben, man weiß nie, wozu man ihn brauchen kann. Er hatte es nicht ernst gemeint und alle lachten, doch Austin stimmte nicht mit ein. Mit einem schlub, dass er zu Boden stürzte. Das alles ging so schnell, dass niemand den Sachsen hindern konnte, ehe er die Waffe über die rechte Schulter hob und mit erstaunlicher Kraft von sich schleuderte. Doch nicht Jared lag tödlich getroffen im Gras, sondern eine große schwarze Wildsau. Austin stieß einen zu lang angehaltenen Atem aus und reichte Jared die Hand. Entschuldige, aber du standest mit dem Rücken zu ihr und sie kam so plötzlich und mit solcher Schnelligkeit aus dem Unterholz, dass mir keine Zeit blieb, dich zu warnen. Jared ignorierte die Hand und sprang auf die Füße. Sein Gesicht hatte sich gerötet und er warf einen schnellen Blick auf Inga und Sieglind, die jedoch nur Augen für das erlegte Ungetüm hatten. Austin wies auf die Bäume. Gewiss hat sie Frischlinge hier in der Nähe und fühlte sich von uns bedroht. Wenn sie Junge haben, sind sie wirklich gefährlich, denn er brach ab, weil mit einem Mal eine Hand auf seine Schulter fiel und ihn herumschleuderte. Ehe er irgendetwas sagen oder tun konnte, schlug Jared ihm die Faust in den Magen. Was fällt dir ein, mir die Waffe Die Anrede stimmte Jared nicht versöhnlicher und er kannte keinen anderen Umgang mit den Unfreien als den, welcher sein Vater ihn gelehrt hatte. Er trat mit ungehemmter Kraft zu und der Sachse wurde zu Boden geschleudert und landete mit dem Gesicht auf einem der vielen Felsbrocken, die hier verstreut lagen. Gib mir gefälligst Antwort! Jared machte einen Schritt auf ihn zu, doch dann packte ihn jemand hart am Ellenbogen und riss ihn zurück. Das kann er ja nicht, solange er keine Luft bekommt, nicht wahr? sagte Kandamir. Triefend nass stand er plötzlich da, wie aus dem Boden gestampft. Jared wies einen anklagenden Finger auf die reglose Gestalt am Boden. Er hat Hand an mich gelegt. Ich verlange, dass er die Hand verliert. Du bist ja Kandamir, drohte Jared leise. Oh, natürlich, und er wird bestimmt stolz darauf sein, welche Tapferkeit du heute bewiesen hast, entgegnete Kandamir. Sie verbrannten die Eingeweide bis auf Leber und Nieren. Auch das Herz legte Kandamir auf eine Schicht frischer Eichenblätter beiseite, denn es gebührte dem Sachsen, falls er es wollte. Mit seinem Sachs säbelte Harald so lange an dem Kadaver herum, bis er zwei Haxen herausgelöst hatte, die sie über dem Feuer brieten. Nach einer Weile waren die Haxen schließlich knusprig braun gebraten. Asi schnitt das Fleisch vom Knochen, gab jedem ein Stück und legte eins für den Sachsen beiseite, der immer noch nicht vom Fluss, an den er sich zuvor zurückgezogen hatte, zurückgekehrt war. Sie aßen schweigend, schenkten ihre ganze Aufmerksamkeit dem würzigen Wildgeschmack. Schließlich leckte Harald sich genüsslich die Finger und sagte, das Gras ist auf dieser Seite gut genug, um das Vieh zu weiden, auf der anderen Seite allemal. Wir haben den Fluss, der uns mit Wasser und Nahrung versorgt, den Wald für Bauholz und für unsere zukünftigen Ackerflächen. Und falls es in diesen Also morgen sollten wir uns aufteilen, schlug Harald vor. Ich ziehe in die Berge. Einer oder zwei von euch sollten mich begleiten. Die anderen kehren zur Küste zurück, berichten, was wir gefunden haben und führen unsere Leute her. Aber Harald, was ist, wenn du kein Erz findest? fragte Osmund. Dann muss wieder eine Gruppe von Kundschaftern ausziehen und die ganze Insel absuchen und wenn es Jahre dauert. Doch siedeln sollten wir hier, so oder so. Es ist ein guter Ort. Ein sanfter, lautloser Regen hatte schon vor einer Weile eingesetzt, fand jetzt allmählich einen Weg durch das Laubdach und tröpfelte zischend ins Feuer. Der Wind war immer noch schwach, fühlte sich jetzt jedoch ungemütlich an. Inga wickelte sich in ihre Decke. Auch die anderen machten sich, so gut es eben ging, für die feuchte Nacht bereit. Doch Sieglind raunte Kanda mir zu. Er ist seit über zwei Stunden fort. Wer? Oh, mein Sachse. Nun, er wird schon wiederkommen. Hier kann er mir kaum weglaufen, nicht wahr? Er entrollte seine Decke und suchte mit den Augen den Boden erfolglos nach einer trockenen Stelle ab. Wenn du ihm nicht nachgehst, werde ich es tun, erklärte sie entschlossen. Oh, mächtiger Tür, lehr mich Geduld, knurrte Kanda mir. Bleib hier, ich gehe. Sobald er sich zwanzig Schritte vom Feuer entfernt hatte, konnte er kaum noch die Hand vor Augen sehen. Vermutlich hätte er den Sachsen nie gefunden, wäre der nicht schon vor einer Stunde vom Fluss zurückgekehrt. In Sichtweite des Feuers hatte er sich unter eine dicht belaubte Blutbuche gesetzt. Noch ein Schritt und du stolperst über meine Füße, Herr, warnte er leise. Kanda mir fuhr erschrocken zusammen. Als er ihn entdeckte, hockte er sich vor ihn. Was fällt dir ein, so lange weg zu bleiben? schallt er gedämpft. Willst du dich umbringen? Nein. Der Gedanke hat dann und wann seinen Reiz, aber mein dass sie die Züge des anderen nicht erkennen konnten, hörte Kanda mir wie niedergeschlagen sein Knecht war. Er legte ihm für einen Moment die Hand auf die Schulter. Alles heil geblieben? Ost schien ihn nicht gehört zu haben. Ich habe einmal gesehen, wie eine Wildsau einen Mann getötet hat, erzählte er leise. Es war furchtbar. Er, darauf wette ich. Nun hör auf, darüber nach zu grübeln. Jared ist ein Dummkopf. Er sollte dir dankbar sein für das, was du getan hast. Der Sachse regte sich unbehaglich. Ich habe es nicht getan, um ihn oder die anderen zu schützen, sondern aus Hochmut. Was? Lass mich hierbleiben, Herr, wenn du so gut sein willst. Ich muss Zwiesprache mit meinem Gott halten. Kandamirs Geduld erschöpfte sich. Schluss jetzt, du machst ein unnötiges Gewese um eine Sache ohne alle Bedeutung. Der Mönch lächelte kläglich in die Dunkelheit. Das würdest du nicht sagen, wenn es deine Hand wäre, die Olaf fordern wird. Du weißt doch ganz genau, dass diese Geschichte noch nicht ausgestanden ist. Kandamir brummte, und wenn schon, da wir hier in nächster Zeit alle verfügbaren Hände brauchen, ist auch die deine vor dafür sorge ich. Und jetzt lass uns gehen. Halte meinetwegen Zwiesprache mit deinem drolligen Gott, aber tu es nahe des Feuers, wo du sicher bist. Komm schon, Austin. Verblüfft hob der Sachse den Kopf. Aber es war einfach unmöglich, Kandamirs Miene zu erkennen und so zu ergründen, ob ihm der Name versehentlich entschlüpft war oder nicht. Harald nahm seine Frau mit, denn sie war ausdauernd und unerschrocken im bergigen Gelände, und er bat Kandamir in dem Sachsen für die Suche nach dem überlebenswichtigen Erz zu borgen. Sicher, antwortete der jüngere Mann bereitwillig, aber ich weiß nicht, ob er dir von großem Nutzen sein wird. Ich glaube kaum, dass er viel von Eisen und Erzvorkommen versteht. Das macht nichts. Er hat scharfe Augen und das ist schon viel wert. Und er kann mit Asi zusammen feststellen, was in den Bergen wächst. Auch das Wissen kann uns nützlich sein. Er lächelte und um seine Augen bildeten sich Kränze aus zahllosen kleinen Falten. Außerdem ist es manchmal weise nicht dort zu sein, wo man Groll erregt hat. Denkst du nicht? Kandamir ging ein Licht auf. Er erwiderte das verschwörerische Lächeln und nickte. Danke, Harald. Keine Ursache, mein Junge. Und wer weiß, wenn der sanftmütige Sachse mit dem feurigen Blick und dem erstaunlichen Jagdgeschick ein paar Tage aus dem Weg ist, merkt womöglich gar die Königin der kalten Inseln, dass es unter uns den einen oder anderen stattlichen Kerl gibt. Kandamir sah erschrocken über die Schulter, aber er stand allein mit Harald am Flussufer und niemand hörte, was sie sprachen. Du meinst also auch, sie hat ein Auge auf den Sachsen geworfen, fragte er besorgt. Was findet sie nur an ihm? Harald schüttelte versonnen den Kopf. Ich würde eher sagen, sie hat ein Auge auf seinen Gott geworfen. Was? Hm, das würde mich jedenfalls nicht wundern. Die hochmütige Königin ist nur eine Maske. Dahinter verbirgt sich etwas ganz anderes. Etwas Rastloses, Gehetztes, etwas Suchendes vielleicht. Und wenn du derjenige sein willst, den sie findet, Kandamir, dann wirst du das werden müssen, wonach sie sucht. Kandamir sah den Schmied kopfschüttelnd an. Ich verstehe nicht, was du meinst. Dann denk drüber nach. Kandamir verschränkte die Arme und seufzte. So machten sich die fünf Jüngeren der Kundschafter also allein auf den Rückweg zur Küste und sie kamen zügig und ohne weitere Zwischenfälle voran. In der Abenddämmerung des zweiten Tages sahen sie ein paar Rehe am Bach und mehrmals trafen sie auf kleine Herden der Rinderrasse die in diesen Wäldern zu Hause war. Es waren hübsche Tiere mit dunkelbraunem Da Harkon sieh doch da sind dein Bruder und die anderen und sie bringen Rinder mit Harkon und Wieland waren in den Felsen herumgeklettert auf der Suche nach Flint den man hier gelegentlich fand Jetzt steckten sie hastig ihre Ausbeute in den Beutel den sie wohlweislich mitgebracht hatten und begaben sich dann eilig an den Abstieg Als sie an der Höhle vorbeikamen welche Kandamirs Haushalt beherbergte drang ein erbarmungswürdiger Schrei heraus Harkon schüttelte den Kopf Alles in Ordnung Nur Gundas Kind kommt Kandamir lächelte als auch er die Schreie hörte Dann wurde er schlagartig ernst Gibt es Schwierigkeiten Keine Ahnung Seit gestern Abend schreit sie in einem fort Kandamir schnalzte missbilligend Wenig Haltung für eine friesische Häuptling Tochter Was Habt ihr Brigitta geholt Harkon nickte Sie war die ganze Nacht da Und was sagt sie Nichts Du kennst sie doch Sie hat die Knechte und mich aus der Höhle geworfen Kandamir nickte und drückte seinem Bruder das lose Seilende in die Hand Er wandte sich ab und machte sich an den Aufstieg zu seiner Höhle Dort angekommen lehnte er sich mit verschränkten Armen neben dem Eingang an die sonnenwarme Felswand und lauschte den Schreien seiner Sklavin und dem unverständlichen Gemurmel der anderen Frauen Gunders Wehklagen klang in der Tat schrecklich Kandamir wartete mit untypischer Geduld und es war vielleicht eine Stunde vergangen als das Gemurmel in der Höhle lauter und aufgeregter wurde Du musst pressen Kindchen sonst hört Natürlich kannst Du Du musst na los pressen Danach dauerte es nicht mehr lange das Geschrei schwoll noch einmal an ehe plötzlich eine gespannte nahezu vollkommene Stille eintrat Kandamir hielt den Atem an kniff die Augen zu und betete stumm und dann erscholl das erlösende wütende Schreien eines Säuglings Kandamir öffnete die Augen wieder lehnte lächelnd den Kopf zurück gegen dann trat er in die dunkle Höhle ist es ein Junge er musste einige Male blinzeln bevor er etwas erkennen konnte Asta Brigitta und ein paar Mägde standen im Kreis etwa in der Mitte des Raums um ein Lager aus fahren beim Klang seiner Stimme beugte seine Schwester sich hastig vor und breitete eine Decke aus dann wandte sie sich zu ihm um und lächelte Ja Kandamir es ist ein Junge Kandamir wandte sich an Brigitta ist er gesund die alte Frau legte ihm für einen Augenblick die Hand auf den Arm er ist gesund und von den Göttern gesegnet Kandamir das erste Kind das in Katan zur Welt gekommen ist genau wie ich es vorausgesehen habe Odin wird sein Schutz Gott sein Abends entzündeten sie am Strand ein großes Feuer um die Kandamir lachte eigentlich den ganzen Abend er sprühte förmlich vor Glückseligkeit und Übermut was für ein gutes starkes Volk wir sein werden sagte er zu Osmund und Asta die sich zu ihm in den Sand gesetzt hatten Osmund hatte seinen Sohn auf den Schultern hielt mit Daumen und Zeigefingern behutsam dessen kleine Hände fest und betrachtete seinen Freund mit einem frohen Lächeln und wie soll dass man Knaben nach ihren verstorbenen Großvätern benannte damit das Andenken der Toten nicht schwand aber Kandamir schüttelte unerwartet den Kopf und sah zu seiner Schwester ich dachte vielleicht Nils wenn du einverstanden bist das das würdest du tun fragte Asta ungläubig warum denn nicht er war jung und hätte ein Anrecht darauf gehabt mit uns zu segeln und dieses wunderbare Land zu entdecken das Schicksal hat es nicht zugelassen aber wenigstens sein Andenken sollte hier weiter leben außerdem war er mein Schwager das stimmt räumte Asta ein trotzdem hast du nie im Leben ein Wort mit ihm gesprochen und bei der einzigen Gelegenheit da ihr euch begegnet seid hast du ihm die Nase gebrochen Kandamir hob mit einem verschämten Lächeln die Schultern ich war ungefähr 16 und verblendet von Vaters Hass und seinen Hetzreden gegen Nils Sippe aber es ist nie zu spät ein Irrtum zu erkennen das behauptet jedenfalls mein Sachse auch ich möchte dir von Herzen gratulieren und deinem Sohn den Segen der Götter wünschen das ist sehr freundlich von dir Olaf antwortete Kandamir und gab sich nicht die geringste Mühe sein Argwohn zu verbergen vielleicht denkst du jetzt sei nicht wusste ich's doch dachte Kandamir grimmig na ja weswegen das weißt du ganz genau er hat meinen Sohn gedemütigt und ihm die Waffe entrissen ach wirklich und wenn du glaubst Jaret sei der Schuldlose in dieser Situation gewesen wie kommt es dann dass er heute Abend mit einem blauen Auge herumläuft Olaf winkte ab weil er sich wie ein dummer Bengel benommen hat und mit dieser Nichtigkeit zu mir gekommen ist statt sie selbst zu regeln aber darum geht es im Augenblick nicht es gibt Gesetze Kandamir an die jeder von uns sich zu halten hat das gilt auch für dich und für deinen Knecht erst recht er hat eine Waffe gegen einen Freien erhoben er kann seinem Gott auf Knien danken dass es nur seine Hand ist die ich dafür fordere Kandamir stand ohne Hast auf mein Sklave hat gegen niemanden eine Waffe erhoben und er wird seine Hand behalten nun da es außer dir fünf Zeugen gibt sollte es nicht schwierig sein der Wahrheit auf den Grund zu kommen und Jahrets Vorwürfe zu beweisen nicht wahr vergebt mir wenn ich mich ein mische murmelte Sieglind verdächtig unterwürfig aber ich fürchte ich kann nicht für Jahret aussagen Olaf denn ich habe nicht hingeschaut und nicht gesehen was passiert ist Inga Asi und ich knieten am Boden und untersuchten eine Pflanze Olaf betrachtete sie einen Moment mit verengten Augen und nickte dann knapp verstehe er wandte sich erwartungsvoll an Osmund doch der sagte entschuldigend ich war nicht dabei Onkel als ich vom Fluss zurückkam war es längst passiert Sieglind wandte sich ab weil sie sich dir fallen ja schon die Augen zu mit einem hultvollen nicken zum Abschied verschwand sie in der Dunkelheit Osmund und Kandamir tauschten ein verstohlenes Grinsen Olafs Miene hingegen war bedenklich finster du hast sieben Tage Zeit mir die Hand des Sachsen zu bringen Kandamir verdrehte die Augen oh wackerer Tür warst du zu lange in der Sonne Olaf ich brauche mein Sachsen gesund Olaf trat noch einen Schritt näher sodass der jüngere Mann sich bedrängt fühlte und sich zusammenreißen musste um ihn nicht weg zu stoßen es ist erschreckend wie dieser Fremdling dich beherrscht grollte Olaf ganz gleich was der Sachse getan haben mag er hat den anderen vermutlich das Leben gerettet nicht zuletzt deinem erst geborenen und ich werde nicht zulassen dass er dafür bestraft wird Olaf schnaubte verächtlich also schön da du offenbar nicht in der Lage bist zu begreifen was ich dir sage will ich es deutlicher ausdrücken dein Sklave hat meinen Sohn beleidigt und ich rate dir leg dich nicht mit mir an du schuldest mir etwas und wenn du mir nicht gibst was ich verlange dann wirst du mir früher oder später etwas anderes geben müssen denn niemand stieg Kandamir zu der Höhle hinauf die ihm und den seinen heute zum letzten Mal Obdach bieten sollte er fand Gunder und das Neugeborene in seinem Bett hinter dem Wandschirm ein kleines Talglicht stand in sicherer Entfernung auf dem felsigen Boden und beleuchtete die beiden schlafenden Gesichter die Frauen hatten Gunder gewaschen und ihr das Haar gekämmt ihr Sohn lag auf ihrem Bauch den Kopf zwischen den schweren milchprallen Brüsten Kandamir setzte sich neben sie lehnte den Rücken an die Felswand und betrachtete Mutter und Kind plötzlich wachte Gunder auf ihre großen hellblauen Augen sahen zu Kandamir auf mit der linken tastete sie nach ihrem Sohn legte die Hand schützend um das Köpfchen und lächelte wirst du ihn anerkennen fragte sie Kandamir bin gekommen um dir zu sagen wie dankbar ich dir bin Gunder mit der freien rechten ergriff sie seine Hand ich habe nachgedacht Herr naja ich bin deine Sklavin aber jetzt sind wir in einem neuen Land wo die alten Regel nicht mehr dieselbe Bedeutung haben wie früher das hast du selbst gesagt du könntest mich zur Frau nehmen es wäre keine Schande du wirst eine wichtige Rolle bei und dazu brauchst du eine Frau die weiß wie man eine solche Stellung wahrt ich könnte diese Frau sein Kandamir er riß seine Hand los als sie seinen Namen sagte ihr Mund zuckte aber sie seien weiter unverwandt an er schüttelte den Kopf nein Gunder warum nicht weil es eine andere ist die ich will die Frage ist nur ob du sie auch kriegen kannst gab sie behutsam zu bedenken Kandamir stand unvermittelt auf wir wollen eines klarstellen Gunder du bist die Mutter meines Sohnes und wie ich bereits sagte bin ich dir dankbar je mehr Kinder du mir schenkst desto höher werde ich dich schätzen aber es wird nichts an deinem Stand ändern ich werde dich nicht zur Frau nehmen egal was passiert hast du verstanden sie drehte den Kopf weg ja natürlich es klang erstickt trotz aller Verluste während der Überfahrt waren es immer noch mehr als 250 Menschen die sich am nächsten Morgen auf den Weg ins Landesinnere machten sie trieben ihre Schafe mit sich und waren mit ihren sieben Sachen und dem Proviant für die dreitägige Wanderung schwer beladen aber die Stimmung war nahezu ausgelassen auch der leise Regen der schon früh am Vormittag einsetzte dämpfte sie nicht er war warm und sacht und die Siedler waren ganz anderes Wetter gewöhnt es war gar nicht so einfach für eine so große Schar von Menschen und Tieren einen Lagerplatz zu finden doch weil Osmund und Kandamir ein zügiges Tempo vorlegten erreichten sie bei Dämmerung wieder die große Lichtung mit der alleinstehenden Eiche ein schwarmweißer Raben erhob sich aus der Krone und floh unter vielstimmigem Gekrächts in den Schutz des Waldes mit lautem Ah und Oh sahen die Menschen ihnen nach sie hatten sich immer noch nicht an die weißen Götter Vögel gewöhnt sie erreichten ihr Ziel ohne größere Missgeschicke am späten Nachmittag des dritten Tages von gelegentlichen sachten Schauern abgesehen war es trocken geblieben und am Mittag hatten die Wolken sich verzogen der Himmel über dem Waldrand dem Fluss und dem weiten Grasland war blau übersachte Hügel die wie Wellen an einem ruhigen Tag auf See aussahen erstreckte sich das Grasland bis zum Fuß der Berge in der Ferne aber doch nah genug dass man sie deutlich erkennen konnte graste friedlich eine Herde Wildpferde ruhig und erhaben strömte der Fluss Richtung Meer und dem Uferschilf sang ein Heer von Vögeln Brigitta hatte die Hände in die Hüften gestemmt und sich in aller Ruhe umgeschaut er sagte sie schließlich dies ist der Ort die Arbeit begann am nächsten Morgen Olaf Sieward und einige andere erfahrene Getreidebauern waren sich einig das Grasland am Südufer des Flusses war gut genug um dort Roggen anzubauen der flach gesät Wurde und keine hohen Ansprüche stellte Bei Gerste Weizen und Hülsen Früchten sah es hingegen anders aus Damit müsse man warten bis Ackerland gerodet sei Mit den ersten Bäumen die die Männer schlugen bauten sie ein Floß Dann spannten sie ein langes Tau über den Fluss Alle opferten dafür was sie an Walross Leder besaßen denn es war das stabilste das es gab andere Ufer gelangen konnten um dort die Roggenfelder zu bestellen Eilhards Söhne brachen mit einem zweiten Floß fluss abwärts auf um den Weg zur Landungsbucht zu suchen Die übrigen Männer schlugen Bäume und schafften die Stämme ans Fluss Ufer wo sie als Bauholz verwendet werden sollten Hakon kam mit einem Krug Wasser den er Kandamir reichte und schüttelte lächelnden Kopf Berse ist gekommen und stellt euch vor er kam mit dem Wellenwolf den Fluss herauf Jared Lars und Gunnar und ihre Knechte sind mit dem Drachen gleich hinterher gesegelt der Wind steht ja zum Glück im Westen großartig sagte Osmund zufrieden der Fluss ist befahrbar ich hab's doch gewusst Wie so oft in den Tagen zuvor versammelten sich auch an diesem Abend alle Insel entdeckt hatte Wir haben zwölf Tage gebraucht begann der bucklige Schiffsbauer mit seiner rauen Stimme Wie ihr wisst sind wir die Westküste hinab gesegelt Zu Anfang sahen wir nur Klippen bis wir zur Mündung dieses Flusses hier kamen Jenseits des Flusses ist die Küste immer noch felsig aber flacher Dort steigt das bewaldete Gelände land einwärts sacht an Als sie am fünften Tag die Südküste erreicht hatten sahen sie die Ausläufe eines offenbar recht hohen Gebirgszuges die unteren Hänge waren bewaldet weiter oben war nur noch der nackte graue Fels zu sehen aber selbst auf den Gipfeln hatte kein Schnee gelegen die Legende hatte anscheinend recht dieses Land kannte kein winterliches Weiß hinter den Bergen wurde die Küste lieblicher und sie hatten viele Buchten mit langgezogenen Sandstränden gesichtet In einer davon waren sie vor Anker und für ein paar Stunden an Land gegangen um das Gelände zu erkunden Auch dort im Südosten Katans fanden sie den Boden fruchtbar und großteils bewaldet Die Ostküste änderte sich kaum nur etwa in der Mitte liegt eine Hochebene die wir ebenfalls zu Fuß Erkundet haben Herrliches Gras gibt es da und wir haben dort mehr Rinder gesehen als ihr euch vorstellen könnt größer dunkler und zottiger als die welche ihr hier im Wald gefangen habt Im Nordosten wurde die Küste wieder zerklüfteter und felsiger und schließlich sichteten wir wieder Gebirgsausläufer Er wies in die Richtung in welcher die Berge lagen zu den Harald Asi und der Sachse aufgebrochen waren Das müssen wohl diese gewesen sein Wer weiß vielleicht erstreckt sich ein einziges gewaltiges Gebirge von Nordosten nach Südwesten über das ganze Land Das würde erklären warum auf der Ostseite ein anderes Klima herrschen kann als hier warf Olaf ein Bersen nickte knapp Nirgendwo haben wir irgendwelche Anzeichen auf andere Menschen entdeckt Ich glaube wir sind allein hier Kurz darauf löste die Versammlung sich auf Ich weiß es ist spät Onkel aber kann ich dich noch einen Moment sprechen bat Osmund Olaf mit gesenkter Stimme Sein Ohrheim schien weder unwillig noch verwundert Natürlich Die Siedler wohnten vorerst in provisorischen Hütten Jeder hatte ein paar angespitzte Pfähle in den Boden geschlagen und dazwischen hatten die Frauen aus Zweigen und Tannengrün oder Schilf Wände geflochten Auch in Olafs vergleichsweise geräumiger Hütte war es eng Trotzdem hatte der Herr des Hauses einen kleinen Raum für sich der mit Fällen und Decken abgeteilt war Darin befanden sich gar ein Schemel und eine Truhe die man als Tisch benutzen konnte Mit einem großen Becher in der Hand setzte Olaf sich auf den Schemel und hieß Osmund mit einer Geste auf der Truhe Platz nehmen Also was kann ich für dich tun mein Junge Osmund spürte sein Herz bis in die Kehle hinauf pochen und seine Hände waren feucht Dann gab er sich einen Ruck Ich bitte dich um ein Darlehen Onkel stieß er hervor Ein bisschen Roggen und zwei oder drei Schafe wenn es möglich ist Du bekommst alles zurück sobald ich kann Versonnen strich Olaf sich mit dem Daumen der Linken über den silber mellierten Bart Ich kann mir vorstellen dass es nicht leicht für dich ist mich darum zu bitten Ich glaube mir ist noch nie im Leben etwas so schwer gefallen gestand Osmund freimütig Wenn man einen Sohn hat an den man denken muss kann man man stolz nur bedingt leisten Sein Onkel nickte Ich will diese Aber die Antwort ist Nein Osmund saß einen Augenblick wie erstarrt Dann räusperte er sich und stand auf In dem Fall bleibt mir nichts als dir eine gute Nacht zu wünschen Onkel Bleib sitzen fuhr Olaf ihn scharf an Wir sind noch nicht fertig Osmund verschränkte die Arme und blieb demonstrativ stehen Ich würde dir gern helfen sagte Olaf dann und es klang aufrichtig Aber was immer ich dir laie Du würdest es doch mit Kandamir teilen nicht wahr Sei ehrlich Osmund ließ die Arme sinken und nickte Siehst du und deswegen kann ich es nicht tun Ich habe eine Fede mit deinem teuren Freund Osmund du musst dich entscheiden Du hast mir in dieser Sache nicht gerade die Loyalität erwiesen die ein Neffe seinem Onkel schuldet Wir alle wissen genau was sich abgespielt hat Und wir wissen ebenso dass Kandamir in dieser Sache im Unrecht ist ganz gleich wie die Umstände gewesen sein mögen Er verstößt gegen das Gesetz Osmund rang mit sich Schließlich nickte er unwillig Dieser Sachse hat einen schlechten Einfluss auf ihn setzte sein Onkel nach Osmund gab ihm ins geheim Recht Aber die Umstände sprachen tatsächlich für den Sachsen Hätte er nicht Besser tot als gedemütigt Nur dieser verfluchte ungläubige Sachse ist daran schuld wenn Kandamir von den Grundsätzen abweicht denen wir seit Menschengedenken folgen die ausmachen was wir sind Du musst dich entscheiden Osmund Du musst Stellung beziehen Wenn du mein Saatgut und meine Schafe willst musst du mir schwören dass du Kandamir nichts davon abgibst Die wollene Decke die als Tür zur Hinterkammer diente wurde plötzlich zurückgeschlagen und Kandamir trat ein Leih ihm das Korn und die Tiere Olaf sagte er brüsk Du hast mein Wort dass ich kein einziges Samenkörnchen und nicht eine Flocke seiner Wolle annehmen werde Kandamir sagte Olaf Ich war auf der Suche nach Osmund und Eilhard sagte er habe euch zusammen gesehen Also kam ich her aber auch deine Wände sind nur aus Zweiggeflecht darum kam ich nicht umhin eure Worte zu hören das ist vielleicht ganz gut so denn warum sollte Osmund darunter leiden dass du und ich im Streit liegen gib ihm das Saatgut ich werde schon irgendwie an Saatgut kommen Osmund wird gar nicht in die Versuchung geraten deine Wünsche zu missachten und wie willst du das anstellen erkundigte Olaf sich es klang amüsiert hört auf damit befahl Osmund das ist würdelos die beiden Streithähne schwiegen schließlich nickte Kander mir Olaf zu mein Bruder und ich werden für dich arbeiten jeden dritten Tag vom Beginn des Wonnemonds bis wir die Wintersaat ausbringen sag was du getan haben willst und wir werden es tun für Saatrocken Winterweizen und Gerste und weil ich jeden dritten Tag beim roden fehlen werde verzichte ich im Herbst auf ein Drittel meiner Parzelle ich kann der Gemeinschaft nicht meine Arbeitskraft vorenthalten ohne einen Preis dafür zu zahlen also was sagst du Olaf gab vor noch einen Augenblick mit sich zu ringen einverstanden du kannst damit anfangen dass du mir ein Haus baust ich weiß dass du das kannst ich habe Osmunds Halle in Elason schließlich gesehen wie wie ich im Herbst beim Ting über die Parzellierung des Landes abstimme wird ganz davon abhängen wie zufrieden ich mit deiner Arbeit bin und jetzt verschwinde dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 4 Am Morgen nach Berses Rückkehr standen Kandami und Harkon zusammen im Ufergras die Stiefel vom Tau benetzt Die Sonne ging gerade erst auf Was heißt das wir werden für ihn arbeiten Unsere Arbeitskraft ist das einzige womit wir sein Saatgut bezahlen können Harkon schwieg einen Moment seine Stirn war gerunzelt Warum entscheidest du dergleichen immer allein Du hättest mich wenigstens nach meiner Meinung fragen können Berses Rückkehr war ein großer Gewinn für die Waldarbeiter denn niemand war so geschickt im Umgang mit der Axt wie der Schiffsbauer und seine Söhne niemand verstand sich besser auf das Schlagen und den Transport von Holz Kandamir lauschte ihm aufmerksam beobachtete und lernte mit der Axt aus einem runden Stamm eineckigen Balken zu schlagen Berset zeigte Wenn Berset einen Stamm spliss waren alle Bretter von genau der gleichen Dicke Das glaube ich einfach nicht brummte Kandamir hielt zwei der Bretter nebeneinander und sah mit verengten Augen an den Kanten entlang nicht mal eine haresbreite Unterschied Berset lachte zufrieden in sich hinein Schiffsbauer fordert Genauigkeit weißt du bei jedem Schlag von Axt oder Hammer muss man sich vergegenwärtigen dass man das Leben vieler Männer in Händen hält Der jüngere Mann nickte fasziniert und ließ die Bretter dann bedauernd zu Boden gleiten weil er sich wieder an die Arbeit machen musste Doch als er zu seinem Baumfällertrupp zurückkehrte stellte er fest dass Osmund Harkon und die anderen dabei waren eine junge Kerzengerade Esche zu begutachten Mit leuchtenden Augen wies Osmund auf den schlanken Schössling der nicht viel größer war als er Was reingehend von allen Seiten Für einen Baum der im Schatten so vieler älterer Geschwister heranwachsen musste hatte sie eine schöne breite Krone keine dürren Ärmchen die sich gierig der Sonne entgegen reckten er nickte sie ist perfekt sie schickten ein paar Kinder die in der Nähe spielten nach Brigitta die alte Frau ließ nicht lange auf sich warten und sie war äußerst zufrieden mit ihrer Wahl sie kenne keine Regeln für das Pflanzen einer heiligen Esche gestand sie denn zu ihren Lebzeiten war dergleichen in Elasund niemals vorgekommen so hieß Brigitta Kandamir ein Loch ausheben und einen Eimer mit Flusswasser füllen über das sie einen Segensspruch murmelte ehe sie es in das Pflanzloch kippte dann setzten sie den Baum füllten die Hohlräume sorgsam mit der fetten dunklen Erde von Katan stampften sie fest und stützten den Setzling mit einem Pfahl der ebenso dick war wie der Eschenstamm schließlich traten sie alle drei ein paar schritt zurück und bewunderten ihr Werk das wird einmal ein schöner Baum sagte Kandamir zuversichtlich Brigitta nickte ich werde nicht mehr erleben wie er ausgewachsen aussieht aber das ist ohne Belang so ist eben der Lauf der Dinge seht nur sagte Osmund plötzlich da kommen Harald und der Sachse und sie bringen ein Pferd mit rief Kandamir entzückt aus aber wo ist Asi als die kleine Gruppe das unordentliche Sammelsurium aus Hütten und Zelten passiert hatte und auf die Wiese kam fand Kandamir seine bösen Ahnungen bestätigt Asi war nirgendwo zu entdecken und Haralds Gesicht Haralds Stimme war belegt und rau als spreche er zum ersten Mal an diesem Tag sie ist gestürzt fragend zerkann da mir zu seinem Sachsen auch dessen Miene war bekümmert er warf einen langen Blick zurück nach Osten wo die Berge lagen aus der Ferne sehen die Kegel beinahe glatt und massiv aus aber in Wahrheit sind sie zerklüftet und von vielen Spalten und schroffen Hängen durchzogen wir mussten weit hinauf ehe wir das Erz fanden Asi meine scharfäugige Asi hat es entdeckt fuhr Harald mit einem kleinen stolzen Lächeln fort und Austin hat noch gesagt nein lass mich da hinauf klettern es ist zu gefährlich aber sie hört ja nie auf das was man ihr sagt sie war vielleicht zehn klaff da hoch da hat sie den halt verloren sie schlug fast vor meinen füßen auf aber es ging so schnell wir konnten nichts tun ehe es dunkel wurde starb sie das fest am vorabend des wonnemonats die torsnacht markierte in der alten heimat das ende der dunklen und den beginn der lichten jahreshälfte und war eines der größten des jahres die Siedler hatten die arbeit auf dem feld und dem wald an diesem tage ruhen lassen um die vorbereitungen zu treffen große mengen wilder blumen wurden gepflückt um kränze für die häupter der jungen mädchen und auch für den schmuck der häuser zu flechten den größten kranz jedoch würde der torsbaum bekommen ein gewaltiger zweimann hoher pfahl den die männer auf der wiese in die erde getrieben hatten es war ein lauer beinahe schon sommerlicher abend mit einem tief blauen himmel an dem ein dreiviertel mond die mehrzahl der sterne überstrahlte die menschen schlemmten und tranken mit hingabe zündeten große feuer an und sangen die lieder von ihren göttern und ahnen als es auf mitternacht ging wählte brigitta olavs sohn lars aus den torsbaum zu grenzen strahlend vor stolz und mit erstaunlichem geschick erkllomm der halbwüchsige knabe den geglätteten pfahl ein seil zwischen den zähnen oben angekommen winkte er den anderen jungen burschen und sie knoteten das lose seilende an den großen prächtigen blumen kranz lars zog ihn hinauf hängte den kranz über die spitze des pfahls und ließ sich unter allgemeinem jubel wieder zu boden gleiten es heißt in dieser nacht mischen die götter sich unter die menschen bemerkte sieglind die mit dem sachsen am rand des feuers stand und zu dem begrenzten torsbaum aufschaute kandamir war betrunken aber ihm war keineswegs entgangen dass ein sächsischer sklave gegen sein ausdrückliches verbot verstieß und wieder bei sieglind stand doch morgen war noch zeit genug den sachsen zur rede zu stellen im augenblick hatte kandamir anderes im sinn ungeduldig zerrte er seine friesische magd von einer schar freundinnen und dem feuerschein weg er gab sich keine große mühe bei der wahl eines verschwiegenen plätzchens auf einmal war er unfähig seine ungeduld auch nur einen augenblick länger zu zügeln hinter einem nussstrauch zog er sie ins gras hinab schob mit der einen hand ihren rock hoch während die andere an seinen hosen nestelte und drang dann mit einem stöhnen in sie ein das eher erleichtert als lustvoll klang gunda ließ sich von seiner gier nicht anstecken still und teilnahmslos lag sie unter ihm er war vollkommen mit sich selbst beschäftigt sein kreuchen war lauter als gewöhnlich und beschleunigte sich im gleichen maß wie seine selbstsüchtigen stöße kaum hatte er sich in sie ergossen wälzte er sich schon zur seite und lag dann schwer atmend auf dem rücken war's das erkundigte sie sich kann ich wieder gehen herr ruckartig setzte kandamir sich auf was soll das fragte er ärgerlich ich weiß nicht log sie richtete sich ebenfalls auf und zog fröstelnd die schultern hoch er hatte sie tief verletzt bei jenem unglückseligen gespräch am abend nach nils geburt sie fühlte sich betrogen sie hatte ihm einen sohn geschenkt seinen erstgeborenen aber er war nicht gewillt ihr irgendetwas dafür zurückzugeben so groß war ihre enttäuschung dass ihr jegliches verlangen abhandengekommen war es tut mir leid wenn ich dich nicht erfreut habe her entgegnete sie ein wenig schnippisch ihre zurückweisung kränkte ihn mit einem knappen nicken antwortete er das sollte es auch glaub lieber nicht ich würde es nicht übers herz bringen dich zu verkaufen ein sack winter weizen bist du allemal wert gunda legte die hand vor den mund und starrte kandamir fassungslos an das wird dir noch leid tun dachte sie osmund trat lautlos zu sieglind lächelte verlegen nahm ihren arm und führte sie zu einer stelle auf der anderen seite des feuers knapp außerhalb des lichtkreises dort waren sie ungestört und setzten sich ins gras sieglind begann er leise sie hob den kopf er er zögerte diese Sache war schwierig so anders als mit Gisela die er nie hatte fragen müssen weil die dinge damals sonnenklar gewesen waren plötzlich legte osmunds große warme hand sich über ihre beiden ich schwöre dir bei odins auge dass du keinen grund hast dich vor mir zu fürchten sie schüttelte hilflos den kopf nein ich weiß sieglind nein bitte osmund sprich nicht weiter doch das muss ich weil ich mich sonst dein leben lang fragen werde was du wohl geantwortet hättest also willst du meine frau werden sieglind hatte sich nie stärker zu ihm hingezogen gefühlt als in diesem moment nein er riss die hand nicht fort im gegenteil für einen lidschlag wurde ihr griff fester aber dann löste er sich allmählich bis der haut kontakt ganz abbrach osmund zog die knie an verschränkte die finger darum und sah wie so oft zu den sternen hinauf dann habe ich mich wohl geirrt vergib mir wenn ich dich bedrängt habe warte ein wenig steif das hast du doch gar nicht widersprach sie ungeduldig dein antrag ehrt mich ich weiß es gibt hier keinen besseren man den ich heiraten könnte aber herz und verstand gehen nun einmal oft getrennte wege und das ist kandamir den du willst beendete er den satz für sie so leise dass sie den ton nicht deuten konnte war er wütend ergeben amüsiert verzweifelt wäre der absicht ihn zu heiraten weil ich überhaupt nicht mehr heiraten will verstehst du nein gestand er freimütig dabei unendlich erleichtert was willst du dann sie antwortete nicht gleich an dem abend vor etwa einer woche als sie sich heimlich von austin hatte taufen lassen hatte der mönch ihr von den heiligen frauen in seiner heimat erzählt frauen die den männern und der welt entsagten und sich ganz seinem gott weiten bräute christi sie glint verstand noch nicht genau was das bedeutete aber es hatte einen wunderbaren klang sie ahnte dass dies ihr weg war aber das konnte sie osmund nicht anvertrauen der ostins gott hasste und ein glühender verehrer odins geworden war seit sie nach katan gekommen waren ich bin noch nicht sicher gestand sie sie legte die hand federleicht auf seine sei mir nicht gram osmund nichts könnte mir ferner liegen als dich zu kränken ich bin aus freien stücken in die verbannung gegangen doch ich habe das allein sein unterschätzt es ist bitter aber du warst vom ersten tag an mein freund und osmund drückte die lippen auf ihre er wusste kaum was über ihn gekommen war sie erwiderte seinen kuss und als osmund die arme um sie legte und sie enger an sich zog war sie versucht sich treiben zu lassen aber sie wußte dass osmund danach kein nein mehr akzeptieren würde und ihr instinkt warnte sie dass sie gefahr lief für eine genussreiche stunde alles aufzugeben was sie wirklich wollte ein anderes leben einen anderen gott einen anderen weg sie löste sich behutsam und schüttelte den kopf osmund seufzte verstohlen am südufer des flusses sind die rockenfelder einer jeden sippe mit furchen abgeteilt und fertig bestellt dort herrscht ein bild der ordnung wie menschen sie schaffen und wie sie gottgefällig ist der sommer verspricht warm und trocken nicht aber dürr zu werden so dass alle auf den lohn einer guten ernte zu hoffen wagen auch die rodungen gehen zügig voran dank der kraft und des unermüdlichen fleißes dieser menschen es ist erhebend zu sehen wie sie unwissentlich das göttliche gebot befolgen und sich die erde untertan machen olaf der ungekürte häuptling dieses volkes hat bereits begonnen sich ein haus bauen zu lassen in der woche nach der torsnacht hatten kandamir und hakon mit der arbeit begonnen und widmeten ihr wie ausgemacht jeden dritten tag olaf hatte höchst persönlich die 20 schritt länge und 15 schritt breite seines neuen heims abgemessen und unter seiner aufsicht hatte kandamir an den ecken pflöcke eingeschlagen und richtschnüre gespannt entlang dieser abmessungen hatten sie den aushub für die fundamente gemacht um die mittagsstunde wurde es heiß auf dem unbeschatteten bauplatz und kandamir gestattete jared und hakon ein bad im fluss zu nehmen damit die sonne sie nicht röstete er selbst arbeitete weiter denn ihn störte hitze ebenso wenig wie kälte abends setzten kandamir und osmund mit der kleinen fähre zum anderen flussufer über um nach dem rocken zu schauen und ungestört ein paar worte zu reden eine weile gingen sie schweigend die felder entlang und betrachteten voller andacht das erste zarte grün das sich in säuberlichen Saatrillen im kurz kandamir und seien an ich werde heiraten kandamir zum mittsommer kandamir fürchtete für einen augenblick sein herz werde einfach stehen bleiben er verschränkte die arme so als friere er starrte zu boden und murmelte du hast sie also gefragt es sollte gleichmütig klingen aber es gelang ihm nicht ganz seine bitterkeit zu verbergen ja ich habe sie glint gefragt antwortete osmund aber sie wollte mich nicht sie behauptete übrigens sie wolle auch dich nicht kandamir taumelte so schnell von düsternis in jubel und wieder zurück dass ihm ganz schwindelig davon wurde bei allen göttern sie kann nicht olaf heiraten wollen osmund schüttelte den kopf wie es aussieht will sie überhaupt niemanden heiraten er gab das wenige wieder das er sie glint hatte entlocken können tja vielleicht sagst du ihr das gelegentlich mal vielleicht werde ich das dachte kandamir trotzig ehe er neugierig fragte und wer ist also die glückliche inga sie wird mir eine gute frau und rorik eine gute mutter sein dessen bin ich sicher ich habe keinen grund mein schicksal zu beklagen ingas mädchenhafte scheue hingabe berührte ihn und war ein balsam weicher trost nachdem sieglind ihn abgewiesen hatte und brigitta hatte noch mehr gesehen dinge die kandamir nicht sagen konnte weil die alte frau ihn und seine braut hatte still schweigen schwören lassen doch das orakel hatte offenbart dass osmund und inga nach brigittas tod große macht zu fallen werde dass sie die beschützer des alten des wahren glaubens sein würden inga die priesterin des tempels die nicht austin sondern sieglind war es gewesen die kandamir erklärt hatte wie man ein haus mit riet deckte dort wo sie auf den kalten inseln aufgewachsen war gab es ein weitläufiges mohr mit reichlich schilf darum war es üblich die dächer damit abzudichten sieglind vergewisserte sich noch einmal dass ihre drei schnitter hakon jared und der turonländer alles richtig machten dann setzte sie sich ins ufergras und begann genau wie gunda die feuchten halme zu dichten büscheln zusammenzufassen und mit stabilem wollgarn zu schindeln zu binden eine weile arbeiteten sie schweigend und der hügel ausgeschnittenen halmen wuchs stetig doch als der turonländer im glitschigen uferschlamm ausrutschte und hintenüber ins Wasser fiel fand hakon dass auch er eine stummen sklaven der sich gerade wieder aufgerichtet hatte die beine weg mit einem unartikulierten laut des schreckens ging er unter ausgelassen tollten hakon und der turonländer eine weile im kühlen nass sie waren in den wochen seit dem beginn der bauarbeiten recht gute freunde geworden so das nennt ihr also arbeit ja augenblicklich hielten sie in ihrem ausgelassenen spiel inne und kamen aus dem wasser olaf packte seinen unglücklichen sklaven am arm und schlug ihm die faust ins gesicht so treu dienst du mir also sobald ich den rücken kehre knurrte er schickte den turonländer mit einem zweiten fausthieb zu boden und trat ihn in den magen warum sorgst du hier nicht für ordnung jahre richtete sich hörnte olaf und trat seinen sklaven nochmals in die seite hakon hatte mit schreck geweihteten augen daneben gestanden aber jetzt fand er die sprache wieder ach bitte olaf lass es gut sein es es war meine schuld ah ja olaf trat einen schritt auf ihn zu und hakon wich unwillkürlich zurück und denkst du es ist recht in dieser weise das Wort deines Bruders zu brechen hakon schüttelte heftig den kopf das hab ich nicht ich schwör's nun ich sehe was ich sehe aber ich gebe dir die chance es wieder gut zu machen du kannst heute nacht meine schafe hüten um mich für die zeit zu entschädigen die du mir gestohlen hast hakon war ausgesprochen mulmig zumute so ganz allein hier draußen unter dem weiten Sternenzelt er hatte noch niemals nachts schafe gehütet hakon rückte näher ans feuer und stocherte mit einem stecken darin herum leise sang er das lied von odin und tanuri vor sich hin um die stille zu vertreiben doch wie groß seine furcht war merkte er erst als sich plötzlich eine hand auf seine schulter legte er schrie entsetzt auf und fuhr herum sie glitt neben ihn und jetzt ich warte schon lange auf eine gelegenheit einmal allein mit dir zu sein sie beugte sich ein wenig vor und legte sacht die lippen auf seine hakons augen klappten zu sein gewissen plagte ihm ihm war durchaus bewusst dass er seinen bruder schon mit diesem kuss hinter ging und er ahnte dass Gunda nicht die Absicht hatte es dabei zu belassen er drehte den Kopf weg Gunda nicht und warum nicht niemand muss es je erfahren hakon ich werde zurück gehen ehe es hell wird der mond spendet genug licht um den weg zu finden darum geht es aber nicht ist es vielleicht nicht so dass er dir immer verbietet was du willst sich selbst aber alles nimmt was er begehrt unterbrach sie ist das vielleicht gerecht nein räumte Harkon ein sie legte den Finger auf eine offene Wunde Gunda streifte ihren fadenscheinigen Kittel über die Schulter herab nahm Hakons Hand und legte sie auf ihre Brust er lernte eine Menge neuer Dinge kennen in dieser Nacht als Olaf sie am nächsten Morgen fand schliefen sie immer noch erschöpft nackt und eng umschlungen die Schafe waren weit verstreut und er entdeckte Blutspuren im Gras gebunden und in Schande brachte Olaf sie zurück die Frauen und Mädchen die das traurige Trio auf seinem Weg zur Dorfwiese am Ufer sahen bedurften keiner Erklärung mit einem gedämpften Murmeln schickte Brigitta Inga in den Wald um die Männer zu holen sie kam wenig später zu zweit oder zu dritt bald waren die Siedler vollständig nahe der neuen Esche versammelt die Männer bildeten einen inneren die Frauen und Sklaven einen äußeren Kreis um Olaf und seine beiden Gefangenen zaudernd langsam wie ein Schlafwandler trat Kandamir ein paar Schritte näher und blieb vor Olaf stehen er würdigte weder seinen Bruder noch seine Magd eines Blickes sechs Schafe Kandamir sagte Olaf laut genug dass jeder ihn hörte die Wölfe haben sich ein Fünftel meiner Herde geholt während dein Bruder seine Unschuld verlor ein Widder zwei Muttertiere drei Lämmer und ich bin gespannt Kandamir womit wollt ihr das begleichen Kandamir wies mit dem Daumen auf Gunda ohne sie anzuschauen sie Olaf zog spöttisch die Brauen in die Höhe nein vielen Dank so viel ist sie nicht wert ich habe genug junges Fleisch und meine Sklavinnen sind mir ergeben ich brauche kein treuloses friesisches Luder Kandamir hatte das Gefühl seine Eingeweide seien zu einem kleinen schmerzhaften Knoten geschrumpft du 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 weißt du weißt du weißt dass ich nichts besitze um dich zu entschädigen Olaf lächelte also dann du weißt was das Gesetz in dem Falle vorschreibt Jedes verlorene Tier ist angemessen Olaf hinter Harkon packte dessen Obergewand mit beiden Händen im Nacken und zerrte mit einem kräftigen Ruck der morsche Stoff entblößte Harkons Schultern und Rücken Olaf trat hinter ihn schüttelte die Peitsche behutsam beinahe liebevoll aus bis die drei geknoteten Riemen mit den kleinen Bleikugeln an ihren Enden sich entwirrt hatten und die Bleigewichte leise klimperten dann ließ er sie durch die Luft pfeifen und auf Harkons entblößten Rücken niederfahren Harkons Schrei gellte über das leere braune Ackerland als das erste Dutzend voll war knickten Harkons Knie ein Kandamir der bislang starr wie ein Findling in vorderster Reihe gestanden und das grausige Schauspiel mit unbewegter Miene verfolgt hatte prägte sich plötzlich das ist genug murmelte er und machte einen Schritt auf Olaf zu du darfst nicht einschreiten Junge warnte Harald eindringlich es ist sein recht du würdest alles nur schlimmer machen der weil setzte Olaf sein Werk fort geruhsam mit großer Präzision es war nicht zu übersehen dass er über einige Erfahrungen in dieser Kunst verfügte Zoll um Zoll legte er das Fleisch auf Hakons Rücken bloß als der Junge für das zweite Schaf gezahlt hatte gab er kaum mehr als ein mattes Wimmern von sich er war beinahe besinnungslos mit zitternden Fingern löste Kandamir die Schnalle seines Gürtels ließ ihn achtlos zu Boden fallen fasste sich in den Nacken und zog das Gewand über den Kopf ehe er es seinem verdutzten Freund Osmund in die Hände drückte dann trat er an den Stamm der Buche wartete bis Olaf wieder ausholte und fing die Riemen mit der linken Hand ab Wut entbrannt fuhr Olaf zu ihm herum er war ein wenig außer Atem was was hast du zu sagen Kandamir ließ die Peitsche los und seine Hand war nass von Harkons Blut er trat hinter seinen Bruder verdeckte ihn vollständig mit seinem wesentlich breiteren Kreuz den linken Arm schlang er um Harkons Brustkorb und hiefte den Jungen auf die Füße damit er nicht erstickte Harkon jammerte schwach als Kandamirs Brust sich gegen seinen Rücken presste mit der freien Rechten stützte Kandamir sich am Stamm der Buche ab dann blickte er kurz über die Schulter und als er in Olafs strahlende Augen sah fand er die Sprache wieder was ist ich nehme ihm die Hälfte ab das ist nicht verboten oder also worauf wartest du als die Riemen zum ersten Mal mit diesem widerwärtigen pfeifenden Klatschen auf seinen Rücken trafen bereute er seinen Entschluss bitter es war furchtbar viel schlimmer als er gedacht hatte doch Kandamir blieb wo er war er zuckte unter jedem der wohl platzierten Hiebe zusammen und Schweiß rann in wahren Strömen seinen Körper hinab er biss die Zähne zusammen dass sie knirschten und zählte die Schläge als schließlich die Buße für alle sechs Schafe geleistet war ließ Olaf die Peitsche sinken er keuchte Kandamir verharrte reglos dann trat Osmund hinzu den Sachs in der Hand streifte seinen Onkel mit einem Blick unverhohlenen Abscheus und durchschnitt Hakons Fesseln wie ein Kornsack ging der Junge zu Boden und riss seinen Bruder mit Kandamir ließ ihn nicht los verschwindet Osmund nickte den anderen auffordernd zu er hockte sich neben seinen Freund und nahm Hakon behutsam bei den Armen du musst ihn mir geben Kandamir ohne zu zögern gab Kandamir seinen Bruder frei der erstickt aufschluchzte als Osmund einen Arm um ihn legte bei dem Laut fuhr Kandamir zusammen pass doch auf Osmund nickte zerknirscht komm her Sachse und als Austin hinzueilte sagte er bring Hakon zu eurer Hütte und tu für ihn was du kannst Austin und Osmund verständigten sich mit einem Nicken dann nahm der Mönch Hakons Hände zog ihn auf die Füße und beugte sich gleichzeitig vor sodass der Junge auf seine Schulter fiel als er in sich zusammensackte Ehe der Sachse sich aufrichtete war Hakon bewusstlos geworden Austin machte sich mit seiner leblosen Last auf den Weg Kandamir hatte die kurze Zeit da niemand ihn anstarrte genutzt um sich auf die Knie aufzurichten so verharrte er erst einmal eine Hand wieder am Baumstamm die Augen geschlossen hab ich geschrien nein du hast keinen Laut von dir gegeben Kandamir öffnete die Augen um festzustellen ob Osmund ihn anlog aber der erwiderte seinen Blick offen lächelte dann gar ein wenig und fügte hinzu das hat meinem Onkel überhaupt nicht gefallen er stand auf und streckte Kandamir die Hand entgegen komm ich bring dich zum Fluss Osmund machte einen zaghaften Schritt Richtung Fluss und zog Kandamir mit komm immer einen Fuß vor den anderen es es war nicht recht nein räumte Osmund vorbehaltlos ein das war es nicht er wollte ihn umbringen und und du warst nicht der Einzige der gesehen hat dass es nicht recht war auch viele andere ja wir müssen das Gesetz ändern Osmund das Ting muss recht sprechen nicht ein Einzelner sie waren am Ufer angekommen blinzelnd beäugte Kandamir die glitzernde Wasseroberfläche dann schaute er zu einem der Flöße die sie zum Fischen gebaut hatten bring mich ein Stück Fluss abwärts ich muss vor allem eine Weile allein sein Kandamir wenn du wüsstest wie das aussieht sagte sein Freund beschwörend Osmund na schön wie du willst aber heute Abend hole ich dich zurück erst musst du mich finden dachte Kandamir drei Tage und zwei Nächte blieb Kandamir im Wald Osmund hielt Wort jeden Morgen und Abend kam er zu der Stelle wo er Kandamir abgesetzt hatte und rief nach ihm und am Abend des dritten Tages verließ Kandamir sein Versteck und trat zu ihm Odin sei Dank Osmund lächelte flüchtig und warf einen möglichst unauffälligen Blick auf Kandamirs Rücken Ein unverändert scheußlicher Anblick stellte er ohne Überraschung fest die Haut soweit noch vorhanden schwärzlich blau bis gelb verfärbt doch er erstaunte wie gut die Striemen abgeheilt waren Ruhe und Flusswasser erklärte Kandamir dem der Blick nicht entgangen war Osmund nickte willst du mit zurückkommen oder soll ich dir etwas zu essen besorgen und herbringen Kandamir war versucht das großzügige Angebot anzunehmen schüttelte dann aber seufzend den Kopf ich glaube wenn ich heute nicht mit zurück komme dann nie wieder langsam ging Kandamir mit Osmund zum Ufer und nach einem kurzen Schweigen fügte er hinzu ich habe es nicht für Harkon getan doch dachte Osmund das hast du ich habe es gesehen aber was er sagte war er ist sehr krank Kandamir dein Sachse sagt es wird Zeit dass du heimkommst Kandamir antwortete nicht schweigend legten sie den Weg ins Dorf zurück Austin Sieglind und Asta hatten abwechselnd bei Harkon gewacht schon in der ersten Nacht hatte er Fieber bekommen und seither hatte sein Zustand sich von Tag zu Tag verschlechtert im Fieberbahn rief er unablässig nach Kandamir und wenn er bei klarem Verstand war fragte er nach ihm sie konnten ihm hatte sich schlicht geweigert es ihnen zu verraten weil er fürchtete sie würden seinen ziehbruder ausfindig machen und stören viele Stunden hatte Sieglind mit Austin zusammen am Bett des Kranken gebetet und sie war erstaunt welche Ruhe und Kraft ihr das verlieh und als Austin den kranken Jungen taufte und ihr klar wurde dass es nun egal war ob er lebte oder starb da Harkon jetzt im sicheren Hafen der Kirche und seine Seele unsterblich war fiel alle Furcht von ihr ab es dämmerte als Kandamir zu seiner Hütte kam Austin hob den Kopf ich bin froh dich wohl aufzusehen Herr Kandamir nickte abwesen und schaute auf Harkon hinab was ist mit ihm Austin seufzte und strich dem kranken schwer atmenden jungen eine feuchte strähne aus der stirn ich weiß es nicht genau sein puls rast und stottert das fieber will nicht fallen die wunden wollen nicht heilen er kann nichts bei sich behalten er er vergeht einfach vor meinen Augen Harkon stöhnte in seinem unruhigen Schlaf sein rasselnder Atem klang wie ein schluchzen ich habe alles falsch gemacht einfach alles und jetzt zahle ich dafür wieso glaubst du das fragte der mönch kander mir verblüfft da der begriff der sünde diesen menschen völlig fremd war erkannten sie in der regel auch keinen zusammenhang zwischen ihren taten und ihrem schicksal das entsprach einfach nicht ihrer vorstellung der welt alles entgleitet mir ich habe es versäumt meinen bruder so zu erziehen dass er anstand lernt und nun hat er schande über uns beide gebracht ich schufte wie ein ochse aber trotz des reichtums dieses landes bin ich ärmer als ich es je in der kargen alten heimat war sei nicht so mutlos herr sagte der mönch lass frieden in dein herz einkehren dann findet sich ein weg glaub mir und vor allem vergib deinem bruder kander mir sah auf den todkranken jungen hinab es tat ihm weh ihn so leiden zu sehen aber vergeben konnte er ihm nicht warum sollte ich das tun fragte er verdrossen weil es der einzige weg ist der euch aus dem finsteren tal führen kann ihn und auch dich es würde einen weiseren besseren Mann aus dir machen es würde einen schwächling und dummkopf aus mir schultern theoretisch lautete die antwort natürlich ja christus hatte der ehebrecherin vergeben wer von euch ohne sünde ist der werfe den ersten stein der fall liegt ein wenig anders meine ich herr antwortete austin ausweichend hakon bereut seine tat zutiefst bei gunda bin ich mir dessen keineswegs sicher nein knurrte kandamir sie bereut ihre tat nicht aber das wird sie noch wirst du sie töten fragte der sachse beklommen kandamir zuckte in vorgetäuschter gleichmut die schultern er hatte sich noch nicht entschieden ich weiß noch nicht vielleicht verkaufe ich sie falls irgendwer sie will irgendwie muss ich ja versuchen an Saatgut zu kommen aber sie ist im Moment die kleinste meiner Sorgen ich frage mich viel mehr wie ich Olaf leben lassen soll wenn Harkon stirbt austin richtete sich kerzengerade auf du hast es geschworen herr du hast geschworen mit dem gesetz der blutrache zu brechen ich weiß aber wenn ich meinen schwur halte beleidige ich die götter und meine ahnen und jeder hier wird mich einen feigling nennen niemand hier würde wagen dich einen feigling zu nennen nach dem was du getan hast außerdem wenn du deinen schwur brichst beleidigst du deine ahnen und götter ebenfalls kandamir nickte mit einem freudlosen lächeln verflucht wäre ich so oder so ganz gleich wie ich mich entscheide austin wusste es war ein ungünstiger zeitpunkt aber er konnte sich nicht zurückhalten da siehst du wie grausam und dumm deine götter sind wenn das alles ist was sie dir zu bieten haben ist es vielleicht an der zeit dich von ihnen ab und dem meinem zuzuwenden kandamir verzog spöttisch den mundwinkel du bist doch wahrhaftig gerissen Sachse aber dafür müsste dein gott mir erst einmal beweisen dass er wirklich gnädiger und mächtiger ist als die meinen wie du so gern behauptest sag ihm er soll ein wunder wirken und meinen bruder retten und wenn er es täte würdest du den alten göttern abschwören kandamir überlegte kurz und schüttelte schließlich den kopf ich glaube nicht dass ich das könnte aber ich würde ihn nicht länger bekämpfen dir nicht verbieten ihm zu huldigen und Harkon auch nicht ostin wiegte den Kopf hin und her und hob dann seufzend die schultern das ist ein ziemlich mageres angebot her und ich habe die erfahrung gemacht dass mein gott nicht gern mit sich feilschen lässt aber ich werde sehen was ich machen lässt es dauerte noch zwei tage bis sie wirklich aufatmeten mehrmals kam fieber und schüttelfrost zurück und immer noch konnten sie Harkon nicht ruhig halten so dass die wundheilung nur langsam und seinen knechten jeden morgen zur arbeit in den wald gab sich unbeschwert und lachte wenn er in der mittagshitze das obergewand auszog und irgendwer beim anblick seines rückens eine grimasse schnitt doch sobald er heim kam war er so schroff zu seinem gesinde dass bald niemand mehr das Wort an ihn richtete wenn er sich vermeiden ließ Harkon behandelte er mit hohen und eisiger herablassung kränkte den jungen bei jeder gelegenheit mit zotigen bemerkungen über dessen männlichkeit am schlimmsten war es für gunda kandamir nahm kein essen aus ihrer hand an und sprach nicht mit ihr gunda lebte in ständiger todesangst und darum war sie gefügig weil sie mehr als alles andere fürchtete sein Hass auf sie könnte sich auf seinen schutzlosen sohn übertragen hier her heide reichte kandamir ein gericht aus melde und siegenkäse sie wusste dass er das gern aß und das ist alles knurrte er es ist noch reichlich eintopf da sagte die köchin besänftigend gut bring mir welchen und sorg dafür dass das geplär aufhört sie nahm ihm die leere schale ab und trug sie zum feuer kleine kinder schreien her es ist normal du hast es auch getan lauter als dein sohn hier ich muss es wissen ich war dabei man kann nichts dagegen tun nein bring mir einen faustgroßen stein und ich zeig dir was man dagegen tun kann her begann orst den zaghaft sei lieber still riet kandamir es gibt nichts das ich von dir hören will nein das glaube ich entgegnete der Sachse denn du wüsstest ja dass es die wahrheit ist nicht wahr und welcher selbst mitleidige schwächling hält es schon aus die wahrheit zu hören tjorof nori und heide starrten ihn an als hätte er den verstand verloren und er selbst hegte den verdacht auch aber er hatte sich dieses elend wochenlang schweigend angeschaut und jetzt war das maß voll wie hast du mich genannt erkundigte kandamir sich und stand auf ostin erhob sich ebenfalls du hast mich sehr gut verstanden antwortete er scheinbar gelassen geradezu dankbar stürzte kandamir sich auf ihn seine endlosen grübeleien hatten ihn längst zu dem schluss gebracht dass der sachse und dessen verfluchter gott an all seinem unglück schuld waren und jetzt würde zumindest einer von beiden zahlen er packte seinen knecht mit der linken am kragen und ballte die rechte aber er bekam keine gelegenheit zuzuschlagen zwei keulen arme legten sich von hinten um seinen oberkörper und rissen ihn zurück muss ich dich erst ein bisschen rütteln oder kann ich dich loslassen sei so gut harald gab ihn frei legte ihm aber sogleich eine hand auf die schulter und drehte ihn zu sich um hast du gegessen dann lass uns zum fluss runter gehen ich würde gern ein paar dinge mit dir bereden sie nahmen die kleine fähre und setzten auf die andere seite über wie viele leute es taten wenn sie ungestört sein wollten hier am südufer war es still und friedvoll sie schlenderten am feld rhein entlang richtung süden hör mal mein junge begann harald abrupt ich ich hoffe du gibst dein ein verständnis mehr noch als die frage selbst überraschte kandermir der tonfall banger unsicherheit er blieb stehen und sah den schmied an harald natürlich bin ich einverstanden harald lächelte nickte knapp und ging weiter der schmied hob die rechte zu einer hilflosen geste ich war anfangs wie gelähmt nach asis tot meine ich als hätte man ein ohne dass ich nicht funktionieren konnte ich hatte nicht die absicht je wieder zu heiraten kandermir lächelte vor sich hin ich bin froh ihr seid beide zu jung um für den rest eurer tage allein zu bleiben harald blieb stehen ja die götter haben uns ein großes glück beschert komm wir wollen uns einen moment setzen nebeneinander ließen sie sich am feldrand dem gras nieder du hast dir mit olaf einen gefährlichen feind gemacht kandermir das war richtig denn du warst in der strittigen frage im recht doch ich bin sicher du hast gewusst dass diese feindschaft dir auch irgendwann etwas abverlangen würde aber nicht das protestierte kandermir ich habe damit gerechnet dass er im ting immer gegen mich sein würde dass er mich übervorteilt aber nicht nicht das hier diese demütigung hat harald schüttelte langsam den kopf du irrst dich du schätzt diese sache vollkommen falsch ein dein vater wäre stolz auf dich gewesen ich war an seiner stelle stolz auf dich du harald bitte unterbrach kandermir gepresst keine schönen lügen aus mitgefühl ich glaube das würde mir den rest geben der schmied wandte ihm das gesicht zu und sah ihm in die Augen ich sage den Mund halten und sie dir anhören sich im Kampfes fieber für seine kameraden zu opfern ist tapfer und ehrenvoll aber sich so kaltblütig und sehenden auges in die hände seines feindes zu begeben das erfordert eine art von mut den nur die wenigsten besitzen und ich habe gesehen dass Olaf alles getan hat um dich in die knie zu zwingen dich dazu zu kleiner und du wurdest größer keiner deiner Nachbarn hat dich je so hoch geachtet wie heute Kandamir glaubte ihm kein Wort aber er wollte Harald nicht beleidigen und behielt seine Zweifel für sich am liebsten würde ich aber ich kann nicht mein Bruder mein Sohn mein Gesinde sie sind wie ein Mühlstein um meinen Hals manchmal ist mir als könnte ich nicht mehr atmen der Schmied nickte Verantwortung kann eine große Last sein und dir ist sie eigentlich viel zu früh aufgebürdet worden als dein Vater damals nicht heimkam aber dass du ihr nicht entfliehen kannst muss nicht heißen dass du nichts ändern kannst wie meinst du das scheinbar unvermittelt wechselte der Schmied das Thema kann da mir ich möchte dich bitten mir eine Schmiede und eine Halle zu bauen sobald wie möglich ich will deiner Schwester und ihren Kindern ein vernünftiges Heim bieten ich gebe dir Saatweizen dafür so viel du brauchst damit wäre ich um eine Sorge ärmer dachte Kandamir fragte jedoch woher in aller Welt hast du Saatweizen Harald lächelte geheimnisvoll ein Schmied bekommt immer was er benötigt denn an jeder ist auf ihn angewiesen Kandamir hob seufzend die Hände ich würde nichts lieber tun als euch euer neues Heim zu bauen antwortete er aber wenn ich kein Land rode nützt mir der beste Saatweizen nichts hör mir zu fiel der Schmied ihm ins Wort ich habe mit vielen Männern gesprochen über das Roden und Säen über die Notwendigkeit von Häusern vor dem Winter und über dich Berse sagt du seist ein hervorragender Zimmermann besser als jeder seiner Söhne das ist doch lächerlich jeder Mann kann einen Baumstamm spleißen und ein paar Balken zusammen zimmern Harald lachte leise ja ich meine auch immer ein jeder müsste sich seine Messer und Pflugscharen eigentlich selbst schmieden können denn es ist doch so einfach einfach ist es aber nur für den der weiß wie es geht du besitzt ein wertvolles Talent Kandamir auch wenn es dir nicht bewusst ist weil es für dich so selbstverständlich erscheint Kandamir erwiderte nichts er war verblüfft wir haben uns folgendes überlegt fuhr Harald fort du und Berse ihr baut unsere Häuser natürlich bekommt ihr an Knechten so viele ihr braucht dafür roden die anderen Männer euer Land mit und jeder gibt euch etwas Saatgut und sie werden eure Felder auch pflügen und einsehen sieh mich nicht so argwöhnisch an es hat nichts mit Almosen zu tun du wirst entlohnt für dein Handwerk genau wie ich auf diese Art und Weise könnte vielleicht jede Sippe bis zum Beginn des Winters ein Haus Not hätte ein Ende und er verstand sich gut mit dem brummigen zwergenhaften Schiffsbauer er war sicher sie könnten hervorragend zusammenarbeiten die Zukunft sah auf einmal gar nicht mehr so finster aus das klingt nicht übel Harald der Schmied lächelte zufrieden nicht wahr und das ist nicht das einzige was ich mir für dich ausgedacht habe jetzt kommen wir zu deinem Bruder schade ich fing gerade an mich besser zu fühlen ich habe nicht die Absicht dir vorzuhalten du zeigt es zu wenig Nachsicht das wäre einfach zu viel verlangt du hast wahrlich genug für ihn getan er ist ein Junge in einem schwierigen Alter glaub mir ich weiß wovon ich rede denn mein Gott wein ist nur unwesentlich älter und er hat eine sehr große Dummheit gemacht nicht mehr nicht weniger eines Tages wirst du die Kränkung überwinden die er dir zugefügt hat und ihr werdet vielleicht sogar irgendwann wieder Zuneigung füreinander empfinden aber bis es soweit ist solltet ihr einfach nicht unter einem Dach leben gib ihn mir in die leere Kandamir und erlöse mich im Gegenzug von meinem unausstehlichen Sohn Kandamir schaute ihn und er ist der Meinung es sei viel zu früh für mich wieder zu heiraten er macht aus dieser Ansicht keinen hehl vor allem Asta gegenüber nicht so geht es nicht weiter Harald lächelte jede Familie hat ihre Kümmernisse wusstest du das nicht doch eigentlich schon also was sagst du zu meinem Vorschlag ich bin einverstanden ich fürchte nur du wirst ihn bald bereuen Harkon ist ein arbeitsscheuer taugenicht das ist Godwin auch Kandamir streckte die rechte aus Harald schlug ein und besiegelte damit ihren Handel und nun kommen wir zu Gunda Kandamirs Hand zuckte zurück und er wandte beschämt den Blick ab du kannst dich nicht entschließen sie zu töten nicht war fragte Harald Kandamir hatte die langen Beine angezogen die Arme auf den Knien verschränkt und stützte das Kinn darauf nein sagte er zu dem wogenden Roggen es ist genug Blut geflossen in dieser verfluchten Sache und ich kann nicht vergessen was für ein süßes unschuldiges Ding sie war als sie zu mir kam was aus ihr geworden ist habe ich aus ihr gemacht sie trägt nicht allein die schuld daran der Schmied schwieg erstaunt ein solches Ausmaß an Selbsterkenntnis fand er ungewöhnlich für einen so jungen Mann das konnte nur das Werk des weisen jungen Sachsen sein vermutete Harald in seinen finstersten Stunden im Gebirge als Asi gestorben war hatte er Ostin kennen und schätzen gelernt und er fand es sprach für Kandamir dass er in der Lage war sich diesem Einfluss zu öffnen der doch in so vieler Hinsicht allem entgegenstand was bei ihrem Volk seit Menschengedenken der Vater an den Sohn weiter gab ich finde es richtig dass du sie leben lässt eröffnete der Schmied ihm viele sehen das anders aber was immer sie sonst sein mag sie ist auf jeden Fall die Mutter deines Sohnes der der erste Sohn Katans ist auch Brigitta meint sie sollte deswegen weiterleben aber du solltest sie nicht behalten nein ich weiß Iva hat mir gesagt er würde sie gern nehmen Iva der Kapitän des Meerespfeils Harald nickte und er will dir eine Sau dafür geben ein richtiges Hausschwein das er aus Elason mitgebracht hat mit allen Ferkeln aber Iva ist fett und hat faule Zähne und überall Geschwüre im Gesicht protestierte Kandamir Harald mühte sich eine ernste Miene zu wahren er hatte nur feststellen wollen wie Kandamir in Wahrheit zu der friesischen Sklavin stand dann verkauf sie mir schlug er vor Asta hat sie sehr ins Herz geschlossen als Preis mache ich dir die beste Axt die du je in Händen gehalten hast darauf kann ich mich nicht einlassen wenn Harkon und sie unter deinem Dach leben wird das soll für seinen Treuebruch nicht auch noch belohnt werden schon allein bei dem Gedanken überkam ihn rasende Eifersucht Harald nickte und hob ergeben die Schultern wie steht es denn nun eigentlich mit dir und der schönen Königin Kandamir winkte ab schlecht sie will mich nicht das hat sie gesagt nicht mir aber Osmund er hat sie an deiner Stadt gefragt also wirklich Junge ich frage mich manchmal ob er es mit eurer Freundschaft nicht ein wenig zu weit treibt Kandamir lachte verlegen nein nein er hat sie gefragt ob sie ihn heiraten wolle und als sie ihn abwies hat sie ihm erklärt sie wolle überhaupt keinen Mann du hattest ganz recht Harald Sieglind hat kein Interesse an sterblichen Männern sondern allein am Gott meines Sachsen wenn Orsten ihr die Geschichten von dessen Taten erzählt dann leuchten ihre Augen ich bin überrascht dass du das zulässt das muss ich und Kanda mir berichtete Harald von dem Handel den er mit dem Gott des Sachsen geschlossen hatte verstehe nun vielleicht ist die Königin der kalten Inseln von sterblichen Männern so bitter enttäuscht worden dass sie es für sicherer hält sich dem göttlichen zuzuwenden doch möglicherweise lässt sie sich umstimmen bei Thor's Hammer was für eine schöne Braut raunte Bärse Kandamir zu dein Freund ist wahrhaftig zu beneiden Kandamir gab ihm recht Inga war vielleicht keine überwältigende Schönheit aber ein hübsches junges Mädchen mit einer zarten rosigen Haut und heute strahlten ihre Augen Brigitta nahm eine vorbereitete Gelande aus Lilien und Birkenzweigen aus einer flachen Tonschale die alte Frau schlang die Gelande um die Hand gelenk der Brautleute dann breitete sie die Arme aus Vater der Götter segne diesen Bund deines treuen Gefolgsmanns und deiner Dienerin Inga wandte sich Osmund zu ihre Augen leuchteten tatsächlich wie Sterne niemand konnte daran zweifeln dass sich an diesem Tag ihr lang gehegter Wunschtraum erfüllte doch sie sprach mit feierlichem Ernst dir allein will ich angehören vom heutigen Tage an und gemeinsam mit dir will ich Odin dienen auf dass er uns seiner Weisheit teilhaftig werden lasse und das Glück sich niemals gegen uns wende ein solches Eheversprechen war unüblich und fremd und die Siedler tauschten verwunderte Blicke aber es ließ niemanden unberührt dir allein will ich angehören vom heutigen Tage an und gemeinsam mit dir will ich Odin dienen auf dass er uns seiner Weisheit teilhaftig werden lasse und das Glück sich niemals gegen uns wende wiederholte Osmund mit tragender Stimme und er schaute seiner Braut dabei unverwandt in die Augen als er geendet hatte schlich sich das kleine lächeln in seinen Mundwinkel die umstehenden applaudierten und lachten dann scharrten sie sich um das Brautbar um zu gratulieren Kandamir war der erste er schloss seinen Freund in die Arme möge dir alles Glück der Welt beschieden sein nach dem Brautmal begannen die eigentlichen Feiern zum Mittsommerfest Wettbewerbe im Faustkampf Steinweitwurf Tau ziehen und Bogenschießen unterbrochen von Musik Tanz und immer neuen Mahlzeiten Kandamir schlich sich davon ohne auch nur an einem der Wettkämpfe teilgenommen zu haben für die er sich früher so begeistert hatte er ging zu der kleinen Koppel neben seiner Hütte die seine Rinder ebenso wie seine Pferde beherbergte legte der Stute das selbst geknüpfte Zaumzeug um und schwang sich auf ihren bloßen Rücken Kandamir umrundete die Der Wald bestand großteils aus Laubbäumen und war jünger als der Forst den sie bislang gerodet hatten Im dichten Unterholz raschelte allerhand Kleinwild und in dem Flüsschen an dem er schließlich Halt machte war ein emsiger Biber dabei einen Damm zu bauen Kandamir saß ab ließ die Stute grasen und setzte sich ans Ufer um dem unvergleichlichen Baumeister zuzuschauen Hoffst du noch etwas Böttische Stimme hinter ihm Kandamir vielleicht zusammen aber er wandte sich nicht um Ich kann nicht hoffen jemals halb so gut zu werden wie er und wenn ich hundert Jahre hätte um Häuser zu bauen antwortete er Es brachte ihm ein silberhelles Lachen ein Dann erschienen zwei nackte kleine Füße und ein ausgebleichter roter Rocksaum am Rande seines Blickfeldes Welch ein Zufall dass wir Ich bin dir gefolgt Es tut mir leid ich wollte dich nicht stören Du störst mich nicht log er Und wo du schon hier bist kannst du dich auch zu mir setzen Sie ließ sich nicht lange bitten Eine gute Elle von ihm entfernt setzte sie sich ins Gras und verfolgte die putzigen und doch so meisterlichen Bauarbeiten des Bibers Ich bin gekommen um dich um einen Gefallen zu bitten Tatsächlich Er ließ sich zurücksinken stützte sich auf die Ellbogen und sah sie an Jetzt bin ich aber neugierig Morgen findet ein Ting statt habe ich gehört begann sie Kanda mir nickte Jedes Jahr findet am Tag nach Mittsommer ein Ting statt Ich habe weiter gehört dass morgen beim Ting ausgelost werden soll in welcher Reihenfolge die Häuser gebaut werden Richtig Und wer deckt Kanda mir hob die Schultern Das werden wir lernen müssen Vielleicht kannst du mir bei Gelegenheit noch einmal erklären was du darüber weißt Ich würde es lieber selbst machen Was fragte er verständnislos Du Er lachte verblüfft Was für eine alberne Idee Ah ja Ich bin die Einzige die Erfahrung mit Rieddächern hat Also was sollte dagegen sprechen Du bist eine Frau und warst eine Königin Es wäre unangemessen erklärte er geduldig Was ich einmal war ist ohne belang und macht mich nicht satt Ich brauche ein Haus wie jeder von euch Kanda mir Nur ein kleines Und ich brauche Korn und andere Vorräte Womit soll ich mir all das verdienen wenn nicht durch Arbeit die ich besser beherrsche als jeder von euch Es gibt einen viel einfacheren Weg wie du vor dem Winter ein Dach über dem Kopf haben könntest Red lieber nicht weiter warnte sie leise Doch gerade der drohende Tonfall machte es ihm unmöglich aufzuhören Du bräuchtest mich nur zu heiraten Ihr Kopf ruckte hoch und das zornige Funkeln in ihren Augen konnte einem beinahe Angst einjagen Einen eitlen überheblichen rohen Schwachkopf wie dich Da hätte ich gleich bei Knut bleiben und mir viel Leid und Mühe ersparen können Kandamir schluckte sichtlich Ein einfaches Nein hätte auch gereicht murmelte er kleinlaut Er hatte nicht wirklich damit gerechnet dass sie einwilligen würde Aber es war das erste Mal in seinem Leben dass er einer Frau einen Heiratsantrag gemacht hatte und eine solche Abfuhr war niederschmetternd Sie schaute auf seinen gesenkten dunklen Schopf und bekam sofort ein schlechtes Gewissen Entschuldige Kandamir bat sie halb ungeduldig halb zerknirscht Das wollte ich nicht sagen Er hob abwehrend die Hand Du hast wahrscheinlich recht Ich bin all das was du gesagt hast Er stand auf scheinbar gemächlich doch in Wahrheit war er der Panik nahe Er konnte weder ihre Nähe noch ihren Blick auch nur einen Moment länger ertragen Mit bebenden Fingern nahm er den Zügel der Stute den er über einen niedrigen Ast geschlungen hatte und fuhr er mit der linken sacht über die weichen nüstern Komm morgen zum Ting und unterbreite deinen Vorschlag selbst riet er sieglind während er aufsass Ich werde dich unterstützen Verblüfft starrte sie ihm hinterher Bei Einbruch der kurzen Dämmerung war die Mehrzahl der Siedler so heillos betrunken dass als das Brautpaar anstalten machte sich zurückzuziehen Brigitta bedeutete Osmund und Inga mit einem Wink ihr zu folgen und führte sie nahezu unbemerkt am Ufer entlang zu ihrer Hütte dort warteten Asta Britta und ein paar Sklavinnen die Inga in ihre Obhut nahmen zu einer seichten Stelle am Ufer führten sie im Fluss badeten und schließlich in ein Gewand kleideten das Brigitta eigens für diesen Zweck gewebt und geschneidert hatte es war aus schlichter ungefärbter Wolle aber mit eigentümlichen Zeichen und Runen aus grünem und braunem Garn bestickt nervös und unschlüssig schaute Osmund den Frauen nach als sie im hohen Uferschilf verschwanden dann trat er zu ihr ans Feuer was soll ich tun hier sie drückte ihm einen Mörser in die großen Hände der zu einem drittel mit getrockneten Blättern und Wurzeln gefüllt war zerstoße das zu einem Pulver was ist es fragte er voller Skepsis das braucht dich nicht zu kümmern nicht du sollst es trinken sondern Inga die meine Frau ist also was ist das hier es macht sie sehend und fruchtbar die Frauen erwarteten sie am Ufer Inga lächelte ihrem Bräutigam Scheu entgegen als sie ihn kommen sah dann nahm sie aus Brigittas Händen den Becher und lehrte ihn ohne Fragen zu stellen gut raunte Brigitta zufrieden jetzt bring uns auf die Flussinsel hinüber aus Mund inzwischen war es längst Nacht geworden aber der fast volle Mond war aufgegangen und färbte Dunkelheit und Wasser blau die Insel im Fluss war mit alten Laubbäumen bewaldet langgezogen und beinahe wie ein Schiff geformt Osmund hatte sie nie zuvor betreten sie hatte ihm immer ein gewisses Unbehagen eingeflößt so als sei sie ein verbotener Ort er spürte die Mächte die auf dieser Insel am Werk waren auch wenn er sie nie hätte benennen können plötzlich verließ Inga ohne jeden erkennbaren Grund den Pfad und drängte sich zwischen zwei Haselnuss Sträuchern hindurch ins Dickicht hilfesuchend sah Osmund zu Brigitta die ihm bedeutete seiner Braut zu folgen Inga führte ihn auf eine Lichtung er konnte keinen Grund erkennen warum hier auf einer Länge von vielleicht 30 Schritten kein Baum stand aber es verwunderte ihn auch nicht sonderlich nichts wunderte ihn hier auch nicht der einzelne weiße Rabe der lautlos aus der Krone einer gewaltigen Eiche herab schwebte und sich zu Brigittas Füßen niederließ wo er reglos hocken blieb Inga stand in der Mitte der Lichtung hatte den Kopf in den Nacken gelegt die Arme abgespreizt und leicht angehoben und drehte sich langsam um die Osmund stand stockstill am Rand der Lichtung und beobachtete seine Braut gebannt Inga ließ die Arme sinken schaute Osmund mit großen Augen an und machte drei Schritte in seine Richtung als sie sich plötzlich auf die Knie fallen ließ geh zu ihr Osmund murmelte Brigitta mach keine raschen Bewegungen du darfst sie nicht erschrecken langsam trat er zu Inga und knete sich neben sie ins lange Gras gib ihr deinen Sachs befahl Brigitta ebenso leise zögernd löste Osmund sein gewaltiges Messer vom Gürtel und reichte es Inga mit dem Heft zuerst sie nahm es als habe sie darauf gewartet Inga legte beide Hände an das abgegriffene Wahlbein Heft des Sachs und stieß ihn in die lockere Erde als wäre er eine Schaufel sie brach die Krume auf und Grub es waren nur kleine Mengen Erde die sie hervorholte aber ihre Bewegungen waren stetig und fließend so dass sie nach kurzer Zeit ein Loch gegraben hatte das so groß war wie der Helm eines Kriegers dann hielt sie inne ließ sich auf die Fersen zurück sinken und betrachtete ihr Werk mit leicht gerunzelter Stirn nach wenigen Augenblicken begann das Loch sich mit Wasser zu füllen Osmund stieß einen unterdrückten Laut der Überraschung aus und zuckte zurück Inga lachte selig achtlos warf sie den Sacks beiseite und steckte beide Hände ins Wasser ich habe ihn gefunden sagte sie nicht laut aber es war dennoch ein jubeln Brigitta ich habe Odins Quell gefunden hier ist der Ort Osmund verkündete sie überflüssiger Weise hier werdet ihr den Tempel bauen Osmund erschien übernächtig zum Ting am nächsten Morgen kurz nach Sonnenaufgang war Brigitta mit dem Boot auf die Insel zurückgekehrt sie hatte erstaunlich viel Kraft in ihren vom Alter gekrümmten Händen und ruderte ohne erkennbare Mühe hatte ihm zu essen gebracht ihn dann ins Dorf zurück geschickt und versprochen bei Inga zu bleiben seine Braut hatte noch gelächelt als er sie zum Abschied behutsam auf die Schläfe küsste das Auslosen der Reihenfolge zum Bau der neuen Häuser galt den meisten als wichtigster Punkt und wurde deswegen zuerst abgehandelt binnen einer halben Stunde stand die Reihenfolge fest weil Sieglind auch ein Los hatte ziehen müssen stand sie noch im inneren Kreis bei den Männern sie ergriff die Gelegenheit ihren Vorschlag zu unterbreiten ehe der Mut sie verlassen konnte hoch erhobenen Hauptes und scheinbar gänzlich von ihrer Unverzichtbarkeit überzeugt legte sie den Versammelten dar welche Vorteile es hätte wenn sie das deckende Häuser mit Riedschindeln übernahm das missfällige Gemurmel schien bei den Frauen lauter zu sein als bei den Männern aber ehe irgendwer Bedenken vorbringen oder Ablehnung zum Ausdruck bringen konnte ergriff Kandamir wie versprochen das Wort und unterstützte ihren Vorschlag er schloss mit dem schlagkräftigen Argument dass das solideste Haus nichts nütze wenn es durchs unfachmännisch gedeckte Dach regne unerwartet schlug die Stimmung um nicht nur Harald und Osmund sondern auch Sivart und Eilhard dessen Söhne und eine Reihe weiterer einflussreicher Männer sprachen dafür Sieglind bekam eine klare Mehrheit die Tatsache dass Olaf dagegen gestimmt hatte versüßte Kandamir diesen Sieg aber begreifen konnte er die unverhoffte Unterstützung nicht keiner deiner Nachbarn hat dich je so hoch geachtet wie heute hatte Harald vor ein paar Tagen am Fluss zu ihm gesagt die Behauptung kam ihm heute noch genauso unglaubwürdig geradezu lächerlich vor aber was immer die Gründe sein mochten die Männer hörten ihm heute aufmerksamer zu als früher Kandamir beschloss kurzerhand die Gunst des Augenblicks zu nutzen wir haben abgemacht dass jeder Haushalt einen Sklaven für den Häuserbau zur Verfügung stellt alle nickten mir ist ein Arbeiter so lieb wie der andere solange er fleißig ist und ihr könnt uns schicken wen ihr am besten entbehren könnt aber ich will den Turonländer plötzlich war der Blick der grauen Augen unverwandt auf Olaf gerichtet der baute sich zu seiner beeindruckenden Größe auf und runzelte unwillig die Stirn den Turonländer das kannst du dir aus dem Kopf schlagen ich bestehe darauf entgegnete Kandamir er war Schiffsbauer in seiner Heimat und ist ein geschickter Zimmermann ohne ihn würdest du noch nicht in deinem neuen Haus wohnen Schiffsbauer für einen Moment verdrängte Olafs Verwunderung seinen Ärger woher willst du das wissen er kann es dir kaum erzählt haben man kann sich auch ohne Worte verständigen wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und Olafs Miene war grimmig du bekommst meinen Sklaven nicht dein Sklave ist er das denn erkundigte Kandamir sich du hast dir einfach genommen was du haben wolltest ohne jedes recht Kandamir hat recht bekundete Eilhards Ältester der Tourenländer steht der Gemeinschaft zu viele nickten Olaf schaute sich langsam um ließ den Blick von einem Gesicht zum nächsten gleiten seine Miene verächtlich in Elasund war er mächtig genug gewesen um sich zu schützen aber hier musste er nun feststellen wo spätestens nach der ersten richtigen Ernte jedermann wohlhabender sein würde als je zuvor drohte seine Macht plötzlich zu schwinden na schön sagte er schließlich mit einem Lächeln das ihm kaum Mühe zu kosten schien dann nehmt ihn Siewart und Haflad und einige andere nickten zufrieden und Eilhard ließ einen Krug Mäht herum gehen für sie war das Thema abgehandelt aber Kandamir blieb mit verschränkten Armen stehen und sagte ich bin noch nicht ganz fertig alle wurden wieder still und sahen ihn erwartungsvoll an er spürte sein Herz pochen seine Hände wurden feucht mit einem Mal war er furchtbar nervös mit derselben Willkür mit der du dir den Sklaven angeeignet hast Olaf hast du letzten Monat beinahe meinen Bruder umgebracht das ist ja lächerlich knurrte Olaf es ist die Wahrheit widersprach Harald nicht einmal unfreundlich Harkon wäre mit Sicherheit gestorben wenn Kandamir ihm nicht die Hälfte der Buße abgenommen hätte ich habe den Jungen am Tag danach gesehen und hatte kaum Hoffnung nicht einmal deine Schafe sind das Leben eines Mannes wert Olaf wenn du dich ungerecht behandelt gefühlt hast warum hast du mich nicht zum Kampf gefordert brauste Olaf auf es kann nicht angehen dass ein Mann nur die Wahl hat sich der Willkür eines anderen zu unterwerfen oder ihn zu erschlagen und eine Blutfäde zu riskieren unterbrach Kandamir und nahm den Faden wieder auf er hob beschwörend eine Hand keine Hungersnot kein Krieg hat so viele Leben gefordert und so viel Leid über unser Volk gebracht wie die sinnlosen Fäden die wir untereinander austragen und die der Vater dem Sohn als Erbe aufbürdet aber es ist das Gesetz der Götter unterbrach Brigitta wie kannst du wagen es in Frage zu stellen Kandamir fuhr zu ihr herum das Gesetz der Götter sagtest du ja und doch warst du erleichtert als ich Havlad am Jul fest geschont habe ich war erleichtert gestand sie ungerührt aber ebenso befremdet es war nicht richtig Mutter rief Havlad aus ich war betrunken und habe dummes Zeug gefaselt ja warf Kandamir ein halb verdattert halb amüsiert über dieses gänzlich unerwartete Eingeständnis hätte ich dafür mein Leben lassen sollen fuhr der Köhler an seine Mutter gewand fort sie hob kurz die mageren Schultern da du es zum Zweikampf hast kommen lassen ja so lautet das Gesetz ja begreifst du denn nicht was für ein Irrsinn das ist fragte Kandamir die Blutrache ist das Gesetz der Götter wiederholte die alte Frau stur dass wir sie abschaffen entgegnete Kandamir das war eine Lüge aber er wusste dass er mit einem so weit gehenden unerhörten Antrag nicht durchkommen würde also beschloss er kurzerhand sein Ziel schrittweise zu verfolgen mir geht es lediglich darum solche Blutfäden zu verhindern und wie stellst du dir das vor fragte Sivard skeptisch ganz einfach eine ebenso altehrwürdige Tradition wie das Gesetz der Blutdrache hat das Ding nicht wahr seit jeher versammeln sich die freien Männer um gemeinsam Entscheidungen zu treffen warum ist das wohl so er ist gut dachte Austin bei sich der mit den Frauen am äußeren Rand der Versammlung im Gras saß und aufmerksam lauschte er weiß vermutlich noch nicht einmal dass es so etwas wie Rhetorik gibt aber er macht es instinktiv richtig der Sachse war sehr stolz auf seinen jungen Herren weil dann nach dem Willen der Mehrheit entschieden wird und die größtmögliche Zahl an Männern zufriedengestellt wird beantwortete Sivat Kandamirs Frage und weil viele Köpfe zusammen weiser sind als einer allein weil viele Köpfe zusammen weiser sind als einer allein wiederholte Kandamir langsam und ließ ein zwei Atemzüge verstreichen ehe er fortfuhr um diesen Worten mehr Gewicht zu verleihen darum sage ich lasst uns in Zukunft im Ting recht sprechen lasst uns mit unserer gemeinschaftlichen Weisheit darüber entscheiden was geschehen soll wenn ein Mann den anderen bestohlen hat ihm den Lohn für eine Arbeit schuldig schäfliche Nachlässigkeit seine Schafe den Wölfen anheim fallen lässt lasst uns beschließen dass das Urteil des Ting für jeden von uns bindend ist und wenn nur einer von uns sich diesem Urteil nicht unterwirft nur dann darf der Gegner oder der geschädigte Blutrache nehmen ein Moment herrschte vollkommene Stille dann fingen alle gleichzeitig an zu reden so laut und aufgeregt dass es beinahe einem tumult glich die Sonne stand schon schräg als sie zur Abstimmung schritten Kandamirs Antrag bekam eine knappe Mehrheit Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 5 Jeden Tag lehrt der Allmächtige uns etwas Neues über dieses gesegnete Land Mit jedem Tag gelingt es uns besser uns den Gegebenheiten unserer neuen Heimat anzupassen Auch die Anlage der Garten und der Bau von Häusern und Wirtschaftsgebäuden sind der neuen Witterung angepasst worden Die Zimmerleute genießen hohes Ansehen Dies gilt in besonderem Maße für meinen Herrn der sich seit einigen Wochen nur noch dem Tempelbau auf der Flussinsel widmet Nur die schönsten makellos gewachsenen Stämme wählte Kandamir für die Halle der Götter und war das Bauwerk erst fertig sollten die Balken kunstvoll geschnitzt und mit Runen und Bildern verziert werden Auch für den Dachstuhl des Tempels hatte Kandamir hochfliegende Pläne Er sollte die Form eines umgestülpten Drachenschiffes haben damit ihre Nachkommen niemals vergaßen dass sie eigentlich ein Volk von Seefahrern und wie sie überhaupt hierher gelangt waren Um den Eindruck zu verstärken wollte er dieses Dach mit Holz schindeln nicht mit Ried decken Der Tempelbauer füllte die Siedler mit Neugier und freudiger Erregung und nachgetaner Arbeit ruderten sowohl Männer als auch Frauen Begeisterung für die Halle der Götter Er tut nichts ohne den Rat dieses verschlagenen Sachsen Harald und so wird das was er uns baut ein Tempel des verfluchten Zimmermanns Gottes erklärte Olaf verbost Unsinn erwiderte der Schmied mit vollem Mund Dann spülte er den Bissen mit einem Schluck Meht hinunter ehe er fort fuhr Nicht ein Altar des Gekreuzigten ist das Herz unserer Götter Halle sondern die heilige Quelle so wie Brigitta es wollte Sie saßen alle an dem langen Tisch in Haralds Halle Kandamirs gesamter Haushalt der hier Unterkunft gefunden hatte nachdem dessen Hütte bei einem kleinen Erdbeben eingestürzt war ebenso wie der des Schmieds Kandamir und Austin aßen schweigend ihr Nachtmal während Olaf vor Haralds Hochsitz stand wütend gestikulierte Mann und würde jetzt gern weiter essen wenn du erlaubst Harald machte eine auffordernde Geste Deine Anschuldigungen sind haltlos aber wenn du unbedingt willst bring sie vor das Ting in einer Woche ist es wieder soweit Olaf wandte sich mit einem knappen Nicken zur Tür Sie schwiegen bis er die Halle verlassen und die Tür geräuschvoll geschlossen hatte Olaf Grollt Kandamir aus ganz anderen Gründen und seinem Neffen Grollt er ebenso bemerkte Harald Was meinst du fragte Kandamir neugierig Hier geht es allein um Macht In Elason war Olaf der mächtigste Mann denn er war reich und alle anderen waren arm Aber er wird nicht jünger Du und Osmund hingegen seid jung Schon deswegen seid ihr eine Bedrohung für ihn Was soll das heißen fragte Kandamir verständnislos Ostin nickte Er wusste genau worauf Harald hinaus wollte Osmund ist außerwählt erklärte er seinem Herrn Ihn hat Odin bestimmt dieses Land zuerst zu betreten Vor allem Brigitta misste ihm eine große Bedeutung zu und Brigitta wiederum hat hier weitaus mehr Einfluss als in der alten Heimat Sie hat dafür gesorgt dass Osmund Inga heiratet die ihre Nachfolge antreten soll Osmund ist der neue Liebling eurer Götter das macht ihn mächtig jeder sucht seine Nähe du Herr bist derjenige der Olaf offen die Stirn geboten hat auf eine Art und Weise die alle hier erschüttert hat die ihnen klar gemacht hat dass Olaf Stern sinkt es ist genauso wie Ostin sagt bestätigte der Schmied und fuhr sich mit der Linken über den Bart obendrein bist du Ostmund verkörpert Odins Macht auf Katan du verkörperst die schöpferische Kraft unserer Gemeinschaft Olaf verkörpert die Vergangenheit das weiß er ganz genau und er wird euch töten wenn er kann um eure Rollen zu übernehmen der Zufall hatte Ostmund und Jared die Honig sammelten an diesem Nachmittag mit Kandami und Sieglind die sich im Wald begegnet waren zusammengeführt sie suchten sich einen Weg durch ein nahezu undurchdringliches Dickicht fernab aller Pfade die die Siedler sich kreuz und quer durch den Wald gebahnt hatten Jared trug den Eimer mit der Honig Ausbeute des Nachmittags in der Linken sei so gut gib mir auch ein Stück Jared Kandami streckte die Hand aus ich hab mich nicht zerstechen lassen damit ihr Naschwerk bekommt protestierte Osmund ach nur ein ganz kleines komm schon hab dich nicht so du er brach ab weil Sieglind plötzlich reglos stehen geblieben war dann stieß Jared einen halb unterdrückten laut aus der ebenso abscheu wie Verzweiflung auszudrücken schien verwirrt stellte Kandami fest dass Sieglind und Jared in die gleiche Richtung starrten und folgte ihrem Blick was er sah erfüllte ihn mit einem kläglichen Entsetzen keine zwanzig Schritte von ihnen entfernt lag der Thuronländer mit heruntergelassenen Hosen auf den Knien sein Rücken war gekrümmt sein geschorener Kopf zurückgeworfen das Gesicht zu einer grauen Maske des Elends verzerrt er hatte die Hände gegen einen Baumstamm gestemmt um die grausamen Stöße des Mannes abzufangen der hinter ihm kniete die Hände in seinen mageren Schultern gekrallt und ihm Gewalt antat während die vier unfreiwilligen Zeugen noch in ihrer Schreckensstarre verharrten kam er zum Ende stand auf und brachte seine Kleidung in Ordnung Kandamir legte einen Finger an die Lippen und trat dann aus dem Schutz des Dickichts auf die grausige Szene zu mit gesenktem Kopf hockte er sich neben den jungen Thuron Länder und half ihm seine Blöße zu bedecken als der Sklave ihn sah stieß er ein heißeres Schluchzen aus und vergrub den Kopf in den Armen Kandamir richtete sich wieder auf und wandte sich langsam um Nun bist du am Ende Olaf Im selben Moment zog Olaf sein Schwert Da trat Osmund zwischen den Sträuchern hervor Jared und Sieglind folgten ihm Als Olaf Osmund entdeckte zeigte sich erstmals wahrer Schrecken in seiner Miene Die Erkenntnis dass er nun tatsächlich am Ende war durchzuckte ihn wie ein plötzlicher Schmerz und ohne das geringste Zögern hob er die Klinge gegen seinen unbewaffneten Neffen Jared fiel seinem Vater in den Schwert arm und verhinderte so den Stoß der tödlich gewesen wäre Sieglind nutzte Olafs momentane Verwirrung um ihm die Waffe aus der erschlafften Hand zu reißen Dann herrschte Stille auf der kleinen Wiese Nichts war zu hören als das Keuchen der Kämpfer Schließlich hob Olaf den Kopf und schaute seinen Sohn verständnislos an Wie willst du damit leben dass du deinen Vater auf dem Gewissen hast Jared Ich glaube kaum dass du das fertig bringst Dafür bist du zur Feige So war dieses Mal Olaf derjenige der gebunden und in Schande ins Dorf zurückgebracht wurde Sieglind hatte sich des jungen Turonländers angenommen Nachdem die Männer fort waren ließ er sich überreden mit auf die Tempelinsel zur heiligen Quelle zu kommen Es war später Nachmittag geworden Es dauerte nicht lange bis ich herumgesprochen hatte dass Osmund und Kandamir Olaf gebunden ins Dorf gebracht hatten und wie üblich versammelten zu hören was vorgefallen war und zu beraten was zu tun sei Harald verschränkte die Keulen Arme Mit grimmiger Miene wandte er sich an die Versammlung Kandamir sagt Olaf habe sich an dem Turonländer vergangen Ein paar Herzschläge lang herrschte entsetztes Schweigen Dann erhob sich ein erregtes Raunen Es gibt vier Zeugen Kandamir Osmund Sieglind und Jared Das Raunen schwoll noch ein wenig an Allein Brigitta und Eilhard die Ältesten unter den Siedlern konnten sich erinnern dass etwas ähnliches vor langer Zeit einmal vorgefallen war und so ergriff Eilhard schließlich widerwillig das Wort Er wandte sich an Olaf Was hast du zu diesem Vorwurf zu sagen Olaf stand hoch aufgerichtet und erwiderte den Blick des alten Kriegers scheinbar unerschrocken Nichts Du leugnest es nicht Eilhard klang beinahe beschwörend Nein Es war wieder vollkommen still geworden Dann musst du sterben Olaf erklärte Eilhard bedächtig In diesem Moment ertönte ein spitzer Schrei Inga war aufgesprungen Da war eine Schlange im Gras Ich hab mich erschrocken Entschuldige Sie ward hob den Kopf Eine Schlange Wo Sie zeigte mit einem Finger der nicht ganz ruhig war Dort Sie kriecht Richtung Ufer Vater Furchtlos ging Berse der Schiffsbauer in die Richtung und erspähte im hohen Gras eine hellbraune schwarz gezeichnete Schlange die nicht länger war als ein Arm Mit einer blitzschnellen Bewegung packte er sie gleich unterhalb des Kopfes und hob sie hoch Am lang ausgestreckten Arm trug der Schiffsbauer das Tier zu Eilhard Dieser wandte sich an Brigitta Ist es ein Zeichen? Sie antwortete nicht gleich Doch schließlich nickte sie Ja Eilhard trat vor den Gefangenen Du wirst den Schlangentod sterben Olaf Mögen die Götter dir Kraft und Mut verleihen Olaf zeigte nicht die leiseste Regung als Erkundigte er sich Der alte Mann schüttelte den Kopf Morgen früh Du sollst Gelegenheit haben dich von deinen Söhnen zu verabschieden und deine Angelegenheiten zu regeln Zum ersten Mal schien Olaf um Haltung zu ringen Er senkte den Kopf Danke Eilhard hörten die anderen ihn murmeln Schlangentod Was bedeutet das? fragte Austin argwöhnisch Harkon der zusammen mit seinem Freund Wieland Ufer gleich bei der Schmiede saß und Kiesel ins Wasser warf Sie stecken die Schlange in ein dünnes Rohr erklärte Harkon Das stopfen sie Olaf dann in den Schlund Die Schlange gleitet in seinen Magen hinab und zerbeißt ihn von innen Oh mein Gott Wer bewacht ihn? erkundigte sich der Sachse Tor Björn und Haldir Eilhards Söhne antwortete Wieland Mein Vater meinte es sollten Männer sein die selbst keinen Groll gegen Olaf hegen damit gewährleistet ist dass alles würdevoll und anständig von statten geht Austin nickte beklommen würdevoll und anständig schienen kaum zu dieser Art von Hinrichtung zu passen aber er wusste was Wieland meinte unentschlossen stand Kandamir eine Weile am Ufer und lauschte dem majestätischen Rauschen des Flusses seine Beunruhigung überwog die Beklommenheit also löste er die Leine von Osmunds Boot sprang leichtfüßig hinein und ruderte flussabwärts zur Insel im Schatten der Bäume war es dunkler als auf dem Fluss aber Kandamir hätte den Weg zur heiligen Quelle auch mit verbundenen Augen gefunden denn er ging ihn seit als er auf die Tempellichtung trat sah er Sieglind am Boden knien den Kopf gesenkt und die Hände gefaltet genau wie Orsten es zu tun pflegte zögernd trat er zu Sieglind und sah den jungen Turonländer zu ihren Füßen liegen Sieglinds schmaler Dolch steckte in seiner linken Brust die rechte Hand noch um den Griff gelegt die Lieder waren geschlossen schließlich ließ Sieglind die Hände sinken blickte aber nicht auf Ostin sagt der eine wahre Gott verbiete es sich selbst das Leben zu nehmen aber wie hätte ich ihm den Dolch verweigern können es war alles was er wollte Tränen rannen über ihr Gesicht Kandamir versuchte ein kleines Lächeln denkst du du könntest ein bisschen Holz sammeln natürlich aber die Turonländer verbrennen ihre Toten nicht Kandamir genau wie die Leute auf den kalten Inseln sie betten sie in einer Grube in der Erde und schütten einen Grabhügel darüber auf in Ordnung dann machen wir es so schließlich trug Kandamir den noch warmen Leichnam zu einer Stelle unweiter Lichtung wo der Turonländer mittags manchmal gern eine kleine Rast eingelegt hatte Sieglinde Sieglinde wie wir ihn erwischt haben mit Nicken und nun würde ich gern baden aber es ist Nacht wandte sie abwesend ein das ist mir gleich warte hier auf mich ich komme dich holen wenn ich fertig bin es dauert nicht lange sie nickte ihm mit einem matten Lächeln zu und er wandte sich ab wie immer bei Mondschein schimmerte das Wasser des Flusses bläulich und der Mond der schon im Westen stand überzog die kleinen Wellenkämme mit einem wunderbaren Glanz als Sieglinde ans Ufer kam sah sie die Umrisse der beiden Boote aber nichts sonst beunruhigt ging sie näher ans Wasser und kaum hatte sie Kandamirs Kleider auf dem Rand des linken Bootes entdeckt tauchte der dazugehörige Mann aus dem Wasser erst der rabenschwarze Schopf dann die Schultern schließlich der Rücken Sieglinde zog leise die Luft ein und nahm die Unterlippe zwischen die Zähne scheinbar selbstvergessen legte Kandamir den Kopf zurück hob die Hände drehte die lange Haarpracht im Nacken zusammen und wrang sie aus doch plötzlich sagte er ich werde jetzt bis zehn zählen dann drehe ich mich um wenn du dann immer noch da stehst kann ich für die Folgen keine Verantwortung übernehmen nein dreh dich nicht um bitte rief sie erschrocken eins zwei drei untersteh dich unterbrach sie halb ängstlich halb drohend vier fünf sechs sie protestierte nicht mehr er nahm an sie war geflüchtet aber er hielt Wort und zählte weiter sieben acht neun und er wandte sich langsam um Sieglind stand nur einen Schritt hinter ihm im Wasser unbekleidet er betrachtete sie hingerissen ohne sich zu rühren vollkommen gebannt Sieglind betrachtete ihn kaum weniger verzückt wenn Austin recht hatte war sie im Begriff ihr Seelenheil zu verwirken das wusste sie aber seit sie von den kalten Inseln geflohen war war sie nie so einsam und unglücklich gewesen wie in dieser Nacht bete wenn du Trost suchst und der Herr will dir Trost schicken hatte der Sachse ihr ungezählte Male versichert und sie hatte es versucht wieder und wieder aber immer erfolglos auch heute Nacht bis Kandamir auf die Lichtung gekommen war vermutlich war es schon ein unverzeihlicher Frevel auch nur zu denken Gott könne ihn als Antwort auf ihr Gebet gesandt haben und dennoch kam es ihr so vor komm her sagte er leise komm nur ich schwöre dir du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten und Kandamir war sich vagebewusst dass ihm ausgerechnet ihm zuteil wurde wonach Odin sich vergeblich gesehnt hatte von dem Augenblick an da er Tanuri am Ufer entdeckte als das erste zarte rosa das graue Licht des Tagesanbruchs färbte versammelten die Siedler sich vor Siewarts Hütte der alte Eilhard warnte sich an Siewart ist alles bereit Siewart nickte und hielt das Schilfrohr hoch es war vorne und hinten mit einem Lehmpfropfen verschlossen damit die Schlange nicht entwischen konnte alles bereit dann lasst uns gehen sagte Eilhard dicht zusammengedrängt machten sie sich auf den Weg zur Uferwiese über welcher ein weißer Bodennebel schwebte darum bemerkten sie das fehlende Wachen erst als sie die Esche schon fast erreicht hatten wo sind sie fragte Eilhard verwirrt Torbjörn Haldir seine Stimme klang dünn halb verhüllt von den weißen Schwaden erahnten sie ein Stück näher am Ufer den gefesselten Gefangenen Berse der Schiffsbauer trat auf ihn zu während die übrigen sich auf der Wiese verteilten hier sind sie rief Harald Eilhard hier sind deine Söhne und fast gleichzeitig hörten sie Berse einen undeutlichen Laut der Überraschung ausstoßen er hatte den Gefangenen bei den Haaren gepackt und seinen Kopf zurückgerissen es ist Jared oh bei allen Göttern was ist passiert Jared bewegte die verkrampften Glieder und fuhr sich mit der Zunge an den Zähnen entlang er ich er ist fort und das ist meine Schuld holt die anderen her Osmund es dauerte ein Weilchen ehe die anderen Männer mit zum Ufer kamen sie standen ratlos um Thor Björn und Haldir herum sahen mit bangen Minen auf die Schlafenden hinab und nahmen im Kreis um Jared Aufstellung Der junge Mann hob müde den Kopf und war nicht verwundert auf feindselige argwöhnische Blicke zu treffen er hat nach mir geschickt begann er sein Geständnis und er verlangte ich solle ihn entweder losschneiden oder ihm zumindest den Schlangentod ersparen und ihn töten ich dachte es sei meine Pflicht ihm dieses letzte Mal zu gehorchen es gibt ein Urteil des Ting fiel sie ward ihm entrüstet ins Wort Jared nickte sprich weiter Vetter ermunterte Osmund ihn Jared atmete tief durch ich zog den Sachs ohne zu wissen was ich tun würde ehe ich mich entschieden hatte fiel mein Bruder mich von der Seite an er hatte einen Stein in der Hand und schlug mich damit nieder das erschütterte ihn mehr als alles andere Lars hatte willig in kauf genommen dass er Jared töten könnte sein eigener Bruder offenbar hatten sie alles genau geplant als ich wieder zu mir kam waren sie dabei mich an Vaters Stelle zu fesseln und sie erzählten mir dass schon eine Stunde vorher Vaters irische Sklavin mit einem Becher Med zu Haldir und Torbjörn gegangen sei Kanda mir ging ein Licht auf Bilsenkraut fragte er Jared nickte es wächst hier genau wie auf den kalten Inseln und bald schliefen die Wächter den vergifteten Schlaf das heißt also Olaf ist geflohen warf der Schmied ein ja mit meinen Brüdern zwei meiner Schwestern vier Sklavinnen und sieben Sklaven Harald schaute zur Anlegestelle hinüber und viele folgten seinem Blick aber der Seedrache lag dort mit umgelegtem Mast vor Olaf hatte Katan nicht verlassen Sivart stellte eine Scharkampf erprobter Männer zusammen um Olaf und die geflohenen Sklaven zu verfolgen doch nach fünf Tagen kehrten sie erschöpft beschämt und vor allem unverrichteter Dinge zurück wir sind ihnen bis ins leere Land gefolgt berichtete Sivart aber dort verlor sich die Spur in der Gegend gibt es einfach nichts um eine Fährte zu hinterlassen weder Baum noch Strauch deren Zweige man auf Bruchstellen untersuchen könnte kein Gras keine lockere Erde um Fußspuren zu bewahren nichts kann dort leben Olaf und die seinen werden verhungern und verdursten Kandamir nickte schweigend aber erhegte Zweifel Osmund sprach aus was sein Freund dachte ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass es meinem Onkel bestimmt ist hungers zu sterben dafür ist er einfach zu findig Jared sagt er habe beinahe das ganze Korn und sowohl Rinder als auch Schafe mitgenommen Kandamir kletterte pfeifend auf seine Leiter und half beim Decken des großen Daches Die Arbeit ging langsamer voran als er gehofft hatte aber je weiter der Tag fortschritt umso besser wurde seine Stimmung denn sie hatte versprochen dass sie vor Einbruch der Dämmerung herüberkommen würde um zu überprüfen ob all ihre Anweisungen bezüglich des Anbringens der Schindeln auch geflissentlich befolgt wurden wie immer hielt sie glint Wort Kandamir nahm ihre Hand und drückte sie an seine Wange ich bin die Heimlichkeiten satt ja ich weiß antwortete sie unverbindlich komm lass uns das Dach anschauen es wird gut beschied sie Kandamir nickte setzte sich auf den Boden wo Gras und Farn allmählich spärlich wurden weil jeden Tag gar zu viele Füße darüber liefen und nun allmählich das Licht ausgesperrt wurde er schöpfte eine Handvoll Wasser und Trank von Wohlschmeckendste kühl süß und einen Hauch erdig mit der nassen Hand umfasste er Sieglins Arm und zog sie zu sich herunter ihr lächeln erschütterte ihn immer noch ein wenig es hatte sich so verändert war so vertraut und offen geworden er konnte noch nicht zurecht fassen dass er der glückliche war dem dieses lächeln galt doch sein freudiges Staunen war seiner Stimme nicht anzuhören als er sagte also reden wir über deine Bedingungen edle Königin es klang eher schroff was muss ich tun damit du dich herablässt mit mir in meiner Halle zu wohnen wenn du nicht sofort aufhörst mich so zu nennen werde ich gehen und nie wieder ein Wort mit dir sprechen drohte sie hitzig er nahm ihre Hand ich gelobe Besserung sie lachte wider willen darauf bin ich gespannt sag es mir spann mich nicht länger auf die Folter was sind deine Bedingungen ich will Ostins Segen für unsere Vermählung den seines Gottes das sollte nicht schwierig sein er konnte nicht fassen dass er die Erlaubnis seines Sklaven brauchen sollte um sich eine Frau zu nehmen aber er verbarg seinen Unwillen meinetwegen weiter was noch sie schluckte hob den Kopf und sah ihn an ich will dass du mir treu bist du musst mir schwören die Finger von anderen Frauen zu lassen was aber warum in aller Welt es ist Gottes Gebot Kandamir ließ ihre Hand los und raufte sich die Haare mächtiger Tür ich habe schon jetzt das Gefühl dass wir immer zu dritt in meinem Bett liegen werden du ich und Austin Scott ist das denn wirklich zu viel verlangt fragte sie untypisch verzagt stellst du nicht die gleiche Forderung an mich das war nun wirklich nicht zu vergleichen fand Kandamir aber er hatte von Anfangern gewusst dass diese Frau anders war seltsam einverstanden sie sah ihn unverwandt an du wirst Gunda aus dem Haus schicken es gab nur einen Ort wohin er Gunda schicken konnte das bedeutet zwangsläufig dass Harkon sie bekommt protestierte er schwach Sieglind nickte überleg dir ob du das in Kauf nehmen kannst aber du musst dich entscheiden sie oder ich ich wähle dich dann schwöre Kandamir legte die linke Hand aufs Herz und hob die rechte gegen Mitternacht trafen Austin Sieglind Harkon und Gunda sich in der Schmiede um die heilige Messe zu feiern sie taten es seit einiger Zeit regelmäßig immer an dem Tag der Woche den der Sachse den Sabbat nannte Austin breitete ein kleines Tuch auf dem Ambus aus das Sieglind liebevoll mit rotem Faden bestickt hatte legte sein schlichtes Kreuz und ein Stück Brot darauf und stellte ein Becher Wasser daneben denn er hatte ja keinen Wein aus aus den wartete bis seine drei Schäfchen vor ihm knieten ehe er segnend die Hand hob in nomine patris et filii et spiritus sancti mit ehrfürchtig gesenkten Köpfen machten sie das Kreuzzeichen er folgte der lateinischen Liturgie die man ihn gelehrt hatte aber er lockerte sie hier und da ein wenig auf er erzählte ihnen zwischendurch kleine Geschichten von den Taten der Patriarchen oder den Wundern die Jesus gewirkt hatte als er Brot und Wasser schließlich gewandelt hatte und sie glint reichte schüttelte sie den Kopf er schaute sie fragend an eine spur verärgert gar doch sie schüttelte nur wieder den Kopf Austin warnte sich an Harkon Corpus Jesu Christi custodiat animam tuam ad vitam eternam Amen antwortete Harkon beinahe tonlos vor Ergriffenheit und nahm ein Stück von dem Brot Was hatte das zu bedeuten fragte der Mönch Sieglind als Harkon und die junge Friesin nach dem Schluss Segen aus der Schmiede geschlüpft waren Ich war nicht würdig erklärte sie entschieden aber ohne besondere Zerknirschung Der Sachse faltete das Altartuch sorgfältig zusammen und legte es liebevoll mitsamt dem Kruzifix und dem schlichten Becher in den Beutel der auch die Bibel enthielt Erst dann wandte er sich wieder zu ihr um Und wieso glaubst du das? Kandamir hat mich gefragt ob ich seine Frau werden will Und was hast du geantwortet? Die Wahrheit Aber ich habe ihm gesagt es ginge nur mit Gottes Segen und deiner Zustimmung Auf einen Schlag wurden Austins Knie weich Ich sehe dass du glaubst dein Lebensglück hinge davon ab Aber ich kann es nicht billigen weil Gott es nicht billigt Du bist die Frau eines anderen Mannes und wenn du mit Kandamir liegst bist du eine Ehebrecherin Sie glint ließ sie nicht aus den Augen Wirst du mir eine Frage beantworten aus den Gewiss Was macht einen Mann und eine Frau in Gottes Augen zu einem rechtmäßigen wie antwortete der Mönch prompt den Knut und ich niemals hatten Austin konnte sich ein anerkennendes Lächeln nicht ganz verbeißen Da es den wahren Glauben in deiner Heimat noch nicht gibt ist euer heidnisches Hochzeitsritual bindend fürchte ich Dann beantworte mir noch eine Frage Wenn ein Mann sich einer unverheirateten Frau aufzwingt sind sie dann in Gottes Augen verheiratet Nein Es ist Unzucht Beide sind sündig Was kann die Frau tun Kann sie beichten um Vergebung für diese Sünde zu finden Ja aber das ändert nichts an den Dingen Du bist dennoch Knuts Frau beharrte er Sie schüttelte entschieden den Kopf Es gab kein Ritual nur den königlichen Willen Wie würdest du das nennen Austin Er wurde das Gefühl nicht los dass er überrumpelt worden war aber sie hatte recht mußte er einräumen Sünde Dann würde ich jetzt gerne beichten Ihre Augen funkelten übermütig arg wöhnte er Er gab sich keine besondere Mühe seine Verdrossenheit zu verbergen Er holte das Kruzifix wieder aus dem Beutel hielt es ihr hin damit sie es küssen konnte und brummte Also knie nieder und bekenne deine Sünden in der gebotenen Reue und Demut wenn ich bitten darf aber sei so gut und erspare mir die Einzelheiten Am letzten Tag des Septembers wurde der Tempel auf der Flussinsel geweiht Mir will scheinen dass selbst dieser Heidentempel dem Allmächtigen gefällig sein muss denn er ward in Demut und zu Ehren des Höchsten errichtet Mein weltlicher Herr hat sich in seiner Kunst übertroffen Wahrlich ein wundervolles Gotteshaus hat er geschaffen und sie haben beschlossen ihr Ting fortan immer im Tempel abzuhalten um dem Rat der Götter näher zu sein In der zweiten Woche des Windmondes wurde Kandamirs Haus fertig Wie die meisten seiner Nachbarn vor ihm gab auch er zu dem Anlass ein großes Fest Die Gäste jubelten ausgelassen als Jared und Osmund mit der Hilfe zweier Sklaven den Mal darauf Platz nahm Als sein Schwager und väterlicher Freund übernahm der Schmied die Aufgabe Kandamir viel Glück in seinem neuen Heim und das Wohlwollen der Götter zu wünschen Kandamir lauschte ihm andächtig doch sein Blick glitt verstohlen durch den Raum und seine Augen leuchteten voller Stolz Er tauschte einen Blick mit Sieglind die neben ihm auf der Bank saß und ihm mit einem kleinen Lächeln aufmunternd zunigte Als alle Haralds Aufforderung gefolgt waren und auf Kandamirs Wohl getrunken hatten erhob er seinen Medbecher dankte dem Schmied für die schönen Worte den Gästen für ihr Kommen und die Geschenke und sagte schließlich Wenn ich ein Jahr zurückblicke kann ich kaum fassen was alles geschehen wie viel Glück mir und uns allen beschert worden ist Letztes Jahr um diese Zeit haben wir gehungert und gefroren und die Welt war dunkel Heute beklagen wir uns darüber wie viel Arbeit es macht all die Früchte des Feldes und des Waldes zu sammeln und unser Vieh zu melken Die Katana lachten leise Da ihr mich kennt wird es euch nicht verwundern dass ich trotz der Fülle und Schönheit die konnte es mit mir zu versuchen er legte eine kleine Pause ein um es spannend zu machen ihr sollt wissen dass es mein Wunsch ist Sieglind zur Frau zu nehmen da sie weder Vater noch Vormund hat muss sie für sich selbst sprechen ich frage dich also Sieglind willst du meine Frau werden er streckte ihr die rechte entgegen sie erhob sich und legte ihre Linke in antwortete sie feierlich die Nacht wurde schon alt als sich schließlich die letzten Gäste verabschiedeten nur Harald Asta und Harkon waren geblieben und sie folgten Austin der das Brautpaar zur hinteren Kammer führte er schloss die Tür vor den neugierigen Blicken des übrigen Gesindes dem die undankbare Aufgabe zufiel vor dem Schlafengehen die Halle in Ordnung zu bringen Harkon ich denke auf deine Anwesenheit können wir verzichten sagte Kandamir kühl mit hängenden Schultern wollte der Junge sich abwenden doch Austin sagte bleib hier und dann Kandamir gewandt fuhr er fort bei dieser Sache wirst du ausnahmsweise einmal tun müssen was ich sage Herr nicht umgekehrt da ihr beide bereits öffentlich bekundet habt dass ihr die Ehe eingehen wollt brauche ich euch nicht zu fragen aber ich mache euch darauf aufmerksam dass dieser Bund in den Augen meines Gottes unverbrüchlich ist und euer Schwur euch ein Leben lang bindet komm zur Sache Sachse murmelte Kandamir er hatte diese Nacht noch etwas anderes vor Austin gab vor er nicht gehört zu haben dann hätte ich jetzt gerne die Ringe erklärte er stattdessen Kandamir sah ihn verständnislos an was für Ringe ihr müsst Ringe tauschen sonst gilt es nicht und das sagst du mir jetzt du nichtsnutziger verschlagene ausgekochter hier sind sie meldete Hakon sich scheu zu Wort er streckte dem Mönch und seinem Bruder die flache Hand entgegen zwei schmale Silberreifen lagen darin der eine klein der andere groß aber sie trugen das gleiche ein ziselierte Wellen Muster Hakon sammelte seinen Mut sah seinem Bruder in die Augen und lächelte mein Geschenk an euch und sind sie nicht vortrefflich geworden fragte Harald leise aber mit unverhohlenem stolz auf seinen Lehrling es gibt nicht nur Eisenerz in den Bergen im Osten weißt du wir haben auch Kupfer und Silber gefunden und als Hakon hörte dass ihr Ringe braucht hat er beschlossen sich als Silberschmied zu versuchen er ist ein Schmuckstücke ja sie sind wirklich hübsch lobte Austin der offenbar fand dass seine Geduld hier ungebüllig strapaziert wurde können wir jetzt vielleicht beginnen er nahm die Ringe aus Hakons Hand gab Kandamir den kleinen und Sieglind den großen das Brautpaar wandte sich ihm wieder zu und erforderte sie auf ihm nach zu sprechen mit diesem Ring nehme ich dich zu meinem vor Gott angetrauten Ehemann meinem Eheweib und gelobe dich zu halten und zu ehren in guten wie in schlechten Tagen bis dass der Tod uns scheidet es war schon spät der beinah volle Mond war aufgegangen und schien durchs Fenster Kandamir war sicher nur einen Augenblick geschlafen zu haben als er mit einem Ruck auf wachte er richtete sich auf und das erste was er sah waren die schreckensweiten Augen seiner Frau sie stand reglos neben dem Bett und eine große schattenhafte Gestalt war unmittelbar hinter ihr umklammerte mit einer Hand ihre rechte Brust und hielt mit der anderen eine Klinge an ihre Kehle stehe auf Kandamir langsam befahl Olaf leise Kandamir schwang die Beine aus dem Bett was er räusperte sich was willst du Olaf drängte Sieglind zum Fußende und plötzlich fiel das Mondlicht auf die beiden Gestalten sodass Kandamir die Gesichter deutlich erkennen konnte ich will abrechnen Kandamir und weil deine Schuld die größte ist fange ich mit dir an er zog einen offenbar vorbereiteten Lederriemen aus dem Gürtel bleib wo du bist befahl er dann nahm er sein Messer zwischen die Zähne fesselte Sieglind blitzschnell die Hände auf dem Rücken zusammen und band das lose Ende des Riemens an den Bettpfosten schon hielt er das Messer wieder in der Hand die nadelfeine Spitze auf Sieglinds Kehlkopf gerichtet jetzt komm her zügig aber nicht so schnell dass Olaf sich bedroht fühlen konnte trat Kandamir in den Strahl aus Mondlicht was hast du mit meinem Gesinde gemacht fragte er ich nehme sie mit ich brauche mehr Männer du versuchst mit Sklaven eine zweite Siedlung zu gründen fragte Kandamir und für einen kurzen Moment überwog sein Erstaunen die Angst du bist ja närrisch Olaf trügerisch sanft nahm Olaf ihn beim Oberarm mir bleibt leider nicht die Zeit es euch beiden zu besorgen doch nach dir habe ich mich schon so lange verzehrt Kandamir dass ich keinen Augenblick länger mehr warten kann wie betäubt ließ Kandamir sich zur Truhe an der Wand führen doch in der Mitte des großzügigen Raums riss er sich plötzlich los und trat Olaf vors Schienbein mit einem geschickten Ausfallschritt wich Olaf dem nächsten Tritt aus und schlug Kandamir fast gleichzeitig eine Faust in den Magen und die andere gegen den Kehlkopf Kandamir taumelte Olaf packte ihn von hinten an der Kehle und drückte zu da traf Olaf ein Fausthieb an der Schläfe und er fiel zur Seite mit einem wütenden Knurren das wenig menschlich klang fuhr er herum und er konnte kaum glauben was er sah ganz beachtlich für eine halbe Portion wie dich Mönchlein Austin sah ihm unbeirrt in die Augen um jede Bewegung rechtzeitig erraten zu können in der linken hielt er einen Sachs die rechte war immer noch zur Faust geballt und er sah überhaupt nicht aus wie ein Mann dem das Kämpfen fremd war Vater rief Lars Stimme gedämpft durchs Fenster Vater komm schnell wir müssen weg einer dieser verdammten Sklaven hat das ganze Dorf geweckt schnell wir müssen fliehen mit einem Fluch trat Olaf ans Fenster und schwang sich hinaus es ist gut Herr sagte Austin leise mit bewundernswert ruhiger Stimme er ist fort alles ist gut Kandamir hob den Kopf wie ein Hund der eine vertraute Stimme vernimmt als seine seltsam trüben Augen den Sklaven erkannten entspannte sich sein Körper er sank gegen die Truhe zog die Knie bis ans Kinn und vergrub den Kopf in den Armen ich lasse euch einen Moment allein sagte der Sachse lächelte sieglind matt zu und ging zur Tür als Austin nach einer guten Weile an die Tür klopfte und mit zwei gefüllten Bechern eintrat hatte Kandamir sich so weit gefasst dass er ruhig auf dem Bett sitzen konnte Tja Austin sagte Kandamir und verschränkte die Arme du hast heute mehr für meine Frau und mich getan als irgendein Mann von seinem Knecht erwarten kann ich bin dir etwas schuldig Ostin trat einen Schritt auf Kandamir zu kopfschüttelnd entgegnete er ich habe es nicht als euer Knecht getan sondern als euer Freund darum schuldest du mir nichts ich würde sagen die Schuld ist umso größer widersprach Kandamir und wenn es irgendeinen Wunsch gibt den ich dir erfüllen kann dann will ich dass du ihn mir nennst erst rührte Austin sich nicht dann aussprach dann lass mich frei Kandamir nickte er schien nicht überrascht langsam trat Kandamir auf ihn zu einen Schritt vor ihm blieb er stehen und sah ernst auf den schmächtigen Mann hinab ich entlasse dich aus meinen Diensten aber nicht aus meiner Freundschaft er streckte die Arme aus und sie umfassten sich kurz an den Unterarmen so scheide ich aus deinen Diensten und kaltete Orsteen ebenso feierlich dann ließ er die Hände sinken und ging zur Tür Dominus Vobiscum sagte er leise gute Nacht Kandamir gute Nacht Sieglind die Katana waren ein wehrhaftes Volk und als sie erkannt hatten dass sie sich einen gefährlichen Feind aus der alten Heimat mit her gebracht hatten waren sie nicht untätig geblieben sie hatten einen Schutzwall um ihr Dorf gezogen es war Sieglind Idee gewesen eine Dornen Hecke anzulegen wenn wir eine Hecke aus diesem weißdornartigen Gesträuch das sich überall im Wald findet um das Dorf pflanzen haben wir in kürzester Zeit einen Haag den kein Feind überwinden kann hatte sie gesagt und sie hatte recht behalten jetzt nach sechs Jahren war die Hecke mehr als manns hoch und fünf Fuß breit sie zog sich in einem weiten Bogen um das Dorf herum und reichte sowohl im Osten als auch im Westen bis ans Flussufer an der Ostseite zum Grasland hin und am Nordrand zu den Feldern gab es je ein gewaltiges mit tückischen Spitzen bewährtes Gittertor Wenn die Sonne die Baumwipfel im Westen berührte wurden die Tore geschlossen Verwundbar blieben sie dennoch Olaf und seine Männer stahlen ihnen das Vieh von den Weiden die außerhalb des Haks lagen und die größte Gefahr drohte von der Flussseite Auf Ostins Rad hin und nach seiner Anleitung hatte Harald eine Glocke gegossen die auf der Dorfwiese an einem der unteren Esche hing und mit deren Hilfe alle Dorfbewohner gewarnt und zu den Waffen gerufen werden konnten wenn Olaf und die Seinen über den Fluss kamen Wie der Rest der Welt hatte sich natürlich auch ihre Gemeinschaft verändert seit sie nach Katan gekommen waren Nicht nur der alte Eilhard war gestorben sondern ebenso Sivard und einige andere Männer und Frauen während Hakon selbst seine Freunde Wieland und Godwin und ihre ganze Generation erwachsen geworden war geheiratet und eine große Schar Kinder gezeugt hatten Die Bevölkerungszahl sowohl an Freien als auch an Sklaven hatte sich nahezu verdoppelt Die goldene Nachmittagssonne schien durch das Fenster in der Südwestwand das auf die Dorfwiese zeigte Selbst nach sechs Jahren empfand Kandamir die Fenster seiner Halle noch als ein Geschenk für das sie den Göttern Dank schuldeten Er schloss die Augen genoss das Licht und Schattenspiel von Sonne und Eschenzweigen auf seinen Lidern und war für einen Moment gänzlich im Einklang mit sich und der Welt Er hatte nie Gelegenheit gefunden Bauer zu werden wie die meisten seiner Nachbarn Anders als sie hatte er auch irgendwann aufgehört neues Land zu roden Die Flächen die er besaß nutzte er als Weideland und Sieglind bewirtschaftete den großen Obst- und Gemüsegarten der ihr Haus umgab Nachdem alle Häuser fertiggestellt worden waren hatte Kandamir schnell gelernt dass trotzdem weiterhin Zimmerleute gebraucht wurden Bärse der Schiffsbauer hatte sich wieder ganz seiner eigentlichen Kunst zugewandt und fertigte Boote Flöße Anlegestellen dann und wann gar ein richtiges Schiff Und als Kandamir glaubte es gäbe nichts mehr Häusern wünschten Junge Leute wurden erwachsen heirateten und wollten eigene Häuser Das Dorf wuchs bis es innerhalb des Haags schon eng zu werden drohte Kandamir und Godwin waren immer gut beschäftigt Nebenbei fröhnte Kandamir seine alten Leidenschaft und züchtete Pferde Und sowohl für ihre Häuser und Möbel als auch für ihre Reittiere zahlten die Leute mit Getreide und Schafen den Wusste Kandamir wahrlich nicht wohin mit all den Kornsäcken In Ehlersund wäre er ein sehr wohlhabender Mann gewesen Ostins Haus war das eigenartigste das Hakon kannte Halb verborgen hinter Nusssträuchern und kleinen knorrigen Apfelbäumen stand es inmitten eines Kräutergartens zwischen Kandamirs Haus und Haralds Schmiede Als freier Mann hätte Ostin natürlich ein Anrecht darauf gehabt Ackerflächen zu roden Felder zu bestellen und große Viehherden wie alle anderen zu halten doch er hatte nichts von all dem gewollt er besaß eine Kuh die auf den Namen Godiva hörte eine Sau und ein paar Hühner das war alles Ostin war genügsam sein geringer Bedarf an Getreide und Gemüse wurden reichlich durch die Gaben gedeckt die er als Lohn für die Heilung von Krankheiten und Versorgung von Wunden oder für seine Salben und Tinkturen bekam doch nicht diese Utensilien der Heilkunst waren es die die Behausung so eigentümlich machten auch nicht der kleine Altar mit dem Kreuz und der Kerze an der Ostwand sondern die Bücher und all die Gerätschaften ihrer Herstellung prägten das Bild der hellen einräumigen Karte aus Tierhäuten stellte Ostin Pergament her schnitt es zu gleichmäßigen Bogen zog Schreiblinien darauf und malte sie mit seinen kleinen Runen voll ehe er sie zusammennähte und in lederbezogene Holzdeckel band außer der lateinischen Bibel standen schon fünf fertige Werke auf einem der Borde an der Wand darunter natürlich die Chronik von Katan die Ostin laufend fortsetzte wenn es wichtige Ereignisse zu berichten gab immer noch empfand Harkon den Anblick der Bücher als fremdartig doch sie erfüllten ihn nicht mehr mit Furcht sondern mit Neugier und einer seltsamen Erregung die etwas von Abenteuerlust hatte Harkon war ein hervorragender Schüler auch Sieglind hatte Lesen und Latein gelernt und fand sich häufig zum Bibelstudium bei ihm ein aber wohl vornehmlich argwöhnte Ostin um Gott und ihm gegenüber ihr Versprechen zu halten und ihre Pflicht zu erfüllen Sie war ernsthaft bemüht sich das Wort des Herrn zu eigen zu machen und danach zu leben doch seit sie Kandamir geheiratet hatte standen er und ihre sechs Töchter im Mittelpunkt ihres Lebens nicht Gott das galt auch für Gunda für Wieland und Asta und beinahe alle seiner rund 40 Schäfchen die er im Laufe der letzten Jahre gewonnen hatte doch es bekümmerte ihn nicht mehr er hatte eingesehen dass nicht jeder zu einem Leben für Gott berufen war er hatte nichts dagegen dass sie ihr weltliches Leben weiter führten doch Harkon so hatte es denn anscheinbar auserwählt seine Wissbegier und sein spirituelles Verlangen wurden größer je mehr er lernte Austin war Gott zutiefst dankbar dass er jemanden gefunden hatte an den er all das weitergeben konnte Geh Kind sagte Brigitta ihre Stimme war zu einem heiseren Flüstern geworden du hast alles getan was du für mich tun konntest jetzt geh schick mich nicht fort bat Inga ich kann dich doch nicht allein lassen ich bin nicht allein widersprach die alte und wies mit einer matten geste auf ihre drei Raben von den schwarzen Gesellen war allein Skult übrig geblieben seine beiden Artgenossen waren Brigitta in die andere Welt voraus gegangen und ihre Nachfolger waren schneeweiße Katanraben so hockten nun zwei weiße und ein schwarzer Vogel am Fußende des Sterbelagers so still und ergeben wie eh und je Inga spürte eine Gänsehaut auf Armen und Rücken sie wusste dass dies ein endgültiger Abschied war oh Brigitta sie versuchte nicht mehr ihre Tränen hinunter zu wirken was soll ich nur tun ohne dich ich kann das nicht oh doch du kannst du weißt alles was du wissen musst und du hast alles was du brauchst die Runen die Sprüche und bald hast du auch die Raben obendrein hast du den Mann und den Sohn um die Prophezeiung zu erfüllen Inga nahm Brigittas uralte fleckige Hand in ihre beiden und küßte sie liebevoll du hast recht vergib mir natürlich kann ich und willig nehme ich dir die Bürde ab die du so lange getragen hast Inga beugte sich vor küßte Brigitta auf die Stirn und ließ dann ihre Hand los glückliche Reise Brigitta die runzeligen Lieder schlossen sich leb wohl Inga als Kandamir zu Osmunds Halle kam hörte er schon auf zehn Schritte Entfernung dass sein Ziehbruder und dessen Frau stritten sie stirbt Ingas Stimme war nicht wirklich laut nur ein wenig erhoben aber die Tür stand offen je eher sie den letzten Atem aushaucht desto glücklicher werde ich sein fiel Osmund ihr schneidend ins Wort Osmund es klang furchtsam hastig trat Kanda mir den Rückzug an das hier ging ihm nichts an und er wollte es auch nicht hören kurz nach mitternacht hat sie hafflat geschickt um mich zu rufen berichtete harald er stand im schatten der esche umringt von den freien männern des dorfes und wie so oft hatten sich auch frauen und unfreie in großer zahl eingefunden saßen ein stück entfernt im gras und lauschten was der schmied berichtete sie habe noch viel zu sagen erklärte sie mir und weil manches davon einigen von euch ungelegen käme wolle sie mir ihren letzten willen auftragen damit ihr ihm die gebotene aufmerksamkeit schenkt und ihn erfüllt er senkte einen moment verlegen den blick wir sollen sie im tempel aufbahren wo sie den göttern nahe ist und ihr die toten wache halten wie wir es für angemessen befinden da sie eine weise hoch ehrwürdige frau war schlage ich vor dass zwölf männer von heute bis übermorgen früh bei ihr wachen alle nickten sie will nicht dass wir ihren leichnam verbrennen sondern wir sollen sie am südufer in sichtweite der tempelinsel beerdigen verblüfftes schweigen und auch alle die nach ihr gehen sollen nicht verbrannt werden sagt sie denn dieser boden sei heilig und jeder den Odin nach katan geführt habe solle in der erde katans unverbrannt ruhen und großzügig mit beigaben ausgestattet werden auf das ihnen der weg in die andere welt erleichtert werde und diejenigen die sie dort erwarten sehen können wie Odin uns ausgezeichnet hat verstehen dämmerte auf den gesichtern austin traute seinen ohren kaum es war das erste und letzte mal dass die alte hexe ein gebot aufstellte das seinen wünschen entgegen kam was ihren besitz zurücklässt sollen wir nach unserem gut dünken aufteilen fuhr der schmied fort das meiste sind zutaten für ihre tränke und pulver und dergleichen aber auch ein paar perlen ein bisschen gold und bernstein ich schlage vor dass inga sich von brigittas sachen nimmt was sie braucht und der rest zwischen haflat und rorik aufgeteilt wird denn sie sind brigittas einzige nachkommen und so schreiben sitte und gesetz es vor brigitta war eine bedeutende persönlichkeit gewesen und es war dementsprechend wichtig alle regeln des anstandes bei ihrer bestattung zu befolgen aber trauer verspürte niemand alle hatten ihre ganz persönlichen erinnerungen an brigittas scharfe zunge und ihre boshaftigkeit dann bleibt nur noch eine botschaft die ich euch auszurichten habe harald sah kurz in die runde hört gut zu ich gebe es wort für wort wieder wie sie es gesagt hat und die götter zeigten mir dass der abtrünnige verräter großes unglück über odins volk bringen will nur der würdigste unter euch kann ihn niederwerfen den würdigsten unter euch müsst ihr zu eurem Anführer kiesen wenn ihr dem untergang entrinnen wollt der tempel hatte sich über die jahre verändert annähernd mannshohe standbilder der götter umgaben den opferstein in der mitte der tempel halle die schnitzereien an den balken des fachwerks waren längst fertig gestellt denn alle männer hatten bei jedem opferfest daran gearbeitet und die wände des tempels waren innen wie außen rot vom blut der opfertiere mit welchem sie bei jedem fest bestrichen wurden die bahre stand zwischen dem opferstein und der quelle und zwölf männer hatten darum aufstellung genommen mit ehrfürchtig gesenkten häuptern und reglos wie die standbilder ihrer götzen umringten sie die tote deren gesicht mit einem leinentuch bedeckt war am morgen des übernächsten tages betteten sie brigitta zur ruhe als die träger aus der grube geklettert waren erhob sich ein vertrautes krechzen und brigittas raben kamen von der tempelinsel herüber geflogen landeten in der grube und ließen sich wieder zu füßen ihrer toten herrin nieder die katana die vollzählig versammelt um das grab standen wechselten verwunderte blicke haflat kletterte ächzend wieder in die grube hinab und versuchte die vögel zu verjagen doch erfolglos was nun fragte harald ratlos schließ die grube sagte eine stimme hinter ihnen entschieden alle fuhren herum schließ die grube wiederholte inga in alten zeiten war es üblich dass ein treuer hund ein ross oder gar eine ergebene sklavin mit einem toten von hohem rang verbrannt oder begraben wurde es ist schon recht so rührt sie nicht an aber begrabt sie mit ihr niemand antwortete alle starrten die junge frau an hier und da stand gar ein mund offen inga trug ein schlichtes weißes gewand ohne alle stickereien nur um den hals hatte sie eine lederschnur mit einem goldenen torshammer daran sie sah sehr erhaben aus doch nicht das war der grund warum die menschen sie so voller ehrfurcht und staunen betrachteten sondern die vögel inga trug drei weiße raben jeder wusste dass es vollkommen unmöglich war die weißen katan raben zu zähmen sie waren scheu und mieden die menschen niemand außer der priesterin brachte das fertig harald fasste sich als erster er räusperte sich ehe er respektvoll sagte seht das zeichen ich schätze damit ist die frage nach brigittas nachfolge beantwortet der kleine ole saß an kandamirs tafel zwischen kandamirs und hakons familie herrschte reges kommen und gehen und die menschen hier waren dem jungen vertraut doch als das gewitter losbrach wurde er plötzlich ängstlich und fing an nach seiner mutter zu jammern kandamir stand seufzend auf hob seinen neffen von der bank und packte ihn sich unter den arm wie ein kleiderbündel komm her bengel hör auf zu quengeln ich bring dich heim er warf seiner Frau einen Blick zu und kandamir zog den kopf ein und schritt eilig aus es war nur ein kurzer weg vor bayern ost ins karte aus deren fenster warmes kerzenlicht schimmerte dann passierte er haralds große schmiede und haus durchquerte seinen garten und betrat schließlich hakons hof mit der kleineren schmiede der ein stück unterhalb des osttores an den haag grenzte schwungvoll öffnete kandamir die tür des wohnhauses gunda schaute erschreckt auf als sie die tür hörte das feuer war schon abgedeckt im haus war es dämmerig wo ist hakon ich weiß nicht ihre stimme klang dünn und mutlos er ist vor etwa einer stunde aufgewacht und aus dem haus gegangen ich mache mich auf die suche danke ich tue es nicht für dich stellte er klar und ging hinaus ehe sie etwas erwidern konnte er hatte keine Mühe zu erraten wohin sein bruder sich verkrochen hatte hätte er selbst sich vor wenigen stunden mit dieser neuen säge so gefährlich an der hand verletzt wäre er in seine werkstatt gegangen um sich an all die guten stunden zu erinnern die er dort verbracht hatte sich an den werkzeugen zu erfreuen die er vielleicht nie wieder anrühren würde und den Beistand der Götter zu erflehen ein schwacher Schimmer aus dem Fenster der kleinen Schmiede verriet ihm dass Hakon ihm in mehr Dingen ähnelte als ihnen beiden bewusst war er suchte noch nach der passenden unbeschwerten Frotzelei mit der Hakon begrüßen wollte als er die Tür zu der ordentlichen Schmiede Werkstatt aufstieß Hakon kniete zusammengekrümmt am Boden eine große dunkel gekleidete Gestalt stand über ihm die Kandamir ohne jede Mühe auch unbemerkt durch den Hak gekommen sein sag es mir Hakon murmelte die hohe Gestalt die Stimme war so rau und tief wie eh und je aber einschmeichelnd geradezu höflich wann und wo finde ich deinen Bruder allein sag es mir mit einem vernehmlichen Schleifen fuhr Kandamirs Schwert aus der Scheide es war noch nicht ganz heraus da hatte Olaf Hakon schon losgelassen seine eigene Klinge gezogen und war herum gewirbelt Kandamir einer der Götter muss mir heute wahrlich gewogen sein ich glaube nicht rückwärts trat Kandamir auf die Tür zu und winkte Olaf mit der freien linken ihm zu folgen obwohl die Sonne noch nicht unter gegangen war herrschte draußen Nacht der Regen fiel in dicken Tropfen wie ein gläserner Vorhang und nur hin und wieder verwandelten Blitze die finsternis entgleisende Helligkeit Olaf war der erfahrenere Fechter und besonnener als Kandamir wollte es scheinen doch Harkon der in der Tür der Schmiede stand erkannte auch dass sein Bruder über die größere Schnelligkeit verfügte vielleicht gar über mehr Kraft in den zuckenden Blitzen sah er die Streiter zwischen seinen Obstbäumen verschwinden sie bewegten sich auf die Hecke zu und wenn eines der Schwerter gegen einen Baumstamm prallte Harkon folgte ihnen Kandamir befand sich auf dem Rückzug Olaf machte das Tempo drängte ihn mit rhythmischen Schwerthieben weiter zur Hecke ein kribbeln im Nacken warnte Kandamir dass ihm nicht mehr viel Raum zum manövrieren blieb und er ging ein gewaltiges Risiko ein tauchte unter Olafs nächstem Hieb weg wirbelte einmal um die eigene Achse und griff ihn mit lang ausgestrecktem Arm von der Seite an um ein Haar hätte er Olaf erwischt nur ein Zufall bewirkte dass der das Gewicht auf dem linken Fuß hatte und rechtzeitig weichen konnte er machte einen Satz nach hinten und zückte seinen Sachs gib Acht Kandamir entfuhr es Harkon und im nächsten Moment nahm er einen Schatten zu seiner Linken war noch während er den Kopf wandte fühlte er plötzlich eine kalte Klinge an der Kehle und eine Stimme raunte in sein Ohr kümmere dich nicht um deinen Bruder du hast ganz andere Sorgen alter Freund Lars Harkon erkannte an der Stimme Olafs Sohn leg die Hände auf den Rücken Harkon befahl Lars gedämpft ein neuerlicher Blitz flammte auf und enthüllte dass Kandamir in großer Bedrängnis war er stand mit dem Rücken zur Hecke und Olaf trat mit zwei erhobenen Waffen auf ihn zu dann kehrte die Dunkelheit zurück Kandamir befreite sich mit einem verzweifelten Ruck aus der dornigen Umarmung der Hecke und Olafs Schwert zerteilte die Zweige genau an der Stelle wo gerade noch Kandamirs Brust gewesen Donner noch Regen wirklich war Streich um Streich drängte er Olaf zurück Richtung Schmiede Dann verfing er sich in einem Brombeerstrauch drohte das Gleichgewicht zu verlieren und büßte sein Schwert ein Mit einem triumphierenden Lächeln machte Olaf einen großen Schritt auf ihn zu schloss die Lücke zwischen ihnen und hob das Schwert als ein Blitz in den jungen Nussbaum zu seiner Linken fuhr und den Stamm spaltete Im selben Moment krachte der Donner und ließ die Kämpfer ebenso wie die Zuschauer erstarren Augenblicklich stand der gespaltene Baum in Flammen Kandamir und Olaf brachen ihren Blickkontakt und Wichen zurück doch sie waren zu langsam Die zerteilte brennende Krone kippte in ihre Richtung und begrub die beiden Kämpfer unter sich Mit einem einstimmigen das Geäst beiseite zu zerren Was sie schließlich enthüllten war ein grauenvolles Bild das Harkon nie aus seinen schlechten Träumen bannen konnte Kandamir und Olaf lagen in regloser Umklammerung erstarrt wie ein totes Liebespaar Olaf war oben zu liegen gekommen und seine Kleider brannten aber er konnte nichts davon spüren denn Kandamirs Sachs ragte aus seinem Rücken Oh trutzstarker Thor murmelte Lars heiser Kandamirs Gewand war an Arm und Schulter versenkt eine blutige Schramme verlief über seine Stirn Harkon beugte sich über ihn um festzustellen ob sein Bruder tot war oder lebte doch ein harter Gegenstand traf ihn am Hinterkopf und den nächsten Blitz sah er nicht mehr Ein wunderbar sachtes Schaukeln weckte Harkon er wandte den Kopf Lars stand am Helm gönnte Harkon nur einen kurzen ausdruckslosen Blick und schaute dann wieder nach vorn sie befanden sich an Deck des Seedrachens Olafs Schiff erkannte Harkon er wandte den Blick ab sah sich an Deck um und entdeckte die leblose Gestalt seines Bruders nur ein kleines Stück entfernt an der Backbordwand Kandamir atmete aber die Bewusstlosigkeit war tief Was ist mit ihm fragte Harkon Keine Ahnung erwiderte Lars Wir müssen abwarten Und dein Vater fragte Harkon beklommen Mein Vater ist tot Dennoch willst du uns leben lassen Ein Weilchen Wir brauchen einen Schmied Harkon Deinen Bruder wollten wir nur um uns deiner treuen Dienste zu versichern Als die Sonne aufging erkannte Harkon dass die Besatzung des Schiffes aus zehn Männern bestand Olaf Söhne Lars Gunnar und Leif und sieben ehemalige Sklaven die jetzt aber alle das Haar lang und Waffen am Gürtel trugen Harkon kannte sie von früher Ehe er versuchen konnte mit einem der Männer zu reden kam Gunnar und verband ihm die Augen Es war schwierig das verrinnender Zeit zu messen wenn man nichts sah aber er schätzte es waren zwei oder drei Stunden nach Tagesanbruch als sie landeten die Männer führten ihn von Bord und ein Stück über felsigen Grund dann zwangen sie ihn auf die Knie nieder als Harkon ein leises stöhnen vernahm tastete er mit den Händen Kandam hier Wo bin ich fragte sein Bruder erschöpft Harkon fand etwas das sich wie ein Arm anfühlte und raunte eindringlich bleib still liegen und lass die Augen geschlossen Bruder Harkon was ist mit Olaf wo ist er was hat er sch tu was ich sage Olaf ist tot aber Lars und seine Brüder haben uns mitgenommen wir sind in ihrer Gewalt er bekam keine Antwort und nahm an dass sein Bruder wieder besinnungslos geworden war aber ehe er anfangen konnte sich ernstlich um ihn zu sorgen kam die Schiffsbesatzung zurück mit einem Ruck riss irgendwer die Binde von seinen Augen wie er erwartet hatte befanden sie sich in einer schmalen felsigen Bucht komm auf die Füße befahl Lars dann trat der Kander mir mit Macht in die Rippen das gilt auch für dich na los wir haben ein gutes Stück Weg vor uns Lars und seine Brüder führten sie eine steile felsige Anhöhe hinauf Harkon und Kandamir starrten wortlos nach Osten bis zum Horizont erstreckte sich die eintönige Wüste das ist es sagte Lars leise hinter ihnen willkommen im leeren Land sie gingen Hügel abwärts durch eine Adrine die wie ein trockenes Bachbett aussah und zwischen zwei flachen kegelförmigen Hügeln hindurch führte das eigentümliche Bachbett führte um den rechten der Kegel herum wo sie unerwartet auf ein knappes Dutzend Pferde stießen Lars nickte Harkon zu da mein Vater nicht mit zurückgekommen ist haben wir ein Pferd übrig du kannst reiten lass meinen Bruder reiten bat Harkon mir fehlt doch nichts und er kann sich kaum auf den Beinen halten ohne Eile trat Lars vor ihn hör gut zu Harkon hier bei uns herrschen etwas andere Sitten wenn ich dir etwas sage ist es kein Vorschlag auch keine Bitte sondern ein Befehl also du wirst reiten und Kandamir wird laufen ist das klar Harkon antwortete nicht sofort er war vielleicht nicht von so kämpferischer Natur wie Kandamir aber es widerstrebte ihm dennoch so ohne weiteres klein beizugeben erst als er den Blick seines Bruders auffing der ihn mit einer Geste seiner gefesselten Hände aufforderte zu gehorchen nickte er Lars knapp zu und schwang sich auf den Rücken des kleinen Pferdes langsam setzte die Kolonne sich in südöstlicher Richtung in Bewegung Lars ritt an der Spitze und zog Kandamir an einem Strick mit sich hinter ihnen folgte Hakon flankiert von Gunnar und Leif die übrigen Männer folgten paarweise nebeneinander wie weit ist es fragte Hakon bei Sonnenuntergang sind wir da antwortete Gunnar oh mächtiger Tür dachte Kandamir noch ehe der Vormittag halb um war herrschte eine Hitze wie in einem Schmelzofen im leeren Land gegen Mittag befahl Lars eine kurze Rast sie befanden sich am Fuße des Nordhanges eines Hügels den sie umrundet hatten aber weil die Sonne hoch stand gab es keinen Schatten wie lange noch Lars betrachtete Kandamir mit verschränkten Armen ein kleines Hohn lächeln kräuselte seine Lippen in diesem Schneckentempo fünf oder sechs Stunden Kandamir nickte er wünschte er hätte nicht gefragt denn er wusste dass er das niemals schaffen würde als Kandamir zum zweiten Mal an diesem Nachmittag fiel wusste er dass es vorbei war er konnte nicht wieder aufstehen die Sohle seines linken Schuhs wies einen Riß auf der von den Zehen bis zur Ferse reichte und der Fuß war so übel zerschnitten dass er bei jedem Schritt einen blutigen Abdruck hinterließ aber schlimmer als der Fuß war der Durst Lars zerrte an dem Seil komm auf die Füße Kandamir rührte sich nicht du meinst du kannst nicht mehr fragte Lars pass auf ich beweise dir das Gegenteil er öffnete den großen Lederbeutel den er ebenso wie den Wasserschlauch vor sich auf den bloßen Rücken des Pferdes gelegt hatte holte eine eingerollte Peitsche heraus und glitt zu Boden als Kandamir das leise Klimpern der Bleigewichte an den Enden der Riemen hörte erkannte er sie wieder Lars begann Gunnar unsicher doch sein Bruder schnitt ihm mit erhobenem Zeigefinger das Wort ab du bist still Harkon stieg vom Pferd aber noch ehe er ein Wort des Protestes ausgesprochen hatte fuhr Lars zu ihm herum und ließ die Riemen auf seine Brust niedersausen Harkon schrie nicht so hemmungslos wie damals aber der Schock des plötzlichen scharfen Schmerzes war noch der gleiche und der Angriff kam so vollkommen unerwartet dass er einen laut nicht ganz unterdrücken konnte es klang eher entrüstet und wütend aber Kandamir hob plötzlich den Kopf wie ein Hund der eine vertraute Witterung wahrnimmt hör auf murmelte er hör auf Olaf dieses Mal landeten die Riemen auf seinem Rücken ich bin nicht Olaf sagte Lars es klang bedächtig Olaf ist tot du hast ihn getötet er wandte sich an Harkon dein Bruder war der Fluch meines Vaters seit jeher er hat seinen Sturz verschuldet seine Verbannung und seinen Tod und jetzt wird er dafür bezahlen er blickte einen Moment versonnen auf Kandamir hinab und trat ihn euch sich gegen mich auf lehnt bezahlt der andere die Zeche Kandamir hätte nie geglaubt dass er noch einmal die Kraft finden würde um aufzustehen eine knappe Stunde später fiel er wieder und dieses Mal war weder mit Tritten und Schlägen noch mit Beschimpfungen und Drohungen zu bewegen wieder aufzustehen als Harkon sich über seinen Bruder beugte glaubte er Kandamir sei tot doch als er ihm die Hand auf die Brust legte ertastete er einen langsamen Herz schlag kopfschüttelnd sah Harkon auf so leicht machst du ihn dieses Mal nicht wieder munter Lars das werden wir ja sehen oh bei allen Göttern Lars nimm doch Vernunft an beschwor Gunnar seinen Bruder wenn wir vor Einbruch der Nacht ankommen wollen müssen wir uns beeilen und du wirst wenig Freude also meinetwegen packt ihn auf Leifs Pferd Leif geht eine Viertelmeile dann löst einer der anderen ihn ab nachdem Kandamir wie ein Kornsack auf das stämmige duldsame Pferd geladen worden war ging es wesentlich zügiger voran und als die Sonne wie ein glutroter Feuerball über dem westlichen Rand des leeren Landes hing kamen sie ans Ziel mit einem Mal führte der Weg steil bergab in eine tiefe Senke die Fläche bildete einen ungleichmäßigen Kreis von vielleicht 20 Schritten Durchmesser und in der Felswand lag ein ebenfalls beinahe rundes Tor es führte in eine wahrlich wundersame Welt Lars machte eine spöttische einladende Geste dies ist Olafsburg vermutlich die einzig wirklich uneinnehmbare Festung der Welt der Gang im Fels schlängelte sich über unebenem Boden weiter und öffnete sich schließlich zu der größten Felsenkammer die Harkon je gesehen hatte sie war höher und breiter als jede von Menschenhand erbaute Halle es sein konnte der Teil der durch Fackeln erhält wurde war gewiss 30 Schritte breit und 50 lang dahinter begann die Dunkelheit aber die Höhle schien immer noch weiter zu gehen zwei der Männer hieften Kandamir der immer noch bewusstlos war vom Rücken des Pferdes und packten ihn roh doch Harkon trat hinzu und bat lasst mich ihn tragen aber deine Hand ist verletzt wandte der größere ein Harkon lächelte matt es wird trotzdem gehen mit der gesunden linken nahm er Kandamirs linke Hand und zog sich seinen Bruder über die Schultern als sei er nicht schwerer als ein Heubündel die Männer tauschten verstohlene Blicke und nickten anerkennend auch eine Fackel aus der Halterung in der Felswand und ging weiter nach hinten im flackernden Licht erkannte Harkon dass die Höhle viel tiefer war als er angenommen hatte doch nach vielleicht 30 Schritten fiel der Boden steil ab wie tief mochte Gott allein wissen Harkon spähte über den Rand des Abgrundes eine Brücke aus Holzbohlen führte hinüber nachdem er sie mit seiner Last auf den Schultern überquert hatte schaute er kurz zurück und erkannte dass die Brücke beweglich war Lars hatte nicht übertrieben musste er feststellen wenn die Brücke eingezogen wurde war dieser Ort in der Tat uneinnehmbar da Gunnar wies mit dem Finger auf die Wand zur Rechten wo ein paar Decken am Boden lagen lege ihn dorthin Harkon dankbar entledigte Harkon sich seiner Last ließ seinen leblosen Bruder behutsam zu Boden gleiten und tastete wieder nach seinem Herz Schlag unverändert Gunnar stand in der Nähe er wies auf das dunkle Ende der Halle dort hinten liegt ein See eine natürliche Zisterne wenn du so willst im leeren Land regnet es ebenso viel wie überall auf Katan weißt du oben verbrennt die Sonne das Wasser sofort wieder aber es hat sich einen Weg durch den porösen Fels in diese Höhle gebahnt und sich ein Becken gegraben das ist riesig und selbst im Sommer niemals leer fünf Tage und Nächte dauerte Kandamirs rätselhafte Bewusstlosigkeit an Harkon bangte um das Leben seines Bruders und wich kaum von seiner Seite trotzdem lernte er während dieser Tage das Leben in Olafsburg kennen denn es spielte sich hauptsächlich leeren Landes und hier unten herrschte ewige Nacht die Bewohner hatten gelernt zu spüren wann draußen in der Welt die Sonne aufging und sie erhoben sich wenn der Tag begann die Bewohner der Halle nahmen ein gemeinsames Frühstück ein ehe sie ihren vielfältigen Aufgaben nachgingen die sich nicht so sehr von denen anderer Menschen unterschieden die Frauen bereiteten die Mahlzeiten hielten die Halle das Vieh und übernahmen fast alle Aufgaben die außerhalb der Burg auszuführen waren auch Lars war häufig außerhalb der Burg unterwegs und meist ließ er Gunnar zurück um in seiner Abwesenheit nach dem Rechten zu schauen manchmal kam Gunnar dann herüber zu Harkon und setzte sich ein Weilchen zu ihm so auch am fünften Tag dein Bruder schaut besser aus bemerkte er verblüfft und man kann Ja ich glaube er erholt sich er schläft jetzt Hm nimm's mir nicht übel aber ich fürchte es wäre besser für ihn gewesen er wäre gestorben Lars hat es wirklich auf ihn abgesehen Und was ist mit dir fragte Harkon mir will scheinen du hast Kandamir nicht dafür dass er deinen Vater getötet hat in gewisser Weise zumindest Nein ich hob die Schultern Mein Vater habe ich gefürchtet wie jeder hier aber Lars ist nur mein Bruder das ist etwas anderes ich schätze ich bin erleichtert dass mein Vater tot ist Harkon schwieg einen Moment ehe er leise fragte dir ist doch klar dass sich dadurch alles geändert hat nicht war dein Vater war ein vom Ting verurteilter Verbrecher das gilt weder für dich noch für deine Geschwister oder irgendjemand anderen hier ich bin überzeugt dass Ting könnte beschließen Vergangenes Vergangen sein zu lassen ihr ihr könntet zurückkommen dieses hörbuch wird fortgesetzt auf cd nummer sechs wie seid ihr dieses mal ins dorf gekommen kandamir vor schreck sprang Harkon auf die füße du bist aufgewacht kandamir nickte ließ gunnar jedoch nicht aus den augen der schaute abschätzig auf ihn hinab naja warum soll ich's dir nicht sagen spielt ja keine rolle wir haben eure leute beim heumachen beobachtet dann haben wir uns tücher um kopf und gesicht geschlungen so wie sie und sind unbemerkt mit ihnen durchs tor in euer dorf ich hab meinem höchst ehrenwerten bruder jared gar einen heuballen bis vor die tür getragen er schien ein bisschen verwirrt dass er plötzlich einen helfer zu viel hatte aber er hat mich nicht erkannt für einen kurzen moment wurde die hämische mine finster ehe wir euch an bord des drachen geschafft haben bin ich zurück geschlichen und hab ihm seine verfluchte prall gefüllte scheune angesteckt oh jared entfuhr es hakon unwillkürlich schluck er die hände vors gesicht wer solche brüder hat wie er braucht wirklich keine feinde gunnar erhob sich abrupt und ging davon gut gemacht hakon lobte kandamir du hast den einzigen verbündeten erzürnt den wir hier hatten hakon machte eine wegwerfende geste auf die zuneigung eines solchen schurken können wir verzichten sprich für dich selbst wies kandamir in matt zurecht ich lege keinen wert auf seine zuneigung aber jetzt da es so aussieht als sollte ich noch ein bisschen weiter leben würde ich das doch gern möglichst bald wieder in Freiheit tun hakon grinste erleichtert gut zu hören dass du wieder grantig sein kannst und Pläne machst wie fühlst du dich grässlich und durstig hakon holte ihm ein Horn voll Wasser vorsichtig richtete kandamir sich auf ergriff das Horn mit beiden Händen und leerte es in gierigen Zügen als er abgesetzt hatte keuchte er was was ist passiert wo ist Olaf du erinnerst dich nicht nur in Bruchstücken ich weiß noch dass ich Olaf bei dir fand und wir in deinem Garten gefochten haben es hat geschüttet ein Gewitter ja ja es war ein Gewitter dann weiß ich nichts mehr bis ich auf dem Felsstrand zu mir kam was ist passiert Harkon berichtete kandamir lauschte aufmerksam die Stirn leicht gerunzelt als sein Bruder geendet hatte nickte er versonnen zu schade ich hätte ihn lieber selbst erschlagen als Lars abends heimkam und sah dass kandamir aufgewacht und offenbar mehr oder minder gesund war nahm sein Gesicht einen höchst eigentümlichen Ausdruck an eine Mischung aus Befriedigung und Ingrimm die sowohl kandamir als auch haarkornheiße Stiche im Bauch verursachte Lars trat zu ihnen und schaute auf den älteren der Brüder hinab kandamir stand vom Boden auf obgleich seine Füße immer noch in einem so jämmerlichen Zustand waren dass sie ihn kaum trugen Mein Vater hat immer gesagt er brauche Männer nicht zu versklaven damit sie ihm folgen und darum sei im leeren Land jeder frei da mein Vater tot ist steht es mir frei neue Regeln aufzustellen er nickte zwei in seiner Männer zu die in der Nähe standen legt ihn in Ketten und schert ihm das Haar Harkorn war bei der Arbeit seine Mine zeigte vollkommene Konzentration als er das geschmolzene Eisen in der langstieligen steinernen Kelle vom Feuer nahm und in die ebenfalls steinerne Gussform laufen ließ Die weißglühende zähflüssige Masse nahm die Form eines Schwertes an der gusseiserne Kern der später mit einer Stahlklinge ummantelt werden sollte Ich kann nicht fassen dass ich hier stehe und Waffen für diese Strolche schmiede damit sie sie eines Tages gegen die unseren führen Kandamir ließ vom Blasebalg ab er setzte sich auf den felsigen Boden und seine Ketten klirrten leise Hakon hatte diesen Ort hassen gelernt trotzdem glaubte er dass diese die letzte Schmiede sein würde in der er in seinem Leben arbeitete Hakon setzte sich neben seinen Bruder um zu warten bis der Rohling abgekühlt war Lars und seine Männer demütigten ihn bei jeder Gelegenheit schlugen traten und bespuckten ihn wie es ihnen gerade in den Sinn kam obwohl er ihnen kaum je ein Vorwand lieferte und jeden ihrer oft unsinnigen Befehle meist wortlos befolgte und sie ließen ihn hungern Kandamir war so abgemagert wie nach dem Hunger Winter vor ihrem Aufbruch in die neue Heimat und er erduldete alles was sie taten mit einer eisernen Beherrschung dieser Albtraum währte jetzt schon fast drei Monate Einmal angenommen wir kämen über die Brücke sagte Harkon gedämpft Was dann stehlen wir zwei ihrer Pferde und versuchen uns nach Norden durchzuschlagen Kandamir kaute nervös auf seinem Daumennagel Nein antwortete er zögernd Nein ich denke nicht wir könnten die Pferde nicht tränken denn wir sollten uns darauf einstellen dass wir es ohne Wasser versuchen müssen Was Es würde wohl ein paar unangenehme Fragen geben wenn du und ich plötzlich jeder einen Schlauch aus der Zisterne füllten und damit zur Brücke gingen oder Ohne Wasser haben wir im leeren Land keine Chance wandte Harkon ein Doch wenn wir nachts gehen Ein Marsch von einer Nacht und einem Tag bei glühender Hitze ohne Wasser Das schaffst du niemals dachte Harkon mutlos Nicht in deinem Zustand Aber er behielt seine Zweifel für sich Es klingt als wäre es ein Versuch wert log er Kandamir verzog den Mund zu einer spöttischen Grimasse die wie ein Schatten seines alten verwegenen Lächelns wirkte mit dem er jeden für sich eingenommen hatte Bleibt immer noch das kleine Problem mit der Brücke Wir können nicht Harkon war weder mit der Arbeit an Lars Schwert beschäftigt als er plötzlich innehielt Ein dumpfes Grollen schien aus der Erde aufzusteigen ehe sie schwacher bebte Es begann Steinchen auf sie herab zu regnen Ebenso abrupt wie das Beben begonnen hatte hörte es wieder auf Sieh dir das an Harkon hob den Kopf Was Kandamir wies zur Decke hinauf Harkon schaute in die Richtung Er verstand nicht sogleich was sein Bruder meinte aber plötzlich verzog sich der Rauch von der Esse und ein Stück blauer Himmel wurde sichtbar Das kleine Loch in der Decke durch welches eben nur ein Strahl Tageslicht gefallen war hatte sein Durchmesser mindestens verdoppelt Die beiden Brüder sahen sich an Mit einem Mal verspürte Harkon eine wilde Hoffnung in sich aufkeimen Vielleicht müssen wir gar nicht über die Brücke Im Verlauf des Nachmittags vervollständigten sie ihre Pläne Kandamir vergrößerte das Loch in der Decke bis er eines der zahllosen Lederstücke hindurch stecken konnte die es in jeder Schmiede gab um die Hände vor heißen Gegenständen zu schützen So gut es ging breitete er das Leder über dem Loch aus und bedeckte es notdürftig mit der losen Asche die er draußen ertastete In den nächsten Tagen wollten sie das Loch zu einem Ausstieg verbreitern und in dieser Weise tarnen Kandamir hoffte dass sie mit zwei Tagen auskämen Der dünne poröse Stein ließ sich leicht abschlagen aber Hakon musste mit der Arbeit an Lars Schwert weitermachen um keinen Verdacht zu erregen Aber egal wie sie vorankämen am übernächsten Tag wollte Hakon Kandamirs Ketten aufschmieden Ein paar Schuhe wollten sie erst unmittelbar vor dem Aufbruch stehlen denn jeder der sich nachts in der Halle zur Ruhe bettete stellte sein Schuhwerk neben seinem Lager ab Es sollte also ein leichtes sein Die hohe Stein an der Halle dröhnte vom Schnarchen der Zecher dass man meinen könnte das nächste Erdbeben sei gekommen Kandamirs Hände zitterten schlimmer denn je als er die gestohlenen Schuhe überstreifte und die Fußketten behutsam in die Waden hohen Schäfte stopfte damit sie beim Gehen nicht klirrten sie sprachen kein Wort beiden Brüdern schlug das Herz bis zum Halse beide schwitzten Wortlos beugte Harkon sich vor und nahm seinen Bruder wieder auf die Schultern wie sie es jedes Mal gemacht hatten wenn sie an ihrem Schlupfloch arbeiteten Kandamir schob die Lederstücke beiseite die das Loch abdeckten steckte die Arme hindurch und hangelte sich ins Freie dann ließ er das lange Ende seiner Handketten in die Schmiede hinab Harkon packte zu jetzt kam der schwierige Teil Harkon war ein großer muskulöser Mann und trug obendrein seine Werkzeuge Kandamir war entkräftet und halb verhungert aber er wusste er musste Harkon nur etwa einen halben Klafter hoch ziehen ehe sein Bruder sich aus eigener Kraft herausstemmen konnte ein dreiviertel voller Mond leuchtete am wolkenlosen Nachthimmel über dem leeren Land selbst ohne Mondschein hätten sie den feurigen Berg erkannt der sich heute Nacht in ein rötliches Glühen hüllte und ihnen den Weg wies die erste Stunde ging sie schweigend zuerst hasteten sie die Angst vor Verfolgern die ganze Zeit im Nacken Weite von Olafsburg waren wurden ihre Schritte gleichmäßiger und sicherer die Nacht war angenehm lau ein sachter Wind kühlte ihnen die feuchte Stirn Stille lag über der Wüste nur dann und wann hörte man ein leises Rascheln wenn ein Stein sich löste oder irgendeine kleine lichtscheue Kreatur die es hier womöglich doch geben mochte beim Klang ihrer Schritte davon huschte die ganze Nacht gingen sie ohne Rast in nordöstlicher Richtung und als der Tag anbrach waren sie fast auf einer Höhe mit dem feurigen Berg Harkon zückte seinen Hammer und einen glänzenden neuen Meißel aus dem Gürtel lass mich diese Ketten abnehmen sie sind nur überflüssiges Gewicht wenig später war Kandamir der verhassten Fesseln ledig und um ein paar Jahre gealtert so kam es ihm vor doch die lang entbehrte Freiheit seiner Glieder verlieh ihm neuen Mut wie Harkon gehofft hatte und als sie wieder aufbrachen schien Kandamirs Schritt fast so leicht und federnd wie früher gegen Mittag machte die Entkräftung sich bemerkbar Kandamir wurde still und grimmig und ging mit gesenktem Kopf seine Haut die beinahe drei Monate lang kaum einen Sonnenstrahl gesehen hatte begann sich zu röten der Durst wurde so schlimm dass Kandamir seinen Hunger völlig vergaß auch Harkon spürte inzwischen quälenden Durst seine Kehle war wie ausgedörrt die Zunge schien geschwollen und am Gaumen zu kleben dann kam ihm ein Gedanke und er hielt an nimm deinen Ring ab Kandamir zum ersten Mal seit Stunden hob sein Dein Ehering Harkon zog den Seinen vom Finger und steckte ihn in den Mund Du musst ihn lutschen Das hilft gegen den Durst glaub mir Harkon nahm Kandamirs Hand und zog den Ring ab Es ging leicht Der Silberreif saß lose als gewöhnlich weil auch die Hand abgemagert war Harkon wischte ihn an der Hose ab denn der Ring war von einer schwärzlichen Staubschicht verkrustet dann steckte er in Kandamir zwischen die Lippen Hier aber schlucke nicht runter Die beiden Wanderer hatten den ganzen Tag keinen Wind gespürt Dass er dagewesen war merkten sie erst als er sich legte Von einem Herzschlag zum nächsten schien die Luft dick wie Brei viel zu heiß um sie zu atmen Kandamir ging vielleicht noch hundert Schritte ehe er anhielt er sah einen Moment angestrengt nach Norden und fiel dann wie ein gefällter Baum reglos blieb er auf dem Gesicht liegen Kandamir bitte flehte Harkon du kannst dich jetzt nicht einfach hier hin legen und sterben doch er wollte nicht aber er wusste er war erledigt seit dem Mittag hatte er an Wadenkrämpfen gelitten die allmählich die Beine hinaufgekrochen waren jetzt fühlten Füße Waden und Oberschenkel sich völlig taub an er spürte sie nicht mehr dann wurde er bewusstlos Kandamir brauchte Wasser und zwar bald und erst wenn er das bekam würde er wieder auf die Beine kommen behutsam legte Harkon ihm eine Hand ans Kinn öffnete ihm und zog sich den leblosen Körper über die Schultern. Er erinnerte sich später nicht mehr genau an seinen langen Marsch durch die Wüste, nur an einzelne Empfindungen und Momente. Er bündelte seine Kräfte und verwandte sie allein darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen, den Rhythmus seiner stetigen, langen Schritte niemals zu unterbrechen. Er sah die Sonne nicht untergehen, spürte die Hitze nicht schwinden, starrte stur auf den Boden und seine Füße hinab, damit er nicht stolperte. Denn er wusste, er durfte nicht fallen. Eine gute Stunde nach Einbruch der Nacht erreichte er so den Schatten der Bäume, die ohne jeden Übergang dort begannen, wo das leere Land endete. Er lauschte einen Moment mit zur Seite geneigtem Kopf und er ahnte irgendwo voraus das Murmeln von Wasser. Quer durch Farn und Gras, die ihm bis über die Knie reichten, bewegte er sich auf das Murmeln zu, kam bald an das flache Ufer eines Baches und ließ seinen Bruder ohne allzu große Behutsamkeit hineingleiten. »Hakon«, es klang verwirrt und ungläubig. Der jüngere Bruder richtete sich auf und ließ die Schultern kreisen. Es war ein köstliches Gefühl, seiner Last ledig zu sein. »Wir haben es geschafft, Kandamir. Trink, aber nur ein bisschen. Du bist geschwächt und mir schien vorhin, du fieberst, also sei vorsichtig.« Kandamir setzte sich auf, tauchte die Hände zwischen den Knien ins Wasser, schöpfte und trank, schöpfte und trank so lange, bis Hakon einschritt und seine Hände festhielt. Am späten Nachmittag des übernächsten Tages kamen sie ans Südufer des großen Flusses. Die Sonne berührte schon beinahe die Wipfel der Bäume auf der Flussinsel zu ihrer linken und genau gegenüber lag die Dorfwiese. Sie hatten sich bei Sonnenaufgang des ersten Tages erhoben, hatten sich nur aus Vernunftsgründen die Zeit genommen, ein paar Forellen zu fangen und zu braten, aber gegessen hatten sie bereits im Gehen. Wasser und Nahrung hatten sie beide die Strapazen und Entbehrungen der Wüstendurchquerung schnell überwinden lassen. Kandamirs Fieber war verschwunden und auch die Muskelkrämpfe kamen nicht wieder. Außerdem beflügelte sie die Sehnsucht nach daheim. Seite an Seite erreichten sie das heimische Ufer. Kandamir hatte weiche Knie und Mühe, ruhig zu atmen, aber er wollte verdammt sein, wenn er seinen Bruder merken ließ, wie erschöpft er war. Die Dorfwiese lag verlassen im Abendsonnenschein. Kandamir verabschiedete sich mit einem knappen Nicken von seinem Bruder und betrat seinen Hof. Sieglind sah auf, als sie die Tür hörte. Langsam erhob sie sich von dem Schemel neben dem Bett und machte einen Schritt auf ihn zu. »Oh, der Herr sei gepriesen«, flüsterte sie, »es ist wahr, er hat nicht gelogen.« Behutsam legte sie die Hände auf sein Gesicht. Sie hatte gebankt, gelitten und getrauert. Dann blickte Kandamir auf Austin hinab, der reglos und mit geschlossenen Lidern in ihrem Bett lag. Er war furchtbar bleich, und ein ungewohnter Bartschatten bedeckte seinen Kinn. Sieglind schlug die Decke ein wenig zurück und enthüllte einen blutigen Verband, der die magere Brust des Sachsen und die rechte Schulter bedeckte. Er hat eine Schwertwunde und viel Blut verloren, aber heute früh hat die Blutung aufgehört. »Wenn er kein Fieber bekommt, wird er's schaffen.« Erzähl der Reihe nach. »Er, aber nicht hier. Lass uns hinausgehen. Er schläft jetzt ruhig und braucht uns nicht.« »Sie kamen nach Mitternacht«, berichtete Sieglind. Die Uferwache entdeckte den Drachen auf dem Fluss und schlug Alarm. Aber dieses Mal hatten sie ihre Frauen mitgebracht, die Torbjörns und einige andere Scheunen ausraubten, während unsere Männer mit den Iren am Ufer kämpften. Als die Frauen die Beute aufs Schiff gebracht hatten und das Signal gaben, zogen Lars und seine Männer sich zurück, alle bis auf Gunnar. »Gunnar?« Sie warf ihm einen kurzen, unglücklichen Blick zu und nickte. Er hatte sich Osmund ergeben. »Er wolle dem leeren Land den Rücken kehren und zu uns zurückkommen«, sagte er. »Er bedauere seine Taten und er bedauere, wie sein Bruder dich behandelt habe, und Harkon habe ihn auf den Gedanken gebracht, dass er jetzt, da sein Vater tot sei, hier bei uns einen neuen Anfang machen könne. Er erklärte sich bereit, uns sieben Jahre lang zu fronen, um Buße für den Schaden zu leisten, den er uns zugefügt hat. »Ein akzeptables Angebot«, warf Kandamir ein. Sie nickte. Das fanden Harald und Jared auch. Jared war außer sich vor Freude, einen seiner Brüder zurückzubekommen. Selbst als Gunnar ihm gestand, dass er es gewesen sei, der ihm die Scheune angesteckt habe, war Jared noch bereit, ihm auf der Stelle alles zu vergeben. Aber Osmund, sie brach ab, als habe sie plötzlich der Mut verlassen. »Er?« Er glaubte Gunnar kein Wort. Er befahl zwei in seiner Männer, ihn zu fesseln, und dann fragte er ihn, wo du seist. »Geflohen«, antwortete Gunnar, »in der Nacht zuvor, zusammen mit Harkon. Aber Osmund glaubte auch das nicht. Und er hat Gunnars Füße ins Feuer gehalten, um die Wahrheit aus ihm herauszuholen. Langsam legte Kandamir das Brotstück aus der Hand. »Oh, Osmund«, sagte er leise, »treuester aller Freunde, du hast dir genau den Falschen ausgesucht.« Das sagten Harald und einige andere auch. Sie waren geneigt, Gunnar zu vertrauen. Aber die Mehrheit war mit Osmund, und er kannte keine Gnade. Schließlich ging Austin dazwischen. Er hat einfach einen Eimer Wasser geholt und das Feuer gelöscht. Dann hat er sich schützend vor Gunnar gestellt. Osmund hat sein Schwert gezogen und es ihm an die Kehle gesetzt. »Nur zu, töte mich, und wir beide werden wissen, dass es nicht das Geringste mit diesem bedauernswerten Knaben zu tun hat,« hat Austin gesagt. Er war vollkommen furchtlos. Osmund war außer sich, wie ich ihn nie zuvor gesehen habe. Er trat noch einen Schritt näher und verstärkte den Druck seiner Klinge. Austin bewegte sich keinen Zoll. In dem Moment, da Osmund zustoßen wollte, riss der Schmied Austin beiseite, sodass die Klinge ihn nur oberflächlich verletzt hat. Sie musste einen Moment innehalten, weil ihr die Tränen kamen. Und während der Wüterich noch staunend dastand und sich fragte, wohin sein unschuldiges, wehrloses Opfer so plötzlich verschwunden war, trug der edle Jared seinen heulenden Bruder ins Haus, und die grausige Szene hatte ein Ende. Sieglind nahm seine Hand. »Du warst lange fort«, bemerkte sie behutsam. »Es hat sich allerhand verändert hier.« Kurz vor Morgengrauen fuhr Kandamir stöhnend aus einem wirren Albtraum, der mehr mit Gunnars Füßen zu tun gehabt hatte als mit den Ereignissen im leeren Land. Er schüttelte die grässlichen Bilder ab und weckte seine Frau, die ihn bereitwillig in sich aufnahm, noch ehe sie die Augen öffnete. Erst danach erzählte er ihr, was sie wissen wollte, während das erste graue Tageslicht allmählich durch die Ritzen in den Bretterwänden drang. »Und nun bist du an der Reihe«, sagte er schließlich. »Was hat sich hier zugetragen? Was, was bei allen Göttern ist mit Osmund passiert?« »Am Mittsommertag gab es ein Erdbeben.« »Ja, ich weiß.« Sie hatten es im leeren Land auch gespürt. »Ich schätze, Inga hat ihre Chance nicht ungenutzt verstreichen lassen, mehr Götterdienst und Opferbereitschaft anzumahnen.« Sieglind nickte. »Sie hat von Austin und mir und den anderen Christen verlangt, an der Mittsommerzeremonie teilzunehmen. Das haben wir nicht getan.« »Während der Zeremonie im Tempel«, hat Harald uns erzählt, »hat sie dazu aufgerufen, den falschen Gott und seine Diener zu bekämpfen, die eine ständige Beleidigung für Odin darstellten.« »Und das tun sie seither.« »Sie schneiden uns, sie bewerfen Austin mit Steinen, und im Ting tun sie, was Osmund ihnen sagt.« Inga hat Rorik und dem kleinen Siewart verboten, mit Nils zu spielen, worüber alle drei unglücklich sind. Kandamir lauschte ihr ungläubig und mit zunehmendem Schrecken. »Beim letzten Ting haben sie beschlossen, das Tragen von Kreuzen zu verbieten,« fuhr Sieglind mit belegter Stimme fort, die Hände im Schoß gefaltet. »Wer es doch tut, muss eine Buße von einem Schaf und einem Pferd an den Tempel leisten.« »Was?« »Ich habe mein Kreuz seither unter dem Kleid getragen, denn ich war allein und hatte Angst um meine Kinder. Aber, Odin, du kennst ihn ja. Hätte er ein größeres Kreuz besessen, hätte er sich vermutlich das umgehängt, nur um Inga und Osmund die Stirn zu bieten. Da er weder Schafe noch Pferde besitzt, konnte er die festgelegte Buße nicht leisten. Aber sie haben sich seine Kuh und die Sau geholt. Und vor einer Woche hat ihm jemand das Haus angezündet. Oh, mächtiger Tür! Er war zum Glück nicht daheim. Wir hatten uns in der Schmiede getroffen, um die Messe zu feiern. Wir müssen es wieder heimlich tun, so wie früher. Und all seine Bücher sind verbrannt? Sieglind schüttelte den Kopf. Er hat geahnt, dass so etwas passieren könnte, und sowohl seine Bücher als auch seine Vorräte an Pergament und Tinte dem Schmied zur Aufbewahrung anvertraut. Es war eine Weile still. Schließlich murmelte Kandamir. »Ich glaube, ich muss ein ernstes Wort mit meinem Ziehbruder reden. Ich werde Osmund zur Vernunft bringen. Du wirst schon sehen.« Sieglind drückte die Lippen auf seine Schulter. Sie fühlte sich in der Tat sicherer, jetzt, da er wieder hier war. Aber sie hatte Zweifel, dass er Osmund von dem einmal eingeschlagenen Pfad abbringen konnte. Denn Osmund schien regelrecht betört von der Macht, die er mit einem Mal hatte. Und er handelte aus tiefster Überzeugung. Die Ereignisse der letzten Monate hatten ihn vielleicht unversöhnlicher gestimmt, als es seiner Natur entsprach. Doch er hasste Austin und dessen Gott leidenschaftlich. Und manchmal konnte sie das Gefühl nicht abschütteln, er hasse auch sie. Plötzlich von Unruhe erfüllt, befreite sie sich aus Kandamirs Armen. »Zieh dich an, und dann lass uns nach Austin sehen.« Der Haushalt war erwacht und rüstete sich zum Frühstück. Austin saß, von einem Kissen gestützt, aufrecht im Bett. Er war immer noch bleich, doch als er Kandamir entdeckte, strahlte er. Er streckte die linke Hand aus. »Mich träumte, ich hätte deine Stimme gehört. Es ist also wahr.« Kandamir nahm die Hand, ließ sie nach einem kurzen Druck, der aus den Fass die Knochen brach, wieder los und setzte sich auf die Bettkante. »Es ist wahr. Da bin ich wieder. Nicht ungeschoren, aber lebendig. Und wie geht es dir, mein närrischer sächsischer Freund?« »Ganz ähnlich. Jedenfalls viel besser, als ich vorgestern Nacht zu hoffen gewagt hätte.« Sie tauschten ein wissendes Lächeln, aber sie bekamen keine Gelegenheit, über das zu sprechen, was geschehen war, denn Sieglind verkündete, »Austin braucht vor allem Ruhe. Geh frühstücken. Sag Heide, sie soll Austin eine Schale Suppe bringen.« Kandamir ging zurück in die Halle, nahm ein gewaltiges Frühstück ein und empfing einen nicht abreißenden Strom von Besuchern, die sich alle mit eigenen Augen davon überzeugen wollten, dass er wieder da war. Manch einer kam jedoch auch, um ihm zu raten, den Sachsen aus dem Haus zu jagen und seiner Frau den Umgang mit diesem und seinem Gott zu verbieten. »Meine Frau wählt ihren Umgang und ihren Gott so, wie sie es für richtig hält. Und in meinem Haus wird jeder meiner Nachbarn Unterkunft finden, dem irgendein heimtückischer Schurke das Dach über dem Kopf angezündet hat,« antwortete Kandamir ihnen hitzig. Natürlich war der Weg zu Osmunds Halle nicht weit genug, um ein Pferd zu nehmen, aber plötzlich hatte Kandamir eine unbezähmbare Sehnsucht nach der Gesellschaft seines geliebten Rosses. Was Kandamir an diesem am meisten liebte, waren seine Arglosigkeit und seine Stummheit, zwei Eigenschaften, die er sich heute für so manchen seiner Nachbarn gewünscht hatte. Er ritt einen weiten Umweg am Haag entlang und sah nach. Die Abendstille tat ihm gut nach diesem Tag voller Geschwätzigkeit. Wie friedvoll all dies war, wie gut und wie kostbar. Kandamir liebte diesen Ort, den er mitgeschaffen hatte, und er hatte hier in sieben kurzen Jahren Wurzeln geschlagen, die tiefer reichten als jene, die er in Elasund gehabt hatte. Auch Osmunds Ställe lagen nahe der Hecke. Sie waren größer als die der meisten anderen wegen der riesigen Schafherde, die Osmund hielt. Kandamir rümpfte unwillkürlich die Nase, als er daran vorbeiritt. Er fand immer noch das scharfe Schlimmerrocken als alles andere Vieh, ausgenommen höchstens Ziegen. Hinter den Stellen nahem Fluss lag ein fensterloser Schuppen, wo Osmund seine Wolle lagerte, und Kandamir hörte ein unterdrückten Laut des Jammers, als er daran vorbeikam. Neugierig und doch zögernd hielt er an und öffnete die stabile Holztür. Rorik kniete am Boden und kämpfte ohne großen Erfolg gegen seine Tränen an, die Arme um den Hals seines Hundes geschlungen, der fast ebenso unglücklich aussah. Der Junge hob den Blick. »Du bist zurück. Odin sei Dank.« »Sag nicht, das hat dir noch keiner erzählt.« Rorik schüttelte den Kopf. »Ich, wir sind seit gestern hier drin.« »Du meine Güte, was habt ihr denn angestellt?« Rorik strich seinem treuen Gefährten über das graue Zottelfell. »Er gar nicht. Ich war bei Nils, und sie hat mich erwischt.« »Deine Mutter?« Die tiefblauen Augen sahen Kanda mir wieder an, und trotz der Tränen, die darin schimmerten, war der Zorn nicht zu übersehen. »Die Frau meines Vaters.« »Sie hat gesagt, wenn die Räuber oder die Druden oder die bösen Flussgeister mich holen kämen, hätte ich mir das nur selbst zuzuschreiben.« »Miststück«, dachte Kanda mir angewidert. Er stand auf und nahm die freie Hand des Jungens in seine. »Komm mit, Rorik. Du warst lange genug hier drin.« Vor der Haustür angekommen, legte Kanda mir ihm eine Hand auf die Schulter und schob ihn entschlossen vor sich her. »Vergib mir, Inga, dass ich dein Urteil aufgehoben habe. Rorik ist nur unter Protest mitgekommen. Aber hungrige Männer müssen nun mal zusammenhalten.« Sie stand am Herd und kostete, was die Mägde gekocht hatten. Mit dem großen Holzlöffel in der Hand wandte sie sich um und lächelte. »Willkommen zu Hause, Kanda mir.« Er nickte. »Wo ist Osmund?«, fragte er. »Hier!«, sagte Osmund lachend von der Tür. Im Vorbeigehen legte er Kanda mir die Hand auf den Arm. »Setz dich!« Er trat neben den Herd, lächelte seiner Frau flüchtig zu und wusch sich Gesicht und Hände in dem Wassereimer, der dort immer für ihn bereitstand. Dann setzte er sich auf den Hochsitz und zwinkerte seinem Ältesten zu. »Schon wieder auf freiem Fuß?« Rorik scharrte verlegen im Strohbelag am Boden. »Du weißt es also,« murmelte er. Osmund nickte und wechselte einen kurzen Blick mit Kanda mir, der Mühe hatte, eine ausdruckslose Miene zu wahren. Osmund hatte also wissentlich zugelassen, dass der Junge eine Nacht in Angst verbrachte. »Kanda mir hat mich rausgeholt,« berichtete Rorik. Osmund nickte. »Ein kluger Junge weiß, wer seine Freunde sind, nicht wahr?« Kurz darauf kamen das übrige Gesinde und die jüngeren Kinder herein, die Kanda mir alle freudig begrüßten. Die Knechte trugen ein am Spieß gebratenes Lamm zur Tafel, das Osmund zur Feier von Kanda mirs Heimkehr geschlachtet hatte. Sein Ziehbruder war gerührt von der Geste und schlemmte mit schamloser Gier. Nach dem Essen verließen die beiden Freunde mit Medkrug und Bechern ausgerüstet die Halle, wie sie es ungezählte Male in der Vergangenheit getan hatten, schlenderten zum Fluss hinunter, setzten sich ins Gras und redeten. »Siegland hat mir erzählt, wie unermüdlich du nach uns gesucht hast. Dafür will ich dir danken, Osmund. Ich kenne das leere Land, darum weiß ich, dass kaum ein Mann ein zweites Mal dorthin aufgebrochen wäre, um einen anderen zu suchen. Du hast es viermal getan. Das kann ich kaum fassen.« Osmund machte eine ruckartige Geste. »Ein Schulterzucken oder ein Abwinken. Kanda mir konnte es nicht richtig erkennen. Ich wollte mich einfach nicht damit abfinden, dass ihr wie vom Erdboden verschluckt wart. Wo verstecken sie sich?« »Sie nennen den Ort Olafsburg. Eine Anzahl unterirdischer Höhlen, eine davon sehr groß. Lars behauptet, es sei uneinnehmbar, und ich fürchte, er hat recht.« Er beschrieb Osmund die Beschaffenheit der Höhlen. »Man könnte sie aushungern,« bemerkte Osmund, dessen Erregung nicht zu überhören war. Eine Weile wägten sie noch das Für und Wider eines solchen Schrittes ab, der einem langwierigen Feldzug gleich käme. Doch schließlich kam Kanda mir auf das zu sprechen, was ihm die größten Sorgen bereitete, seit er heimgekommen war. »Osmund, warum untersagst du deinen Söhnen den Umgang mit Nils?« Osmund antwortete nicht sofort, so als wäge er seine Worte sehr sorgsam ab. »Es sind die Einflüsse, denen er ausgesetzt ist. Ist dir eigentlich klar, wie viel Zeit er in Gesellschaft des Sachsen verbringt? Dass er dessen Runen lernt? Dass er seine Pflichten vernachlässigt, um zu ihm zu laufen und sich seine Geschichten anzuhören? Das hat alles zugenommen, während du fort warst. Weil Sieglind nichts dagegen unternimmt. Im Gegenteil, sie fördert es. Dein Sohn verhöhnt die Götter, Kandamir. »Wie bitte?« Kandamir fiel aus allen Wolken. Osmund nickte nachdrücklich. »Er hat Rorik erzählt, unsere Götter seien machtlose Götzen, und nur der gekreuzigte Zimmermann könne dich wieder nach Hause bringen.« Kandamir schüttelte ungläubig den Kopf. »Es sieht Austin nicht ähnlich, den Kindern solchen Unsinn einzureden. Aber du kannst sicher sein, dass ich ihn mir vornehme, und Nils ebenfalls.« »Ich fürchte, das ist nicht genug.« »Wie meinst du das?« »Du selbst bist im Zauber dieses Sachsen verfallen, ohne es zu bemerken. Schon vor langer Zeit. Schon als er noch dein Sklave war, hast du auf ihn gehört und es geduldet, dass er deine Frau und deinen Bruder verführt, seinem Gott zu huldigen. Das habe ich nie begreifen können. Und vielen anderen Männern geht es ebenso. Inzwischen bin ich überzeugt, dass er dich verhext hat. »Osmund!« »Der Sachse ist der abtrünnige Verräter.« »Er ist wer?« »Der, vor dem Brigittas letztes Orakel uns gewarnt hat. Sag nicht, das hast du vergessen.« »O Osmund!« »Ich kann einfach nicht glauben, dass du dem Gefasel einer sterbenden Hexe Beachtung schenkst.« »Es war kein Gefasel!« Osmunds Stimme klang schneidend. »All ihre Orakel haben sich erfüllt.« Inzwischen war der Mond über die Berge geklettert, sodass Kandamir Osmunds erhobenen Zeigefinger beben sah. »Ich sage dir, Kandamir, er ist eine ständige Herausforderung an Odin und alle anderen Götter, und dass wir ihn in unserer Mitte dulden, ist eine ständige Kränkung. Er ist der abtrünnige Verräter, und er muss uns verlassen. Wie er uns verlässt, ist mir gleich. Aber ich werde ihn niederwerfen, wie das Orakel es vorhergesagt hat.« »Verstehe.« Kandamirs Stimme war leise, aber unverkennbar verächtlich. »Du hältst dich also für den Würdigsten unter uns, den wir zum Anführer erwählen sollen, ja?« Das bestritt Osmund nicht. Er antwortete wesentlich ruhiger. »Erinner dich an Brigittas Worte kurz nach unserer Ankunft in Katan. Odin hat mich auserwählt, als erster sein Land zu betreten. Das muss eine Bedeutung haben, nicht wahr? Und wenn es eine Bedeutung hat, bist du ebenso auserwählt, denn du hast den ersten Sohn in diesem Land bekommen. Wir haben es in der Hand, du und ich. Darum hatte ich gehofft, diese Bürde mit dir zu teilen.« Kandamir schüttelte den Kopf. »Wir alle sind auserwählt, Osmund. Jeder, der auf diese wunderbare Insel gelangt ist. Und jeder von uns hat es darum in der Hand, sein Geschick in dieser besseren Heimat zu lenken. Ein gutes Volk sollte einen guten König haben, hast du einmal gesagt. Aber ich sage, ein gutes Volk braucht keinen König. »Doch«, widersprach Osmund niedergeschlagen, »ein bedrohtes Volk braucht jemanden, der es beschützt.« »Vor Austin?«, fragte Kandamir, und es gelang ihm nicht, die grimmige Belustigung aus seiner Stimme zu halten. »Vor allen Gefahren. Ganz besonders vor denen, die es nicht erkennen will.« Kandamir schnaubte. »Ich merke, du hältst dich tatsächlich für weiser als alle anderen.« »Also dann, würdiger Osmund, eine Krone kann immer nur auf einem Haupt sitzen. Nimm sie dir. Ich will sie nicht haben. Trage deine Bürde allein.« Er wandte sich wütend ab. Mit der Zeit war ein Anschein von Normalität in ihr Leben zurückgekehrt, aber die Stimmung im Dorf war eigentümlich angespannt. Es gab Leute, die Kandamirs Dienste unter einem Vorwand ablehnten und sich stattdessen an Berse wandten. Von Harkon hörte er das Gleiche. Thorbjörn war in die Schmiede gekommen, um einen neuen Hammer zu bestellen, doch er hatte darauf bestanden, dass Harald ihn machte. Als Harkon ihn empört nach dem Grund fragte, hatte Thorbjörn ihn einfach stehen lassen. Kandamir war es mit Haflad und einigen anderen nicht besser ergangen. Trotzdem fuhr er wie jedes Jahr mit ein paar Freunden zum Fischen aufs Meer, ehe der Herbstregen einsetzte. Als sie mit guter Beute den Fluss hinaufsegelten, war Kandamir entschlossen, noch einmal zu versuchen, mit Osmund und seinen Anhängern zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Nur um dann bei seiner Heimkehr festzustellen, dass Sieglind mit den Kindern bei Harald und Asta Zuflucht gesucht hatte, weil sie um ihr aller Leben bangte. »Was ist passiert?«, fragte Kandamir, als er seine Familie in der Halle des Schmieds fand. Sieglind saß am Tisch, einen unberührten Becher vor sich. »Jemand hat uns eine Hagalas-Runa an die Haustür gemalt«, berichtete sie. »Mit Blut. Ich habe Solvik befohlen, sie abzuwaschen. Am nächsten Morgen war sie wieder da. Und eine zweite auf der Tür zur Schlafkammer. »Jemand ist in unser Haus eingedrungen, um uns zu drohen, Kandamir.« Er wechselte einen Blick mit Harald, der ratlos die Schultern hob. »Ich habe ihr gesagt, sie soll herkommen. Sie konnte dort nicht allein bleiben.« »Hagalas«, murmelte Kandamir. Es war eine unheilvolle Rune, deren eigentliche Bedeutung der Hagel und seine zerstörerische Kraft waren. Doch stand sie ebenso für jede bedrohliche Naturgewalt und den Zorn der Götter. Und das wirklich tückische Anhagalas war, das man nicht sehen konnte, wenn sie spiegelverkehrt war. Denn aufgrund ihrer Haarform sah sie immer gleich aus. Gespiegelt stand sie jedoch für Schmerz, Verlust und Leid. Und für Hader. Kandamir klang fassungslos. »Wer würde so etwas tun?« »Nicht, Osmund, nie und nimmer. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das werde ich niemals glauben.« Harald schüttelte den Kopf. »Aber allein, dass dir sein Name einfällt, beweist, wie ernst die Lage ist.« Er verschränkte die Keulenarme auf der Tischplatte und beugte sich leicht vor. »Du hast Olaf erschlagen, Kandamir. Den Mann, der in Wahrheit der abtrünnige Verräter war, wie alle hier wissen. Du musst die Position einnehmen, nach der es Osmund gelüstet. Nur wenn du der Anführer dieser Gemeinschaft wirst, haben wir hier alle noch eine Zukunft.« Ein Riss schien plötzlich durch die Gemeinschaft der Siedler zu verlaufen. Alle fieberten dem Herbsting in zwei Wochen entgegen, denn sie hofften, dass bei der Versammlung irgendeine Klärung herbeigeführt werden würde. Doch am Abend vor der Versammlung begann die Erde zu grollen und hörte nicht wieder auf. Es wurde ein ungeheures Schauspiel. Unter anhaltendem Grollen schleuderte die Erde Feuersäulen und rotglühende Bälle wie Kometen in die Luft. Gelegentlich erschauerte sie in ihren Geburtswehen, und dann spürten die Menschen am Ufer ein Zittern unter den Füßen. Bis auf das leise Donnern war absolut nichts zu hören, und die Stummheit dieses Ausbruchs ließ ihn nur umso gewaltiger erscheinen. »Vater, sind Odin und Jesus Christus böse auf uns?« Nils Stimme riss Kandamir aus seiner Faszination. Er hob den Jungen hoch, damit er nicht in den Fluss purzelte. »Es sieht so aus, ja. Zumindest einer von beiden.« »Welcher?« »Ich weiß nicht, Nils.« Odin erteilte seiner Gemeinde den Schlusssegen, und sie alle bekreuzigten sich. »Es war nur eine kümmerliche Schar, die sich an diesem Abend in die Schmiede gestohlen hatte. Viele wagten es derzeit nicht, sich mit dem Sachsen sehen zu lassen.« »Und seid ohne Furcht«, schärfte Orstein ihnen ein, ehe sie in die Nacht hinaus schlüpften. »Nicht Odins Zorn hat das Feuer zum Ausbruch gebracht, sondern die Hand Gottes, die diesen Vulkan wie alles andere auf Erden erschaffen hat. Wenn es eine Warnung ist, dann gilt sie nicht uns.« Sie nickten ernst. Einige schienen tatsächlich ein wenig getröstet. Nachdem die Gemeinde fort war, sank Odin auf dem festgestampften Boden der Schmiede auf die Knie und versenkte sich ins Gebet. »Sag mir nur, was die Zeichen zu bedeuten haben, Herr«, bat er flüsternd, »ich höre dir zu. Weise mir den Weg, und ich werde ihn einschlagen. Wenn du mir eine letzte Gnade erweisen willst, dann halte deine schützende Hand über dein Volk hier und erleuchte die Herzen derer, die noch in Finsternis wandeln. Dafür will ich jeden Kelch bis zur Neige leeren, so bitter er auch sei.« »Das trifft sich gut«, raunte eine gedämpfte Stimme hinter ihm. Orsten zuckte nicht zusammen, denn er hatte den Luftzug von der Tür längst gespürt. Er wandte sich auch nicht um, rührte sich nicht einmal, als sich zwei kräftige Hände von hinten um seine Kehle legten und zudrückten. Auch Osmund stand mit dem Rücken zu seiner Halle am Flussufer und betrachtete gebannt Odins Feuerwerk. Als er den raschelnden Schritt im Gras hörte, fragte er leise, »Was haben wir nur angerichtet?« Kandamir blieb neben ihm stehen. »Noch ist es nicht zu spät. Lass uns einen anderen Weg suchen, Osmund.« Osmund wandte plötzlich den Kopf und sah ihn an. Seine Augen wirkten eigentümlich klein, seine Miene starr. Feindselig, hätte man meinen können. Aber Kandamir kannte dieses Gesicht besser als sein eigenes. Er sah, dass Osmund genauso verzweifelt war wie er. Osmund, wenn du und ich morgen beim Ting gegeneinander antreten, kann das nur auf eine Weise enden. Wahrscheinlich ist deine Anhängerschaft zahlreicher, das will ich nicht bestreiten, aber nur um einige wenige Stimmen. »Die Lager sind beinahe gleich groß. Es ist ein Bruderkrieg, den wir hier riskieren.« Osmund nickte. »Ich kann nicht zulassen, dass es zwischen uns und euch zum Kampf kommt,« fuhr Kandamir fort. »Denn das hätte unabsehbare Folgen, und ich habe nun einmal geschworen, zu tun, was ich kann, um Blutfäden zu verhindern.« »Das war ein törichter Schwur,« bemerkte Osmund kritisch. »Mag sein, aber er ist getan.« »Also«, Osmund breitete hilflos die Arme aus. »Was erwartest du, dass ich sagen soll? Ich weiß mir keinen Rat.« »Osmund«, unterbrach Kandamir, »hör mir zu. Ich bin bereit, mich deinem Herrschaftsanspruch unterzuordnen.« »Was?« »Warum nicht? Wir wissen beide, dass du der Klügere und Besonnenere von uns bist. Vielleicht soll es so sein. Ich habe dir mein ganzes Leben blind vertraut, also warum nicht jetzt? Ich habe nur eine einzige Bedingung.« »Der Sachse«, Kandamir nickte. »Jag ihn nicht fort. Ich habe ihn gezwungen, mit hierher zu kommen, und darum bin ich ihm verpflichtet. Wenn du darauf bestehst, soll das Ding meinethalben beschließen, ihn wieder zu versklaven. Ich nehme ihn in mein Haus und sorge dafür, dass er dir kein Ärgernis ist.« Osmund verschränkte die Arme und seien Unverwandt an. »Es ist nicht meine Absicht, in Sachsen davon zu jagen. Austin muss sterben, Kandamir. Er ist der abtrünnige Verräter. Er will Unglück über Odins Volk bringen. Und um die Prophezeiung zu erfüllen, muss ich ihn niederwerfen.« Kandamirs Kehle war plötzlich staubtrocken. Er räusperte sich. »Osmund, ich bitte dich, wie ich dich nie zuvor um etwas gebeten habe. Spar dir die Mühe. Während du und ich hier stehen und reden, läuft sein Blut schon in die hübsche Opferschale, die dein Bruder für den Tempel gemacht hat.« Orsteen lag auf dem Opferstein und fragte sich, ob Inga den Männern befohlen hatte, seine Arme seitlich ausgestreckt zu halten, um ihn und seinen Gott zu verhöhnen. Etwa 50 Menschen standen im Halbkreis vor dem Altar. Inga hatte nur die Standhaftesten unter ihren Gläubigen zu dieser geheimen Zeremonie geladen. Denn was sie heute hier tun mussten, hatte seit Menschengedenken niemand mehr getan. Und sie wollte vermeiden, dass die Zaghaften und die Furchtsamen das heilige Ritual störten. Sie drehte sich langsam zu ihrem Opfer um. Wie immer war ihr Gesicht vollkommen von der Kapuze beschattet, sodass die Priesterin ein geisterhaftes Wesen wurde, das Werkzeug ihrer Götter. Ihr Gewand schimmerte blutrot im Schein der beiden Feuer links und rechts. Siehe, Vater der Götter, das Opfer, welches wir dir darbringen, rief das gesichtslose Wesen und reckte die Arme empor. Im gleichen Moment spürte Austin einen scharfen Stich am linken Unterarm. Thorbjörn riss den abgewinkelten Arm Austins hoch und Inga hielt die goldene Opferschale darunter. Ein stetiges, aber sehr dünnes Blutrinsal tröpfelte in die Schale. Blinzeln sah Austin zu, wie Inga auch seinen rechten Arm einritzte und sein Blut aufhing. Schließlich stellte sie die Schale auf das Dreibein und warf die Kapuze zurück. Die roten Runen auf Stirn und Wangen verfehlten ihre Wirkung auf die Menschen im Tempel niemals, ganz gleich, wie oft sie sie sahen. Viele der Gläubigen hielten den Atem an und senkten ehrfürchtig den Kopf. Die Priesterin tauchte ihre Reisigrute ein und besprengte die Gemeinde mit Opferblut. Heil dir, Vater der Götter, der du alle Dinge ersonnen und erschaffen und uns die Krönung deiner Schöpfung geschenkt hast. Nimm das Opfer an, das wir dem heiligen Feuer übergeben, auf das es deinen Zorn besänftige und du dein Feuer nicht länger auf dein Volk herabregnen lässt. Austin brauchte einen Moment, doch als er den Sinn ihrer Worte erfasste, packte ihn grauen. Er schloss die Augen. Jetzt verstand er auch, warum der Opferstein unter ihm mit einer Schicht aus Stroh und Reisig bedeckt war. Die Hexe wollte ihn verbrennen, ohne ihm zuvor die Kehle durchzuschneiden. Ein gellender Schrei zerriss die Stille im Tempel. Feuer! Ivar, der sonst eher unerschütterliche Kapitän des Meerespfeils, wies mit einem bebenden Finger auf das Tempeldach am Ostende. Dort züngelten in der Tat Flammen an den hölzernen Schindeln und breiteten sich rasch aus. Genau über der heiligen Quelle hatten sie bereits ein Loch ins Dach gefressen. Und noch während die Gemeinde wie gewandt hinaufstarrte, brach ein feuriger Wall hindurch, schien unglaublich langsam herabzuschweben, landete im steinernen Becken der Quelle und brannte dennoch weiter. Das Bild war so entsetzlich, ein Umen von so bedrohlicher Macht, dass alle in Panik gerieten und zur Tür in der westlichen Stirnwand stürzten. Allein Inga blieb im Tempel. Sie schien kaum wahrzunehmen, was um sie herum geschah. So sah sie auch die drei schattenhaften Gestalten nicht, die durch die östliche Tür in den Tempel schlüpften. Inga hob den Arm mit der Fackel über den Altar, aber Kandamir packte ihr Handgelenk und riss es zurück. Fast gleichzeitig stahle er den Dolch aus der Scheide im Ärmel und setzte ihn ihr an die Kehle. Derweil waren Sieglind und Harkon an den Altar getreten. Hastig banden sie aus den Los. Der ganze Sommer war trocken gewesen und auch der Herbstregen war noch nicht gekommen. Das Tempeldach brannte wie Zunder. Kandamir wandte den Blick nach oben und sah voller Trauer, wie sein Werk von den Flammen verzehrt wurde. Machen wir, dass wir rauskommen, raunte er und stieß Inga die Faust zwischen die Schultern. Los, du und ich gehen voraus. Die Gläubigen hatten sich auf der Wiese zusammengescharrt, sahen furchtsam abwechselnd nach Südwesten, wo der Himmel nach wie vor rot leuchtete, dann ins Innere des Tempels, wo nun allenthalben brennende Schindeln vom Dach regneten. Als sie Kandamir erkannten und begriffen, dass er ihre Priesterin gepackt hielt und mit dem Opferdolch bedrohte, wurden sie still und starrten ihn an. Sieglind und Harkon folgten mit Austin in der Mitte. Die Versammelten wurden wieder rastlos und murmelten empört, sodass Kandamir eindringlich warnte, »Wenn einer von euch sich rührt, schneide ich ihr die Kehle durch!« Während sie noch abzuwägen schienen, wie ernst ihm diese ungeheuerliche Drohung war, führte Harkon Austin rasch in südlicher Richtung von der Lichtung. Als sie zwischen den Bäumen verschwunden waren, ließ er ihn los. »Kannst du rennen, Austin?« »Ja.« »Dann tu's. Wer weiß, wie lange Kandamir sie aufhalten kann.« »Schwimm ans Südufer und geh zu der Bucht, wo wir auf dem Fischzug Halt gemacht und die vielen Muscheln gefunden haben. Weißt du noch?« »Sicher, aber Harkon...« Harkon schüttelte wild den Kopf, drehte Austin um und stieß ihn vorwärts. »Lauf!« »Warte dort drei Tage!« »Einer von uns holt dich, wenn wir können.« »Falls nicht, musst du zusehen, wie du zurechtkommst.« Austin nickte, wandte sich aber noch einmal kurz um und schloss ihn in die Arme. »Gott segne und beschütze euch!« Wie sie verabredet hatten, wartete Harkon, bis er schätzte, dass Austin das Ufer der kleinen Flussinsel erreicht hatte. Erst dann kehrte er auf die Tempellichtung zurück. Sieglind war, sobald sie sah, dass die Rettung geglückt war, in entgegengesetzter Richtung verschwunden und zu ihren Kindern zurückgekehrt. Sie hatten sie gebraucht, weil sie als einzige leicht genug war, um aufs Tempeldach zu klettern, ohne gehört zu werden. Außerdem wusste sie so gut wie Kandamir, welche Stelle des Daches genau über der Quelle lag, hatte sie dieses Dach doch zusammen mit ihm gedeckt. Doch sobald ihre Aufgabe erfüllt war, hatten sie vereinbart, sollte sie nach Hause zurückkehren, denn niemand konnte wissen, was in dieser Nacht noch geschehen würde, und ihre Kinder durften nicht länger als nötig allein bleiben. Als Hakon zurückkam, brannte das ganze Tempeldach lichterloh und erhellte die Lichtung. Er nickte seinem Bruder zu und Kandamir schloss für einen kurzen Moment die Augen. Er sammelte sich, dann nahm er die scharfe Klinge von Ingas Hals, ließ ihren rechten Arm los und trat einen Schritt zurück. Beinah respektvoll reichte ihr den Dolch mit dem Griff zuerst. Sie erwiderte seinen Blick, doch sie nahm das Messer nicht. Ohne sich zu rühren, befahl sie, Packt die Verräter! Es war sehr still. Die Erde war wieder verstummt. Als der Tempel ausgebrannt und die nächtliche Ruhe auf die Flussinsel zurückgekehrt war, hatten sie erlebt, wie das Grollen nach und nach verebte und schließlich erstarb. Das Glühen am südlichen Himmel war hingegen geblieben, bis die Sonne wiederkam und es überstrahlte. Osmund stand mit verschränkten Armen am Stamm der Esche. Dann ließ er den Blick über die Versammlung schweifen und sagte mit tragender Stimme, Manche, aber nicht alle von euch wissen, dass wir vergangenen Nacht Brigittas letztes Orakel erfüllen wollten. Ich hatte schon lange den Verdacht, dass der Sachse, der den falschen Gott anbetet, der abtrünnige Verräter ist und als Odin in seinem Zorn Feuer auf den Wald im Süden regnen ließ, fanden die Priesterin und ich, es sei höchste Zeit zu handeln und den Verräter niederzuwerfen. Aber Kandamir und Harkon haben das Opfer vereitelt. Kandamir befreite sich mit einem plötzlichen Ruck von Torbjörns Griff, der ihm unerträglich war, trat zwei Schritte auf Osmund zu und drehte sich zur Versammlung um. So ist es. Dennoch hat die Erde aufgehört zu donnern. Was wohl beweist, dass es nicht Odin war, der den Zorn der Götter erregt hatte. Es ist lächerlich zu behaupten, er sei der abtrünnige Verräter, und das wisst ihr alle. Wir wissen nichts dergleichen, schien die Mehrzahl der Gesichter zu sagen. Der Himmel hat gebrannt und wir fürchten uns, also sagt uns, was es zu bedeuten hat. Die Verunsicherung der Menschen spielte Osmund in die Hände, das spürten sie beide. Einen Moment sahen sie sich in die Augen, errieten die Gedanken des anderen auf einen Blick und hatten doch beide einen vollkommen Fremden vor sich. Wie hast du es gemacht, Kandamir? fragte Osmund leise. Wie hast du es fertiggebracht? Hast du den Gott des Sachsen bewogen, einen Feuerball auf unseren Tempel zu schleudern? Kandamir lächelte grimmig. Nein, dazu blieb mir gar keine Zeit. Eiletatnot, verstehst du? Denn deine Frau war im Begriff, Orsten bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Hier und da zog jemand scharf die Luft ein. Dieses delikate Detail war offenbar noch nicht allgemein bekannt gewesen. Sieglind ist aufs Tempeldach geklettert und hat genau über der Quelle ein paar Schindeln entfernt. Ich hatte einen Arm voll Heu in ein Stück ölgetränktes Pergament gewickelt. Das war unsere Feuerkugel. Du hast damit das Heiligtum niedergebrannt? Die Bildnisse der Götter zerstört, in Tempel geschändet? Es war nur ein Haus. Wenn ihr mich lasst, baue ich euch ein neues. Und hast du nicht das Leben der Priesterin bedroht, meiner Frau? Kandamir senkte den Blick und nickte. Das bedauere ich. Und wenn du die Wahrheit wissen willst, den Verlust des Tempels bedauere ich noch mehr, denn er war das Schönste, was ich je geschaffen habe. Aber mir scheint, beides ist ein geringer Preis für das Leben eines Unschuldigen. Die Männer im Tink tauschten verstohlene Blicke und betrachteten die beiden Kontrahenten unschlüssig. Noch während Osmund seinen nächsten Schritt plante, erhob sich Harald aus dem Gras, trat zu ihnen und durchschnitt erst Kandamirs Fesseln, dann Hakons. Keiner von beiden hat gegen ein Gesetz verstoßen. Im Gegenteil. Sie haben das Leben eines freien Mannes gerettet, gegen den das Tink kein Urteil ausgesprochen hatte. Sie haben das Gesetz gewahrt. Ihr wolltet es brechen. Aber Harald, protestierte Torbjörn, der Sachse ist ein Frevler. Harald hat ganz recht. Ihr habt das Gesetz in schlimmerer Weise gebrochen als Kandamir und Harkon, stimmte Wieland zu. Und darum sage ich mich von euch los und verleugne alle Bande zwischen uns und ich rufe Jesus Christus, meinen Gott, als Zeugen an. Worum wiederum du das Gesetz brichst, denn das Tink hat verboten, diesem Gott zu huldigen, entgegnete Inga scharf. Sie wollt, ihr ältester Bruder trat neben Wieland. Und am nächsten Tag besaß jeder Mann, der dafür gestimmt hatte, ein Schaf mehr als tags zuvor, nicht wahr? Wie kam das nur? Hat Odin sie persönlich hergetrieben und in die Pferche gebracht? Das ist eine Lüge, protestierte Osmund. Das ist nicht wahr, Sie wollt, und du wirst es zurücknehmen. Sie wollt, zog seine Waffe. Wirklich? Weil sonst was passiert. Ich weiß, dass es so war, denn ich habe Augen und ich kann zählen. Auch Osmund zog sein Schwert. Nein, wartet, sagte Kandamir. Er trat zwischen die beiden Männer, legte jedem kurz seine Hand auf die Brust und schob sie auseinander. Es ist Frevel, beim Tink Blut zu vergießen, das wisst ihr. Und ganz gleich, was ihr sagt, ihr seid Schwäger. Eure Söhne sind Vettern. Wollt ihr ihnen trotzdem die Pflicht auferlegen, sich gegenseitig zu erschlagen? Ungern, räumte Osmund ein. Aber ich lasse nicht zu, dass ein Mann mich beim Tink der Bestechung bezichtigt. Osmund, Kandamir rieb sich kurz die Stirn. Wenn ihr euch schlagt, stehen wir nachher immer noch da, wo wir jetzt stehen. Es wird Blut fließen. Eure Sippe wird in einer Blutfede vergehen. Alles ohne Sinn. Denn der Hader ist doch in Wahrheit zwischen dir und mir, nicht wahr? Hast du ihn nicht in mein Haus getragen? Osmunds Augen weiteten sich für einen kurzen Moment, aber er hatte sich sogleich wieder in der Gewalt. Würdest du mir verraten, wovon du sprichst? Von der Hagalas Rune, die du an meine Tür geschrieben hast. Und wie kommst du darauf, dass ich das getan habe? Kandamir war nicht ganz sicher. Es hatte etwas mit der zweiten Rune an der Tür zur Schlafkammer zu tun. Mit Sieglind. Willst du es leugnen? Osmund schüttelte den Kopf und ließ seinen Ziehbruder nicht aus den Augen. Nein, du hast recht. Ich habe es getan, weil ich mir keinen anderen Rat wusste. Es war ein letzter Versuch, dich zur Vernunft zu bringen. Dir vor Augen zu führen, was du aufs Spiel setzt. Aber es hat nichts genützt. Nein. Ehrliches Bedauern lag in Osmunds Stimme. Du musstest es ja unbedingt so weit kommen lassen, warf Inga Kandamir vor. Und ich erhebe Klage gegen dich, Kandamir Oleson, denn du hast gegen den Willen der Götter verstoßen, indem du die Erfüllung des Orakels verhindert hast. Du hast den abtrünnigen Verräter geschützt, der Unglück über Odins Volk bringen will. Damit bist du selbst abtrünnig geworden. Und dafür musst du bezahlen. Verflucht sollst du sein, dachte Jared wütend. Gerade hatte er Hoffnung geschöpft, dass Kandamir und Osmund zu irgendeiner Einigung kommen könnten, und da musste sie Öl ins Feuer gießen. Ich habe es jetzt oft genug gehört, grollte er. Er sprach nicht laut, doch alle hörten ihn in der gespannten Stille. Alle Köpfe wandten sich ihm zu. Aber egal, wie oft ihr wiederholt, Austin sei der Verräter, wird es doch nicht wahr, nur weil euch diese Deutung des Orakels am besten gefällt. Ihr alle wisst ganz genau, wer abtrünnig geworden ist, uns verraten hat und Unglück über uns bringen wollte. Das war mein Vater, und Kandamir hat ihn niedergeworfen. Also wenn hier irgendwer unser von den Göttern außersehner Anführer sein soll, dann er. Osmund schaute ihn fassungslos an. Ja, Red. Es tut mir leid, Vetter. In dieser Frage kann ich nicht mit dir sein, denn du bist im Unrecht. Er sah in die Runde. Und das muss jeder von euch wissen, der ehrlich zu sich ist. Ein Raunen brach aus, das sich bald zu einem Tumult steigerte. Mit großer Mühe beruhigten Osmund und Harald die Versammlung. Kandamir stand am Ufer des Flusses, sah starr zu Boden und traf die schwierigste Entscheidung seines Lebens. Er wusste ganz genau, was er tun musste. Er war nur nicht sicher, ob er es konnte. Ihr könnt euch sparen, ein Urteil zu fällen. Ich … Er brachte es nicht ohne weiteres heraus. Wieder suchte er Osmunds Blick, wobei er nicht sicher war, ob er Rat finden oder Rache üben wollte. Osmund schüttelte den Kopf, stumm, aber flehend. Kandamir lächelte kläglich und verkündete sein selbstgewähltes Urteil. Ich gehe … Fort, versteht ihr? Ich … Ich gehe aus freien Stücken in die Verbannung. Wieder gab es einen Tumult. Männer, Frauen, sogar Sklaven riefen und redeten durcheinander und gestikulierten aufgeregt. Einzig Sieglind war still. Aus der hinteren Reihe, wo sie zwischen den übrigen Frauen gestanden hatte, trat sie langsam vor an seine Seite. Wohin du auch gehst, du gehst nicht allein. Er senkte den Kopf und legte ihr den Arm um die Schultern. Gewährt uns zwei Tage Zeit, sagte er in Osmunds Richtung. Es klang eher wie eine Forderung, nicht wie eine Bitte. Wir haben ein paar Vorbereitungen zu treffen. Aber wenn ich mich recht entsinne, hat jeder Verbande das Recht auf einen oder zwei Tage Aufschub. Sogar Mörder und Verräter, nicht wahr? Es gelang ihm nicht, seine Bitterkeit zu verbergen. Harkon und Gunda verständigten sich mit einem kurzen Blick. Dann gesellte der jüngere Bruder sich zu ihnen. Wir kommen mit euch. Kandamir hob abwehrend die Linke. Harkon, das musst du nicht. Ich glaube nicht, dass irgendwer darauf besteht. Doch, entgegnete sein Bruder entschlossen. Ich. Denn für mich ist hier kein Bleiben. Sein Freund Wieland stellte sich neben ihn. Das gilt auch für mich. An einem Ort, wo ein Mann nicht glauben darf, woran er will, ist in der Tat kein Bleiben. Ich hoffe, ihr habt für mich und die Meinen noch ein Plätzchen auf eurem Schiff. Wieland, protestierte Kandamir. Er beschwor ihn beinahe. Weißt du denn eigentlich, was du tust? Hast du eine Ahnung, was es bedeutet? Oh ja. Wir fangen einfach noch einmal von vorne an, dachte er. Und wir werden es so machen, wie wir es wollen. Beinahe gleichzeitig schlossen sich Siewold und Harald, der kleinen Scharverband da an, ohne ein Wort. Auch Haldir trat mit einem langen, entschlossenen Schritt zu ihm. Ich hätte auf meinem Schiff noch ein paar Plätze zu vergeben. Nach und nach kamen sie, die Christen und diejenigen, die nicht fanden, dass ein Mann dem anderen vorschreiben dürfe, woran er zu glauben habe. Viele taten sich schwer mit ihrer Entscheidung. Manche weinten offen und ohne Scham. Aber sie kamen, stellten sich an Kandamirs Seite und die Gruppe wuchs, bis sie fast die Hälfte der Siedler ausmachte. Jared und Gunnar waren die Letzten. Mit gesenkten Köpfen, beschämt, stahlen sie sich ins Lager der Verbanden. Oh Jared, murmelte Osmund. Seine Erschütterung war unüberhörbar. Kandamir weigerte sich, ihn anzuschauen. Er wollte mich töten, rief er sich in Erinnerung. Er war bereit, mich zu töten. Für seine verfluchten Götter, für seine Macht und weil ich die Frau bekommen habe, die er wollte. Jetzt, da er sah, wohin all die Lügen und sein Selbstbetrug ihn geführt hatten, war er endlich imstande, sich das einzugestehen. Doch es nützte nichts. Er bedauerte Osmund dennoch und er trauerte um ihre Freundschaft. Es war ein bitterer Abschied. Alle, die in die Verbannung gingen, hatten das schöne Dorf am Fluss geliebt. Denn sie hatten es erschaffen und mit ihrem Ideen Reichtum und ihren Fertigkeiten gestaltet. Und sie alle ließen geliebte Menschen zurück. Kandamir und Osmund hatten keine letzte Aussprache gesucht. Die Kluft war zu tief. Ehe die Versammlung sich auflöste, hatten sie einen letzten, finsteren Blick gewechselt. Und das war alles. Wohin Kandamir, fragte Harkon, als sich die Verbanden am Abend vor dem Aufbruch in der Schmiede versammelten. Sein Bruder hob langsam die Schultern. Ihr wisst so viel wie ich. Nach Süden, sagt mein Gefühl. An die Südküste Katans, meinte ich. Möglichst weit weg von hier und dem leeren Land. Harald gab ihm Recht. Lasst uns südwärts fahren, bis wir die Berge sichten, von denen Berse gesprochen hat, und jenseits davon einen Ort suchen. An der Südostküste vielleicht. Dann liegen die Berge zwischen uns und allem, was wir zurücklassen. Wenn wir neu anfangen wollen, sollten wir auch wirklich alle alten Bande kappen, sonst mag sich herausstellen, dass alles umsonst war und es doch noch zum Krieg kommt. Dann führe du uns, Harald, sagte Kandamir. Ich bin zu ratlos. Vielleicht auch zu mutlos. Die Vorstellung, noch einmal ganz von vorn anzufangen, Wälder zu roden, Häuser zu bauen, angstvoll auf die erste Ernte zu hoffen, drohte ihn völlig zu lähmen. Ich sehe nur Finsternis, wenn ich in die Zukunft schaue. Seine Schwester trat hinter ihn und legte ihm die Hände auf die Schultern. Es ist die Trauer um deinen Ziehbruder, die deine Glieder und dein Geist schwächt, aber das wird vergehen, Kandamir, du wirst sehen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Sie hat recht, murmelte der Schmied. Auch er war unglücklich über den endgültigen Bruch mit seinem Sohn und machte sich Vorwürfe, aber er wirkte gefasst. Und als er seinen jungen Schwager anschaute, schien der Blick zu sagen, Hast du denn immer noch nicht begriffen, wie das Leben sein kann? Was hast du erwartet? Kaum war die Sonne am folgenden Morgen über die Berge geklettert, brachen sie mit fünf Schiffen auf. Es war kühl. Offenbar wollte der Herbst nun doch endlich kommen. Der schwache Wind stand im Westen, und so hatten sie die Ruder besetzt. Osmund war nicht gekommen. Ich hoffe nur, der verfluchte Sachse lebt noch und ist da, wo er sein soll, murmelte Kandamir vor sich hin. Harkon, der dieses Mal freiwillig auf der ersten Ruderbank saß, lächelte vor sich hin. Oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein brennender Himmel und Feuerregen ausreichen, um ihn zu vernichten. Zwei Stunden später erreichten sie die Bucht und brauchten nicht vor Anker zu gehen, denn Austin war ins Meer gelaufen und ihnen entgegengeschwommen, als könne er es gar nicht erwarten, wieder mit ihnen vereint zu sein. Als er den Falken erreichte, warf Harald ihm eine Strickleiter zu und er kletterte Behände an Bord. Sie bereiteten ihm einen jubelnden Empfang. Selbst diejenigen, die nichts auf seinen Zimmermannsgott hielten, waren doch froh, ihn unversehrt zu sehen. Harkon schloss ihn erleichtert in die Arme und nach einem kleinen, verlegenen Zögern folgte Kandamir dem Beispiel seines Bruders. »Willkommen an Bord, Sachse!« Austin lächelte ihm zu, aber seine Augen waren kummervoll. »Ich habe gehofft und zu Gott gebetet, euch in dieser Welt noch einmal wiederzusehen, aber ich habe gleichzeitig befürchtet, dass unser Wiedersehen ein Zerfall eurer Gemeinschaft bedeuten würde, und das bedauere ich wirklich zutiefst, Kandamir. Der tat die kleine Ansprache mit einem Wink ab. »Wärest du erleichtert oder enttäuscht, wenn ich sagte, es hat nichts mit dir zu tun?« Austin wandte kurz den Blick in den Himmel. »Ich wäre betrübt, weil du schon wieder die Unwahrheit sagst.« Sie lachten, und es verblüffte Kandamir, wie unbeschwert er sich mit einem Mal fühlte, wie erlöst. »Habt ihr meine Bücher mitgebracht?« fragte der Sachse. »Natürlich!« Kandamir ruckte den Daumen in Hakons Richtung. »Er hat sogar darauf bestanden, das ganze unbeschriebene Pergament mitzunehmen.« Austin lächelte erleichtert. »Gott segne dich, Harkon!« Tief sog der Mönch die salzige Seeluft ein, und dann sah er sich neugierig an Bord um. »Ich muss schon sagen, das sieht nun wirklich aus wie die Arche Noah. Dieses Mal schauen gar die Rinder und Pferde über die Reling, wie auf dem Bild, das ich einmal von Noas Schiff sah.« Austin nickte zuversichtlich. »Und wohin fahren wir?« fragte er neugierig. »Nach Süden.« Bei herrlichem Wetter und ohne auf Widrigkeiten zu stoßen, segelten sie die Küste hinab. Am fünften Tag sichteten sie die südlichen Ausläufer der Berge, und als sie diese hinter sich ließen, begannen sie ihre Suche. Alle konnten sehen, dass die Küste auf dieser Seite anders war. »Lieblicher«, hatte Berse sie genannt, und sie mussten ihm Recht geben. Die Felsen blieben zurück, und die Buchten mit den langen Sandstränden wurden seichter, ihre Farben und Konturen weicher. Aber das war es nicht allein. Wind und Brandung waren auf der Ostseite Katans merklich schwächer als im Westen, und für die Jahreszeit war es ungewöhnlich warm. Am Morgen des siebten Tages schließlich führte Kandamir die kleine Flotte eine gute Meile von der Küste weg aufs Meer hinaus, und dort warf er die zusammengeschnürten Pfosten seines Hochsitzes über Bord. Kandamir wies mit dem Finger auf die Pfosten, die auf den sachten Wellen dümpelten. »Seht nur, sie treiben zur Küste. Kommt, lasst uns sehen, wohin sie uns führen.« Die Bucht, in welcher der Hochsitz auf den Strand gespült wurde, war halbmondförmig und eine gute halbe Meile lang. Das seichte Ufer war von grobkörnigem Sand bedeckt, stieg aber nach vielleicht fünfzig Schritten leicht zu einer grasbewachsenen Hügelkette an, die sich über den ganzen Halbmond zog. Nachdem sie Anker geworfen hatten und an Land gegangen waren, erklommen sie diese Hügel und entdeckten jenseits davon einen weitläufigen Wald, der vornehmlich aus Nadelbäumen mit ausladender Krone und grauer, dicker Borke zu bestehen schien. Je weiter die Morgensonne kletterte, desto intensiver wurde der harzige Duft dieser fremdartigen Bäume. Und die Erde, in der sie wurzelten, war schwarz und fett. Tief so kandamir den Duft der Bäume ein, ehe er ihnen den Rücken und der Sonne das Gesicht zuwandte. Blinzelnd schaute er aufs Meer hinaus. Und er war nicht der Einzige. Harald und Asta standen am Strand und redeten. Die großen Hände des Schmieds formten ein Schiff und wiesen aufs Meer und nach Süden. Vielleicht erörterte er mit seiner Frau, ob es möglich und sinnvoll wäre, das Erz aus den Bergen übers Wasser hierher zu schaffen. Harkon, Gunda und Orstin standen mit den Füßen im Wasser und bestaunten eine Muschel, die der schachfreugige Sachse im Sand gefunden hatte und offenbar zum Anlass nahm, wieder einmal einen gelehrten Vortrag zu halten. Überall am Strand und auf dem Kamm standen die Menschen zu zweit oder in Gruppen zusammen und redeten miteinander. Und ihre Gesten sprachen von großen Plänen und unerhörten Ideen. Kandamir war so in die Betrachtung seiner Gefährten versunken, dass er für die Schönheit des Landes kaum einen Blick übrig hatte. Dann kam Sieglind vom Strand herauf, trat an seine Seite und legte den Arm um seine Taille. Und, was denkst du, fragte sie, ein guter Ort, oder? Er nickte versonnen. Ja, ein guter Ort. Als wir Elasund verließen, habe ich mir immer vorgestellt, was für ein Haus ich in der neuen Heimat einmal haben wollte. Ich weiß noch genau, dass ich in der Nacht auf den kalten Inseln daran gedacht habe, kurz bevor ich dich fand. Ah ja? Und was für ein Haus sollte es sein? Eine Halle mit Blick auf die See, auf der Kuppe eines sachten, grasbewachsenen Hügels. Und die Seebrise sollte durch die Tür hereinwehen. An so etwas wie Fenster habe ich damals noch nicht gedacht. Er hob lächelnd die Schultern und küßte seine Frau auf die Schläfe. Eine Halle mit Blick auf die See, wiederholte sie. Ja. Sieglind wies auf den Wald zu ihren Füßen. Da ist jede Menge Holz, siehst du? Ich sehe es. Also, worauf wartest du? Die Seebrise ist eine Halle mit Blick auf die Seebrise. Sie hörten Die Siedler von Katan Nach dem Roman von Rebecca Gablet Gelesen von Martin May Eine Produktion von Lübbe Audio 2003